Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 2 Therapieverfahren Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhle Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 1 Rahmenbedingungen von Psychotherapie und Beratung von Florian Scholz Abschnitt 1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen für Psychotherapie Eine verantwortungsvolle psychotherapeutische Tätigkeit bewegt sich in einem gewissen rechtlichen Rahmen. Diesen zu kennen ist unerlässlich, deswegen werden im Folgenden die wichtigsten Gesetze, Ordnungen und Organe vorgestellt. Psychotherapeutengesetz Um den Beruf Psychotherapeut ausüben zu dürfen, muss man nach dem Studium eine zusätzliche Ausbildung machen. Dies ist in Deutschland seit 1999 durch das sogenannte Psychotherapeutengesetz geregelt. Einige seiner wichtigsten Funktionen sind es schützt die Begriffe Psychotherapeut, Psychotherapeutin Es schreibt eine Approbation für die Ausübung von Psychotherapie als psychologischer Psychotherapeut vor Es regelt die Voraussetzungen und Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um diese Approbation erhalten zu können Und es grenzt Therapie gegenüber Beratung ab Siehe Exkurs Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für psychologische Psychotherapeuten Diese an das Psychotherapeutengesetz gebundene Verordnung regelt im Detail die Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten. Sie gibt die Ausbildungsbausteine, deren Dauer, Inhalte und deren Struktur vor. Sie ist für alle Ausbildungsinstitute und Ausbildungskandidaten in der Bundesrepublik verbindlich. Sie regeln verbindlich, wie der Beruf des Psychotherapeuten praktisch auszuüben ist. Zum Beispiel im Hinblick auf den Umgang mit Patientendaten, auf privaten Kontakt zu Patienten oder auf Dokumentations- und Aufklärungspflichten. Die Berufsordnungen sind für die professionelle Therapeutenarbeit daher sehr relevant. Verstöße gegen die Berufsordnung können, auf Basis der Heilberufsgesetze der Bundesländer, durch Geldstrafen bis zu 50.000 Euro, Verwarnungen oder durch die Feststellung der Unwürdigkeit zur Berufsausübung geahndet werden. Verfasst wird die Berufsordnung für ein bestimmtes Bundesland von der jeweiligen Landespsychotherapeutenkammer. Obwohl es dadurch für jedes Bundesland eine eigene Berufsordnung gibt, unterscheiden sich die Berufsordnungen kaum. Außerdem gibt es eine Musterberufsordnung der Bundespsychotherapeutenkammer, an der sich die Landeskammern orientieren können. Landespsychotherapeutenkammern Als Psychotherapeut ist man immer Mitglied der Landespsychotherapeutenkammer seines Bundeslandes. Die Kammern haben neben dem Verfassen der Berufsordnung für Psychotherapeuten unter anderem noch weitere Aufgaben. Sie sind die Interessensvertretung der Psychotherapeuten auf berufsrechtlicher und politischer Ebene. Sie überwachen die Einhaltung der Berufspflichten und kümmern sich um Weiterbildungsmöglichkeiten. Den Kammern liegen die sogenannten Heilsberufsgesetze der Länder zugrunde. Alle Landespsychotherapeutenkammern zusammen bilden die Bundespsychotherapeutenkammer. Eine Arbeitsgemeinschaft, die unter anderem das Ziel hat, die Arbeit der Landeskammern abzugleichen und eine gemeinsame Vertretung zu schaffen. Kassenärztliche Vereinigung Die Kassenärztliche Vereinigung ist die Vertretung der Ärzte und Psychotherapeuten in Sachen Vergütung. Über sie wird Psychotherapie bei gesetzlich versicherten Patienten abgerechnet. Die Honorare richten sich nach der Gebührenverordnung der psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichentherapeuten. Die Vergütung schwankt mit Veränderungen in der Abrechnungsordnung und ist derzeit auf ca. 80 Euro für eine 50-minütige Therapiestunde festgelegt. Sozialgesetze zur Krankenversicherung In den Sozialgesetzen werden Voraussetzungen und Standards für Psychotherapie im Rahmen der Krankenversicherung vorgeschrieben. Unter anderem werden A. Konkrete Leistungen definiert, die psychotherapeutisch abgerechnet werden dürfen B. Die drei Richtlinienverfahren benannt, nach denen Psychotherapie abgerechnet werden darf Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie und Psychoanalyse C. Die maximal mögliche Anzahl psychotherapeutischer Sitzungen für jedes Verfahren festgelegt Zum Beispiel für Verhaltenstherapie maximal 80 Stunden, für eine psychoanalytische Therapie maximal 300 Und D. Die Zusammenarbeit zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen und gesetzlichen Krankenkassen geregelt Gemeinsamer Bundesausschuss und Psychotherapie-Richtlinien Die in den Sozialgesetzen verankerten Psychotherapie-Richtlinien werden durch den sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss Bestehend aus Vertretern von Ärzten, Psychotherapeuten und Krankenkassen In Form der Selbstverwaltung erarbeitet Diese Richtlinien konkretisieren, welche verfahrensspezifischen Ansätze im Rahmen der Therapie erbracht werden dürfen Zum Beispiel sind das für Verhaltenstherapie unter anderem systematische Desensibilisierung, kognitive Umstrukturierung Sowie das Training von Problemlöse- und Selbststeuerungstechniken Schweigepflicht und Datenschutz Die Schweigepflicht für Psychologen ist nicht nur in der Berufsordnung, sondern auch im Strafgesetzbuch, StGB Unter § 203 über die Verletzung von Privatgeheimnissen geregelt Ein Bruch der Schweigepflicht kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet werden Bei Vorsatz bis zu zwei Jahren Auch wenn Therapeuten im Rahmen einer Therapie von einer vergangenen Straftat des Patienten erfahren Unterliegen sie der Schweigepflicht, sofern vom Patienten keine weitere Gefahr für sich selbst oder andere ausgeht In seltenen Fällen muss die Schweigepflicht jedoch, nach § 139 StGB, gebrochen werden Und zwar dann, wenn dies nötig ist, um eine zukünftige schwere Straftat zu verhindern Dazu gehören Straftaten wie Mord, erpresserischer Menschenraub, Völkermord oder terroristische Angriffe Darüber hinaus kann ein Bruch der Schweigepflicht im Rahmen des gerechtfertigten Notstands, § 34 StGB Das letzte Mittel sein, um eine drohende Gefahr von sich und anderen abzuwenden Allerdings muss dabei insbesondere die Verhältnismäßigkeit beachtet werden Das heißt, in jedem Fall muss man, da die Schweigepflicht in Deutschland rechtlich insgesamt einen sehr hohen Stellenwert besitzt Einen Bruch der Schweigepflicht sehr sorgfältig abwägen Überblick Gesetze, Verordnungen und Institutionen Folgende Gesetze, Verordnungen und Institutionen bilden die Rahmenbedingungen für Psychotherapie Gesetze und Verordnungen Psychotherapeutengesetz, Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für psychologische Psychotherapeuten Berufsordnung des Bundeslandes Sozialgesetze zur Krankenversicherung im SGBV Paragrafen 139, 203 und 34 des StGB zur Schweigepflicht Psychotherapie-Richtlinien Institutionen Landespsychotherapeutenkammern Kassenärztliche Vereinigung Gemeinsamer Bundesausschuss Überblick Ende Exkurs Befasst sich Beratung in der Regel mit der Bearbeitung schwieriger Lebenslagen, Krisen oder Konflikte ohne Krankheitswert Beispiele für Beratungsfelder sind Ehe, Schul, Erziehung, Sexual- und Suchtberatung und die Beratung von Angehörigen, Schwerkranker oder behinderter Menschen In der Beratung werden hauptsächlich sachkundige Informationen an den Ratsuchenden vermittelt, Ratschläge erteilt und Tipps gegeben In der Psychotherapie ist Informationsvermittlung hingegen die Ausgangsbasis für konkrete Übungen zur Veränderung von Verhalten oder zum Umgang mit Gedanken, Gefühlen und Verhalten Beratung bedarf in der Regel eines größeren Maßes an Einsichts- und Handlungsfähigkeit seitens des Hilfesuchenden als dies in der Psychotherapie der Fall ist Es wird davon ausgegangen, dass der Hilfesuchende Lösungsvorschläge im Anschluss an die Beratung alleine umsetzen kann Im Gegensatz hierzu wird im Rahmen einer Psychotherapie die Umsetzung konkreter Ziele und konkreten Verhaltens begleitend unterstützt Beratung ist zeitlich kompakter als Psychotherapie Ein bis fünf Kontakte sind die Regel Rechtliche Unterschiede Beratung im Sinne einer Hilfestellung in schwierigen Lebenslagen, zum Beispiel Scheidung oder Trauer, unterliegt ausdrücklich nicht dem Psychotherapeuten-Gesetz Beratung kann auch ohne Approbation zum Psychotherapeuten angeboten werden Daher arbeiten in der Beratung neben Psychologen auch Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Theologen und Mediziner Beratung wird, anders als Psychotherapie, nicht von den Krankenversicherungen übernommen sondern durch öffentliche oder kirchliche Träger finanziert Dadurch bleibt Beratung in den meisten Fällen kostenfrei Somit ist Beratung leichter zugänglich als Psychotherapie Genauso wie Psychotherapeuten stehen Personen, die in der Beratung arbeiten, unter Schweigepflicht Anders als diese haben sie jedoch kein Zeugnisverweigerungsrecht Psychotherapie unterscheidet sich also am ehesten wie folgt von psychologischer Beratung Sie beschäftigt sich explizit mit der Behandlung von psychischen Störungen Sie ist handlungsorientierter, dauert in der Regel länger, bedarf einer Approbation als Psychotherapeut Zielt eher auf die Verbesserung selbstregulatorischer Fähigkeiten ab, statt sie vorauszusetzen Und wird, wenn indiziert, von der Krankenkasse übernommen Beispiel Beratung versus Psychotherapie Beratung Eine Studentin, die mehrere Prüfungen verschoben hat, da sie nicht ausreichend vorbereitet war Geht in die Beratungsstelle der Universität Dort bekommt sie praktische Tipps, wie sie ihre Zeit besser einteilen kann Wie sie ihre Lernumgebung förderlich gestalten kann Und was sie bei der Aufbereitung des Stoffes beachten sollte Sie bekommt außerdem eine Reihe von Adressen, Ansprechpartnern und Internetseiten genannt Die sie im Weiteren kontaktieren kann Anhand dieser Informationen erarbeitet sie sich selbstständig einen Lernplan Mit dessen Hilfe sie die kommenden Prüfungen diesmal rechtzeitig vorbereitet Psychotherapie Eine Studentin hat mehrere Prüfungen verschoben, da sie sich seit ca. zwei Monaten nicht mehr zum Lernen aufraffen kann Sie wendet sich an eine Psychotherapeutin, da sie zunehmend verzweifelt ist und nicht weiß, was sie tun kann Im Rahmen der Diagnostik wird klar, dass sie unter einer depressiven Episode leidet Zusammen mit der Therapeutin erarbeitet sie daraufhin, wie ihr Tagesablauf derzeit konkret aussieht Und wie er wieder aussehen soll Die Therapeutin hilft ihr dabei, sich konkrete Ziele für die kommenden Wochen zu setzen Und Situationen, in denen sie große Traurigkeit überkommt, besser zu verstehen und deren Auslöser zu identifizieren Über einen Zeitraum von rund 6 Monaten erarbeitet und erprobt sie zusammen mit ihrer Therapeutin verschiedene alternative Verhaltensweisen, mit denen sie ihrer traurigen Stimmung begegnen kann Exkurs Ende Abschnitt 1.2 Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten Um in Deutschland Psychotherapie professionell ausüben zu dürfen, bedarf es im Anschluss an ein Psychologiestudium einer Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten, die mit der Approbation abschließt Die Ausbildung erfolgt an staatlich anerkannten Ausbildungsinstituten Eine Liste der Institute erhält man auf der Internetseite der Bundespsychotherapeutenkammer Alternativ kann man nach einem Medizinstudium eine Fachweiterbildung zum ärztlichen Psychotherapeuten machen Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten ist ein Diplom in Psychologie bzw. Master in Psychologie mit einem Schwerpunkt in klinischer Psychologie Die an manchen Instituten angebotene Möglichkeit, die Ausbildung zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten bereits mit dem Bachelor in Psychologie zu beginnen, ist derzeit Gegenstand intensiver Diskussionen, sodass sich diesbezüglich noch keine festen Aussagen treffen lassen Ausbildungsrahmen und Inhalte Die Ausbildung wird durch das Psychotherapeutengesetz sowie durch die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für psychologische Psychotherapeuten geregelt Die Ausbildung kann dabei entweder drei Jahre in Vollzeit oder fünf Jahre in Teilzeit erfolgen Sie umfasst vier Bereiche Die praktische Tätigkeit Die theoretische Fortbildung Die Selbsterfahrung Und Supervision Praktische Tätigkeit während der Ausbildung Die praktische Tätigkeit setzt sich aus drei Teilen zusammen Dazu gehört zunächst das sogenannte Psychiatria, indem man im Rahmen von Diagnostik und Behandlung in einer psychiatrischen, manchmal auch psychosomatischen Einrichtung arbeitet und dafür 1200 Stunden für die Ausbildung angerechnet bekommt Dazu kommt eine weitere praktische Mitarbeit in einer psychotherapeutischen oder psychosomatischen Einrichtung, die mindestens sechs Monate dauert, 600 Stunden Der dritte Teil der praktischen Tätigkeit besteht aus mindestens 600 Behandlungsstunden, die an einer Ausbildungsambulanz geleistet, supervidiert und dokumentiert werden müssen Supervision während der Ausbildung Insgesamt sind im Rahmen der Ausbildung 150 Stunden Supervision vorgesehen Davon entfallen 100 Stunden auf Gruppensupervisionen und 50 Stunden auf Einzelsupervisionen In Supervisionen wird besprochen, wie bisherige Behandlungsstunden verlaufen sind und was bei der Planung der weiteren Behandlungsschritte berücksichtigt werden muss Eine Supervision dient dabei immer zwei Zielen Die Ausbildungskandidaten darin zu fördern, gute Therapie durchführen zu können, d.h. ihnen dabei zu helfen, ihre therapeutischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln Und den Patienten die optimale Therapie zukommen zu lassen, indem das Vorgehen der Ausbildungskandidaten regelmäßig überprüft und, falls nötig, korrigiert wird Theorie-Teil der Ausbildung Der Theorie-Teil umfasst 600 Stunden Die Inhalte werden grob durch die Anlage 1 des Psychotherapeutengesetzes vorgegeben Auf den ersten Blick handelt es sich um eine Vertiefung des im Studium erworbenen Wissens im Bereich Psychotherapie und psychotherapeutische Versorgung Es werden z.B. verfahrensspezifische Kenntnisse wie etwa Verhaltenstherapie bei sozialer Phobie vertieft Darüber hinaus gibt es aber einen wichtigen Unterschied zum Studium Das zusätzliche Wissen wird in kleinen Gruppen vermittelt und anschließend praktisch eingeübt So werden z.B. schwierige Therapiesituationen Zu zweit oder zu dritt in Rollenspielen trainiert Auf individuelle Erfahrungen und Fragestellungen kann so im Anschluss weit intensiver eingegangen werden als im Studium Selbsterfahrung in der Ausbildung Die Selbsterfahrung umfasst 120 Stunden Sie soll dabei helfen, eigenes Verhalten, Denken und Fühlen vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen und Einstellungen im Hinblick auf die professionelle Rolle des Psychotherapeut zu überprüfen und gegebenenfalls positiv zu verändern Selbsterfahrung soll angehenden Therapeuten außerdem helfen, eigene Verhaltens- und Denkmuster in der Therapie von der Problemstellung des Patienten trennen zu können Beispielsweise erarbeiten die Teilnehmer einer verhaltenstherapeutischen Ausbildungsgruppe ein Problemverhalten, das ihnen bei ihrer praktischen Tätigkeit an ihnen selbst aufgefallen ist Sie skizzieren ein eigenes Verhaltensschema mit Beschreibung der Problemsituation, des Verhaltens und der Konsequenzen und sammeln persönliche Ziele, Überzeugungen und Pläne, die dieses Verhalten vermutlich aufrechterhalten In der Gruppe erproben sie alternative Verhaltensweisen und sammeln mithilfe des Selbsterfahrungsleiters Techniken, um dies in Zukunft in der Praxis umsetzen zu können Selbsterfahrung im therapeutischen Kontext dient demnach, in Abgrenzung zum umgangssprachlichen Verständnis des Begriffs, nicht der Selbstverwirklichung sondern immer der Professionalisierung therapeutischen Verhaltens Allerdings muss angemerkt werden, dass es bisher nur wenige empirische und fast gar keine randomisiert kontrollierten Studien zur Selbsterfahrung gibt Überblick Elemente der Psychotherapieausbildung Abschnitt 1.3 Psychotherapeutische Versorgung Psychotherapeutische Versorgungsformen werden meist in zwei Kategorien zusammengefasst In ambulante und stationäre Versorgung Die ambulante Versorgung wird von niedergelassenen Psychotherapeuten, von Ambulanzen und durch Tageskliniken angeboten Die stationäre Versorgung wird durch Psychiatrien und psychosomatische Akut- und Rehakliniken geleistet Eine Übersicht über die verschiedenen Versorgungsformen finden sich in Abbildung 1.1 im gedruckten Buch Unterabschnitt 1.3.1 Ambulante Versorgung Psychotherapeutische Praxen Am häufigsten wird ambulante Psychotherapie in Deutschland durch niedergelassene Psychotherapeuten durchgeführt Sie arbeiten in einer eigenen Praxis Zu der Gruppe der niedergelassenen Psychotherapeuten gehören neben den psychologischen Psychotherapeuten auch ärztliche Psychotherapeuten Die ärztliche Psychotherapeutische Zusatzqualifikation ist verglichen mit der psychologischen Psychotherapieausbildung heterogener gestaltet Aufbauend auf dem Medizinstudium gibt es verschiedene Wege ärztlich-psychotherapeutisch tätig zu werden Im ambulanten Setting findet Psychotherapie überwiegend als Einzeltherapie statt Nur in ganz seltenen Fällen, rund 1%, werden auch Gruppentherapien durchgeführt Ein Grund hierfür könnte der verhältnismäßig höhere Aufwand zur Vor- und Nachbereitung von Gruppentherapien im Vergleich zu Einzeltherapien sein Anzahl der Psychotherapeuten Zurzeit arbeiten in Deutschland rund 16.000 psychologische Psychotherapeuten im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung Davon sind ca. 2.900 Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten Hinzu kommen rund 5.100 ärztliche Psychotherapeuten, die aber in sehr unterschiedlichem Maße rein psychotherapeutisch tätig sind Insgesamt handelt es sich überwiegend um Psychotherapeutinnen Der Anteil Frauen bei psychologischen und ärztlichen Psychotherapeuten liegt bei rund 67% Der Anteil bei Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten bei knapp 74% Insgesamt arbeitet ca. die Hälfte der psychologischen Psychotherapeuten verhaltenstherapeutisch Die andere Hälfte arbeitet tiefenpsychologisch oder psychoanalytisch Bei den Ärzten überwiegt hingegen deutlich die Anzahl der tiefenpsychologisch und psychoanalytisch tätigen Psychotherapeuten Mit zusammengerechnet 88% gegenüber 12% verhaltenstherapeutisch tätigen Ärzten Psychotherapeuten-Dichte, Wartezeiten und Behandlungsdauer Laut der Gesundheitsberichtserstattung des Bundes 2008 gibt es in ländlichen Gebieten deutlich weniger Psychotherapeuten als in Städten Berichtet werden Arzteinwohner-Relationen von ca. 1 zu 23.000 auf dem Land und von 1 zu 2.500 in den Städten Ähnliches gilt für den Vergleich der alten Bundesländer mit den neuen Die Psychotherapeuten-Dichte liegt in den alten Bundesländern durchweg ca. doppelt so hoch wie in den neuen Zirka 13 bis 26 gegenüber 6 bis 9 pro 100.000 Einwohner Hinsichtlich der Wartezeiten gilt, dass Patienten derzeit mit mehreren Monaten Wartezeiten rechnen müssen Davon ausgenommen sind Patienten, die beispielsweise aufgrund suizidaler Absichten Soforthilfe benötigen Im Schnitt liegt die Wartezeit für gesetzlich Versicherte für eine ambulante Psychotherapie zwischen 5 und 6 Monaten Aber auch Privatversicherte müssen mit bis zu 3 Monaten Wartezeit rechnen Selbst das Erstgespräch findet in der Regel erst nach 2 Monaten Wartezeit statt Die darin anschließende durchschnittliche Behandlungsdauer unterscheidet sich erheblich in Abhängigkeit vom psychotherapeutischen Verfahren Behaltenstherapien dauern im Schnitt 44 Stunden, tiefenpsychologische Therapien rund 70 Stunden und psychoanalytische Therapien bis zu 160 Stunden Ambulanzen Eine weitere Form der ambulanten Versorgung stellen psychotherapeutische Ambulanzen dar Diese sind in der Regel an Kliniken, Hochschulen oder psychotherapeutische Ausbildungsinstitute angebunden Sie unterscheiden sich in ihrem Angebot an psychotherapeutischer Hilfe weniger inhaltlich als organisatorisch An einer Ambulanz arbeiten meist viele Therapeuten, darunter häufig solche in Ausbildung Wohingegen niedergelassene Psychotherapeuten meist in eigener Praxis oder Gemeinschaftspraxen arbeiten Insgesamt gibt es in Deutschland rund 35 Ambulanzen an Hochschulen Und viele der derzeit rund 250 Ausbildungsinstitute für Psychotherapie verfügen ebenfalls über angeschlossene Ambulanzen Tageskliniken Tageskliniken sind in der Regel an vollstationäre Psychiatrien, Fachkrankenhäuser für Psychotherapie oder psychosomatische Kliniken angeschlossen Sie können als eine Übergangsform zwischen ambulantem und stationärem Setting verstanden werden Sie bieten tagsüber Behandlung und Unterstützung an, bieten Patienten aber die Möglichkeit, abends und nachts zu Hause zu sein Vermutlich finden sich aus diesem Grund besonders im Kinder- und Jugendbereich viele Tageskliniken Dort rund 25% aller klinischen Behandlungsplätze Im Erwachsenenbereich entfallen nur zwischen 10 und 16% der klinisch-psychotherapeutischen Behandlungsplätze auf Tageskliniken Die Angebote in Tageskliniken sind sehr unterschiedlich Sie reichen von einzelnen Interventionen bis hin zu umfassenden Behandlungskonzepten Unterabschnitt 1.3.2 Stationäre Versorgung Die drei wichtigsten stationären Versorgungsformen in Deutschland sind Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie Kliniken für Psychosomatik und Psychotherapie auch akut Psychosomatik oder psychotherapeutische Medizin genannt und Kliniken für psychosomatische Rehabilitation Umfang stationärer Versorgung in Deutschland Im internationalen Vergleich spielt die stationäre psychotherapeutische Versorgung in Deutschland eine besondere Rolle denn in Deutschland werden sehr viele Patienten stationär psychotherapeutisch behandelt Insgesamt wurden im Jahr 2008 in allen drei stationären Settings zusammengenommen mehr als eine Million vollstationäre Behandlungen durchgeführt Alle 920 stationären Einrichtungen verfügen zusammen über rund 87.000 Betten Durchschnittlich und über alle drei Settings hinweg blieben Patienten rund 40 Tage auf einer Station In den ca. 630 Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie standen bundesweit im Jahr 2008 rund 68.000 Betten zur Verfügung und wurden mehr als 850.000 Patienten in eine vollstationäre Behandlung aufgenommen Kranken- und Rentenversicherungsgetragene Einrichtungen zusammengenommen Typisch für diese Form der Versorgung ist die, im Vergleich zu den anderen Settings, kürzeste Aufenthaltsdauer im Akutbereich mit knapp drei Wochen gegenüber der längsten Aufenthaltsdauer im psychiatrischen rehabilitativen Bereich mit Aufenthalten zwischen acht und neun Wochen Gerade in letzteren hat die Bettenzahl zwischen 2004 und 2008 mit ca. 2700 zusätzlichen Betten deutlich zugenommen Die rund 150 Kliniken für Psychosomatik und Psychotherapie Akutpsychosomatiken verfügten im Jahr 2008 über rund 6000 Betten Insgesamt wurden dort ca. 49.000 Behandlungen durchgeführt Zwischen 2004 und 2008 hat sich die Zahl der Betten in diesen Einrichtungen um 1816 erhöht Die durchschnittliche Verweildauer in solchen Einrichtungen betrug zwischen 5 und 6 Wochen In den ca. 130 psychosomatischen Reha-Kliniken mit knapp 12.000 Betten betrug die Anzahl vollstationärer Behandlungen im Jahr 2008 rund 105.000 Fälle Die Verweildauer lag, ähnlich wie bei der Akutpsychosomatik, zwischen 5 und 6 Wochen Im Gegensatz zu den anderen Settings wurden hier zwischen 2004 und 2008 rund 500 Betten abgebaut Anzahl der Psychologen im stationären Setting Ein Blick auf die Grunddaten der Krankenhäuser zeigt, dass in Deutschland rund 11.100 Psychologen im stationären Setting arbeiten Verteilt auf 1.883 Kliniken Zum Vergleich, ambulant waren rund 16.000 niedergelassene Psychotherapeuten tätig Die meisten Psychologen arbeiten auf verschiedenen Stationen, die in allgemeinen Krankenhäusern angesiedelt sind 4.363 Und üben dort verschiedene Funktionen aus An zweiter Stelle stehen die Reha-Kliniken, in denen 4.204 Psychologen arbeiten An dritter Stelle stehen mit ca. 2.581 tätigen Psychologen rein psychiatrische und oder psychotherapeutische oder neurologische Krankenhäuser Im Schnitt arbeitet die Hälfte aller Psychologen über alle Versorgungseinrichtungen hinweg in Teilzeit Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie Psychologische Psychotherapie findet zunehmend auch während eines stationären Aufenthalts in einer Psychiatrie statt Zu berücksichtigen ist, dass Psychiatrien ein Teilgebiet der Medizin sind Und der Behandlungsansatz primär auf die pharmakologische Behandlung zumeist sehr ausgeprägter psychischer Störungen ausgerichtet ist Typische Patientengruppen in einer Psychiatrie sind unter anderem Menschen, die unter schweren Depressionen leiden Menschen mit schizophrenen Störungen Und Menschen mit psychischen Störungen im Verbund mit psychotropen Substanzen Alkohol und Drogenentzug Für psychologische Psychotherapeuten bringt die Arbeit auf einer psychiatrischen Station besondere Aspekte mit sich Da die meisten Patienten auch mit Psychopharmaka behandelt werden, empfiehlt es sich, diesbezüglich zusätzliches Basiswissen zu erwerben In diesem Setting arbeitet man mit akut suizidgefährdeten oder unter Wahnvorstellungen und Halluzinationen leidenden Patienten Es ist wichtig, die Therapiecompliance von Patienten, d.h. das Einlassen auf Behandlung, zu erhöhen Patienten auf psychiatrischen Stationen erleben aufgrund ihrer schweren Erkrankungen oft wiederkehrende und längerfristig andauernde Symptome Und womöglich unangenehme Nebenwirkungen durch Medikamente, z.B. Gewichtszunahme, Verlust der Libido Es ist verständlich, dass Patienten dadurch womöglich leichter entmutigt sind, einem Therapieplan konsequent zu folgen Es gehört deshalb zu den Aufgaben von Psychotherapeuten, sie im Umgang mit dieser Problematik zu unterstützen Dazu gehört, Patienten über unbehandelte Krankheitsverläufe aufzuklären Sie zur regelmäßigen Medikamenteneinnahme zu motivieren Hilfesuchendes Verhalten bei wiederauftretenden Symptomen zu trainieren Und einen gesundheitsförderlichen Umgang mit krankheitsauslösenden Stressoren zu fördern Die Arbeit im psychiatrischen Setting beinhaltet häufig die aktive Einbindung von Angehörigen Dies kann sowohl zur Klärung der genaueren Lebensumstände des Patienten notwendig sein Als auch zur Schulung der Angehörigen im Umgang mit der Erkrankung des Patienten Für die Praxis Was darf ein Arzt, nicht aber ein Psychologe? Psychologen dürfen keine Medikamente verordnen Und auch keine Krankschreibungen vornehmen Zwangseinweisungen in eine Psychiatrie können weder von einem Psychologen noch alleine von einem Arzt vorgenommen werden Da es sich hierbei um einen starken Eingriff in die Persönlichkeitsrechte eines Menschen handelt ist hierfür der Einbezug von richterlichen Verfahren und Gutachten vorgesehen Praxisteil Ende Kliniken für Psychosomatik und Psychotherapie und Kliniken für psychosomatische Rehabilitation Eine Behandlung in dieser Form bedeutet einen oft vier- bis sechswöchigen vollstationären Aufenthalt in einer Klinik Die Unterscheidung zwischen psychosomatischen Kliniken Akutpsychosomatik und psychosomatischen Rehabilitationskliniken spiegelt leicht unterschiedliche Behandlungsindikationen und unterschiedliche Kostenträger wider Patienten, die kurzfristig von einer psychischen Störung betroffen sind werden einer psychosomatischen Klinik zugewiesen Kostenträger ist in diesem Fall die Krankenkasse Patienten, bei denen eine Einschränkung der Berufsfähigkeit droht oder bereits über einen gewissen Zeitraum eine Berufsunfähigkeit besteht können auch einer Rehabilitationsklinik zugewiesen werden Kostenträger in diesem Fall ist die Rentenversicherung Abgesehen von diesen Unterschieden ähneln sich beide Versorgungsformen im Wesentlichen Häufig sind diese Kliniken in Kurorten oder zumindest etwas außerhalb großer Ballungszentren gelegen Zusätzlich zu Einzeltherapien erhalten Patienten dort Gruppentherapien Dabei kann es sich um störungsspezifische Gruppentherapien handeln oder auch um Gruppentherapien zur Verbesserung sozialer Kompetenzen und des Umgangs mit Konflikten oder Stress Eine prototypische Einrichtung zu beschreiben fällt allerdings schwer da die Konzepte verschiedener Kliniken sehr unterschiedlich sein können So bieten viele Kliniken in unterschiedlichem Ausmaß weitere Therapiemöglichkeiten an Dazu gehören zum Beispiel medizinische Behandlungen, Physio, Sport, Ergo, Bewegungskunst oder Musiktherapie Im Wesentlichen hat die Behandlung in einer Klinik für Psychosomatik oder Rehabilitation drei Vorteile Erstens, sie bietet Patienten eine geschützte Umgebung Bestimmte Stressoren wie etwa Konflikte auf der Arbeit oder im Privatleben können vorübergehend ausgeschaltet werden Neues Verhalten ist eventuell leichter erprobbar Zweitens, Patienten lernen in der Klinik andere Betroffene kennen Für viele ist es eine Entlastung zu erleben, dass andere mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben Drittens, es bestehen viele und direkte Möglichkeiten für Rückmeldungen an Patienten Zum einen stehen die unterschiedlichen Therapeuten in direktem Kontakt Zum anderen ergibt sich durch die unterschiedlichen Therapien die Gelegenheit bestimmte Problematiken in kurzer Zeit aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten Der geschützte Rahmen der stationären Psychotherapie stellen Patienten und Therapeuten aber auch vor besondere Herausforderungen Das Neugelernte muss zu Hause in den Alltag, gegebenenfalls in die Partnerschaft, die Familie und den Arbeitsplatz transferiert werden Meist ohne anschließende ambulante Unterstützung Aus lernpsychologischer Sicht Stichwort situative Hinweisreize, Trigger hält die private Umgebung des Patienten eine Reihe von Situationen und Reizen parat die problematisches Verhalten wieder auslösen können Daher ist es in bestimmten Fällen sehr empfehlenswert eine ambulante Fortführung der Therapie anzustreben damit Patienten dabei unterstützt werden können ihre stationären Therapieerfolge auch in der gewohnten Umgebung aufrechterhalten zu können Exkurs Nachsorge Warum werden stationäre Patienten nicht standardmäßig ambulant nachbetreut Die Antwort auf diese Frage beinhaltet zwei Aspekte Zum einen bestehen in der ambulanten Versorgung bereits Wartezeiten für einen Therapieplatz wenn der Patient nach Hause zurückkehrt Zum anderen ist eine zusätzliche Nachbetreuung mit personellem und finanziellem Mehraufwand verbunden für den gesundheitspolitisch erst noch ein Rahmen geschaffen werden muss Ein fehlversprechender Ansatz zur Verbesserung der Nachsorge könnte die Einführung von Internetprogrammen sein Derzeit finden an mehreren deutschen Universitäten Untersuchungen statt welche die Effektivität solcher Behandlungen untersuchen Siehe Kapitel 12 Der Vorteil internetbasierter Nachsorge liegt zum einen in der Erreichbarkeit Selbst geografisch weit vom stationären Behandlungsort entfernte Patienten können weiterhin ein auf die Nachsorge abgestimmtes Internetprogramm nutzen Über ein solches Programm können Rückmeldungen und Erinnerungen an wichtige Inhalte und Übungen versendet werden Ergebnisse zur Effektivität solcher Interventionen stehen zur Zeit für den Bereich Rückfallprävention noch aus Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 2 Therapiemotivation von Matthias Berking und Judith Kowalski Abschnitt 2.1 Grundlagen und Relevanz Definition Therapiemotivation Die Motivation, eine Therapie zu beginnen und fortzuführen Veränderungsmotivation Die Motivation, das eigene Leiden zu überwinden und die dafür notwendigen Veränderungen vorzunehmen Definition Ende Um psychopathologische Symptome zu reduzieren und die Lebenszufriedenheit zu erhöhen, ist es in der Regel notwendig, dass Patienten vertraute Wege verlassen und sich trauen, neue Wege zu suchen und auszuprobieren Häufig sind die therapeutischen Veränderungsschritte dabei von unangenehm erlebten Konsequenzen begleitet, die Vermeidungsschemata aktivieren, welche darauf ausgerichtet sind, aversive Erfahrungen zu verhindern oder so schnell wie möglich zu beenden Solche Vermeidungstendenzen sind legitim und zu erwarten Wenn es keine motivationalen Bestrebungen gäbe, die gegen die notwendigen Verhaltensänderungen sprechen, hätten viele Patienten diese oft längst von selbst umgesetzt Vermeidungstendenzen können sich unter anderem auf Folgendes beziehen Die Psychotherapie als Gesamterfahrung, inklusive der damit verbundenen Zeit, Mühen, Stigmatisierungsgefahr und Patientenrolle Die Arbeit mit dem Therapeuten als Person, wenn die Chemie nicht stimmt oder ein gleich- bzw. gegengeschlechtlicher Therapeut gewünscht wird In der Therapie eingesetzte Strategien und grundsätzliche Vorgehensweisen zum Beispiel die Forderung nach Eigenaktivität und Verantwortungsübernahme Spezifische als besonders aversiv eingeschätzte therapeutische Übungen Zum Beispiel bei der Traumaexposition Schmerzhafte Klärungsprozesse und Erkenntnisse Zum Beispiel bewusste Reflexion von Missbrauchserfahrungen und deren Folgen Und Nachteile, die aus den durch Übungen und Erkenntnissen eingeleiteten Veränderungen resultieren Zum Beispiel der Patient erhält weniger Aufmerksamkeit, Schonung Wenn es dem Therapeuten nicht gelingt, diese Vermeidungstendenzen zu reduzieren oder ein motivationales Gegengewicht zu schaffen, ist die Gefahr groß, dass Patienten die Therapie abbrechen sich zu wenig auf die Therapie einlassen oder die in der Therapie gemachten Erfahrungen so interpretieren dass grundlegende dysfunktionale Schemata nicht an die neuen Erfahrungen angepasst werden müssen Beeinträchtigungen der Therapiemotivation und mangelnde therapeutische Fortschritte können sich dabei wechselseitig verstärken Ein wenig motivierter Patient lässt sich weniger auf den therapeutischen Prozess ein wodurch dieser weniger Erfolge bewirken kann was den Patienten in der Meinung bestärkt, dass ihm die Therapie nicht helfen kann was dann wiederum die Therapiemotivation reduziert und sofort Siehe Abbildung 2.1 im gedruckten Buch Vor diesem Hintergrund ist es für den Erfolg psychotherapeutischen Handelns von zentraler Bedeutung die Veränderungsmotivation des Patienten sorgfältig zu erfassen und gegebenenfalls systematisch zu fördern Eine ausreichende Veränderungsmotivation sollte nicht als unveränderbare Eigenschaft oder als Vorbedingung für den Beginn einer therapeutischen Behandlung gesehen werden Vielmehr gehört es zur Aufgabe des Therapeuten die Ursachen eventueller Beeinträchtigungen der Veränderungsmotivation zu identifizieren und diese bei Bedarf mit spezifischen Interventionen zu stärken In diesem Sinne wird im dualen Therapiemodell von Schulte und Eifert zwischen dem Methoden- und dem Motivationsstrang unterschieden Siehe folgender Exkurs Exkurs Duales Therapiemodell von Schulte und Eifert Methodenstrang Der Therapeut identifiziert aufrechterhaltende Bedingungen für die zu behandelnde Symptomatik Er wählt auf der Basis der empirischen Befundlage und der individuellen Fallkonzeption therapeutische Strategien und Techniken aus, die die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit haben und er setzt ausgewählte Strategien, ihren Regeln entsprechend um Motivationsstrang Der Therapeut prüft kontinuierlich, ob ausreichend Therapie bzw. Veränderungsmotivation vorliegt Er identifiziert motivationale Probleme, die sich bezüglich der geplanten therapeutischen Intervention ergeben könnten und deren Ursachen und er setzt bei Bedarf gezielt Methoden zur Stärkung der Therapie bzw. Veränderungsmotivation ein Exkurs Ende Für den Methodenstrang liegt mittlerweile eine schwer überschaubare Zahl von Manualen vor, die für prototypische Problemstellungen konkrete und effektive Vorgehensweisen beschreiben Im Gegensatz dazu finden sich zurzeit für den Motivationsstrang relativ wenige Ansätze, die für bestimmte Motivationsprobleme konkrete Vorgehensweisen entwickelt und evaluiert haben Dies liegt vielleicht in der Natur der Sache Psychotherapeutisches Arbeiten ist immer sowohl Handwerk als auch Kunst Und vielleicht zeigt sich dieser Kunstaspekt vor allem in der Art und Weise, wie Therapeuten Patienten für das Durchführen therapeutischer Techniken gewinnen Zur grundsätzlichen Strukturierung des Vorgehens im Rahmen des Motivationsstranges lassen sich therapeutische Veränderungsschritte als ein Abwegeprozess konzipieren, bei dem der erwartete subjektive Nutzen eines potenziellen Veränderungsschrittes die erwarteten Kosten überschreiten muss, siehe Abbildung 2.2 im gedruckten Buch Der Nutzen bestimmt sich dabei als Produkt der gewichteten Summe der antizipierten Zielerreichungen, bei der jedes Ziel mit seiner Wichtigkeit, Salienz, und mit der Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten den erwarteten Einfluss auf das Ziel hat, gewichtet wird Die subjektiven Kosten bestimmen sich analog, als Produkt der gewichteten Summe antizipierter Zielblockierungen Um die Motivationsstärke zu bestimmen, muss der Nettonutzen, Nutzen minus Kosten, noch mit der Wahrscheinlichkeit multipliziert werden, mit der der Patient glaubt, das Verhalten auch ausführen zu können. Eine weitere Erhöhung der Motivations- oder genauer Volitionsstärke ergibt sich dann, wenn der Patient den Entschluss fasst, das konkret geplante, zielführende Verhalten auch tatsächlich durchzuführen. Abschnitt 2.2 Diagnostik von Therapie- bzw. Veränderungsmotivation Aufbauend auf dem eben dargestellten Motivationsmodell ergibt sich für die Motivationsdiagnostik die konkrete Aufgabe, zu erfassen, welche Ziele den Patienten für die therapeutische Intervention und die damit angestrebten Veränderungen motivieren, welche Ziele den Patienten gegen die therapeutische Intervention und die damit angestrebten Veränderungen motivieren, wie wichtig diese Ziele jeweils sind, für wie wahrscheinlich der Patient es hält, dass die tangierten Ziele durch die therapeutische Handlung erreicht oder blockiert werden, ob der Patient sich in der Lage sieht, den notwendigen Veränderungsschritt auch auszuüben und ob der Patient sich bewusst für die Durchführung des zielführenden Verhaltens entschieden hat. Zur Abklärung der Punkte 1 bis 3 ist eine möglichst gründliche Diagnostik des Zielsystems des Patienten notwendig. Um wichtige Ziele zu identifizieren, können standardisierte Fragebögen, also Fragebögen zur Messung von Lebenszielen oder zur Analyse motivationaler Schemata und offene Verhaltensbeobachtungen, was strebt der Patient offensichtlich an, eingesetzt werden. Außerdem auch gezielte Exploration im Gespräch, zum Beispiel was ist Ihnen im Leben wichtig. Und meditative Techniken, zum Beispiel beobachten Sie einmal eine Minute nur Ihren Atem. Immer wenn Sie abschweifen, versuchen Sie einmal zu erkennen, welches Ziel hinter den Gedanken steckt, die Ihnen da in den Sinn kamen. Zur Organisation der Ziele untereinander lässt sich die Plananalyse, siehe Kapitel 14, anwenden. Zur Abklärung von Erwartungen und Entschlüssen, Punkte 4 bis 6, lassen sich unter anderem folgende Fragen einsetzen. Was möchten Sie gern ändern? Wieso möchten Sie das gerne ändern? Was spricht gegen eine solche Änderung? Warum begeben Sie sich gerade jetzt in die Therapie, um an diesem Problem zu arbeiten? Wie wäre das für Ihre Frau, Ihren Mann, Ihre Kinder oder Arbeitgeber, wenn Sie diese Änderung vornehmen? Was könnten Sie tun, um X zu verändern? Kriegen Sie das hin? Wie lief es bisher, wenn Sie sich so etwas vorgenommen haben? Was könnten Sie anders machen, damit das zukünftig besser läuft? Wie entschlossen sind Sie, diesen Plan auch tatsächlich umzusetzen? Wann, wo und wie werden Sie das tun? Zur systematischen Zusammenfassung der Motivationsexploration lassen sich vier Felder-Schemata nutzen, wie sie in Tabelle 2.1 im gedruckten Buch exemplarisch dargestellt sind. Vor- und Nachteilsanalysen lassen sich sowohl in Bezug auf die Frage, ob eine Therapie überhaupt begonnen werden soll, als auch in Bezug auf einzelne anstehende Verhaltensänderungen durchführen. Da Patienten und Therapeut in der Regel erst im Laufe der Therapie ein Verständnis dafür entwickeln, welche Ziele und Pläne den Patienten motivieren, sind Vor- und Nachteilsanalyse dieser Art eher als provisorisch zu erachten und sollten bei Bedarf durch weitere Erkenntnisse, die sich im Laufe fortschreitender Klärungen ergeben, Schritt für Schritt ergänzt werden. Als Motivationsscreening kann zusätzlich der Fragebogen zur Messung von Therapieerwartung und Therapiemotivation von Patienten eingesetzt werden, der neben Hoffnung auf Verbesserung und Furcht vor Veränderung auch die wahrgenommene Passung zwischen dem therapeutischen Angebot und der Ausgangslage auf Seiten des Patienten erfasst. Ähnliche und weitere motivationsrelevante Skalen finden sich auch in den Fragebögen zur Psychotherapiemotivation und zur Messung der Psychotherapiemotivation. Bei allen Selbstauskunftsverfahren ist jedoch zu bedenken, dass Patienten zuweilen keine verlässlichen Auskünfte über ihre Therapie- und Veränderungsmotivation geben. Dieser Fall ist zum Beispiel dann nicht unwahrscheinlich, wenn ein Patient zur Gewährung einer vorzeitigen Berentung einerseits zeigen muss, dass er sich in Therapie begeben hat und in dieser Therapie engagiert daran gearbeitet hat, seine Symptomatik zu überwinden, andererseits aber auch zeigen muss, dass die Therapie keine Verbesserung seines Zustandes bewirkt. Siehe folgendes Fallbeispiel. Fallbeispiel. Motivationsbeeinträchtigung durch Krankheitsgewinn. Der 58-jährige Herr M. wurde aufgrund beruflicher Überlastung depressiv. Seine Frau und sein Therapeut kümmerten sich in der Folge mit großem Engagement um ihn. Außerdem merkte er, dass er den Tag auch ohne Arbeit gut füllen konnte. Die innere Hürde, sich wieder der anstrengenden Arbeit auszusetzen, wuchs mit jeder Woche, in der er krank geschrieben war. Als er dann von der Rentenversicherung in eine psychosomatische Reha-Maßnahme geschickt wurde, lernte er Mitpatienten kennen, die mit beachtlichem Einsatz und Kreativität für ihre frühzeitige Berentung kämpften. Als Herr M. seinen Bezugstherapeuten gegen Ende der Maßnahme fragt, ob eine solche Lösung für ihn auch in Frage käme, winkt der Therapeut ab, Herr M. habe schon großartige Fortschritte gemacht und Ziel müsse es doch nun sein, sich den Aufgaben des Lebens wiederzustellen. Daraufhin sagt Herr M. den Abschlusstermin mit seinem Therapeuten unter einem Vorwand ab und kreuzt im Entlassungsbogen an, sein Zustand habe sich nicht gebessert. In der anschließend geplanten Einzeltherapie bei einer Therapeutin vergisst er die erste Sitzung, kommt in der zweiten zu spät und macht in den weiteren Stunden kaum Fortschritte. Die Therapeutin ist zunehmend genervt und überlegt sich, ob sie die Therapie nicht abbrechen soll, weil der Patient nicht ausreichend motiviert ist. Fallbeispiel Ende. Bei einem solchen Mangel an Veränderungsmotivation, bei gegebener Therapiemotivation, sind erhebliche Zweifel an der Validität von Selbstauskünften indiziert. Hier gilt es, sich über die Identifikation motivationsrelevanter Faktoren, wurde zum Beispiel ein Rentenantrag gestellt, Befragung dritter, Verhaltensbeobachtung und gegebenenfalls durch Thematisierung der konfliktbeeinträchtigten Veränderungsmotivation, ein valides Bild von der Motivationslage des Patienten zu machen. Für die Praxis. Therapeuten sollten sich in Acht nehmen vor persönlichem, selbstwertschützendem Bias bei der Patient ist nicht ausreichend motiviert Erklärungen. Diese dürfen nicht als Ausrede für ausbleibende Therapiefortschritte missbraucht werden. Therapeuten müssen stets andere Erklärungen für Misserfolge offen prüfen und dürfen nur dann auf mangelnde Veränderungsmotivation attribuieren, wenn dafür über den Misserfolg hinaus belastbare Hinweise vorliegen. Praxisteil Ende. Bei der Erfassung der Veränderungsmotivation ist ferner zu beachten, dass diese ein dynamisches Geschehen darstellt, welches kurz-, mittel- und langfristigen Einflüssen unterliegt. Nach dem transtheoretischen Modell von Prochaska und Di Climente lässt sich die erfolgreiche Realisierung von Verhaltensänderungen in fünf Phasen, Stages of Change, unterteilen, siehe Tabelle 2.2 im gedruckten Buch. Jede Phase zeichnet sich durch eine spezifische Motivationslage aus, die durch Exploration des Patienten und informierter Beteiligter und spezifische Fragebögen erfasst werden kann und bei der jeweils spezifische motivationsfördernde Interventionen indiziert sind. Das Modell wurde ursprünglich zur Motivationsdiagnostik und Förderung bei Abhängigkeitserkrankungen, speziell Alkohol und Nikotin, entwickelt, kommt aber mittlerweile mit entsprechenden Modifikationen in der Therapie einer Vielzahl von Störungen zum Einsatz, zum Beispiel bei Alkoholtherapie, bei Schmerztherapie oder bei dietetischen Maßnahmen. Abschnitt 2.3. Motivierende Gesprächsführung als Beispiel für motivationsfokussiertes therapeutisches Vorgehen. Motivierende Gesprächsführung im originalen Motivational Interviewing wurde ursprünglich von William Miller und Steven Rolnick in den 80er Jahren als klientenzentrierte semidirektive Form der Gesprächsführung zur Behandlung von Suchterkrankungen entwickelt. Sie zeichnet sich durch spezifische Frage- und Explorationstechniken aus, mit denen die intrinsische Veränderungsmotivation der Patienten gestärkt werden soll. Mittlerweile wird dieser Ansatz aber auch bei einer Vielzahl anderer Störungen zur Motivationsförderung eingesetzt. Dabei kann motivierende Gesprächsführung als alleinstehende Intervention, als übergeordneter Behandlungsstil in komplexen Behandlungsprogrammen, als vorgeschaltete Maßnahme zur Therapievorbereitung oder als ergänzende Intervention, auf die bei Bedarf, sprich bei Motivationsproblemen, zurückgegriffen wird, eingesetzt werden. Der Ansatz beruht auf den Annahmen, dass Autonomieverletzungen beim Patienten durch zu direktes Vorgehen des Therapeuten zu Widerstand führt, Reaktanz. Dass Patienten nicht änderungsresistent, sondern ambivalent motiviert sind. Dass Menschen sich eher von sich selbst überzeugen lassen als von anderen. Und dass die Eigenmotivation zur Veränderung wächst, wenn die Motive für die Veränderung gestärkt und gleichzeitig die Motive gegen die Veränderung wertgeschätzt werden. Wie in den Grundannahmen bereits ersichtlich, soll es bei motivierender Gesprächsführung nicht darum gehen, den Patienten mit subversiven Tricks zu etwas zu bringen, was er nicht will. Vielmehr versteht sich motivierende Gesprächsführung als eine Art Geburtshilfe, bei der der Therapeut durch respektvolle, nicht wertende Erkundungen, den Zielen, Werten und Überlegungen des Patienten mehr Gewicht verschafft, die mit dem zu ändernden Verhalten nicht kompatibel sind. Das therapeutische Vorgehen gliedert sich dabei in zwei Phasen oder Ansatzpunkte, die je nach Grad der Veränderungsbereitschaft zum Tragen kommen. Wenn Patienten noch keine intrinsische Veränderungsbereitschaft, Readiness to Change, zeigen, zielen die therapeutischen Interventionen auf den Aufbau derselben ab. Phase 1. Wenn Patienten bereits veränderungsmotiviert sind, fokussieren die Interventionen auf die Stärkung der Selbstverpflichtung, Commitment. Durch das Setzen konkreter Ziele und das Erarbeiten und Umsetzen konkreter Veränderungspläne. Phase 2. Das therapeutische Vorgehen orientiert sich an folgenden Prinzipien. Empathie, Wertschätzung. Therapeuten sehen das Problem aus der Perspektive des Patienten und kommunizieren dies im Kontakt mit ihm. Dysfunktionales Verhalten wird dabei als lerngeschichtlich bedingter Versuch gesehen, letztlich legitime Ziele zu erreichen. Herausarbeiten von Diskrepanzen. Dieser Punkt bezieht sich vor allem auf Diskrepanzen zwischen den Konsequenzen, die sich aus dem Störungsverhalten ergeben und wichtigen Zielen, Anliegen oder Werten der Patienten. Geschmeidiger Umgang mit Widerstand. Therapeuten akzeptieren, dass es normal und nicht pathologisch ist, wenn Patienten gegenüber der Verhaltensänderung ambivalent motiviert sind. Wenn der Patient die Kompetenz des Therapeuten anzweifelt, den Therapeuten unterbricht, das Problem verleugnet oder bagatellisiert oder sich aus der therapeutischen Interaktion ausklingt, wird dies als Ausdruck dieser Ambivalenz und als interaktionelles Problem gesehen, auf das der Therapeut mit geschicktem Verhalten Einfluss ausüben kann. Unter anderem Rechthabe-Reflexbindigen. Stärkung der Selbsteffizienz. Unabhängig davon, welche Ziele der Patient verfolgt und ob er sich tatsächlich für eine Verhaltensänderung entscheidet, versucht der Therapeut, die Zuversicht des Patienten zu fördern, dass er sein Verhalten beeinflussen kann, wenn er sich dafür entscheiden würde. Als therapeutische Interventionen werden dabei unter anderem eingesetzt offene Fragen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht durch ein Ja oder ein Nein beantwortet werden können, zum Beispiel, wie würden sie selbst ihren Alkoholkonsum einschätzen. Sie laden den Patienten dazu ein, den thematisierten Problemaspekt zu elaborieren und ermöglichen daran ansetzende therapeutische Interventionen. Aktives und empathisches Zuhören. Charakteristisch sind zum Beispiel Paraphrasieren, Reflektieren, Interessiertes Nachfragen, Zusammenfassen, Nachfragen, ob die Zusammenfassungen korrekt waren, sowie Hilfsangebote, die sich auf die intrinsischen Ziele des Patienten beziehen. Würdigung. Sämtliche, vielleicht auf den ersten Blick vernachlässigbare erscheinende Leistungen des Patienten werden mit Berücksichtigung der Schwierigkeiten, die es dabei zu überwinden galt, als anerkennenswert gesehen und als solche dargestellt und wertgeschätzt. Informationsvermittlung. Der Therapeut stellt sein Fachwissen zur Verfügung, zum Beispiel bezüglich Diagnose, Prognose zu erwartender Folgen oder Effektivität von Therapie. Nondirektivität, geleitetes Entdecken. Der Therapeut zeigt verschiedene Optionen auf, wie Ziele erreicht werden können, lässt aber den Patienten entscheiden, welche er wählt. Systematische Förderung von Change Talk. Change Talk beinhaltet alle Aussagen des Patienten, die sich auf die Nachteile des bisherigen Verhaltens, auf die Vorteile der Verhaltensänderung, auf die Zuversicht, die Änderung ausführen zu können, Confidence Talk, sowie auf konkrete Änderungsabsichten und Pläne beziehen. Aussagen dieser Art werden vom Therapeuten systematisch verstärkt. Konstruktiver Umgang mit Widerstand. Für den konstruktiven Umgang mit Widerstand stellen Miller und Rollnick verschiedene konkrete Vorgehensweisen vor. Dazu zählt zum Beispiel das überzogene Widerspiegeln. Patient. Ich habe meinen Alkoholkonsum im Griff. Ich stehe noch aufrecht, wenn andere schon unter dem Tisch liegen. Therapeut. Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Alkohol kann ihnen überhaupt nichts anhaben. Systematische Förderung von Handlungsorientierung. Sobald eine Veränderungsintention gefasst ist, werden konkrete Ziele vereinbart, verschiedene Wege zur Zielerreichung diskutiert, ein konkreter Veränderungsplan entwickelt, gezielte Maßnahmen zur Steigerung der Selbstverpflichtung initiiert, zum Beispiel öffentliche Verlautbarung und möglichst zeitnah mit konkreten Verhaltensänderungen begonnen. Die Effektivität von motivierender Gesprächsführung ist mittlerweile für verschiedene Anwendungsbereiche in einer Reihe von Studien belegt worden. In der Regel zeigen sich dabei kleine bis mittlere Effekte für die Vergleiche mit Wartekontrollgruppen und keine signifikanten Unterschiede in Vergleichen mit anderen evidenzbasierten Verfahren. Abschnitt 2.4. Fazit und Ausblick. Klaus Grawe hat einmal gesagt, wo soll die Kraft für die Veränderung denn herkommen, wenn nicht aus den positiven Zielen des Patienten selber? Dieser Satz mag grammatikalisch etwas schief klingen, drückt aber die Wichtigkeit aus, die Maßnahmen zur Förderung der Veränderungsmotivation im Rahmen psychotherapeutischer Behandlungen zugeschrieben werden muss. Vor diesem Hintergrund ist es bedauerlich, dass sich, wie bereits angemerkt, vor allem in der von kognitiver Verhaltenstherapie geprägten empirisch-wissenschaftlichen Konzeptentwicklung zu diesem Thema zur Zeit noch relativ wenige elaborierte und evaluierte Ansätze finden. Zu den rühmlichen Ausnahmen zählt unter anderem der Ansatz zur Elaboration positiver Perspektiven in der Psychotherapie, EPOS, von Koban und Wiluzki, sehr Praxisteil. Die zukünftige Psychotherapie-Forschung sollte sich somit nicht nur der Evaluation komplexer Therapieprogramme, sondern auch therapeutischer Einzelinterventionen widmen und dabei in einem ausgewogenen Verhältnis auf störungs- und motivationsbezogene Interventionen fokussieren. Für die Praxis. EPOS – eine Methode zur Generierung von persönlich relevanten positiven Annäherungszielen, welche als Energiequellen für adaptive Veränderungen genutzt werden können. EPOS lässt sich gut in zwei mit etwas Abstand aufeinander folgenden Sitzungen je ca. 50 Minuten durchführen. In der ersten Sitzung wird zunächst mit dem Patienten erarbeitet, wie wichtig es ist, sich bewusst zu machen, was man sich eigentlich tief im Herzen wünscht. Nur wenn man das weiß, kann man sich persönlich relevante Ziele setzen und mit der Leidenschaft und der Energie anstreben, die für das Erreichen wichtiger Ziele in der Regel notwendig sind. Außerdem wird ausgeführt, dass es zuweilen aus verschiedenen Gründen gar nicht so leicht ist, herauszufinden, was man eigentlich will. Wir trauen uns in der Regel gar nicht mehr zu träumen. Und dass die folgende Übung einem helfen kann, einen Zugang zu den eigenen Wünschen zu bekommen. Dann stellt der Therapeut die Übung in groben Zügen vor und lädt den Patienten ein, die Übung durchzuführen. Wenn der Patient diese Einladung annimmt, wird er vom Therapeuten durch eine Fantasiereise geführt, in der der Patient sich vor dem inneren Auge möglichst bildhaft vorstellt, wie ein Tag in seinem Leben in fünf Jahren aussehen würde, wenn bis dahin alles, aber auch alles komplett nach seinem Willen laufen würde. Der Fokus liegt dabei auf dem unzensierten sich Vorstellen noch so fantastischer positiver Zustände. Der Therapeut leitet den Patienten mit möglichst offenen Fragen durch den Tag. Wo wohnen Sie? Können Sie sich vor dem inneren Auge vorstellen, wo Sie da wohnen? Ah, in einer alten Villa. Wie sieht die denn aus? Und elaboriert den Bericht des Patienten mit dem Ziel, ein möglichst angenehmes und intensives Erleben der Vorstellung auf allen Sinneskanälen zu fördern und durch den Tag zu führen. Wie fühlt sich das an, wenn Sie nach dem Aufwachen einfach so mit viel Zeit im Bett liegen können? Was ist das Angenehme dabei? Ah, die Sonne auf der Haut. Wo spüren Sie die am stärksten? Wie fühlt sich das an? Was für ein Licht ist das? Was für Gedanken gehen Ihnen dabei durch den Kopf? Was für eine Stimmung löst das aus? Gibt es da noch andere Personen, die mit Ihnen in dieser Villa wohnen? Wie geht der Tag dann weiter? Wenn möglich, sollte man den Dialog zwischen dem visualisierenden Patienten und dem sich ebenfalls mit in die Vorstellung begebenden Therapeuten auf einen Audioträger aufnehmen. Am Ende dieser Fantasiereise kann der Patient die Audioaufnahme mitnehmen, mit der Instruktion, sich diese einfach noch einmal anzuhören und anmuten zu lassen. In der nächsten Stunde erfolgt dann eine Verlagerung des bislang imaginativ-holistischen Verarbeitungsmodus in Richtung eines analytisch zielgerichteten Modus. Dabei werden zentrale Bilder der Fantasiereise identifiziert und für jedes Bild erarbeitet, was für ein Wunsch sich in diesem Bild niederschlägt. Anschließend kann der Patient überlegen, ob er sich bewusst für das aktive Anstreben des Wunsches entscheidet und den Wunsch dadurch zu einem langfristigen Ziel macht, welches zumindest persönlich bedeutsam, konkret und realistisch sein sollte. Alternativ kann an dieser Stelle auch die Einsicht erfolgen, dass ein Wunsch nicht erreichbar ist und dass es besser wäre, sich von diesem Wunsch über systematische Trauerarbeit zu lösen. Aus diesem langfristigen Ziel lassen sich dann mittelfristige Ziele im Laufe des nächsten Jahres und kurzfristige Ziele in den nächsten sechs Wochen, in dieser Woche oder auch in der nächsten Woche. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 2. Therapieverfahren. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 3 Kognitive Verhaltenstherapie von Anna Radkowski und Matthias Berking Abschnitt 3.1 Einführung Die kognitive Verhaltenstherapie, KVT, gehört zweifellos zu den aktuell einflussreichsten Therapieformen. Sie definiert sich im Wesentlichen über den Anspruch, Theorien und Vorgehensweisen zur Prävention und Behandlung psychischer Störungen einzusetzen, deren Validität mithilfe empirisch-wissenschaftlicher Methoden nachgewiesen wurde. In ihren behavioristischen Anfängen bedingte dieses Selbstverständnis eine Fokussierung auf beobachtbare Verhaltensaspekte, welche durch gezielte Interventionen der vorausgehenden und nachfolgenden Bedingungen modifiziert werden sollten. Im Zuge der kognitiven Wende in der Psychologie setzte sich die Erkenntnis durch, dass auch nicht direkt beobachtbare Informationsverarbeitungsprozesse mit wissenschaftlichen Methoden untersucht werden können und für das Verständnis und die Therapie psychischer Störungen von zentraler Bedeutung sind. Seitdem gelten sowohl verhaltens- als auch kognitionsbezogene Interventionen als prototypische Vorgehensweisen der KVT. Bedingt durch die rapide fortschreitenden Erkenntnisse in der allgemeinen Psychologie und der Psychotherapieforschung erfüllen jedoch zunehmend mehr Theorien und Methoden das Kriterium der nachgewiesenen empirischen Evidenz und müssten somit gemäß dem ursprünglichen wissenschaftlichen Selbstverständnis der KVT als KVT-Interventionen gesehen werden. In der Folge müssten empirisch validierte psychodynamische Verfahren dann ebenfalls als KVT-Intervention gelten, womit der KVT-Begriff so weit gefasst wäre, dass er letztlich seine Bedeutung verlieren würde. Vor dem Hintergrund der mittlerweile weithin anerkannten Relevanz empirischer Evidenz kann der wissenschaftliche Anspruch daher nicht mehr als Alleinstellungskriterium für die KVT dienen. Was bleibt, ist eine Definition über die Kombination aus a. einem vergleichsweise hohen wissenschaftlichen Anspruch, b. Merkmalen wie Gegenwarts-, Handlungs-, Problem- und Zielorientiertheit und Transparenz und c. den typischerweise in der KVT eingesetzten Erklärungsmodellen und Interventionsmethoden. Definitionen Verhaltenstherapie, VT. Sie stützt sich zur Erklärung und Behandlung psychischer Störungen vor allem auf lerntheoretische Prinzipien, klassische und operante Konditionierung, Modelllernen. Zu den prototypischen Interventionsmethoden gehören Expositionsverfahren und Kontingenzmanagement-Systeme. Kognitive Therapie, KT. Sie beruht auf der Grundannahme, dass dysfunktionale Einstellungen, Interpretationen, Prognosen, Schlussfolgerungen, Bewertungen und kognitive Reaktionsmuster, Schemata, eine zentrale Rolle für die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen spielen. Menschen werden dabei als aktive Informationsverarbeiter angesehen, die ständig Hypothesen über sich und ihre Umwelt generieren und prüfen. Zu den prototypischen Interventionsformen gehören Gedankenprotokolle und kognitive Umstrukturierung. Allerdings werden in der KT auch oft klassische VT-Methoden, z.B. Konfrontation, im Rahmen eines kognitiven Rationals, z.B. als Verhaltensexperiment zur Hypothesenprüfung eingesetzt, sodass die KT in der Regel auch behaviorale Elemente enthält. Kognitive Verhaltenstherapie, KVT. Im Zuge der kognitiven Wende in den 60er Jahren kam es durch Forschungsergebnisse und Erfahrungen aus der therapeutischen Praxis zur Integration kognitiver Elemente in verhaltenstherapeutische Konzepte. Nicht mehr ausschließlich äußerlich beobachtbare Ereignisse bzw. Verhaltensweisen, sondern auch innere Vorgänge einer Person wie Gedanken, Wahrnehmungen und Einstellungen fanden Eingang in Erklärungsmodelle und Behandlungskonzepte. Typischerweise werden in der KVT behaviorale und kognitive Methoden kombiniert, z.B. behaviorale Aktivierung und Disputation depressogener Grundannahmen in der Therapie unipolarer depressiver Störungen. Integrative Verhaltenstherapie, IVT. In den letzten Jahrzehnten wurden zunehmend auch Selbstmanagementmodelle oder motivationale Konzepte wie, nicht notwendigerweise bewusste, Ziele und Pläne in verhaltenstherapeutisches Vorgehen integriert. Um diese moderne Verhaltenstherapie von der klassischen abzugrenzen, wird bisweilen von integrativer Verhaltenstherapie gesprochen. Definitionenende. Abschnitt 3.2. Spezifische Verfahren und Techniken der KVT. Unterabschnitt 3.2.1. Konfrontationsverfahren. Unter Konfrontations- oder Expositionsverfahren sind therapeutische Interventionen zu verstehen, bei denen sich Patienten systematisch einer Situation für einen längeren Zeitraum aussetzen, welche sie als aversiv erleben und deswegen bislang vermieden haben. Typischerweise handelt es sich dabei um angstbesetzte Situationen, z.B. Höhen, Spinnen, Ablehnung durch andere Menschen oder das Auftauchen von intrusiven Erinnerungsbildern an traumatische Erlebnisse. Ziel von Konfrontationsverfahren ist es, korrigierende Lernerfahrungen herbeizuführen, die es den Patienten ermöglichen, zukünftig anders auf die problematische Situation zu reagieren. Die Effekte der Lernerfahrung können dabei auf drei verschiedene Arten konzeptualisiert werden. 1. Habituation an die auslösenden Stimuli. 2. Kognitive Einsicht in die Ungefährlichkeit bzw. Handhabbarkeit der Situation. 3. Systematisches Training von Kompetenzen, die für die erfolgreiche Bewältigung der Situation notwendig sind, inklusive der Kompetenz, die Angst möglichst bewertungsfrei wahrzunehmen und sicher auszusetzen, bis sie von alleine wieder abnimmt. Wie in Tabelle 3.1 im gedruckten Buch dargestellt, lassen sich innerhalb der Vielzahl der therapeutischen Anwendungen des Konfrontationsprinzips Verfahren, bei denen die Konfrontation in der Vorstellung erfolgt, in Sensu, von Verfahren abgrenzen, bei denen sich der Patient der gefürchteten Situation in der Realität aussetzt, in vivo. Weiterhin unterscheiden sich Expositionsverfahren durch den angestrebten Intensitätsverlauf. Beim graduierten Vorgehen beginnt die Exposition mit der Situation, die der Patient als am leichtesten einschätzt. Dann wird die Intensität schrittweise gesteigert, bis der Patient sich auch der schwierigsten Situation angstfrei aussetzen kann. Beim massierten Vorgehen hingegen wird der Patient gleich zu Beginn der Expositionsübung über einen längeren Zeitraum mit der für ihn schwierigsten Situation konfrontiert. Der Vorteil des massierten Vorgehens besteht vor allem darin, dass Patienten nicht über weite Phasen der Therapie den Eindruck haben, dass der wirklich schwierige und entscheidende Schritt, die Konfrontation mit der maximal angstauslösenden Situation, noch bevorstünde. Außerdem impliziert die erfolgreiche Bewältigung der schwierigsten Situation, dass auch sämtliche Situationen, die weniger schwierig sind, bewältigt werden können. Von daher gilt massiertes Vorgehen als effizienter und sollte dem graduierten Vorgehen vorgezogen werden, solange nicht eindeutige Gründe gegen ein massiertes Vorgehen sprechen, wie gegebenenfalls Herzinsuffizienz, Asthma, Epilepsie etc. Teilabschnitt 3.2.1.1 Therapeutisches Vorgehen beim Einsatz von Konfrontationsverfahren Massierte Konfrontation in vivo Fluding Aufbauend auf einer intensiven Diagnostik des jeweiligen Problembereichs wird mit dem Patienten während der kognitiven Vorbereitung ein individuelles Störungs- und Veränderungsmodell erarbeitet, welches deutlich macht, dass Vermeidung eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung von Ängsten spielt und dass der Patient sich der eigenen Angst stellen muss, um sie erfolgreich zu bewältigen. Möglichst am Beispiel der am stärksten angstauslösenden und bislang vermiedenen Situationen wird dabei konkret herausgearbeitet, wie der Patient bisher mit dieser Situation umgeht und welche Auswirkungen es auf die Problematik hätte, wenn er es schaffen würde, sich systematisch mit der angstbesetzten Situation zu konfrontieren. Häufig wird hierbei gemeinsam mit dem Patienten eine Grafik erstellt, in welcher der vom Patienten erwartete Angstverlauf bei Konfrontation mit dem aufgrund des Habituationsprozesses tatsächlich zu erwartenden Angst erleben sowie dem Angstverlauf bei Vermeidung in Kontrast gesetzt wird. Siehe Abbildung 3.1 im gedruckten Buch. Aufbauend auf diesem Erklärungs- und Veränderungsmodell muss sich der Patient anschließend selbstständig für die Konfrontation entscheiden. Wenn er dies, trotz eindeutig herausgearbeiteter Konsequenzen der verschiedenen Handlungsoptionen, nicht tut, kann die Behandlung an dieser Stelle unterbrochen werden. In diesem Fall wird der Patient eingeladen, mit der Therapie weiterzumachen, sobald er sich für die Durchführung der Konfrontation entschieden hat. Wenn er sich für die Konfrontation entscheidet, wird konkret geplant, wann, wie, wo und wie lange die Konfrontation stattfinden wird und welche Rolle der Therapeut dabei spielen soll. Wichtig ist dabei, mögliche, offene und verdeckte Vermeidungsstrategien zu antizipieren, welche den Erfolg der Übung gefährden könnten. Für jede dieser Vermeidungsstrategien sollte erarbeitet werden, was der Patient tun kann, um diesbezüglichen Vermeidungsimpulsen zu widerstehen. Beispiele für Vermeidungsverhalten, Sicherheitsverhalten vor und während der Konfrontationsübung. Situation mit einer scheinbar begründeten Ausrede nicht aufsuchen, Anxiolytika, angstreduzierende Medikamente, einnehmen, Anxiolytika dabei haben, Lebenspartner dabei haben, Therapeut dabei haben, Handy dabei haben, Situation verlassen, wegschauen, in einen Redeschwall flüchten, an etwas anderes denken, sich durch Zählen oder andere kognitive Rituale ablenken, Entspannungstechniken einsetzen, Atemtechniken einsetzen, beten, ein Mantra murmeln. Beispiele Ende. Bei der konkreten Umsetzung der Konfrontation ist darauf zu achten, dass sich der Patient der angstbesetzten Situation möglichst so lange aussetzt, bis die Angst von alleine spürbar wieder abnimmt. Idealerweise absolviert der Patient in den Konfrontationsphasen möglichst viele dieser Übungen hintereinander und setzt sich über mehrere Tage hinweg jeweils 8 bis 10 Stunden pro Tag den kritischen Reizen in verschiedenen Situationen aus. Zum Beispiel bei einer Höhen- und Flugphobie erst den Berliner Funkturm erklimmen, dann nach Hamburg fliegen und auf die Kühlbrandbrücke steigen, anschließend Flug nach Paris und der Spitze des Eiffelturms einen Besuch abstatten und so weiter. Der Therapeut achtet bei den Konfrontationsübungen darauf, dass der Patient aufkommenden Vermeidungsimpulsen nicht nachgibt. Im Gegenteil, während der Übung fragt er kontinuierlich, was der Patient machen könne, um die Angst noch weiter zu steigern. Wenn der Patient diesbezüglich eine Idee hat, zum Beispiel, ich könnte mich über das Brückengeländer lehnen, lädt ihn der Therapeut ein, das auch zu tun. Dann machen Sie das doch mal. Dabei versucht er, die Aufmerksamkeit des Patienten durch gezielte Fragen in der Situation zu halten und sie auf relevante Wahrnehmungen zu lenken. Wie klein sind die Menschen da unten? Wie stark ist die Angst im Moment? Wie stark ist der Vermeidungsimpuls? Und den Patienten zu einer möglichst neutralen Beschreibung des Wahrgenommenen so lange anzuhalten, bis die Intensität der geschilderten Symptome deutlich abgesunken ist. Wie stark ist die Angst auf einer Skala von Null bis Zehn? Wo spüren Sie die im Körper? Wie stark ist das Beklemmungsgefühl in der Brust auf einer Skala von Null bis Zehn? Wie stark ist das Herzrasen, Kribbeln in den Händen? In der sich nahtlos anschließenden Generalisierungs- und Verstetigungsphase wird der Patient zunehmend dazu angehalten, die Angstsituation auch alleine aufzusuchen und den subjektiven Angstabfall zu erleben, ohne dass der Therapeut in der Nähe ist. Ziel ist, dass der Patient sich möglichst sämtlichen relevanten Situationen selbstständig unter Unterlassung jedweden Sicherheitsverhaltens mehrfach so lange aussetzt, bis die Symptome deutlich abgenommen haben und der Patient sicher ist, dass diese Situationen nicht gefährlich und vor allem bewältigbar sind. Graduierte Konfrontation in vivo – Habituationstraining Bei graduierter Konfrontation in vivo werden typische angstauslösende Situationen in der Vorbereitungsphase zunächst anhand ihres Angstpotenzials hierarchisch geordnet. Die Exposition beginnt dann mit einer Situation von leichter oder mittlerer Schwierigkeit. Der Patient verbleibt dabei so lange in dieser Situation, bis ein vereinbartes Kriterium der Angstbewältigung erreicht wurde. Nach erfolgreicher Bewältigung einer Situation wird in der nächsten Sitzung eine Situation mit höherer Schwierigkeit gewählt. Dies sei am Beispiel einer Hundephobie bei Kindern kurz erläutert. Der Therapeut bringt seinen Hund mit und das Kind kann jede Sitzung ein bisschen näher an den Hund rangehen, bis es ihn letztlich streicheln kann. Massierte Reizkonfrontation in Senso. Das intensive Nacherleben einer angsterzeugenden Situation ist vor allem dann sinnvoll, wenn eine Konfrontation in vivo nicht möglich ist. Bei diesem Vorgehen begibt sich der Patient in der Vorstellung in eine möglichst angstauslösende Situation und beschreibt sein Erleben, sodass der Therapeut über den inneren Ablauf informiert ist. Der Therapeut folgt der Situationsbeschreibung, hält diese durch Fragen im Fluss, sorgt dafür, dass die Vorstellung auf möglichst vielen Modalitäten erlebt wird, visuell, akustisch, haptisch, kognitiv, emotional, somatisch, motivational und hilft dem Patienten in der Vorstellung zu bleiben, bis die Angst spürbar abgenommen hat. Graduierte Reizkonfrontation in Senso. Systematische Desensibilisierung, SD. Die SD wurde von Wolpe in den 1950er Jahren auf Grundlage von tierexperimentellen Untersuchungen, klinischen Vorbildern und theoretischen Modellen entwickelt und vor allem zur Behandlung phobischer Störungen eingesetzt. Grundlage war die Annahme der reziproken Hemmung von Entspannungs- und Angstreaktion. Die eine hemmt das Auftreten der anderen, welche in der SD systematisch genutzt wird. Das Vorgehen in der SD lässt sich in folgende Schritte gliedern. Genaue Problem- und Verhaltensanalyse der Problematik, Erstellung einer Hierarchie angstauslösender und vermiedener Situationen, Vermittlung einer Entspannungstechnik, mit der eine angstinkompatible Entspannungsreaktion gezielt herbeigeführt werden kann. Vorstellung einer leicht angstauslösenden Situation bei gleichzeitigem Einsatz der Entspannungstechnik, solange bis die Situation vorstellbar ist, ohne in bedeutsamem Ausmaß Angst auszulösen. Und Wiederholung des Vorgehens mit der nächst schwierigeren Situation, bis die am stärksten angstauslösende Situation angstfrei vorstellbar ist. Für die Praxis. Vor dem Hintergrund, dass Entspannungsreaktionen von Patienten als Vermeidungsverhalten dysfunktional eingesetzt werden können, wird deren Vermittlung bei Angstpatienten zuweilen als kontraindiziert eingestuft. Diese Einschätzung wird von Befunden gestützt, denen zufolge sich die Kombination aus Konfrontationstherapie und Entspannungsverfahren wie der progressiven Muskelrelaxation, PMR, in der Behandlung von Panikpatienten langfristig als weniger effektiv erwiesen hat, als Konfrontationstherapie alleine. Vor vorschnellen Generalisierungen dieses Befunds sei allerdings gewarnt. Entspannungsverfahren haben sich bei vielen Angststörungen als effektiv erwiesen und sollten deswegen Patienten nicht vorenthalten werden. Vielmehr gilt es, bei der Vermittlung dieser Techniken sicherzustellen, dass angewandte Entspannung nicht als Vermeidungsverhalten eingesetzt wird, zum Beispiel indem, durch vorausgehende Konfrontationstherapie, dafür gesorgt wird, dass aktive Regulationstechniken stets in dem Bewusstsein genutzt werden, dass man sich auch der unregulierten Angst aussetzen könnte. Praxisteilende. Exkurs. Wie wirkt Exposition? Über welchen Mechanismus Expositionsverfahren ihre Wirkung ausüben, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Gängige, lerntheoretisch begründete Erklärungsansätze beziehen sich auf die Prinzipien von Extinktion und Habituation, denen zufolge die mehrfache Präsentation des konditionierten Stimulus, zum Beispiel ein Hund, bei Ausbleiben des unkonditionierten Stimulus, gebissen werden, zu einer allmählichen Abschwächung einer konditionierten Reaktion, Angst führt. Die Befunde der affektiven Neurowissenschaften legen allerdings nahe, dass die in der Amygdala abgelegten Furchtkonditionen durch Exposition nicht wirklich gelöscht, im Sinne von ausgelöscht werden, sondern dass in der Therapiestrukturen im präfrontalen Kortex gestärkt werden, die einen hemmenden Einfluss auf die Amygdala ausüben. Diese Befunde stehen im Einklang mit kognitiven Erklärungsansätzen, denen zufolge erfolgreiche Expositionsbehandlungen korrektive Lernerfahrungen darstellen, die bedeutsame kognitive Veränderungen zur Folge haben. Die Erfahrung des Ausbleibens der befürchteten Konsequenzen führt dazu, dass die angstauslösende Situation als weniger gefährlich bzw. kontrollierbarer bewertet wird. Dadurch werden Angst- und Vermeidungsreaktionen reduziert. Exkurs Ende Teilabschnitt 3.2.1.2 Indikation und Effektivität Expositionsverfahren sind eine wirksame und effiziente verhaltenstherapeutische Technik. In einer Meta-Analyse von Rumland und Maggraf zur Effektivität von Konfrontation bei Panikstörungen mit Agoraphobie fanden sich große und stabile Effekte bezüglich einer Reduktion der Hauptsymptomatik D gleich 1,64. Shapiro und Shapiro fanden in einer Meta-Analyse über 143 Studien eine Effektstärke von D gleich 0,97 für systematische Sensibilisierung. Auch für die Behandlung von Zwangsstörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Essstörungen sowie Alkoholabhängigkeit zeigten sich Konfrontationsverfahren als effektiv und werden als eine Komponente im Rahmen multimodaler Behandlungsprogramme eingesetzt. Unterabschnitt 3.2.2 Operante Verfahren Operante Verfahren nutzen das von Thorndike und Skinner in Tierstudien intensiv erforschte Prinzip der instrumentellen, synonymen Operantenkonditionierung, wonach die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens von den nachfolgenden appetitiven oder avversiven Bedingungen abhängt. Im Gegensatz zum SR-Lernen bei der klassischen Konditionierung auch RS-Lernen genannt. In der Hofphase des Behaviorismus wurde Operantes Konditionieren als effektive Behandlungsmethode für jegliche Art von Störung angepriesen. Hierzu wurden die Störungen zunächst in beobachtbar behaviorale Bestandteile zerlegt, dann wurden Verhaltensweisen identifiziert, die mit dem Problemverhalten inkompatibel waren. Über die systematische Manipulation der Konsequenzen wurde die Reduktion unerwünschter beziehungsweise die Stärkung erwünschter Verhaltensweisen angestrebt. Spätestens seit der kognitiven Wende wurde der Allheilmittelanspruch jedoch aufgegeben. Seitdem werden Operante Verfahren als ausschließliche oder primäre Interventionstechnik hauptsächlich bei Patienten mit reduzierten kognitiven Kontrollmöglichkeiten eingesetzt, zum Beispiel bei Kindern oder Personen mit Intelligenzminderungen. Als Teilkomponente werden sie jedoch nach wie vor in einer Vielzahl von komplexen, störungsspezifischen Behandlungsprogrammen genutzt. Definitionen Operantes instrumentelles Verhalten Verhalten, welches gezeigt wird, um bestimmte Effekte, Konsequenzen zu bewirken. Verstärker Konsequenz, die auf ein bestimmtes Verhalten folgt und die Auftretenswahrscheinlichkeit des gezeigten Verhaltens beeinflusst. Als appetitive Verstärker werden positive Konsequenzen, wie Lob oder Aufmerksamkeit bezeichnet, die dazu führen, dass ein Verhalten häufiger gezeigt wird. Aversive Verstärker, wie Strafen oder Kritik, senken durch ihre negativen Konsequenzen die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens. Kontingenz Systematik des Zusammenhangs zwischen einem Verhalten und den nachfolgenden Bedingungen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit und mit welchem zeitlichen Abstand erfolgt eine Verstärkung. Definition Ende Tabelle 3.2 im gedruckten Buch stellt die möglichen therapeutischen Anwendungsformen der operanten Konditionierung dar. Neben der Unterscheidung zwischen positiven und negativen Verstärkern gibt es noch weitere Gesichtspunkte, nach denen sich Verstärkungsarten beschreiben lassen. Primäre Verstärker Diese beziehen sich auf die Erfüllung menschlicher Grundbedürfnisse, wie Essen, Trinken, Schlafen oder sexuelle Aktivität und werden von nahezu allen Menschen als angenehm empfunden. Die Wirkung primärer Verstärker ist sehr stark von der momentanen Sättigung des Organismus abhängig und wird durch Deprivation erhöht. Sekundäre Verstärker Durch Assoziationen mit einem primären Verstärker können auch andere Reize-Verstärker-Charakter erlangen. Diese werden sekundäre oder konditionierte Verstärker genannt und können individuell ganz unterschiedlich sein. Im Gegensatz zu primären Verstärkern, die einer sehr schnellen Sättigung unterliegen, sind die meisten Menschen dauerhaft an sekundären Verstärkern wie Geschenken, Lob oder Aufmerksamkeit interessiert. Generalisierte Verstärker sind ein Sonderfall sekundärer Verstärker, da es sich hierbei um Verstärker mit Tauschwert handelt. Der häufigste generalisierte Verstärker ist Geld, da sich mit diesem fast jeder andere Verstärker erwerben lässt. Im therapeutischen Kontext werden häufig sogenannte Tokens, zum Beispiel Plastikchips, die gegen andere Verstärker eingetauscht werden können, als generalisierte Verstärker eingesetzt. Im Rahmen sogenannter Token-Economies werden gewünschte Verhaltensweisen systematisch mit Tokens belohnt und unerwünschte durch den Entzug oder das Vorenthalten von Tokens sanktioniert. Token-Economies werden vor allem in Heimen für Demenzkranke, Krankenhausstationen mit Langzeitpatienten, Schulen oder Einrichtungen für straffällig gewordene Jugendliche eingesetzt, um für die Einhaltung der dort geltenden Regeln zu sorgen. Soziale Verstärkung bezeichnet Verstärkung im Rahmen interpersonaler Kontakte zu Partnern, Freunden, Arbeitskollegen, Lehrern etc. Da sich Menschen als soziale Wesen in der Regel durch ein ausgeprägtes Bindungsbedürfnis auszeichnen, kann sozialen Gratifikationen und Sanktionen ein starkes Verstärkungspotenzial zugeschrieben werden. Die Selbstverstärkung, also die Verstärkung des eigenen Verhaltens durch selbstinitiierte Belohnung, ist von besonderer Relevanz, da sie direkt der Kontrolle des Individuums unterliegt. Selbstverstärkung kann über explizites Selbstlob, was Patienten häufig mühsam üben müssen, oder über systematisch an bestimmtes Verhalten geknüpfte Gratifikationen erfolgen, zum Beispiel sich selbst ein Eis gönnen, wenn man etwas Schwieriges geschafft hat. Selbstverstärkung reduziert die Abhängigkeit vom Umfeld. Bei der Auswahl von Verstärkern zu therapeutischen Zwecken sollten individuelle Vorlieben und Abneigungen berücksichtigt werden, um auch tatsächlich verhaltenssteuernde Verstärker zu verwenden. Zudem ist darauf zu achten, dass kognitive Bewertungsprozesse die Valenz von Verstärkern umkehren können, beispielsweise wenn ein depressiver Patient für eine einfache alltägliche Aktivität, die er vor der Erkrankung selbstverständlich erledigen konnte, Lob erfährt. Durch eine kognitive Bewertung würde aus dem appetitiven Verstärker Lob ein aversiver Verstärker werden. Ich bin ein Versager, denn wenn ich für andere selbstverständliche Sachen schaffe, werde ich schon gelobt. Andererseits kann für ein Kind, das ansonsten wenig Aufmerksamkeit erhält, eine negative Reaktion auf störendes Verhalten als appetitiver Verstärker wirken, da es die Bestrafung auch als positive Aufmerksamkeitszuwendung erfährt. Um in der Therapie erlernte Verhaltensweisen zu stabilisieren und einen Transfer in den Alltag zu ermöglichen, sollten primär Verstärker genutzt werden, die in der normalen Umwelt des Patienten auftreten. Unterabschnitt 3.2.2.1 Therapeutisches Vorgehen beim Einsatz operanter Verfahren Um neues Verhalten mithilfe von operanten Verfahren aufzubauen, lassen sich verschiedene Vorgehensweisen nutzen. Shaping bezeichnet eine Methode der Verhaltensausformung, bei der komplexe Verhaltensweisen in mehrere Verhaltenselemente zerlegt und das erwünschte Zielverhalten schrittweise aufgebaut wird. Dabei werden zunächst alle Annäherungen an das Zielverhalten positiv verstärkt, in der Folge werden die Anforderungen jedoch erhöht, bis nur noch das erfolgreich ausgeführte Zielverhalten verstärkt wird. Soll beispielsweise ein geistig behindertes Kind lernen, sich selbstständig zu waschen, so wird zu Beginn bereits jeder unsystematische Kontakt mit Wasser und Seife gelobt. Anschließend werden nur noch nachfolgende Teilhandlungen gelobt, die eine zusätzliche weitere Annäherung an einen zielgerechten Waschvorgang darstellen, zum Beispiel Händewaschen, Gesicht waschen usw. Chaining kann als eine Sonderform des Shapings angesehen werden. Auch hier wird eine komplexe Verhaltensweise in Einzelhandlungen zerlegt und schrittweise aufgebaut. Dabei erhält die lernende Person zunächst Hilfestellung bei den Teilschritten und wird für das selbstständige Ausführen des letzten Handlungsschrittes positiv verstärkt. Gelingt dies der Person, wird nur noch eine Verstärkung gegeben, wenn der vorletzte Handlungsschritt selbstständig bewältigt wird usw. Durch diese Art der Kopplung können eigene Handlungsschritte zum Verstärker für vorangegangene Verhaltensweisen werden, sodass jeder Teilschritt den nächsten stimuliert und von ihm bekräftigt wird. Im Gegensatz zum Shaping wird beim Chaining also nicht der Beginn, sondern der Abschluss einer komplexen Handlung verstärkt. Beim Fading werden der lernenden Person zunächst Hilfsstimuli, wie z.B. Karteikarten, Tafeln oder eine Demonstration des gewünschten Verhaltens durch eine andere Person vorgegeben. Wenn es der Person mit diesen Hilfsmitteln gelingt, das Zielverhalten auszuführen, erfolgt eine positive Verstärkung. In der Folge werden die Hilfsstimuli nach und nach ausgeblendet, bis das Zielverhalten auch ohne sie ausgeführt werden kann. Ziel dieser Methode ist es, den Transfer der erlernten Verhaltensweise in die natürliche Umgebung zu erleichtern. Prompting baut darauf auf, dass zunächst verbale oder nonverbale Hilfestellungen gegeben werden, um die Aufmerksamkeit der lernenden Person auf das gewünschte Verhalten zu lenken. Durch Nachfragen, z.B. was ist der nächste Schritt, Hinweis auf vereinbarte Grundregeln und Bekräftigungen, weiter so, wird schrittweise der Beginn einer Verhaltensänderung unterstützt. Intermittierende Verstärkung dient dazu, die Auftretenswahrscheinlichkeit eines bereits gezeigten Zielverhaltens zu erhöhen. Dazu wird die Häufigkeit der Verstärkung variiert und nicht mehr jedes erfolgreich ausgeführte Verhalten erfährt eine Bekräftigung. Intermittierende Verstärkung verlangsamt den Lernprozess, ist aber gut geeignet, um bereits gelerntes Verhalten zu festigen. Das Individuum lernt auch dann zu reagieren, wenn es keine Verstärkung erwartet, da ja gelegentlich doch eine Bekräftigung eintritt. Das Verhalten ist daher auch bei ausbleibender Verstärkung vergleichsweise löschungsresistent. Zur Reduktion der Auftretenswahrscheinlichkeit von unerwünschtem Verhalten lassen sich die folgenden Vorgehensweisen einsetzen. Direkte Bestrafung beschreibt den Einsatz eines aversiven Reizes, der auf ein bestimmtes Verhalten folgt. Die therapeutische Nutzung von Bestrafung ist jedoch aus mehreren Gründen problematisch. In vielen Fällen verbietet sie sich aus moralischen Gründen. Initiale Verhaltensänderungen verlieren sich oft, sobald die Bestrafung ausgesetzt wird, das heißt, Bestrafung führt selten zu langfristig stabilen Verhaltensänderungen. Bestrafung führt dazu, dass auch das Setting, in dem dieses stattfindet, negativ besetzt wird, was sich negativ auf die therapeutische Beziehung und die Erfahrungsoffenheit in therapeutischen Kontexten auswirkt. Vor diesem Hintergrund sollte der Einsatz von direkter Bestrafung nur erwogen werden, wenn keine anderen therapeutischen Maßnahmen zur Verfügung stehen und der Verzicht auf direkte Bestrafung zu noch negativeren Konsequenzen führen würde, zum Beispiel im Fall von selbstschädigendem Verhalten bei Patienten mit Intelligenzminderung. Unter der Voraussetzung des Einverständnisses des Patienten wird direkte Bestrafung auch in der Suchttherapie eingesetzt, indem Substanzen verabreicht werden, die bei Konsum des Suchtstoffes zu einer aversiven physiologischen Reaktion, Übelkeit und Erbrechen führen und so die Selbstregulation erleichtern sollen. Indirekte Bestrafung, auch Response Cost genannt, ist eine wirksame Form zur Sanktionierung von unerwünschtem Verhalten. Dabei werden bereits zugesagte oder schon erhaltene Verstärker wieder entzogen, wenn ein bestimmtes dysfunktionales Verhalten gezeigt wird. Löschung bedeutet, dafür zu sorgen, dass ein unerwünschtes Verhalten keine positiven Konsequenzen mehr nach sich zieht. In diesem Sinne kann zum Beispiel durch bewusstes Ignorieren unangemessenen Verhaltens dessen Auftretenshäufigkeit reduziert werden. Dies benötigt jedoch Zeit, insbesondere wenn das Verhalten vorher durch intermittierende Verstärkung aufgebaut worden ist. Außerdem ist damit zu rechnen, dass Patienten versuchen könnten, zunächst die Intensität des gewünschten Verhaltens massiv zu steigern, um den gewünschten Aufmerksamkeitseffekt wiederherzustellen. Vor diesem Hintergrund ist beim Einsatz von Löschung darauf zu achten, dass der Patient für das Zeigen eines gewünschten Verhaltens konsequent mit Aufmerksamkeit bedacht wird, sodass er seinen funktionalen Weg zur Befriedigung wichtiger Bedürfnisse finden kann. Timeout bezeichnet eine Sonderform der Löschung, die vor allem bei selbst- oder fremdgefährdenden Verhaltensweisen geeignet ist. Dabei werden alle potenziellen Verstärker eines bestimmten Verhaltens entzogen, beispielsweise indem der Patient kurzfristig aus der verstärkenden Umgebung herausgenommen und in einen reizarmen Raum gebracht wird. Bei dieser relativ drastischen Operantenmethode sollte immer eine Verstärkung von alternativen, unproblematischen Verhaltensweisen erfolgen. Exkurs Verdeckte Konditionierung Bei der verdeckten Konditionierung werden die Prinzipien des Operantenkonditionierens mit Imaginationsverfahren kombiniert. Eine Zielreaktion, beispielsweise das Annähern an einen angstauslösenden Reiz, wird dem Patienten vorgegeben, sodass er sich dies möglichst realistisch vorstellen kann. Auf diese vorgestellte Reaktion erfolgt dann unmittelbar eine Verstärkungsimagination, zum Beispiel mit der Vorstellung einer angenehmen Situation. So kann beispielsweise eine Patientin mit Prüfungsängsten vom Therapeuten aufgefordert werden, sich vorzustellen, dass sie eine Prüfungssituation nicht vermeidet, sondern trotz ihrer Ängste zur Prüfung erscheint und diese erfolgreich bewältigt. Reaktionsszene Dann stellt er sich vor, wie sie befreit das Prüfungsgebäude verlässt und sich für diese Leistung ausgiebig lobt und dann mit einem tollen Urlaub belohnt. Verstärkerszene Exkurs Ende Da im Rahmen der Psychotherapie häufig nicht nur einzelne Verhaltensweisen, sondern verschiedene Verhaltenselemente gleichzeitig verändert werden sollen, werden Verstärkersysteme eingesetzt. Hierunter sind komplexe Vereinbarungen zu verstehen, die systematisch festlegen, auf welches Verhalten welche Konsequenz folgen soll. In diesem Sinne legen Verhaltensverträge oder Kontingenzverträge genau fest, welches Verhalten wie verstärkt wird und welche Konsequenzen beim Auftreten unerwünschter Verhaltensweisen eintreten. Damit Verstärkersysteme nicht zu einer Reduktion der intrinsischen Motivation führen, sollte der Sinn des geforderten Verhaltens, soweit möglich, gemeinsam erarbeitet und der Vertrag auf der Grundlage der freien Entscheidung des Patienten geschlossen werden. In der Regel dienen Verstärkerverträge als zeitlich befristete Maßnahme, welche den Einstieg in Verhaltensänderungen erleichtern sollen, die es in einem zweiten Schritt auch ohne den Verstärkerplan aufrecht zu erhalten gilt. Bei allen aufgeführten Methoden zum Umgang mit dysfunktionalem Verhalten ist es von großer Bedeutung, dass nicht nur der Abbau einer unangemessenen Verhaltensweise herbeigeführt wird, sondern immer auch alternative funktionale Verhaltensweisen, mit denen der Patient die Ziele erreichen kann, die er mit dysfunktionalen Verhaltensweisen zu erreichen suchte, durch systematische Verstärkung gefördert werden. Im Gegensatz zur klassischen Konditionierung, bei der davon ausgegangen wird, das Verhalten durch auslösende Stimuli bestimmt wird, werden beim instrumentellen Konditionieren auslösende Stimuli als differenzielle Hinweisreize angesehen, die dem Organismus Aufschluss geben, ob in einer bestimmten Situation bei einem bestimmten Verhalten mit Bestrafung oder Belohnung zu rechnen ist. Diskriminationslernen Bei der Technik der Stimuluskontrolle wird dieses Prinzip genutzt, in dem die Umwelt des Patienten systematisch von diskriminativen Hinweisreizen bereinigt wird, die das Problemverhalten auslösen, zum Beispiel Alkohol im Schrank bei Alkoholismus, Kuchen im Kühlschrank bei Adipositas, Fernseher im Schlafzimmer bei Schlafstörungen, beziehungsweise systematisch um Hinweisreize angereichert wird, die gewünschtes Verhalten aktivieren sollen, zum Beispiel roter Punkt auf dem Schuh, bei dessen Anblick jeweils eine Entspannungsreaktion ausgeführt werden soll. Aber auch das zeitweise Verlassen der Gesamtsituation, die das Problem auslöst, kann als Stimuluskontrolle konzipiert werden, zum Beispiel Verlassen einer Streitszene, um nicht gewalttätig zu werden, Abstand von Problemen im Rahmen einer stationären Behandlung. Teilabschnitt 3.2.2.2 Indikation und Effektivität Operante Verfahren können als wichtige Basiselemente in der verhaltenstherapeutischen Behandlung einer Vielzahl von Störungsbildern betrachtet werden. So spielen systematische Verstärkungspläne beispielsweise in der Depressionsbehandlung eine wichtige Rolle. Eine besondere Bedeutung haben Operante Verfahren nach wie vor in der Behandlung von Abhängigkeiten, bei Kindern, anorektischen Patienten, Patienten mit Schlafstörungen, Demenzpatienten, sowie bei Personen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten. Unterabschnitt 3.2.3 Modelllernen Klassische und Operante Konditionierung allein können viele Befunde zu Auf- und Abbau von Verhaltensweisen nur ungenügend erklären. Speziell beim Menschen ist neben Verstärkungsvorgängen die Fertigkeit zu berücksichtigen, sich neue Verhaltensweisen allein über die Beobachtung des Verhaltens anderer Personen und der sich daraus ergebenden Konsequenzen anzueignen. Der Erwerb neuer Verhaltensweisen durch das Beobachten und Nachahmen von Eltern, Freunden und anderen Vorbildern wurde von Albert Bandura als Modelllernen bezeichnet. Definition Der Begriff Modelllernen wurde von Albert Bandura eingeführt und bezeichnet den kognitiven Lernprozess, der vorliegt, wenn sich ein Individuum neue Verhaltensweisen als Folge der Beobachtung des Verhaltens anderer Individuen aneignet. Definition Ende Therapeutisches Vorgehen und Effektivität Modelllernen wird im klinischen Kontext vor allem zum Aufbau von Verhaltenskompetenzen genutzt. Dabei führt ein Modell, zum Beispiel der Therapeut oder ein Mitpatient, in Gegenwart des beobachtenden Patienten ein bestimmtes Verhalten durch und erlangt dadurch für den Patienten sichtbar einen bedeutsamen Verstärker. Im Anschluss führt der Patient das Verhalten selber aus und wird dafür möglichst effektiv verstärkt. Soweit möglich sollte dabei für die Ähnlichkeit von Modell und Patient gesorgt werden. Diese Ähnlichkeit kann sich auch auf Schwierigkeiten beim Realisieren des erwünschten Verhaltens beziehen. Ein Coping-Modell, das heißt ein Modell, eine Person, das ebenfalls Probleme beim Durchführen des erwünschten Verhaltens hat, sich diesen Problem aber stellt und sie erfolgreich überwindet, ist effektiver als ein Mastery-Modell. Das heißt ein Modell, das das erwünschte Verhalten ohne Probleme aus dem Ärmel schüttelt und bei Patienten oft Scham über die eigene Unfähigkeit auslöst. Insbesondere bei komplexem Modellverhalten und im Zusammenhang mit sozialen Ängsten ist es günstig, wenn das Modell als Gleitmodell handelt und zu Beginn kein perfektes Verhalten zeigt, sondern die Situation und seine Schwierigkeiten selbst erst bewältigen muss und in der Folge zunehmend kompetenter und adäquater handelt. Während der Patient beobachtet, kann der Therapeut die Aufmerksamkeit auf das relevante Verhalten inklusive Körperhaltung, Mimik, Stimme etc. lenken. Bei einer abschließenden Zusammenfassung kann der Therapeut nochmals die wichtigen Verhaltensaspekte und deren Funktionalität für das Erreichen der Ziele des Patienten herausarbeiten. Wenn der Patient das Modell nachahmt, ist es wichtig, Teilerfolge herauszustellen und zu verstärken sowie gegebenenfalls eine gut überschaubare Zahl von konkreten Optimierungsvorschlägen zu machen. Damit das eingeübte Verhalten in den Alltag des Patienten transferiert wird, gilt es soweit möglich, durch einen Bezug relevanter Bezugspersonen, für eine positive Verstärkung auch außerhalb des therapeutischen Settings zu sorgen. Im weiteren Verlauf sollte das Verhalten dann zunehmend von der externen Belohnung entkoppelt und von der Einsicht des Patienten in die Vorteile des neuen Verhaltens sowie von seiner Überzeugung, dieses auch ausüben zu können, motiviert werden. Nach PERI belegen zahlreiche empirische Untersuchungen die Effektivität von Modelllernen als Mittel der Verhaltensmodifikation. Zu diesen zählen sowohl kontrollierte Laborstudien als auch Studien, die die Effekte von Modelllernen unter natürlicheren Bedingungen untersucht haben. Aktuelle hochwertige klinische Untersuchungen zur Effektivität von Modelllernen als eigenständige Methode zur Behandlung psychischer Störungen gibt es jedoch nicht. Ursprünglich wurden Rollenspiele als eine Therapietechnik des Psychodramas entwickelt. Heute gehören sie zu den verhaltenstherapeutischen Standardmethoden. Dabei ist zwischen dem diagnostischen Rollenspiel und dem therapeutischen Rollenspiel zu unterscheiden. Das diagnostische Rollenspiel wird genutzt, um notwendige Informationen für eine Problem- oder Verhaltensanalyse zu erheben, indem Problemsituationen nachgestellt werden und der Patient direkt über die auftretenden Gedanken, Gefühle und körperlichen Empfindungen berichten kann. Bei therapeutischen Rollenspielen hingegen ist es das Ziel, neue Verhaltensweisen aufzubauen, eine Auseinandersetzung mit beobachtbarem Verhalten zu ermöglichen oder einen Vergleich zwischen geäußertem und erwünschtem Verhalten zu erreichen. Modelllernen ist ein wichtiger Baustein des Rollenspiels, in dem der Therapeut oder andere Personen Lösungen des gewünschten Verhaltens vorspielen, die dann vom Patienten nachgeahmt werden sollen. Neben Modelllernen kommen in Rollenspielen eine Vielzahl anderer Techniken, wie operante Verfahren und Selbstinstruktionstrainings, zum Einsatz. Der Ablauf bei der Durchführung eines Rollenspiels lässt sich in Anlehnung an Hautzinger in sieben Schritte unterteilen. Erstens, Problembeschreibung, Herausarbeiten von im Rollenspiel darstellbaren Situationen. Zweitens, Festlegung einer Situation mit einer oder mehreren Handlungsmöglichkeiten, Festlegung der Rollen und des Verhaltens der Rollenspielteilnehmer, Erstellung eines Ablaufplans. Drittens, Durchführung des Rollenspiels mit Videoaufzeichnung, gegebenenfalls Rückgriff auf Hilfestellung durch Teilnehmer oder Therapeuten, zum Beispiel durch Prompting. Viertens, Rückmeldung und Auswertung der Videoaufzeichnung, differenzielle Verstärkung und Verbesserungsvorschläge. Fünftens, erneutes Spielen der Übung, dabei Erprobung neuen Verhaltens aufgrund der Rückmeldungen und Vorschläge. Sechstens, erneutes Feedback, Verstärkung von Fortschritten und differenzielle Verstärkung in Richtung Zielverhalten und siebtens, Transfer und Übertragung in reale Situationen. Exkurs Ende. Unterabschnitt 3.2.4 Kognitive Verfahren Kognitive Verfahren basieren auf der Annahme, dass Erleben, Verhalten und Körperreaktionen maßgeblich von kognitiven Prozessen beeinflusst werden. Da dies auch für Beeinträchtigungen in diesen Bereichen gilt, wird in dysfunktionalen Kognitionen ein wichtiger Faktor für die Entstehung, Aufrechterhaltung und Behandlung psychischer Störungen gesehen. Unter Kognitionen werden dabei unterschiedliche Kategorien der Informationsverarbeitung subsumiert, wie z.B. selektive Wahrnehmungen, Erwartungen, Interpretationen, Bewertungen von Ereignissen, Lebensregeln, Schemata, Einstellungen, Überzeugungen oder Grundhaltungen. Zielkognitiver Verfahren ist es, ungünstige Informationsverarbeitungsstile zu identifizieren und zu modifizieren. Historisch gesehen finden sich Ansätze dieses Paradigmas schon in den Lehren des Buddha, Vergleich Kapitel 11, und bei den griechischen Philosophen. So formulierte der Philosoph Epiktet, ca. 50 bis 125 n. Chr. als Leitlinie stoischer Lebensführung, verwechsle nicht die Dinge mit deinen Vorstellungen. Zu den maßgeblichen Entwicklungen der kognitiven Verfahren, wie sie aktuell praktiziert werden, zählen vor allem Ellis, Beck und Meichenbaum. Teilabschnitt 3.2.4.1 Rational-emotive Verhaltenstherapie nach Ellis Der amerikanische Psychologe Albert Ellis entwickelte in den 1950er Jahren in Auseinandersetzung mit der klassischen Psychoanalyse die rational-emotive Therapie. Zunächst wurde die Theorie unter der Bezeichnung rationale Therapie eingeführt, später als rational-emotive Therapie bezeichnet und seit 1993 unter dem Begriff rational-emotive Verhaltenstherapie, REVT, geführt. Zentrale Annahme In der REVT geht man davon aus, dass emotionale, behaviorale und somatische Reaktionen auf objektive Ereignisse von den kognitiven Bewertungen dieser Ereignisse vermittelt werden und dass diese Bewertungen wiederum von den dahinterliegenden Grundüberzeugungen, Beliefs, abhängen. Irrationale Beliefs, das heißt bei Ellis unangemessene, nicht hilfreiche, nicht zielführende Überzeugungen und die durch diese bedingten dysfunktionalen Bewertungen werden als Ursache von psychischen Problemen gesehen. Innerhalb der Vielzahl irrationaler Annahmen lassen sich vier Grundkategorien voneinander abgrenzen. Erstens, absolute Forderungen. Nach Ellis, Masturbations. Ich muss perfekt sein. Die anderen müssen mich rücksichtsvoll behandeln. Die Lebensbedingungen müssen so beschaffen sein, wie ich das will. Zweitens, globale negative Selbst- und Fremdbewertungen. Ich bin ein Versager. Der andere ist nichts wert. Drittens, Katastrophendenken. Wenn etwas nicht nach meinen Vorstellungen geht, ist das eine Katastrophe. Wenn ich einen Fehler mache, ist das ganz schrecklich. Und viertens, niedrige Frustrationstoleranz. Nach Ellis, I can't stand it is. Ich könnte es nicht aushalten, wenn andere mich kritisieren. ABC-Modell. Das ABC-Modell stellt die Grundannahme der REVT in einer für Patienten relativ leicht nachvollziehbaren Formen dar. Bei bestimmten auslösenden Ereignissen und Erfahrungen A ist gleich Activating Events, werden Bewertungsvorgänge aktiv. B ist gleich Belief, Belief System, die zu emotionalen und verhaltensbezogenen Konsequenzen C ist gleich Konsequences, führen. Dadurch, dass die aus der Bewertung resultierenden Konsequenzen ihrerseits wieder Gegenstand von Bewertungsprozessen sind, kann als Folge des primären ABC ein sekundäres ABC entstehen, auch Symptomstress genannt. Zum Beispiel, ich bewerte meine Angst als etwas, was ich als echter Mann nicht haben dürfte und löse dadurch Scham aus. Siehe Abbildung 3.2 im gedruckten Buch. Therapeutisches Vorgehen Abgeleitet aus dem ABC-Modell ist es Ziel der REVT, dysfunktionale Überzeugungen des Patienten zu verändern und ihn darin zu unterstützen, zu einer rationaleren Lebensanschauung zu gelangen, die ihm hilft, mit aktuellen und zukünftigen Problemen angemessen umzugehen. Um dies zu erreichen, wird das ABC-Modell um die Elemente Disputation, D und Effekte, E, zum ABCDE-Modell erweitert. Die Disputation dient dem Infragestellen im Rahmen eines kritischen Dialogs. Um eine solide Grundlage für die Disputation, Streitgespräch, zu schaffen, gilt es zunächst, bedeutsame irrationale Annahmen und dysfunktionale Einschätzungen zu identifizieren. Mit Hilfe von Fragen wie, warum ist es so schlimm, wenn Sie mal nicht zur Arbeit gehen, kann der Therapeut dysfunktionale Annahmen feststellen. Ich muss immer einsatzbereit und leistungsstark sein. Zentrales Ziel ist dabei das Aufdecken der heißen Kognition, das heißt der Bewertung, die für das Problem von unmittelbarer Relevanz ist. Diese ist in der Regel an der affektiven Reaktion des Patienten zu erkennen. Außerdem gilt es zu explorieren, inwieweit relevante sekundäre ABCs bzw. Symptomstress vorliegen. Im nächsten Therapieschritt werden mithilfe von Disputationstechniken Zweifel an den irrationalen Annahmen genährt und rationalere Annahmen entwickelt. Hierbei können drei verschiedene Disputationsstrategien zum Einsatz kommen. 1. Logischer Disput Der Patient wird mit logischen Widersprüchen in seinen Aussagen konfrontiert. Zum Beispiel 2. Empirischer Disput Der Patient wird mit Widersprüchen seiner Annahmen zur erfahrbaren Welt konfrontiert. Zum Beispiel Sie sagen, sie würden nichts leisten, aber wenn ich das richtig sehe, ziehen sie gerade zwei Kinder alleine groß und so wie sie das schildern, geraten die beiden prächtig. Was macht es ihnen so schwer, diese Leistung anzuerkennen? 3. Hedonistischer Disput Der Patient wird mit negativen Konsequenzen einer bestimmten Bewertung konfrontiert. Zum Beispiel Wohin führt es, wenn sie von sich fordern, immer maximale Leistung bringen zu müssen? Was macht das mit ihnen? Wo werden sie langfristig enden, wenn sie so weitermachen? Was wird dann aus ihren Kindern? Wollen sie das? Wenn nein, wie müssten sie die Situation sehen, damit sie sich nicht so unter Druck setzen, dass sie über kurz oder lang zusammenbrechen? Abschließend wird der Patient dazu angeleitet, die Situation mithilfe der erarbeiteten rationaleren, oder besser funktionaleren, Beliefs zu bewerten und so einen hilfreichen Effekt auf die problematischen Erlebens- oder Verhaltensweisen auszuüben. Für den Fall, dass bedeutsamer Symptomstress vorliegt, empfiehlt Alice, bei der Disputation mit dem sekundären ABC anzufangen und zunächst dafür zu sorgen, dass den problematischen Gefühlen, Verhaltensweisen oder Körperreaktionen zumindest ein Minimum an Akzeptanz entgegengebracht wird. Zum Beispiel mithilfe der hilfreichen Annahme, wahrhaft starke Männer zeichnen sich dadurch aus, dass sie zu ihren Gefühlen stehen und auch Ängste haben und zeigen dürfen. Wirksamkeit Auf der Basis einer Meta-Analyse von insgesamt 17 Studien kamen Grawe, Donati und Bernauer zu dem Schluss, dass REVT als ein potenziell sehr wirksames Therapieverfahren bei einer ganzen Reihe von Störungen angesehen werden kann. Allerdings zeigten sich keine Hinweise auf eine etwaige Überlegenheit gegenüber anderen KVT-Verfahren. Zu einer vergleichbaren Schlussfolgerung gelangen auch Engels, Ganewski und Disqstra auf der Grundlage einer Meta-Analyse von insgesamt 28 Studien. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich die zugrunde gelegten Studien in Bezug auf die Stichproben und Studienqualität zum Teil deutlich unterschieden und zuweilen auch klinische Gruppen mit Symptomen unterhalb der Diagnoseschwelle berücksichtigt wurden. In Anbetracht der großen Popularität des Verfahrens ist der Mangel an hochwertigen Studien und aktuellen Meta-Analysen zur Wirksamkeit der REVT als eigenständiges Verfahren oder als Teilkomponente im Rahmen komplexerer Programme bedauerlich. Teilabschnitt 3.2.4.2 Kognitive Therapie nach Beck R&T Beck setzte sich seit den frühen 1960er Jahren kritisch mit den Positionen der klassischen Psychoanalyse auseinander und entwickelte in diesem Zusammenhang die kognitive Therapie der Depression. Selbst ausgebildeter Psychoanalytiker kam Beck auf Grundlage empirischer Forschung zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Depressionen zu ähnlichen Ergebnissen, wie Alice sie aus seiner praktisch-psychotherapeutischen Tätigkeit ableitete. Die zentralen Hypothesen der kognitiven Therapie, die sich zunächst nur auf die Behandlung von Depressionen bezogen, wurden von Beck später auch für andere Störungsbilder wie Angststörungen, Suchterkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen ausgeweitet. Mittlerweile werden seine Konzepte zur Behandlung fast aller Störungsbilder genutzt. Zentrale Annahmen Für Beck ist eine maladaptive Informationsverarbeitung, welche sich in einer negativ verzerrten Sicht der Realität in pathogenen automatischen Gedanken niederschlägt, für die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen ausschlaggebend. In diesem Sinne zeichnet sich zum Beispiel das Denken depressiver Menschen durch sogenannte kognitive Triade der Depression, d.h. durch eine durchweg negative Sicht der eigenen Person, der Umwelt und der Zukunft, aus, siehe Kapitel 4, Band 1. Durch eine Reihe von typischen logischen Fehlern, sogenannten Denkfehlern, siehe Tabelle 3.3 im gedruckten Buch, wird diese verzerrte Sicht der Realität bestätigt und stabilisiert. Denkfehler sind wiederum bedingt durch sogenannte negative Schemata, worunter Beck negative Grundannahmen, z.B. ich bin wertlos, versteht. Diese Schemata werden in der Regel in frühen Sozialisationsphasen erworben und können zunächst in den Hintergrund treten, bevor sie in Belastungssituationen wieder aktiviert werden und Einfluss auf die Informationsverarbeitung nehmen. Dabei steuern sie das Denken auf eine sich selbst stabilisierende Weise. So führt beispielsweise die aktivierte Grundannahme, ich bin wertlos, dazu, dass die chronisch schlechte Laune des Chefs als persönliche Ablehnung interpretiert wird. Automatischer Gedanke, er mag mich nicht. Denkfehler, Personalisierung, was dann wiederum die Grundannahme der eigenen Wertlosigkeit bestätigt. Darüber hinaus bilden negative Grundannahmen den Nährboden für dysfunktional bedingte Annahmen, wie z.B. weil ich ja eigentlich wertlos bin, bekomme ich von anderen nur dann Wertschätzung, wenn ich maximale Leistung bringe und keine Fehler mache. Therapeutisches Vorgehen Hauptziel der kognitiven Therapie ist es, dysfunktionale Kognitionen zu identifizieren und zu verändern. Dazu wird der Patient zunächst in das kognitive Modell eingeführt. Dies geschieht am besten als geleitetes Entdecken anhand der systematischen Beobachtung des Zusammenhangs von Gedanken und problematischen Gefühlen, Verhaltensweisen oder Körperreaktionen. Mit Hilfe des sokratischen Dialogs leitet der Therapeut den Patienten an, problematische Kognitionen wie ein Wissenschaftler kritisch zu hinterfragen und systematisch zu prüfen. Neben logischen Analysen kann dazu auch eine Vielzahl weiterer Techniken wie Verhaltensexperimente, Rollenspiele oder Faktenchecks eingesetzt werden. Hinweise auf eine mangelnde logische oder empirische Absicherung von automatischen Gedanken und bedingten Annahmen sollten soweit möglich genutzt werden, um auch Zweifel an absoluten Grundannahmen zu sehen. Beispiel Therapeut. Ihr Chef hat Ihnen, nachdem er Sie für Ihren Fehler kritisiert hat, einen Kaffee geholt und mit Ihnen besprochen, wie man das Problem lösen kann. Korrekt? Was sagt Ihnen das in Bezug auf Ihre Idee, dass Sie abgelehnt werden, sobald Sie einen Fehler machen? Patient. Dies stimmt vielleicht so nicht. Therapeut. Korrekt. Und was bedeutet das für Ihre Grundannahme, dass niemand Sie wirklich mag? Patient. Naja, vielleicht stimmt das auch nicht so ganz. Im Anschluss an das Infragestellen dysfunktionaler Gedanken und Annahmen fokussiert der Therapeut auf das Erarbeiten alternativer, rationalerer und hilfreicherer Gedanken und Annahmen. Diese werden dann, mit Hilfe von täglich auszufüllenden Protokollbögen, möglichst intensiv im Alltag des Patienten eingeübt. Siehe Kapitel 4, Band 1 für Beispiele. Wirksamkeit. Die Wirksamkeit der kognitiven Therapie nach Beck ist in einer Vielzahl von Studien für eine große Bandbreite von Störungsbildern nachgewiesen worden. Für verschiedene Störungsbereiche gibt es aktuelle Übersichtsarbeiten, zum Beispiel Vampolt et Ali für Depression oder Romland und Magrav für Panikstörung und Agoraphobie. Die kognitive Therapie der Depression nach Beck wird von der Rubais und Chris Christoph zu den wirksamen und spezifischen Verfahren gezählt. Als wirksame Verfahren gelten nach APA Task Force die kognitiven Therapieverfahren zur Behandlung von generalisierten Angststörungen und Agoraphobie. Kognitive Therapien bei Zwangsstörungen, sozialen Phobien und Suchterkrankungen wurden als wahrscheinlich wirksame Verfahren eingestuft. Für weitere Hinweise siehe Band 1. Selbstinstruktions- und Stressimpfungstraining nach Meichenbaum. Ausgehend von der Beobachtung, dass es schizophrenen Patienten besser gelang, sich auf bestimmte Aufgaben zu konzentrieren, wenn sie diesbezügliche Instruktionen spontan nachsprachen, entwickelte Donald Meichenbaum Anfang der 1970er Jahre ein Selbstinstruktionstraining für impulsive und hyperaktive Kinder. Aufgrund der Erfolge dieses Trainings weitete Meichenbaum den Ansatz der systematischen Selbstinstruktion auch auf Patienten mit anderen Störungen, wie zum Beispiel Sprech- und Prüfungsängste bei Studenten, aus. Zentrale Annahme. Meichenbaum geht davon aus, dass Selbstverbalisation, das heißt an sich selbst gerichtete Instruktionen im Sinne eines inneren Sprechens zu sich selbst, eine emotions- und verhaltenssteuernde Wirkung besitzt. Problematische und unangepasste Selbstverbalisationen tragen nach Meichenbaum zur Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen bei. Im Gegensatz dazu führen angemessene Bewältigungssätze zu einer angemessenen Situationsbewältigung und angemessenen Emotionen. Zum Beispiel, du kannst die Aufgabe bewältigen. Denke über den nächsten Schritt nach. Therapeutisches Vorgehen. Im Selbstinstruktionstraining sollen impulsive Kinder darin geschult werden, bestimmte alternative Verhaltensweisen, wie zum Beispiel konzentriertes Arbeiten und Zuhilfenahme von Selbstanweisungen, einzuüben. Dabei sollen die Kinder lernen, die Sprache als Möglichkeit zur Steuerung des Verhaltens einzusetzen. Für die Praxis. Fünf Schritte des Selbstinstruktionstrainings nach Meichenbaum. 1977. Erstens, Modelllernen. Ein Modell führt das Zielverhalten unter lautem, kommentierendem Sprechen aus. Zweitens, offene externale Anleitung. Das Kind wird zur Ausübung der Aufgabe angeleitet, während der Anleiter die Instruktionen laut verbalisiert. Drittens, offene Selbstanleitung. Das Kind wiederholt die Aufgabe erneut, während es sich selbst die Instruktion laut vorgibt. Viertens, Ausblendung der offenen Selbstanleitung. Das Kind führt die Aufgabe erneut aus, wobei es sich flüsternd instruiert. Und fünftens, verdeckte Selbstinstruktion. Das Kind geht die Aufgabe durch und lenkt sein Verhalten durch lautlose Selbstverbalisation. Praxisteil Ende. Im ebenfalls von Meichenbaum entwickelten Stressimpfungstraining werden angemessene Selbstverbalisationen systematisch genutzt, um besser mit belastenden bzw. stressauslösenden Situationen umgehen zu können. Dabei steht, stärker als in den Konzepten von Beck und Ellis, die Erarbeitung und das Training förderlicher Kognitionen im Vordergrund. Mit den Patienten werden individuelle, angemessene Formulierungen erarbeitet, vom Therapeuten modelliert und über Rollenspielübungen und Konfrontation mit der Realsituation trainiert. Durch das fortwährende Aufsuchen von Stresssituationen in der Alltagsrealität soll eine immunisierende Wirkung für Stress- und Angstsituationen erreicht werden. Dabei soll statt einer starrend vorgegebenen Formulierung eine für den Patienten günstige, individuelle Formulierung gesucht werden. Der Ablauf des Trainings lässt sich in drei Phasen einteilen. Siehe Tabelle 3.4 im gedruckten Buch. Wirksamkeit. Das Stress-Impfungstraining gilt nach Grave, Donati und Bernauer für ein weites Störungsspektrum und verschiedene Rahmenbedingungen – Einzel- vs. Gruppensetting, Ambulant vs. Stationär – als nachgewiesenermaßen wirksam. Saunders et alii fanden in einer Meta-Analyse zur Effektivität des Stress-Impfungstrainings große Effektstärken für die Reduktion von Ängsten in Prüfungssituationen sowie eine moderate Effektstärke für die Verbesserung der Leistung selbst. Für die Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen gilt das Stress-Impfungstraining als wahrscheinlich effektive Therapie und erwies sich bei die Rubeis und Chris Christoph als vergleichbar effektiv wie verlängerte Expositionstherapie. Exkurs. Colombo-Technik. Bei dieser ebenfalls auf Meichenbaum zurückgehenden Technik orientiert sich der Therapeut beim geleiteten Entdecken am Stil des von Peter Frock dargestellten Serienkommissar Colombo. Dieser zeichnet sich durch seine stets lebenswerte und auf den ersten Blick leicht schusselige und leicht tollpatschige Art aus. Sie führt dazu, dass die Ganoven sich vorschnell in Sicherheit wiegen, Fehler machen und überführt werden. Typische Sequenzen stellen Colombo dar, wie er zerknirscht in der Tür steht, die buschigen Augenbrauen zusammenzieht, sich räuspert und eingesteht, dass er sich wohl geirrt haben muss, und dann den Raum verlässt, nur um zehn Sekunden später wieder zurückzukommen und mit den Worten »Aber was ich noch nicht verstehe, ist wie« die Präsentation des entscheidenden Beweisstücks einleitet, woraufhin der sich schon in Sicherheit wiegende Ganoven kurzschlussartig flüchtet und so seine Schuld eingesteht. Der therapeutische Einsatz der Colombo-Technik besteht darin, zunächst liebevoll, zugewandt und mit viel Verständnis und Einfühlung dem Patienten zuzustimmen, dass bestimmte dysfunktionale Gedanken eine nachvollziehbare Berechtigung haben. Ich verstehe, weil Sie die Erfahrung gemacht haben, dass das gar nicht gut nachvollziehen und so weiter, bis sämtliche Argumente für die dysfunktionale Annahme genannt und vom Therapeuten durch den Bezug zur Lerngeschichte und der Verarbeitung des Patienten validiert, d.h. bestätigt wurden. Erst dann kommt die Frage, »Aber was ich noch nicht verstehe, ist, wie diese Annahme damit zusammenpasst, dass, wenn der Patient dann die Schlussfolgerung mit einem logisch schwer nachzuvollziehenden Argument begründet, wird dieses vom Therapeuten nicht offen angegriffen. Stattdessen wird die Konstruktion zur Verteidigung des dysfunktionalen Schemas zusammengefasst, in den Raum gestellt, sodass der Patient möglichst selbst den logischen oder empirischen Fehler in seiner Argumentationslinie bemerkt. Der Einsatz dieser Technik bzw. dieses Stils kann wesentlich dazu beitragen, die Reaktanz zu reduzieren, die Disputationstechniken zuweilen beim Patienten auslösen und die es diesem schwer machen können, die nahegelegte, funktionalere Sichtweise zu übernehmen. Exkurs Ende. Abschnitt 3.3 Effektivität von KVT und aktuelle Entwicklungen Kein anderes psychotherapeutisches Verfahren ist so intensiv empirisch untersucht worden wie die KVT. Butler et Ali fassten in einem Review die Ergebnisse zur Wirksamkeit der KVT aus 16-Meter-Analysen von hoher methodischer Güte zusammen. Insgesamt wurden über 300 Studien mit ca. 10.000 Probanden in die Analyse einbezogen. Die Autoren kamen zu der Schlussfolgerung, dass KVT ein hochwirksames Verfahren für unipolare Depressionen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter bei generalisierten Angststörungen, Panikstörungen mit und ohne Agoraphobie, Sozialaphobie, posttraumatischen Belastungsstörungen und Angststörungen sei. Im Vergleich zu Wartelisten oder Placebo-Kontrollgruppen ergaben sich hohe Effektstärken. Für Ärger, Partnerschaftsprobleme, kindliche somatoforme Störungen und chronische Schmerzen zeigten sich hingegen eher moderate Effektstärken. In einer Meta-Analyse von Tholin resultierten für die KVT am Ende der Behandlung und im Follow-up im Vergleich zu anderen Therapieverfahren niedrigere Werte in den Primärsymptomen. Zudem erwies sich in dieser Meta-Analyse KVT als signifikant wirksamer im Vergleich zu psychodynamischer Therapie, nicht aber gegenüber interpersonellen oder nicht-direktiven Verfahren. Die Beurteilung der Effektivität von KVT im Vergleich mit anderen Verfahren sollte jedoch stets in Abhängigkeit von der zu behandelnden Symptomatik erfolgen. In diesem Sinne gibt es deutliche Hinweise darauf, dass die KVT, zum Beispiel in der Behandlung von Angststörungen, anderen Verfahren deutlich überlegen ist, wohingegen sich eine solche Überlegenheit in der Behandlung anderer, beispielsweise affektiver Störungen, nicht nachweisen lässt. Siehe Kapitel 4, Band 1. Störungsspezifisch sollte auch die Frage betrachtet werden, inwieweit er das kognitive oder das behaviorale Vorgehen für die Erfolge von KVT-Verfahren verantwortlich ist. Zumindest im Bereich der Behandlung von Angststörungen und schweren Depressionen gibt es Hinweise darauf, dass die kognitive Komponente für den Therapieerfolg nicht unbedingt notwendig ist. Im Gegenteil, in einigen Studien zeigte sich ein rein behaviorales Vorgehen, dem kombiniert-behavioral-kognitiven Vorgehen, signifikant überlegen. Aktuelle Weiterentwicklungen der KVT fokussieren sowohl auf die Entwicklung und Evaluation störungsspezifischer Programme als auch im Rahmen der sogenannten dritten Welle in der Verhaltenstherapie auf Ansätze, die eine Stärkung der Akzeptanzkompetenzen der Patienten anstreben. Zu letzteren zählen unter anderem die dialektisch-behaviorale Therapie und die Acceptance and Commitment Therapie, siehe Kapitel 11. Im Bereich der Expositionsverfahren ergeben sich darüber hinaus zunehmend neue Möglichkeiten durch virtuelle Realitäten, bei denen die aversiven Stimuli per Computer erzeugt und präsentiert werden. Die Wirksamkeit dieser Methode zur Behandlung von spezifischen Phobien ist mittlerweile gut belegt. Weitere aktuelle Entwicklungen beziehen sich auf den Einsatz online-basierter Technologien zur Förderung von Effektivität, Nachhaltigkeit und Effizienz des Therapieerfolges. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 2 Therapieverfahren Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Kühl Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 4 Gesprächspsychotherapie von Pia von Blankenburg, Jafia Marie Gottschalk und Matthias Berking Abschnitt 4.1 Grundlagen Unterabschnitt 4.1.1 Beschreibung Die Gesprächspsychotherapie GT wurde von Kyle Rogers in den USA zunächst unter der Bezeichnung nicht-direktive Psychotherapie konzipiert und in den nachfolgenden Jahren von ihm als Personen- und Klienten zentrierte Psychotherapie weiterentwickelt. Die Geburtsstunde der GT wird im Erscheinen des Buches Counseling and Psychotherapy im Jahr 1942 gesehen. Geprägt wurde die GT durch Strömungen des Existenzialismus und Humanismus, durch die Psychoanalyse, den Behaviorismus sowie durch gestaltpsychologische und phänomenologische Ansätze. Insgesamt gehört sie neben der Verhaltenstherapie und psychodynamischen Ansätzen zu den am weitesten verbreiteten psychotherapeutischen Verfahren. Im deutschsprachigen Raum etablierten die Hamburger Psychotherapeuten Reinhard und Anne-Marie Tausch den Begriff der Gesprächspsychotherapie in den 50er Jahren. Sie brachten die Therapieform in Therapiepraxis und Pädagogik ein und führten erste Evaluationsstudien durch. Aktuell kann die klärungszentrierte Psychotherapie nach Rheiner Sachse als wichtigste und prägendste Weiterentwicklung der GT im deutschsprachigen Raum gesehen werden. Unterabschnitt 4.1.2 Menschenbild und Störungskonzept Das Störungskonzept und therapeutische Vorgehen sind in der GT maßgeblich von einem Menschenbild geprägt, welches den Menschen als ursprünglich gut, sozial und als ein mit sich selbst im Einklang stehendes Wesen sieht. Rogers war davon überzeugt, dass jeder Mensch ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich selbst zu entfalten und seine individuellen Entwicklungsmöglichkeiten voll auszuschöpfen. Zu dieser Aktualisierungstendenz gehört es, persönliche Erfahrungen wahrzunehmen, zu bewerten und bewusst zu reflektieren. Sie wird in der GT als zentrale Motivationsquelle und Antriebskraft des Menschen gesehen. Ein wichtiger Unteraspekt dieser Tendenz, die sogenannte Selbstaktualisierungstendenz, bezieht sich auf das Bedürfnis, das eigene Selbst und den eigenen Selbstwert kontinuierlich weiterzuentwickeln beziehungsweise zu erhöhen. Die Selbstaktualisierungstendenz sorgt dafür, dass Erfahrungen nicht nur in Bezug darauf evaluiert werden, inwieweit sie für den Organismus förderlich sind, sondern auch inwieweit sie mit dem jeweiligen Selbstkonzept der Person im Einklang gebracht werden können. Für Rogers wird die Entwicklung des Selbst vor allem von dem Bedürfnis nach unbedingter, das heißt vor allem nicht an bestimmte Verhaltensweisen geknüpfte, Wertschätzung in zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflusst. Es wird angenommen, dass der Mensch in dem Maße, in dem er unbedingte Wertschätzung im Kontakt mit den primären Bezugspersonen erlebt, einen positiven Selbstwert entwickelt, der es später erleichtert, neue Erfahrungen in das Selbstkonzept zu integrieren. In dem Maße, in dem Zuwendung und Wertschätzung an Bedingungen geknüpft sind, entsteht ein negatives bzw. unsicheres Selbstbild, welches es erschwert, neue Erfahrungen zu integrieren, wenn diese dem Selbstbild nicht entsprechen, weil dann befürchtet wird, die Bedingungen, von denen der Selbstwert abhängt, nicht mehr zu erfüllen. Wenn neue Erfahrungen aufgrund von Angst vor den Veränderungen des Selbstkonzepts nicht integriert werden können, spricht Rogers von Inkongruenz, von Selbstkonzept und Erfahrungen. Chronische Inkongruenz manifestiert sich im Verleugnen, Verdrängen oder Verzerren von Erfahrungen. Diese Prozesse dienen letztlich dazu, ein instabiles Selbstbild zu schützen bzw. ein negatives Selbstwertgefühl zu stabilisieren und können zur Entstehung und Aufrechterhaltung von psychischen Störungen führen. Definitionen Die Aktualisierungstendenz ist die innewohnende Tendenz zur Entfaltung der eigenen Kräfte und Ausschöpfung der eigenen Entwicklungsmöglichkeiten. Die Selbstaktualisierung bezeichnet das Bedürfnis einer Person, das Selbst und den eigenen Selbstwert stetig weiterzuentwickeln und zu erhöhen. Dazu zählt auch, dass neue Erfahrungen in das Selbstkonzept integriert werden können. Inkongruenz ist die Diskrepanz zwischen dem, wie man sich erlebt, Selbstkonzept, und dem, wie man sich sehen will, Idealselbst. Definition Ende Unterabschnitt 4.1.3 Therapeutische Zielstellung Das zentrale Ziel der GT ist es, dem Patienten eine möglichst vollständige Ausschöpfung seines Aktualisierungspotenzials zu ermöglichen. Dabei wird eine Annäherung an das Ideal der sogenannten voll funktionsfähigen Person angestrebt. Dieser hypothetische Endzustand des menschlichen Entwicklungsprozesses zeichnet sich vor allem durch eine vollständige Offenheit für Erfahrungen, Erlebnisse, Wahrnehmungen, Gefühle, Gedanken etc. aus, so dass diese nicht abgewährt, verzerrt oder verdrängt werden müssen. Stattdessen können die Erfahrungen bewusst wahrgenommen und auf der Basis bedingungsloser Selbstwertschätzung in das Selbstkonzept integriert werden. Die damit verbundene Angstfreiheit erlaubt es, sich in zwischenmenschlichen Beziehungen frei, offen und aufrichtig zu verhalten. Siehe Fallbeispiel. Beispiel Optimaler Verlauf einer gesprächstherapeutischen Behandlung Eine Patientin berichtet von ihrer Unfähigkeit, wütend zu sein. Statt Wut zu empfinden, fühlt sie nur Hilflosigkeit und Traurigkeit. Im Laufe der Gesprächstherapie wird deutlich, dass ihre Mutter es früher nicht aushalten konnte, wenn sie als Kind wütend und laut war. An Bedingungen geknüpfte Wertschätzung. Stattdessen war das Mädchen stets der lächelnde Sonnenschein der Familie. So konnte die Patientin das Gefühl, ich bin wütend, weil, nicht in ihr selbst integrieren, Inkongruenz, da sie wütend sein mit böse sein und nicht geliebt werden gleichstellte. Durch die bedingungsfreie Wertschätzung des Therapeuten konnte sie das Gefühl von Wut zunehmend zulassen und thematisieren. Damit wurde es ihr auch möglich zu verstehen, warum sie bislang glaubte, keine Wut erleben zu dürfen. In der Folge gelang es ihr, zunächst im geschützten therapeutischen Setting und dann zunehmend auch darüber hinaus, ihre Wut zu akzeptieren und in ihr Selbstkonzept zu integrieren. Immer Sonnenschein trocknet alles Leben aus. Leben braucht auch manchmal Gewitter. In der Folge kam es zu einer deutlichen Verbesserung ihres Selbstwertgefühls, welches ihr auch einen offeneren Umgang mit anderen, vormals problematischen Erfahrungen ermöglichte. Annäherung an die voll funktionsfähige Person. Beispiel Ende Abschnitt 4.2 Diagnostik Auf eine umfangreiche Diagnostik, die beispielsweise in der Verhaltenstherapie stets den Anfang einer therapeutischen Zusammenarbeit darstellt, wurde im Rahmen der klassisch-rogerianischen Form der GT weitgehend verzichtet. Zwar entwickelten Rogers und seine Mitarbeiter den sogenannten Q-Sword, als diagnostisches Instrument zur Erfassung des Therapieverlaufs. Eine ausgiebige, störungsspezifische Diagnostik sah er jedoch eher als Hindernis für eine möglichst vorurteilsfreie Zusammenarbeit mit dem Patienten. Erst in jüngerer Zeit wurden störungsspezifische Adaptionen der GT, die eine entsprechende Eingangsdiagnostik voraussetzen, entwickelt und evaluiert. Diese Entwicklung ist unter anderem mit dem Gesundheitsreformgesetz von 1989 zu begründen, welches die Durchführung qualitätssichernder Maßnahmen in allen medizinischen und somit auch psychotherapeutischen Bereichen forderte und somit eine Erfolgskontrolle und dafür erforderliche Veränderungsmessungen voraussetzte. Inzwischen stehen der GT für die Eingangsdiagnostik, die Prozess- und Verlaufsdiagnostik und die Enddiagnostik viele verschiedene Verfahren zur Verfügung. Dazu können, neben den störungsspezifischen Verfahren, GT-spezifische Verfahren wie der Bielefelder Patientenerfahrungsbogen, die Skala zur Einschätzung der Selbstexploration des Patienten, die Skala zur Verbalisierung persönlich-emotionaler Erlebnisinhalte, siehe Exkurs, und der Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens eingesetzt werden. Abschnitt 4.3 Therapeutisches Vorgehen Ausgehend vom zuvor beschriebenen Menschenbild und Störungskonzept wird in der GT jeder Mensch als Experte seiner selbst angesehen, welcher nach Selbstaktualisierung strebt. Die Aufgabe des Therapeuten besteht hauptsächlich darin, den Prozess der Selbstaktualisierung seines Patienten zu unterstützen und zu fördern. Dazu gilt es, einen angstfreien Raum zu schaffen, in dem der Patient seine Erfahrungen und Gefühle explorieren und in sein Selbstkonzept integrieren kann. Um dies zu ermöglichen, muss der Therapeut sich selbst im Zustand der Konkurrenz befinden und eine therapeutische Grundlage realisieren, die von den folgenden drei Faktoren geprägt ist. 1. Bedingungsfreie Anerkennung – unbedingte positive Wertschätzung 2. Konkurrenz – Echtheit 3. Empathie – Einfühlendes Verstehen Durch die unbedingte positive Wertschätzung durch den Therapeuten wird dem Patienten die Entwicklung eines von äußeren Bewertungen weitgehend unabhängigen, positiven Selbstbildes und damit die unverzerrte Wahrnehmung und Integration seiner Erfahrungen ermöglicht. Allerdings ist zu beachten, dass sich die unbedingte Wertschätzung durch den Therapeuten auf die Person des Patienten und nicht notwendigerweise auf sämtliche seiner Verhaltensweisen oder Ansichten bezieht. Es ist jedoch wichtig, dass der Therapeut tatsächlich eine positive Wertschätzung für den Patienten empfindet und diese nicht nur schauspielerisch als therapeutische Technik einsetzt. Nur wenn ihm dies gelingt, erfüllt er den Anspruch im Kontakt mit dem Patienten echt und kongruent zu sein. Zur Erfüllung dieses Anspruchs ist es äußerst hilfreich, wenn der Therapeut selbst in der Lage ist, neue Informationen, wie zum Beispiel die Kritik des Patienten, dass es in der Therapie seit Monaten nicht voranginge, in sein eigenes Selbstbild angstfrei zu integrieren. Ich kann nicht immer alle Patienten sofort heilen. Eine solche Selbstaktualisierungskompetenz des Therapeuten ist auch Voraussetzung dafür, dass er sich empathisch in den Patienten hineinversetzen, die Welt aus dem Bezugsrahmen des Patienten heraus verstehen und diesem diesen Bezugsrahmen widerspiegeln und bewusst machen kann. Eine Grundkomponente hierfür stellt das empathische Zuhören des Therapeuten dar. Siehe Beispiel. Beispiele für weitere konkrete therapeutische Vorgehensweisen bei der Realisierung der therapeutischen Grundhaltung finden sich in Tabelle 4.1 im gedruckten Buch. Beispiel. Empathisches Zuhören als Beispiel therapeutischen Vorgehens in der GT. Eine wichtige Grundkomponente in der GT ist das empathische Zuhören des Therapeuten. Ein eindrucksvolles Beispiel für ihre Wirksamkeit findet sich in der Literatur. Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war Zuhören. Das ist nichts Besonderes, würde nun vielleicht mancher Leser sagen. Zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte. Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Sie konnte so zuhören, dass ratlose und unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf, und er ging hin und erzählte alles das der kleinen Momo, dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war. So konnte Momo zuhören. Beispiel Ende Das Konzept der Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte geht auf Reinhard Tausch zurück und stellt eine verhaltensnahe Möglichkeit der Umsetzung empathischen Verhaltens dar. Der Therapeut soll dem Patienten im Rahmen der VEE ständig widerspiegeln, was er von den Erlebnissen des Patienten und seinen mit diesen Erlebnissen verbundenen Emotionen verstanden hat. Kritisiert wird an dieser Technik, dass die Gefahr eines papageinhaften Verhaltens des Therapeuten besteht, beziehungsweise durch die ständige Paraphrasierung nicht weitergegangen, vertieft werden kann. Aus diesem Grund wird inzwischen darauf hingewiesen, dass reine VEE nicht ausreicht und durch zusätzliche Interventionen erweitert werden sollte. Exkurs Ende Abschnitt 4.4 Weiterentwicklungen der GT Unterabschnitt 4.4.1 Focusing-Therapie nach Gendlin Eine der ersten Weiterentwicklungen der GT war die von Gendlin begründete experientielle Therapie, die er zur Focusing-Therapie weiterentwickelte. Das wichtigste Element dieser Therapieform stellt die Focusing-Technik dar, bei der eine bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit des Patienten auf dessen bedeutungshaltige Körperwahrnehmungen, Felt-Senses, stattfindet, siehe für die Praxis. Anders ausgedrückt stellt ein Felt-Sense die körperlich spürbare, aber unbewusste Bedeutung eines Ereignisses oder Problems dar, welche zusätzliche Informationen zu den bewussten Gedanken und Gefühlen liefern kann. Mithilfe des Focusing, bei dem sich ein Patient auf seinen Felt-Sense konzentriert und versuchen soll, diesen mit Bildern, Symbolen, Wörtern etc. zu beschreiben, werden zuvor diffuse Aspekte des Problems oder Ereignisses deutlich. Hierdurch können diese in den Therapieprozess einbezogen und einer möglichen Veränderung zugänglich gemacht werden. Für die Praxis die sechs Schritte des Focusing nach Gendlin. Erstens, inneren Freiraum schaffen, kurze Entspannung, auf den Körper achten und auftauchenden Empfindungen erfahrungsoffen begegnen. Zweitens, Problem, das bearbeitet werden soll, bzw. exemplarische Situation, in der das Problem auftaucht, Vorstellen, den Felt-Sense entstehen lassen, Aufmerksamkeit auf Körperreaktionen richten und eine körperliche Empfindung entstehen lassen. Drittens, versuchen den Felt-Sense so gut wie möglich mit einem Wort, Symbol oder Bild zu beschreiben. Einen Griff finden. Viertens, die Stimmigkeit zwischen dem Felt-Sense und dem Begriff, Bild oder Symbol überprüfen. Bei Bedarf die gewählte Symbolisierung ändern bzw. ein anderes Wort, Bild oder Symbol wählen. Fünftens, Fragen stellen. Warum löst das Problem diesen Felt-Sense aus? Was braucht der Felt-Sense, um sich besser anzufühlen? Kann das, was der Felt-Sense braucht, um sich besser anzufühlen, auch zur Problemlösung beitragen? Und sechstens, dabei den heilenden Prozess annehmen und schützen, d.h. auch kleine Schritte würdigen und eigene innere Entwertungen des Prozesses erkennen und stoppen. Praxisteil Ende Unterabschnitt 4.4.2 Klärungsorientierte Psychotherapie nach Sachse Die klärungsorientierte Psychotherapie, KOP, ist eine der relevantesten Weiterentwicklungen der klassisch-rogerianischen Form der GT. Zunächst unter dem Namen Zielorientierte Therapie entstanden, entwickelte ihr Begründer Rainer Sachse hieraus später die klärungsorientierte Psychotherapie. Diese Therapieform integriert kognitive Elemente, das Konzept des Focusing, Elemente der prozess- und erlebnisorientierten Therapie, sowie der Gestalttherapie. In der KOP wird entgegen der klassisch-rogerianischen GT nicht davon ausgegangen, dass Therapie auf einer Aktualisierungstendenz beruht, bei der dem Therapeuten eine nondirektive, wachstumsraumgebende Rolle zukommt. Stattdessen wird angenommen, dass Patienten durch teilweise dysfunktionale, oft unbewusste Schemata, von Sachse beschrieben als organisierte Strukturen von Annahmen mit kognitiven und affektiven Anteilen, gesteuert werden, die zu problematischem Handeln erleben bzw. psychischen Problemen führen und vom Patienten alleine nicht verändert werden bzw. nicht verändert werden können. Innerhalb der Therapie sollen diese dysfunktionalen, affektiven und kognitiven Schemata aktiviert, bewusst gemacht, geklärt und bearbeitet werden. Zusätzlich können sich nach den Annahmen der KOP problematische Verhaltensweisen und psychische Störungen ausbilden, wenn ein Mensch keinen Zugang zu seinen Motiven, Zielen und Werten findet, Alienation, und entgegen ihnen lebt, sich zum Beispiel vor allem an externen Normen orientiert. Durch den Klärungsprozess in der therapeutischen Arbeit sollen die Motive und Ziele des Patienten zugänglich gemacht und eine Repräsentation seines Motiv- und Bedürfnissystems geschaffen werden. Die Aufgabe des Therapeuten in der KOP ist es, den Klärungsprozess des Patienten prozessdirektiv, das heißt aktiv und gezielt zu steuern. Anders als in der klassischen GT stellen die therapeutischen Basisvariablen Empathie, Echtheit und Akzeptanz in der KOP notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Therapie dar. Sie bieten vor allem die Voraussetzung für einen adäquaten Beziehungsaufbau zwischen Therapeut und Patient und für die Stabilisierung dieser Beziehung nach konfrontativen Interventionen. Ergänzend zu der therapeutischen Grundhaltung werden in der KOP spezifische, klärungsorientierte therapeutische Strategien eingesetzt, zum Beispiel das Ein-Personen-Rollenspiel oder gezielte Fragen nach der persönlichen Bedeutung eines Ereignisses. Unterabschnitt 4.4.3 Prozess-Erlebnisorientierte Therapie nach Greenberg Diese Therapieform ist eine Kombination aus der klientenzentrierten Beziehung und dem aktiven, aufgabenorientierten Stil der Gestalttherapie. Sie verknüpft traditionelle humanistische Annahmen mit der Emotionstheorie und integriert dabei die folgenden Elemente Empathisches Einfühlen, eine authentische zwischenmenschliche Beziehung, kontinuierliche Weiterentwicklung und Selbstbestimmung. Bei dem prozesserlebnisorientierten Ansatz stehen die emotionalen Erfahrungen des Patienten im Mittelpunkt der Behandlung, wobei zum einen die emotionalen Schemata und zum anderen die emotionalen Prozesse des Patienten betrachtet und bearbeitet werden. Emotionale Schemata sind Organisationseinheiten von Erfahrungen und dem Bewusstsein so lange nicht zugänglich, bis sie reflektiert oder aktiviert werden. Sie sind nicht stabil und verändern sich stetig. Der Zugang und die Veränderung der Schemata hängen von der Beziehung zu dem Therapeuten und der angeleiteten Selbstexploration des Klienten durch den Therapeuten ab. Im Rahmen des Therapieprozesses soll ein Zugang zu den emotionalen Schemata des Patienten erlangt werden, um diese entweder zu restrukturieren oder die dazugehörigen Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Das weitere zentrale Ziel dieses Ansatzes ist die genaue Erfassung der emotionalen Prozesse des Patienten. Jeder der emotionalen Prozesse erfordert einen anderen Umgang des Therapeuten, weshalb es notwendig ist, diese genau zu verstehen. Es wird dabei zwischen vier Prozessen unterschieden. 1. Primär adaptive emotionale Reaktionen. Ungelernte, direkte, adäquate Reaktionen. Zum Beispiel Verletzungen führen zu Gefühlen wie Wut und Ärger. 2. Mal adaptive emotionale Reaktionen. Gelernte, direkte Reaktionen. Zum Beispiel Verletzungen führen, durch frühere Erfahrungen, zu Gefühlen von Zuneigung. 3. Sekundär reaktive emotionale Reaktion. Adaptive Emotion Reaktion verschleiert die primäre Emotion. Zum Beispiel Verlust führt zu Trauer, diese wird jedoch durch Aggressionen und Angriff verschleiert. Und 4. Instrumentelle sekundäre Reaktion. Emotionen werden unabhängig vom aktuellen Zustand gezeigt, um den gewünschten Effekt zu erreichen. Zum Beispiel Person zeigt Trauer, um Zuwendung zu bekommen. Innerhalb der therapeutischen Arbeit der prozesserlebnisorientierten Therapie wird der Patient als ein dynamisches System betrachtet, in dem verschiedene Elemente kontinuierlich interagieren. Diese Elemente werden metaphorisch als Stimmen bezeichnet. Von besonderer Bedeutung für den prozesserlebnisorientierten Ansatz sind zwei Klassen von Stimmen. Die inneren und die äußeren, beziehungsweise erlebnisbezogenen und konzeptuellen Stimmen. Diese Stimmen können durch die Technik des Zwei-Stuhl-Dialogs sichtbar gemacht werden, bei der miteinander in Konflikt stehende Stimmen auf zwei Stühle gesetzt werden. Der Therapeut hilft dem Patienten zunächst, verschiedene Aspekte und Prozesse in sich zu unterscheiden und zu explorieren. Im nächsten Schritt werden diese unterschiedlichen Aspekte in psychologischen Kontakt gebracht, wie zum Beispiel durch eine Unterhaltung der beiden Stimmen auf verschiedenen Stühlen. Dem Therapeuten kommt in der prozesserlebnisorientierten Therapie zwar eine aktive Rolle zu, jedoch ist der Patient wie in anderen GT-Verfahren immer als Experte seiner selbst anzusehen. Das heißt, der Therapeut richtet sich im Zweifelsfalle immer nach den Erfahrungen des Patienten. Unterabschnitt 4.4.4 Emotionsfokussierte Therapie, EFT, nach Greenberg Als wichtigste Vertreter der EFT gelten Greenberg, McCullough und Elliot. Grundsätzlich hat sich die EFT aus den Annahmen der prozesserlebnisorientierten Therapie und klinischen Erfahrungen herausentwickelt. In ihrem Ursprung ist sie zwar eine Weiterentwicklung der GT, jedoch mittlerweile als eigene Therapieform bzw. als eine spezifische Ausprägung der GT zu betrachten. Entsprechend den Annahmen der prozesserlebnisorientierten Therapie wird auch in der EFT davon ausgegangen, dass Erfahrungen in Form von emotionalen Schemata gespeichert werden, die für die Bewertung von Erfahrungen wichtig sind. Zudem wird davon ausgegangen, dass man Emotionen mit Emotionen verändern kann. Dieser Veränderung liegen folgende prozesshafte Grundprinzipien zugrunde. Wahrnehmung, Bewusstheit, Regulation, Reflexion, Transformation in eine neue Ziel-Emotion. Die Basis der EFT stellt ebenfalls die empathische-therapeutische Beziehung dar. Ergänzt wird diese Haltung um einen prozessdirektiven, leitenden Stil und eine Reihe therapeutischer Techniken, zum Beispiel Zweistuhlarbeit, leere Stuhlarbeit, Focusing, systematisches evokatives Erschließen und so weiter. In der EFT sollen in einem ersten Schritt die eigenen Gefühle und Emotionen bewusst wahrgenommen werden. Dies ist im Rahmen der geschützten therapeutischen Beziehung möglich, sodass die zugrunde liegenden primär maladaptiven Emotionen wahrgenommen, zugelassen und in Worte gefasst werden können. Im zweiten Schritt geht es um die Regulation der Emotionen. Dies kann durch die Bestätigung der Affekte oder durch eine empathische und sichere Umgebung geschehen. Die Klienten sollen hierbei lernen, die eigenen Emotionen zu erkennen und zu benennen, eine innere Distanz zu schaffen, positive Emotionen zu stärken und negative abzuschwächen. Mithilfe spezifischer Methoden, zum Beispiel wie die Stuhlarbeit, siehe Abschnitt 4.4.3, unterstützt der Therapeut den Patienten dabei, einen Zugang zu einer gesunderen emotionalen Reaktion, einer primär adaptiven Emotion zu erlangen. In einem dritten Schritt sollen die eigenen destruktiven Emotionen mithilfe anderer hilfreicherer Emotionen ersetzt und dadurch verändert werden. Es geht also abschließend darum, maladaptive emotionale Reaktionen durch adaptivere zu ersetzen. In der Praxis richtet sich diese Therapieform ebenfalls an den vier emotionalen Prozessen aus, wie in der prozesserlebnisorientierten Therapie beschrieben. Die EFT ist eine empirisch fundierte Behandlungsform, deren Wirksamkeit in der Einzel- und Paartherapie in Studien belegt wurde. Abschnitt 4.5. Empirische Absicherung Rogers ging davon aus, dass die GT in ihrer grundsätzlichen Form für alle psychischen und psychosomatischen Störungen indiziert ist und somit das therapeutische Vorgehen bei verschiedenen Störungen nicht variiert. Als günstige Prognose für den Therapieerfolg des Patienten betonte Rogers die Wahrnehmung der eigenen Inkongruenz sowie ein stabiles Selbstkonzept und ein bestehender Wille nach Veränderung. Heutzutage richtet sich die Anerkennung der GT für verschiedene Störungsbereiche danach, ob ausreichend Wirksamkeitsnachweise erbracht werden. Mittlerweile wurden für einige Störungsbilder spezifische Behandlungsleitlinien der GT entwickelt, etwa für Angststörungen, für Panikstörungen sowie für depressive Störungen. Sie alle rücken vor allem die störungsspezifische Gestaltung der Therapeut-Patienten-Beziehung in den Fokus. Zudem wurde die GT auch als patientenzentrierte Gruppenpsychotherapie für verschiedene Störungsbereiche weiterentwickelt. In einer Überblicksarbeit untersuchte Frohburg die Langzeiteffekte der GT in über 40 Studien von ca. 2000 Patienten und kam zu dem Ergebnis, dass die GT ein effektives Verfahren mit breitem Indikationsgebiet ist. Es zeigten sich Prä-Post-Interventionseffekte von D gleich 0,59 bis D gleich 1,52, Effektstärken im frühen Katamnese-Zeitraum, 1 bis 6 Monate, zwischen D gleich 0,46 und D gleich 2,28, sowie Effektstärken im späteren Katamnese-Zeitraum, 9 bis 24 Monate, zwischen D gleich 0,8 und D gleich 1,87. Grave, Donati und Bernauer konnten in ihrer Meta-Analyse die Wirksamkeit der GT ebenfalls nachweisen und hoben das breite Indikationsgebiet der GT positiv hervor. In aktuelleren Analysen zeigten sich Effektstärken von D gleich 0,91 bis D gleich 1,03 für den Vergleich von Prä-Post-Interventionseffekten. Der Wissenschaftliche Beirat für Psychotherapie hat die Wirksamkeit der GT bei Erwachsenen im Jahr 1999 für drei der acht klassischen Indikationsbereiche, affektive Störungen, Angststörungen, Anpassungsstörungen, psychische und soziale Faktoren bei somatischen Krankheiten, festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt erfüllte die GT jedoch nicht die Mindestzahl von fünf der zwölf Anwendungsbereiche bzw. vier der klassischen Anwendungsbereiche des Wissenschaftlichen Beirats für Psychotherapie, die notwendig sind, um als wissenschaftlich anerkannt zu gelten. Durch nachgereichte Wirksamkeitsnachweise für den vierten klassischen Indikationsbereich, Belastungsstörungen, erlangte sie im Jahr 2002 den Status eines wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahrens. Unter anderem mit Hinweis auf den vergleichsweise schmalen Indikationsbereich lehnte der Gemeinsame Bundesausschuss, GBA, es jedoch wiederholt ab, die GT für den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung zu empfehlen. Aufgrund dieses Beschlusses wird die GT als eigenständiges Verfahren in Deutschland derzeit nicht von den Krankenkassen finanziert. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 2 Therapieverfahren Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Kühl Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Die interpersonelle Psychotherapie, IPT, sieht in zwischenmenschlichen Problemen einen wesentlichen Einflussfaktor auf die Entstehung psychischer Störungen. Sie ist als fokussierte, halbstrukturierte und zeitlich begrenzte Kurzzeittherapie konzipiert und bedient sich in pragmatischer Weise unterschiedlicher therapeutischer Methoden. Die IPT wurde gezielt zur ambulanten Behandlung akuter unipolarer depressiver Episoden entwickelt. Mittlerweile stehen aber Modifikationen für zahlreiche psychische Krankheitsbilder zur Verfügung. Klärmann und Weismann veröffentlichten 1984 das erste Therapiemanual zur IPT. Aufbauend auf den Arbeiten der interpersonellen Schule Sullivans, auf bindungstheoretischen Überlegungen sowie auf Forschungsergebnissen zu Risiko- und Schutzfaktoren depressiver Erkrankungen stellten sie den Zusammenhang der Depression mit interpersonellen Belastungen als handlungsleitendes Element der IPT heraus. Innerhalb eines multifaktoriellen Störungsmodells der Depression wird dem interpersonellen Kontext einer Person eine zentrale Rolle zugeschrieben. Es wird angenommen, dass belastende Ereignisse und soziale Stressoren die Entstehung depressiver Symptome begünstigen können. Umgekehrt kann das Vorliegen einer Depression die psychosoziale Funktionsfähigkeit der betroffenen Person stark beeinträchtigen und so zu weiteren zwischenmenschlichen Problemen führen. Definition Die interpersonelle Psychotherapie, IPT, ist eine manual basierte Kurzzeittherapie, die darauf abzielt, die bestehende Symptomatik durch die Behandlung derjenigen interpersonellen Probleme zu verbessern, in deren Kontext eine Störung auftritt. Definition Ende Die therapeutische Arbeit findet im Hier und Jetzt statt. Ansatzpunkt sind die interpersonellen Belastungen, die aktuell bestehen und mit der depressiven Episode zusammenhängen. Können sie gelöst werden, ist auch eine Verbesserung der depressiven Symptomatik zu erwarten. Gleichzeitig soll der Betroffene zu neuen sozialen Fähigkeiten und Bewältigungsstrategien befähigt werden. Behandlungsziele der IPT sind die Symptomremission, die Reduktion der interpersonellen Probleme sowie Aufbau und Nutzung eines sozialen Netzwerks. Aus dem multifaktoriellen biopsychosozialen Störungsmodell der Depression ergibt sich eine Offenheit dafür, dass die IPT nicht nur als monotherapeutisches Verfahren, sondern auch in Kombination mit antidepressiver Medikation angewendet werden kann. Es werden vier zentrale interpersonelle Problemfelder angenommen. Siehe Exkurs. Sie stellen die empirisch am häufigsten mit Depressionen in Verbindung gebrachten interpersonellen Schwierigkeiten dar. 1. Trauer betrifft die Unfähigkeit der Person, nach dem Tod einer Bezugsperson einen normalen Trauerprozess zu durchlaufen. 2. Unbewältigte Rollenwechsel können bei der Aufgabe, Alter oder der Aufnahme neuer sozialer Rollen entstehen. Mögliche Rollenveränderungen sind zum Beispiel der Beginn oder das Ende einer Beziehung oder einer beruflichen Anstellung, Familiengründung, Berentung oder die Diagnose einer medizinischen Erkrankung. 3. Interpersonelle Konflikte können entstehen, wenn der Patient und die ihm nahestehenden Personen, zum Beispiel Familienangehörige, Kollegen, unterschiedliche Erwartungen an ihre Beziehungen haben. 4. Interpersonelle Defizite sind relevant, wenn keine der anderen drei Bereiche als Problembereiche identifiziert werden können. 5. Zentrale Themen sind soziale Verarmung oder Schwierigkeiten im Eingehen oder Aufrechterhalten zwischenmenschlicher Beziehungen in der Vorgeschichte. 6. Exkurs sind Trauer, Rollenwechsel, interpersonelle Konflikte und interpersonelle Defizite universelle interpersonelle Problemfelder. Die Art der interpersonellen Belastungen wird immer auch vom soziokulturellen Kontext einer Person mitbestimmt. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die vier interpersonellen Problemfelder der IPT und damit auch das Therapieverfahren selbst universell und kulturübergreifend anwendbar sind. In einer Gruppe depressiver und nicht-depressiver Thailänder, N gleich 180, erfassten Luibon Tavachai und Tavichachat das Vorliegen depressiver Symptome und interpersoneller Belastungen. Alle vier Problembereiche wiesen eine stärkere Ausprägung in der Gruppe der depressiven Patienten auf und stellten signifikante Prädiktoren der depressiven Symptomatik dar. Die Autoren schlussfolgerten, dass auch für thailändische Depressionspatienten die Anwendbarkeit der interpersonellen Problemfelder gegeben ist und die IPT ein geeignetes Therapieverfahren darstellt. Exkurs Ende Abschnitt 5.2 Therapeutenverhalten und therapeutische Techniken Der Therapeut ist keine neutrale Instanz, sondern stellt sich auf die Seite des Patienten. Er begegnet dem Patienten mit einem aktiven, unterstützenden, ermutigenden und wertschätzenden Verhalten und arbeitet ressourcenorientiert. Die therapeutische Beziehung ist keine Freundschaft. In der IPT werden spezifische, interpersonelle Techniken verwendet, aber auch psychodynamische und verhaltenstherapeutische Elemente auf pragmatische Weise integriert. Siehe Exkurs. Zu den therapeutischen Techniken gehören die Exploration durch offenes und direktes Fragen, die Ermunterung zum Ausdruck von Gefühlen, die Klärung des Gesagten durch Wiederholung und Umformulierung, eine Kommunikationsanalyse zur Identifizierung von Störungen in der Kommunikation, sowie der Einsatz der therapeutischen Beziehung als Modell für eine typische Beziehung des Patienten. Als gezielte Techniken zur Verhaltensänderung werden direktive Techniken eingesetzt, Ratschläge, Grenzen setzen, Aufklärung, direkte Hilfe bei praktischen, nicht-zwischenmenschlichen Problemen als Modell fungieren, Außerdem eine Entscheidungsanalyse, Erkennen und Berücksichtigen von Entscheidungsalternativen und Folgen bei zwischenmenschlichen Problemen, sowie Rollenspiele, Exploration von Gefühlen und Kommunikationsstilen, Einüben neuer Verhaltensweisen. Wann und in welchem Ausmaß die genannten Methoden verwendet werden, ist von dem individuellen interpersonellen Problemfeld und der Behandlungsphase abhängig. In einer Studie des National Institutes of Mental Health wurde 1989 die Wirksamkeit verschiedener therapeutischer Verfahren in der ambulanten Behandlung unipolarer Depression untersucht, siehe Kapitel 4.1, Band 1. In einer Nachfolgeanalyse dieser Studie überprüften Erblern und Jones 2002 die Hypothese, dass manualisierte Psychotherapieverfahren wie die IPT und KVT beträchtliche Überschneidungen in Prozess und Techniken aufweisen und dass Behandlungserfolge letztlich auf die gleichen gemeinsamen therapeutischen Strategien zurückgeführt werden können. Mittels Q-Sort-Verfahren wurden Transkripte der therapeutischen Sitzungen von geschulten Experten im Hinblick auf psychotherapeutische Prozesse bewertet und diese Bewertungen anschließend mit den jeweils prototypischen Vorgehensweisen in IPT und KVT verglichen. Es zeigte sich, dass a. sowohl in der IPT als auch in der KVT-Bedingung am stärksten dem idealtypischen KVT-Vorgehen gefolgt wurde und b. dass bei beiden Therapieformen eine Adhärenz an das idealtypische KVT-Vorgehen stärkere Zusammenhänge mit dem Therapieerfolg, also der depressiven Symptomatik, aufwies als eine Adhärenz an das idealtypische IPT-Vorgehen. Applin und Jones resümieren Abschnitt 5.3 Behandlungsphasen Die IPT umfasst ursprünglich drei aufeinanderfolgende Akut-Behandlungsphasen, die Initialphase, der therapeutische Prozess und die Beendigungsphase. Die Phasen werden in 12 bis 20 ca. 50-minütigen Einzelsitzungen flexibel und individuell am Patienten ausgerichtet. Im Behandlungsverlauf wird ein besonders starker Fokus auf emotionale Aspekte gelegt. Die Initialphase umfasst in der Regel die ersten drei Sitzungen. Die Hauptziele bestehen in der Entlastung des Patienten, der Informationsgewinnung und Problemidentifikation sowie einer ersten Symptomreduktion. Die Initialphase beinhaltet folgende Schritte. Diagnosestellung Es wird eine umfangreiche Diagnostik durchgeführt und überprüft, ob eine kombinierte Pharmakotherapie indiziert ist. Krankenrolle zuweisen Im Rahmen der Psycho-Edukation wird dem Patienten die Krankenrolle zugeteilt. Sick-Role Indem die Depression als eine medizinische bzw. psychiatrische Erkrankung definiert wird, soll der Patient erkennen, dass eine Depression weit verbreitet, zeitlich limitiert und behandelbar ist und nicht ein Zeichen von Willensschwäche, persönlichem Versagen oder Charakterfehlern darstellt. Er soll so von Schuldgefühlen befreit und zur aktiven Mitarbeit innerhalb der Therapie motiviert werden. Beziehungsanalyse Es werden Informationen zu den derzeitigen und vergangenen interpersonellen Beziehungen, einschließlich der Erwartungen, befriedigender und unbefriedigender Beziehungsaspekte, sowie Veränderungswünsche hinsichtlich der Beziehungen gesammelt. Die Depression wird in einen interpersonellen Kontext gestellt und die zentralen, störungsrelevanten interpersonellen Problembereiche werden identifiziert. Problembereich und Behandlungsziele festlegen Therapeut und Patient einigen sich auf ein bis zwei interpersonelle Problembereiche, die mit der depressiven Symptomatik zusammenhängen und im weiteren Therapieverlauf bearbeitet werden. Die Therapieziele werden festgelegt Im therapeutischen Prozess, der mittleren Behandlungsphase, vierte bis dreizehnte Sitzung, übernimmt der Patient zunehmend eine aktivere Rolle im Therapieprozess. Die primären Ziele dieser Phase bestehen darin, adäquate Bewältigungsstrategien und alternative Verhaltensweisen zu erarbeiten und ein Abklingen der Symptomatik zu erreichen. Dies wird über folgende Schritte erreicht. Therapeut und Patient bearbeiten über eine problembereichsspezifische Vorgehensweise die in der Initialphase festgelegten interpersonellen Hauptproblembereiche. Es werden problembereichsspezifische Strategien entwickelt und etabliert. Das Verständnis des Patienten für den Zusammenhang von depressiver Symptomatik und interpersonellen Problemen wird weiter vertieft. In der dritten Phase der Therapie, der Beendigungsphase, vierzehnte bis sechzehnte Sitzung, stehen der angemessene Umgang mit dem Behandlungsende, die Verfestigung der neu erreichten Kompetenzen und die Vorbereitung auf die Zukunft im Mittelpunkt. Das therapeutische Vorgehen ist durch folgende Schritte gekennzeichnet. Das nahende Behandlungsende wird ausführlich besprochen. Es wird explizit als ein Trauer- bzw. Abschiedsprozess thematisiert und vorhandene Trauer wird als ein Gefühl anerkannt, das in keinem Bezug zur depressiven Symptomatik steht. Das erreichte Bewusstmachen Die neu erworbenen Kompetenzen werden dem Patienten bewusst gemacht und verfestigt. So wird sein Gefühl für Autonomie verstärkt. Frühwarnzeichen identifizieren Im Rahmen der Klärung von Zukunftserwartungen werden auch Frühwarnsignale einer erneuten depressiven Episode erarbeitet. Exkurs Die IPT wird zuweilen als frauenspezifisches Therapieverfahren bezeichnet. Frauen erfahren aufgrund ihrer sozialen Rolle spezielle Belastungen, zum Beispiel Rollenwechsel bei Mutterschaft oder Auszug der Kinder, und haben generell ein stärkeres Bedürfnis nach zwischenmenschlichen und emotionalen Beziehungen. Schneider et al.i. untersuchten deshalb in einer randomisierten, kontrollierten Studie ob Frauen mehr von einer IPT-Behandlung profitieren als Männer. Jeweils in Kombination mit der Standardmedikation wurden die Untersuchungsgruppen entweder mit einer Modifikation der IPT für stationäre depressive Patienten, IPTS, siehe Kapitel 5, oder mit ärztlichen Kurzgesprächen behandelt. Die interpersonellen Problembereiche zu Behandlungsbeginn stellten bei Frauen vor allem Rollenwechsel innerhalb der Familie dar. Bei Männer waren es überwiegend berufliche Veränderungen. Beide Geschlechter zeigten bei der IPT-Behandlung eine gleichermaßen gute akute sowie langfristige Verbesserung der depressiven Symptomatik. Zum Entlassungszeitpunkt waren es sogar die Männer, die signifikant höhere Remissionsraten aufwiesen. Schneider et al.i. schlussfolgerten, dass bei einer schweren Depression die Kombination von IPT und Antidepressiva der Standardtherapie im kurz- und langfristigen Verlauf überlegen ist, und zwar geschlechtsunabhängig. Exkurs Ende. Angesichts neuerer Befunde aus der Depressionsforschung zum hohen Rezidivrisiko depressiver Erkrankungen wurde die dreiphasige Akutbehandlung mittlerweile um eine vierte an die Akutbehandlung anschließende Behandlungsphase erweitert. Diese Phase der Erhaltungstherapie richtet sich an bereits remittierte Patienten und zielt darauf ab, den Remissionszustand zu erhalten oder einer erneuten depressiven Episode entgegenzuwirken. Sie entspricht der Erhaltungsform der IPT, IPTM, einer modifizierten Form der ursprünglichen IPT, und beinhaltet Abschnitt 5.4 Erweiterungen der IPT Nachdem die IPT ursprünglich zur kurzzeitigen ambulanten Einzelbehandlung unipolardepressiver Patienten entwickelt wurde, folgten zahlreiche Modifikationen und Erweiterungen um Krankheitsbilder, spezifische Patientencharakteristika, eine variierende Therapiedauer und Intensität und unterschiedliche Behandlungs-Settings. Eine inhaltliche Darstellung einer IPT-Erweiterung ist am Beispiel bipolarer Störungen im Exkurs zu finden, Einen umfassenderen Überblick zu den Erweiterungen der IPT gibt Schramm. Exkurs Interpersonal Social Rhythm Therapy bei bipolaren Störungen Die Interpersonal Social Rhythm Therapy, IPSRT, ist eine speziell für bipolare Störungen weiterentwickelte Form der IPT, bei der ein zusätzlicher Fokus auf den sozialen Lebensrhythmus der betroffenen Personen gelegt wird. Ausgangspunkt ist ein chronobiologisches Modell bipolarer Störungen, siehe Kapitel 4.2, Band 1, bei dem genetisch prädisponierte Störungen der zirkadianen Rhythmik und des Schlaf-Wachzyklus als mitursächlich für die bipolare Symptomatik betrachtet werden. Positive und negative Lebensereignisse tragen insofern zur Entstehung bipolarer Symptome bei, als sie über eine Störung des sozialen Rhythmus einer Person auch ihren chronobiologischen Rhythmus beeinträchtigen. In der IPSRT wird deshalb die IPT mit behavioralen Techniken kombiniert, zum Beispiel Förderung einer regelmäßigen Tagesstruktur und fester Aufsteh- und Zu-Bett-Gehzeiten. Der Betroffene wird so bei der Regulierung täglicher Routinen und der Medikamentenarterins unterstützt. Die Bearbeitung des relevanten interpersonellen Problembereichs fokussiert auf den Verlust der Gesundheit bzw. der Integrität im Sinne von Rollenwechsel und Trauerarbeit. Exkurs Ende Abschnitt 5.5 Empirische Absicherung und wissenschaftliche Anerkennung Speziell im Bereich unipolarer depressiver Störungen ist die IPT eines der am häufigsten empirisch überprüften Therapieverfahren. Kuipers et Ali fassten in einer aktuellen Meta-Analyse 38 Studien, N gleich 4356, zur Effektivität der IPT bei unipolarer Depression zusammen. Die IPT zeigte sich einer Warteliste, Standardversorgungs- oder Placebo-Kontrollgruppe als signifikant überlegen, 16 Studien, D gleich 0,63 und gleichermaßen wirksam wie KVT, supportive Psychotherapie und Coping-orientierte Paartherapie. 10 Studien mit 13 Vergleichen, D gleich 0,04. Eine grenzwertig geringere Effektivität weist die IPT in dieser Meta-Analyse im Vergleich zu Monopharmakotherapien auf, unter anderem SSRIs und trizyklische Antidepressiva. 10 Studien, D gleich minus 0,19. Werden IPT und Pharmakotherapie kombiniert, zeigt sich keine erhöhte Wirksamkeit gegenüber der alleinigen IPT-Anwendung. 10 Studien, D gleich 0,16. In der Erhaltungstherapie, IPTM, verhindert die Kombination von IPT und Pharmakotherapie signifikant häufiger einen Rückfall als die monotherapeutische Anwendung von Psychopharmaka. 4 Studien, D gleich 0,37. Bezugnehmend auf den Vergleich mit einer pharmakotherapeutischen Behandlungsbedingung schlussfolgerte Schramm, dass IPT bei der akut- und erhaltungs- und prophylaktischen Therapie selbst schwerer depressive Erkrankungen eine brauchbare Alternative oder auch eine sinnvolle Ergänzung zu pharmakotherapeutischen Maßnahmen darstellt. Exkurs NIHM-Studie Die bereits erwähnte NIHM-Studie von Elke Nedali ist die wohl bekannteste Studie, in der die Wirksamkeit der IPT in der ambulanten Behandlung unipolarer Depression nachgewiesen wurde. Mittels Randomisierung wurden 250 Patienten einer von 4 16-wöchigen Behandlungsbedingungen IPT, KVT, trizyklisches Antidepressivum Imipramin plus Clinical Management CM, Placebo plus CM zugeteilt. Bei Therapieabschluss zeigte sich die IPT tendenziell effektiver als die Placebo-Bedingung und als ebenso wirksam wie KVT und medikamentöse Therapie. 55 bis 65% Remissionsraten. Drei Jahre nach Therapieende war die IPT der Pharmakotherapie sogar überlegen. In Sekundäranalysen konnte festgestellt werden, dass die kurzfristigen Behandlungseffekte durch die Schwere der depressiven Symptomatik moderiert wurden. Bei einer Dichotomisierung der Patienten in Gruppen mit leichter und schwerer Depression zeigten sich die vier Behandlungsbedingungen nur noch bei Patienten mit leichter Depression als gleichermaßen effektiv. In der Gruppe der Schwerdepressiven war die IPT nun der KVT überlegen, der Pharmakotherapie aber unterlegen. Das überraschend schlechte Abschneiden der KVT-Gruppe gab Anlass für kontroverse Diskussionen. Von verhaltenstherapeutischer Seite wurde argumentiert, dass in einem der Studienzentren die KVT-Bedingungen nicht nach den anerkannten Regeln durchgeführt worden war. Exkurs Ende. Angesichts der zahlreichen Wirksamkeitsnachweise wird die IPT in nationalen und internationalen Leitlinien zur Behandlung unipolarer Depression empfohlen. In den Leitlinien des Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments wird formuliert, dass sich die IPT vor allem in der Akutbehandlung, aber auch in der Erhaltungstherapie der unipolaren Depression als wirksam erweist. Eine Überlegenheit der IPT gegenüber KVT oder Pharmakotherapie und eine Überlegenheit der Kombination von IPT und Pharmakotherapie gegenüber alleiniger IPT werden nicht angenommen. In der englischen NICE-Leitlinie National Institute for Clinical Health and Excellence zur Behandlung depressiver Erwachsener sind detaillierte Empfehlungen zu finden. Die IPT wird hier als eine der Monotherapien bei persistierenden subklinischen Depressionen sowie bei leichten bis moderaten Depressionen empfohlen. Liegt eine moderate bis schwere Depression vor, ist die IPT mit einer pharmakotherapeutischen Behandlung zu kombinieren. Die Behandlung sollte 16 bis 20 wöchentliche Sitzungen über einen Zeitraum von 3 bis 4 Monaten umfassen. Bei schwerer Depression sollten in den ersten 2 bis 3 Wochen 2 Sitzungen pro Woche stattfinden. In der deutschen S3-Leitlinie zur Behandlung unipolarer Depression wird die IPT auch bei Komorbiditäten der Depression mit Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, Borderline, Paranoid, ängstlich vermeidend, Dependent und chronischem Schmerz als geeignetes Therapieverfahren empfohlen. In anderen Störungsbereichen konnten positive Wirksamkeitsnachweise für bipolare Störungen, für die Bulimia nervosa und Binge-Eating-Disorder erbracht werden. Vereinzelte, randomisierte Kontrollstudien sowie unkontrollierte Pilotstudien lieferten erste Hinweise für die Wirksamkeit der IPT in weiteren Indikationsbereichen sowie für variierende Therapieformate, zum Beispiel Gruppentherapie bei posttraumatischer Belastungsstörung. Im Bereich der Substanzabhängigkeiten konnte eine Überlegenheit der IPT gegenüber der Vergleichsgruppe nicht bestätigt werden. In der Behandlung der sozialen Phobie erwies sich die IPT einer supportiven Kontrollgruppe als nicht überlegen und der KVT als signifikant unterlegen. Eine aktuelle und detaillierte Übersicht zum Stand der Wirksamkeitsüberprüfung der IPT ist bei Schramm zu finden. Überblick Indikationen und Kontraindikationen Nach Schramm gelten für die IPT folgende Indikationsbereiche. Abgesicherte Indikation Akute unipolare Major-Depression, wobei der Beginn der Depression möglichst mit belastenden Lebensereignissen bzw. Lebensphasen in Zusammenhang steht. Kontraindikationen Psychotische, depressive oder manische Merkmale Komorbide Substanzabhängigkeit Vorgeschichte von schwerer, komplexer Traumatisierung Ausgeprägte Persönlichkeitsstörung Andere primäre psychiatrische Störung Reine Dysthymie sowie fehlende Hinweise auf die Relevanz eines interpersonellen Problembereichs Überblick Ende Der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie formulierte in seinem Gutachten von 2006 zur wissenschaftlichen Anerkennung der IPT, dass die IPT aufgrund positiver Wirksamkeitsnachweise in den Indikationsbereichen der affektiven Störungen, depressive Episoden, bipolare Störung und rezidivierende depressive Störungen in Kombination mit Pharmakotherapie und Essstörungen, Bulimia nervosa und Binge Eating Disorder, als wissenschaftlich anerkannt gelten kann. Angesichts fehlender oder unzureichender Wirksamkeitsnachweise in anderen Störungsbereichen wurde die IPT allerdings nicht als Verfahren für die vertiefte Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten empfohlen. Gleiches gilt für den Bereich der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie. Für keinen Störungsbereich konnte hier die wissenschaftliche Anerkennung der IPT festgestellt werden. Die IPT gehört damit bislang nicht zu den Richtlinienverfahren, die in Deutschland von den Krankenkassen erstattet werden. Es ist anzunehmen, dass IPT-Techniken in Deutschland zurzeit im Rahmen von KVT- oder PD-Behandlungen angeboten und abgerechnet werden. Berücksichtigt werden muss an dieser Stelle, dass der Begutachtung der wissenschaftlichen Anerkennung der IPT empirische Arbeiten zugrunde liegen, die bis zum Jahr 2006 veröffentlicht wurden. Neuere und zukünftige Ergebnisse zur Wirksamkeit der IPT in einem breiten Indikationsbereich werden ausschlaggebend dafür sein, ob sich die IPT als psychotherapeutisches Richtlinienverfahren etablieren wird. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 2 Therapieverfahren Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Kühl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.sprenger.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 6 Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy CBASP Von Nikola Stenzel, Daniel Keil und Tobias Fehlinger Abschnitt 6.1 Beschreibung Unterabschnitt 6.1.1 Besonderheiten chronisch depressiver Erkrankungen Neueren Erkenntnissen zufolge verlaufen 20 bis 30 Prozent aller Depressionen chronisch. Als chronisch wird eine Depression bezeichnet, wenn sie länger als zwei Jahre anhält, unabhängig von den in dieser Zeit erfolgten Behandlungsversuchen. Siehe Kapitel 4, Band 1. Der Beginn der chronisch-depressiven Symptomatik liegt in 70 Prozent der Fälle vor dem 21. Lebensjahr. Bei den Betroffenen besteht eine hohe Komorobidität zu Achse-1-Störungen, Angsterkrankungen, Substanzmissbrauch und Achse-2-Störungen, zum Beispiel Cluster-C-Persönlichkeitsstörungen. Mehrere Studien belegen, dass chronische Depressionen im Vergleich zu anderen Depressionsformen mit höherer psychosozialer Beeinträchtigung und höherer Inanspruchnahme des Gesundheitssystems einhergehen. Die Betroffenen begehen häufiger Suizidversuche, müssen öfter stationär aufgenommen werden und haben einen höheren Medikamentenbedarf. Während sich für die Behandlung episodischer Depressionen durch kognitive Verhaltenstherapie, KVT, siehe Kapitel 3, oder interpersonelle Psychotherapie, IPT, siehe Kapitel 5, zumindest initial recht gute Effekte ergeben, sind chronische Depressionen sehr viel schwerer zu behandeln. Vergleicht man die Therapie-Erfolgsraten beider Patientengruppen, sprechen die chronisch-depressiven Patienten sowohl auf Medikation als auch auf Psychotherapie schlechter an. Zudem ist die Spontanremissionsrate von chronischer Depressionen sehr gering, unter 10%. Unterabschnitt 6.1.2 Theoretischer Hintergrund Zur Optimierung der Behandlung chronisch-depressiver Patienten hat James McCullough das Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy, CBASP, entwickelt. Definition Das Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy, CBASP, ist ein psychotherapeutisches Konzept, das speziell für die Behandlung chronischer Depressionen entwickelt wurde. Definition Ende Dieser eklektizistische Ansatz greift auf Sichtweisen und Techniken aus kognitiven, emotionsfokussierten, verhaltenstherapeutischen, interpersonellen und psychodynamischen Verfahren zurück. McCullough integrierte diese zu einem speziell auf chronisch-depressive zugeschnittenen Behandlungsprogramm. Der zugrunde liegende Gedanke bei CBASP ist, dass chronisch-depressive Patienten bezüglich ihrer Psychopathologie einige Besonderheiten aufweisen, die sie für bestehende Therapieansätze weniger zugänglich machen. In Anlehnung an Piaget und psychodynamische Störungsmodelle geht McCullough davon aus, dass Menschen mit chronischer Depression Defizite in ihrer kognitiv-emotionalen Entwicklung aufweisen, welche auf traumatisierende, interpersonelle Erfahrungen der Betroffenen zurückgeführt werden können, zum Beispiel emotionale Vernachlässigung, frühe Verlusterfahrungen, Misshandlungen. Diese Defizite äußern sich nach McCullough vor allem darin, dass die Wahrnehmung chronisch-depressiver Personen von ihrer Umwelt entkoppelt ist. Damit ist gemeint, dass die Wahrnehmung der Betroffenen so stark von ihrer durch interpersonelle Lernerfahrungen geprägten, negativen Weltsicht beeinflusst wird, dass sie nicht richtig mitbekommen, wie sich ihr Umfeld ihnen gegenüber tatsächlich verhält. Stattdessen neigen sie dazu, Reaktionen von Mitmenschen, zum Beispiel als feindselig oder gegen sie gerichtet, zu interpretieren. Durch diese Entkopplung von Wahrnehmung und Realität verringert sich die Sensitivität der Betroffenen für wichtige interpersonelle Signale und damit die Fähigkeit, angemessen und effektiv auf ihre Umwelt zu reagieren. Gleichzeitig wird das Verhalten der Betroffenen nicht mehr durch äußere Konsequenzen gesteuert. Der ängstlich vermeidende Lebensstil, den viele Betroffene aufgrund ihrer frühen negativen Erfahrungen herausgebildet haben, wirkt sich zusätzlich nachteilig aus und unterstützt diesen negativen Teufelskreis aus Misstrauen und Rückzug. McCullough geht davon aus, dass die Betroffenen aufgrund dieser kognitiven Probleme im zwischenmenschlichen Kontext häufig Misserfolge erleben und weniger positive zwischenmenschliche Beziehungen entwickeln. Der damit verbundene Mangel an positiven sozialen Bindungen und Interaktionen wird als zentrale Ursache für die Entwicklung und Chronifizierung depressiver Symptome gesehen. Darüber hinaus wird bei CBASP davon ausgegangen, dass chronisch depressive Menschen aufgrund ihrer psychopathologischen Besonderheiten nicht in der Lage sind, ihre egozentrische depressive Weltsicht zu korrigieren, auch wenn sie andere Erfahrungen machen. Es fehlen ihnen die notwendigen Voraussetzungen, um von üblicher therapeutischer Kommunikation und üblichen Interventionen, zum Beispiel KVT, profitieren zu können. Mithilfe von direkt auf diese Problematik zugeschnittenen Interventionen soll die Wahrnehmung der Patienten geschult und ihr dysfunktionales Verhalten verändert werden. Abschnitt 6.2 Praktisches Vorgehen Unterabschnitt 6.2.1 Behandlungsziele Die CBASP-Therapie verfolgt folgende Therapieziele. Der chronisch depressive Patient soll lernen, die unmittelbaren Konsequenzen seines dysfunktionalen Verhaltens zu erkennen. So entsteht zum Beispiel dadurch, dass die Betroffenen sich in vielen Situationen voreingenommen verhalten, zum Beispiel feindselig, zurückhaltend oder misstrauisch, oft eine negative, distanzierte Interaktion mit ihren Mitmenschen. Die Betroffenen isolieren sich, es gelingt ihnen nicht, ihre Bedürfnisse durchzusetzen, etc. Die daraus häufig resultierende Frustration im Umgang mit anderen verstärkt depressive Tendenzen. Der Patient soll lernen, den Stimuluscharakter einzuschätzen, den er für andere hat, sowie erkennen, welchen Stimuluswert andere für ihn haben. Damit ist gemeint, dass er erkennen soll, wie er auf andere wirkt, beziehungsweise welche Reaktionen sein Verhalten bei anderen hervorruft und umgekehrt. Er soll neue Fertigkeiten und Bewältigungsstrategien in den für ihn bisher als frustrierend erlebten interpersonellen Situationen erlernen. Der Patient soll lernen, wie er sich verhalten kann, damit er im Umgang mit anderen öfter das erreicht, was er erreichen möchte. Zusätzlich sollen, wenn notwendig, frühe interpersonelle Traumata bearbeitet werden, die den Patienten und seine soziale Wahrnehmung geprägt haben. Da nach McCullough bei Personen mit chronischer Depression die meisten Probleme im interpersonellen Bereich auftreten, liegt der Fokus der CBASP-Therapie auf dem interpersonellen Lernen. Im Laufe der Behandlung werden sowohl Alltagssituationen des Patienten als auch interpersonelle Situationen in der Therapie in Form der Beziehung zum Therapeuten als Lernumgebung für den Patienten genutzt. Auf diese Behandlungsmethoden soll im Folgenden genauer eingegangen werden. Unterabschnitt 6.2.2 – Spezifische Behandlungsmethoden und Vorgehensweisen Teilabschnitt 6.2.2.1 – Situationsanalyse und Fertigkeitstraining Ziel der Situationsanalyse ist es, dass die Patienten mithilfe strukturierter Analysen konkreter interpersoneller Alltagssituationen lernen, ihr Verhalten und die daraus entstehenden Konsequenzen besser einzuschätzen. Dazu werden in der Therapie interpersonelle Situationen analysiert, die für den Patienten unbefriedigend verlaufen sind. Beispiel, ein Patient ließ sich an der Arbeitsstelle von einem Kollegen über Stunden aufbürden, obwohl er einen wichtigen anderen Termin hatte. Daran anknüpfend wird erarbeitet, welche Denk- und Verhaltensweisen das Erreichen der Ziele des Patienten wahrscheinlicher machen würden. Im Folgenden wird der prototypische Ablauf einer Situationsanalyse kurz skizziert. In Tabelle 6.1 im gedruckten Buch ist ein entsprechendes Beispiel dargestellt. Die Situationsanalyse gliedert sich in zwei Phasen, eine Explorationsphase und eine Lösungsphase. Im Rahmen der Explorationsphase soll der Patient ein Verständnis dafür entwickeln, warum eine Situation für ihn unbefriedigend verlaufen ist. Schritt 1. Der Patient schildert zunächst eine kurze, klar umrissene Situation aus seinem Alltag, die nicht so verlaufen ist, wie er es sich gewünscht hat. Diese soll er aus der Beobachterperspektive beschreiben, das heißt, seine eigenen Gedanken und Gefühle gehen nicht in die Beschreibung mit ein. Schritt 2. Es wird erarbeitet, wie der Patient die Situation für sich wahrgenommen und interpretiert hat. An dieser Stelle können sowohl Gedanken des Patienten in der Situation als auch Gefühle festgehalten werden. Schritt 3. Der Patient soll schildern, wie er sich konkret in der Situation verhalten hat. Dafür werden sowohl verbale als auch nonverbale Aspekte des Verhaltens einbezogen. Es wird wieder aus der Beobachterperspektive beschrieben. Schritt 4. Es wird festgehalten, wie die Situation ausgegangen ist. Tatsächliches Ergebnis. Schritt 5. Der Patient soll konkret beschreiben, welchen Ausgang der Situation er sich gewünscht hätte. Erwünschtes Ergebnis. Das gewünschte Ergebnis sollte prinzipiell erreichbar und vom Patienten selbst zu beeinflussen sein. Oft fällt es den Patienten zu Beginn der Behandlung schwer, ein erwünschtes Ergebnis so zu formulieren, dass es in ihrem eigenen Einflussbereich liegt. Im Beispiel der Tabelle würde der Patient antworten, er soll nicht immer mich fragen. Das erwünschte Ergebnis wird dann so umformuliert, dass es für den Patienten potenziell erreichbar ist. Ich möchte ihm sagen, dass ich auch pünktlich Feierabend machen möchte. Schritt 6 und 7. Im Folgenden werden tatsächliches und erwünschtes Ergebnis der Situation einander gegenübergestellt und der Patient wird dazu angehalten, diese zu vergleichen. Vor allem zu Beginn der Therapie erreichen die Patienten oft nicht das erwünschte Ergebnis. Durch den Vergleich von tatsächlichem und erwünschtem Ergebnis werden bei dem Patienten daher oft starke negative Emotionen hervorgerufen. Durch die Erarbeitung des adaptiven Verhaltens in der Lösungsphase und die Durchführung entsprechender Rollenspiele reduziert sich der negative Effekt. Mit dem Prinzip der negativen Verstärkung soll also die Erarbeitung und spätere Anwendung des adaptiven Verhaltens gefördert werden. Im Rahmen der Lösungsphase wird zusammen mit dem Patienten erarbeitet, wie er selbst sein erwünschtes Ergebnis besser erreichen kann. Schritt 1. Zunächst werden die Interpretationen des Patienten näher betrachtet. Eine funktionale Interpretation sollte in der Situation verankert sein, das heißt zutreffend beschreiben, was objektiv in der Situation geschieht. Zusätzlich soll die Interpretation dem Patienten dabei helfen, sein gewünschtes Ergebnis zu erreichen. Wenn eine Interpretation diese Kriterien nicht erfüllt, wird sie gestrichen und gegebenenfalls revidiert. Im Anschluss an die Überprüfung der Interpretationen wird zusammen mit dem Patienten eine adaptive, also günstigere Handlungsinterpretation, in der Therapie auch einfach Schlachtruf genannt, entwickelt. Was könnten Sie sich sagen, das Ihnen hilft, sich so zu verhalten, wie Sie sich verhalten möchten? Schritt 2. Therapeut und Patient erarbeiten das adaptive, interpersonelle Verhalten und üben es ein. Häufig muss der Patient dabei eine neue Fertigkeit erwerben, zum Beispiel anderen widersprechen oder eigene Bedürfnisse klar äußern oder sich im Gebrauch dieser Fertigkeit üben. Dies erfolgt in Form von Rollenspielen. Das Verhalten des Patienten soll dabei sukzessive geschapt, ausgeformt werden. Schritt 3 und 4. Zum Abschluss wird zur Generalisierung des Gelernten gemeinsam mit dem Patienten herausgearbeitet, was er durch die Situationsanalyse gelernt hat und wie dies auf weitere Situationen anzuwenden ist. Teilabschnitt 6.2.2.2 Interpersonelle Strategien Ein wichtiger Teil der CBASP-Therapie ist die Arbeit mit interpersonellen Strategien. Aus diesem Grund ist die therapeutische Beziehung im CBASP von großer Bedeutung. Um interpersonelles Lernen zu ermöglichen, muss der Therapeut für den Patienten zu einer wichtigen Bezugsperson werden und ihm eine neue interpersonelle Realität vermitteln. Dafür ist es erforderlich, dass sich der Therapeut in der Therapie auch in gewissem Maße persönlich einbringt. DPI – Disciplined Personal Involvement Das bedeutet, dass der Therapeut authentisch auf den Patienten reagiert und sich in bestimmten Therapiesituationen selbst öffnet und seine Gefühle und Gedanken preisgibt. Voraussetzung dafür ist zum einen die Bereitschaft des Therapeuten, offen mit persönlichen Gefühlen, Haltungen und Reaktionen auf den Patienten einzugehen. Zum anderen ist es wichtig, dass der Therapeut die kritischen Punkte in den interpersonellen Kontakten des Patienten genau kennt und versteht, wie das Denken und Verhalten des Patienten von seinen Bezugspersonen beeinflusst und geprägt wurde. Aus diesem Grund wird in den ersten Sitzungen gemeinsam mit dem Patienten eine Übertragungshypothese erarbeitet. Zur Erarbeitung der Übertragungshypothese wird zunächst zusammen mit dem Patienten eine Liste prägender Bezugspersonen, Significant Other History, erstellt. Dabei soll der Patient die Personen nennen, die seiner Meinung nach maßgeblichen Einfluss auf sein Leben genommen und ihn geprägt haben, zum Beispiel der Vater, die Mutter, ein Lehrer, die erste Beziehung etc. Im nächsten Schritt werden Informationen über die Bezugspersonen und den Einfluss, den sie auf den Patienten hatten, gesammelt. Dafür stellt der Therapeut zum Beispiel folgende Fragen. Welche Auswirkungen hatte das Verhalten ihrer Mutter auf ihr Leben? Auf welche Weise hat die Beziehung zu ihrer Mutter sie geprägt? Zum Beispiel Beschreibung der Mutter. Sie war immer sehr streng und hat mein Verhalten genau beobachtet. Wenn ich einen Fehler gemacht habe oder sie mit mir unzufrieden war, habe ich Hausarrest und Schläge bekommen. Positive Dinge wurden hingegen als selbstverständlich betrachtet. Daraus werden kausale Schlussfolgerungen, Stempel oder Prägungen erarbeitet. Zum Beispiel, das Verhalten meiner Mutter führte dazu, dass ich heute auf folgende Weise über mich denke. Weil meine Mutter mir vermittelte, dass man immer alles hundertprozentig machen muss und für Fehler bestraft wird, fühle ich mich, als ob ich ein wertloser Mensch bin, wenn ich etwas falsch mache. Im Folgenden wird gemeinsam mit dem Patienten erarbeitet, welche Auswirkungen diese Erfahrungen auf die therapeutische Beziehung haben können. Dabei spielen vier Übertragungsbereiche eine besondere Rolle. Nähe, Intimität, Scheitern, Versagen, Äußern emotionaler Bedürfnisse sowie Ausdruck negativen Affektes. Zu diesen Bereichen werden therapeutische Übertragungshypothesen erarbeitet. Ein Beispiel für den Bereich Scheitern, Versagen könnte sein, wenn ich in der Therapie einen Fehler mache, wird mein Therapeut mich abwerten und sich von mir abwenden. Die Übertragungshypothese sagt also vorher, welche Reaktion der Patient in kritischen interpersonellen Situationen, Hotspots, vom Therapeuten erwartet und wie der Patient selbst in solchen Situationen reagieren wird. Sie ist eine wichtige Voraussetzung für die interpersonelle Diskriminationsübung. Mithilfe der interpersonellen Diskriminationsübung, IDÜ, soll der Patient am konkreten Beispiel neue interpersonelle Lernerfahrungen machen. McAuliffe geht davon aus, dass es im Rahmen der Therapie zu potenziell problematischen Übertragungssituationen, Hotspots kommt, in denen der Patient aufgrund seiner Erfahrungen vom Therapeuten ein bestimmtes Verhalten erwartet. Ein entsprechendes Beispiel in unserem Fall wäre, wenn der Patient verspätet zum Therapietermin erscheint. Er würde in diesem Fall ein ablehnendes Verhalten des Therapeuten erwarten, wie es aufgrund seiner Übertragungshypothese formuliert ist. Der Therapeut, der die Übertragungshypothese kennt, würde sich nun inkonsistent zu den Erwartungen des Patienten verhalten. Er wäre teilnahmsvoll, würde sich nach dem Grund der Verspätung erkundigen und Verständnis zeigen, zum Beispiel mithilfe des disziplinierten persönlichen Sich-Einlassens. Wissen Sie, eigentlich bin ich einfach froh, dass Sie es heute hierher geschafft haben. Ich weiß ja, dass es Ihnen momentan nicht gut geht und Sie durch Ihre Arbeitssituation sehr belastet sind. Ich hatte mir schon Sorgen um Sie gemacht. Dieses inkonsistente Verhalten allein würde jedoch wahrscheinlich nicht ausreichen, um die Sichtweise des chronisch-depressiven Patienten zu verändern. Aufgrund seiner von der Umwelt entkoppelten Wahrnehmung würde der Patient vielleicht noch nicht einmal realisieren, dass der Therapeut sich anders verhält als erwartet. Deswegen wird der Patient explizit dazu angeleitet, zwischen dem tatsächlichen Verhalten des Therapeuten und dem erwarteten negativen Verhalten seiner Bezugspersonen systematisch zu differenzieren. Dazu kann der Therapeut zum Beispiel folgende Fragen stellen. Wie würde Ihre Mutter oder Vater, Ehemann reagieren, wenn... Wie habe ich gerade reagiert? Wie unterscheidet sich meine Reaktion von der Ihrer Mutter? Was bedeutet das? Fragen dieser Art fördern das Diskriminationsvermögen des Patienten. Die negativen interpersonellen Erfahrungen des Patienten und das reale Verhalten des Therapeuten werden dabei systematisch gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung soll dazu dienen, dem Patienten neue Lernerfahrungen in Bezug auf die relevanten Übertragungssituationen zu ermöglichen. Unterabschnitt 6.2.3 CBASP im stationären Setting CBASP ist in seiner ursprünglichen Form als ambulante Psychotherapie entwickelt worden. Eine große Zahl chronisch depressiver Patienten wird jedoch in Deutschland im Laufe ihrer Erkrankung zusätzlich stationär behandelt. Um zu berücksichtigen, dass im stationären Setting neben der Einzel- auch Gruppentherapie eine große Rolle spielt, wurde im Universitätsklinikum Freiburg in Anlehnung an die ambulante CBASP-Therapie ein stationäres, multidisziplinäres CBASP-Konzept entwickelt. Dabei wird die CBASP-Einzeltherapie durch eine CBASP-Gruppentherapie sowie CBASP-Bezugspflegegespräche und andere spezifische Konzepte, zum Beispiel Körper- und Bewegungstherapie, ergänzt. Idealerweise ist das gesamte Stationsteam, Ärzte, Psychologen, Fachtherapeuten und Pflegepersonal in der Umsetzung der CBASP-Strategien geschult. Vor allem die CBASP-Gruppentherapien erweisen sich als eine sehr sinnvolle Ergänzung, da die Patienten dabei durch Modelllernen und Rollenspiele voneinander profitieren können. Erste Studien weisen darauf hin, dass das Konzept gut durchführbar ist und vielversprechende, kurz- und langfristige Ergebnisse erzielt. Mittlerweile haben einige Kliniken das stationäre CBASP-Konzept bzw. Teile davon auf Depressionsstationen implementiert. Abschnitt 6.3 Empirische Absicherung CBASP wurde von McCullough speziell für chronische Depressionen entwickelt und an die Besonderheiten dieser Patientengruppe angepasst. Aus diesem Grund hat es einen relativ engen Indikationsbereich und wurde bisher nur an chronisch-depressiven Patienten evaluiert. Da CBASP ein relativ neues Verfahren ist, ist die Überprüfung der Wirksamkeit noch nicht vollständig abgeschlossen. In einer multizentrischen Studie an chronisch-depressiven Patienten wurde die Wirkung einer Kombinationstherapie aus CBASP und einem Antidepressivum mit der Wirkung von Monotherapien, CBASP oder ein Antidepressivum verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass CBASP genauso wirksam war wie die Monotherapie mit dem Antidepressivum und dass die Kombinationstherapie, CBASP und Antidepressivum von allen drei Treatments die besten Effekte aufwies. Weitere Analysen dieser Daten zeigten, dass bei chronisch-depressiven Patienten mit einer Vorgeschichte von frühkindlicher Traumatisierung die Behandlung mit CBASP einer rein medikamentösen Behandlung überlegen war. Darüber hinaus zeigte sich, dass CBASP auch als Erhaltungstherapie wirksam war. Nach zwölf Monaten wies die Patientengruppe, die mit CBASP weiterbehandelt worden war, eine geringere Rückfallrate auf, als die Gruppe, bei denen nur noch in regelmäßigen Abständen Testungstermine stattfanden. Bei der Interpretation der eben beschriebenen Ergebnisse muss beachtet werden, dass sie alle auf der gleichen Stichprobe beruhen. Ihre Generalisierbarkeit ist also möglicherweise eingeschränkt. Jedoch wurden mittlerweile auch weitere positive Wirksamkeitsstudien publiziert. In einer randomisiert kontrollierten Studie von Schramm et al.i. wurde eine Gruppe chronisch-depressiver Patienten mit CBASP, die andere mit IPT behandelt. Nach Abschluss der Behandlung zeigten sich signifikant höhere Remissionsraten in der CBASP-Gruppe als in der IPT-Gruppe. 57% versus 20%. In einer anderen Studie zur Effektivität von CBASP zeigten sich weniger eindeutige Ergebnisse. In dieser Studie erhielten chronisch-depressive Patienten, die auf eine medikamentöse Behandlung ihn nicht angesprochen hatten, Phase 1, im Anschluss entweder ein weiteres Medikament, supportive Psychotherapie oder CBASP, Phase 2. Im Vergleich zu der Medikamentengruppe konnte jedoch keine der beiden Psychotherapieformen den Behandlungserfolg steigern. Auch die zwei Psychotherapien unterschieden sich nicht in ihrer Wirksamkeit. Kritiker monieren, dass die Bedingungen für psychotherapeutische Interventionen in dieser Untersuchung nicht optimal waren. So bestand die Stichprobe möglicherweise aus Patienten, die sich vor allem auf die medikamentöse Behandlung einließen und die Psychotherapie eher als Anhängsel akzeptierten. Verschiedene Studien zeigen nämlich, dass Therapiepräferenz und Erwartungen des Patienten einen wichtigen Einfluss auf das Behandlungsergebnis haben. Außerdem war die Anzahl der therapeutischen Sitzungen in der Studie relativ gering, ca. 12,5 bei CBASP und 13,1 bei der supportiven Psychotherapie. Neuere Studien aber zeigen, dass bei chronischen Depressionen deutlich mehr Sitzungen, mindestens 18 erforderlich sind, um Therapieerfolge zu realisieren. Trotzdem sind weitere Untersuchungen zur Wirksamkeit von CBASP notwendig. Dabei sollte vor allem die Wirksamkeit im Vergleich mit anderen evidenzbasierten Verfahren untersucht und der Frage nach der differenziellen Wirksamkeit für bestimmte Patientengruppen nachgegangen werden. Aktuell wird die Wirksamkeit von CBASP sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland durch große multizentrische Studien untersucht, wobei CBASP in der deutschen Studie mit der Wirksamkeit von supportiver Psychotherapie, S-Y-S-P, bei Patienten mit frühem Depressionsbeginn verglichen wird. Für diese und die niederländische Studie liegen jedoch noch keine Ergebnisse vor. Die erwähnte erste offene Studie zum stationären Konzept konnte positive kurz- und langfristige Effekte zeigen. Daher wird auch dieses Konzept nun in Form einer randomisiert kontrollierten Studie weiter hinsichtlich Wirksamkeit, Prädiktoren und Wirkmechanismen untersucht. Nach wie vor ist CBASP die einzige Therapieform, für die bei chronischer Depression in einer randomisierten Studie ein wesentlicher additiver Effekt zu Pharmakotherapie gezeigt werden konnte. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 2 Therapieverfahren Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag Gelesen von Philipp Köhl Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 7 Psychodynamische Therapien von Martha Philippeck, Maike Hartmann und Sarah Schneider Abschnitt 7.1 Beschreibung Die Bezeichnung Psychodynamische Psychotherapie wird vom Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie, WBP, als Oberbegriff für verschiedene aus der Psychoanalyse hervorgegangene Therapieformen verwendet. Siehe Exkurs Die Psychoanalyse wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts von dem Wiener Neurologen Sigmund Freud, 1856 Freiberg-Mehren bis 1939 London, begründet. Er ging davon aus, dass das menschliche Handeln, Erleben und Denken von unbewussten und dynamischen psychischen Kräften beeinflusst wird. Auf dieser Annahme basiert Freuds Instanzenmodell, nachdem sich das psychische System in drei Komponenten gliedert. Es, Triebe instinktive Bedürfnisse, Ich, mit vielfältigen Funktionen, unter anderem Denken, Wahrnehmung, Steuerung, Abwehrmechanismen und Über-Ich, elterliche und gesellschaftliche Werte, Geh- und Verbote, Moralvorstellungen. Freuds Konzept des Unbewussten beeinflusste diverse Disziplinen, zum Beispiel Entwicklungspsychologie, Psychopathologie, Psychotherapie, Sozial- und Kulturtheorie, etc. Freuds Schüler, zum Beispiel Jung und Adler, entwickelten die freudschen Theorien weiter. Dadurch, dass viele jüdische Psychoanalytiker während des Nationalsozialismus Deutschland verließen, entwickelten sich unabhängig voneinander, vor allem in London und den USA, neue Zentren, was der Entstehung diverser psychoanalytischer Schulen Vorschub leistete. Zu den wichtigsten gehört die Ich-Psychologie nach Anna Freud, später Hartmann, die Selbstpsychologie nach Kohut und die Objektbeziehungstheorie nach Klein, später Barlind und Winnicott. Der Wechsel von der Ein-Personen-Psychologie, Triebtheorie und Ich-Psychologie, zur Zwei-Personen-Psychologie, Objektbeziehungstheorie und Selbstpsychologie, in welcher nicht mehr eingeschlossenes, intrapsychisches System im Fokus steht, sondern Objekt-Beziehungserfahrungen, Beziehungserfahrungen, kennzeichnet den ersten Paradigmenwechsel in den psychodynamischen Ansätzen. Insbesondere in der amerikanischen Selbstpsychologie, Kohut, und der englischen Objekt-Beziehungstheorie, Klein, Bieren, Meltzer, wandte sich das Interesse von der Trieblehre, der psychosexuellen Entwicklung des Kindes und dessen innerseelischen Konflikten, mit dem Oedipus-Komplex als zentralem Konflikt nach Freud, ab und hin zu den frühen, prä-ödipalen, zwischenmenschlichen Beziehungserfahrungen. Diese gelten als von Trieben motiviert und schlagen sich in Form von inneren Objekten und Objektbeziehungen nieder, als Basis für die Entwicklung des Selbst. Nach dem Tod Freuds 1939 entwickelte sich in London eine Controversial Discussion zwischen den Trieb- und Ich-Psychologen einerseits und den Objekt-Beziehungstheoretikern andererseits. Es kam zur Bildung einer Middlegroup, zu der auch Barlind und Winnicott gehörten, deren Fokus sich auf die Beobachtung der realen Interaktion zwischen Mutter bzw. der frühen Bezugsperson und Kind richtete und die das klassisch-psychoanalytische Prinzip der Deutung um das Prinzip der entwicklungsfördernden Beziehung ergänzte. In jüngster Zeit zeichnet sich ein weiterer Paradigmenwechsel innerhalb der psychodynamischen Ansätze ab, die intersubjektive Wende. Die Intersubjektivisten, allen voran Stolorow, Brandschaft und Edwood, betrachten das selbst nicht mehr als intrapsychische Struktur, sondern als Resultat einer wechselseitigen, intersubjektiven Bezogenheit. Eine Differenzierung der verschiedenen psychodynamischen Behandlungsansätze lässt sich anhand der zugrunde liegenden theoretischen Annahmen, Therapiedauer, Setting und Art der therapeutischen Interventionen – Abstinenz und Neutralität versus aktives und unterstützendes Vorgehen des Therapeuten – vornehmen. Diese bestehenden Unterschiede bieten dem WBP zufolge jedoch keine wissenschaftliche Grundlage dafür, die verschiedenen psychodynamisch orientierten Psychotherapien als unterschiedliche Verfahren zu betrachten. Sozialrechtlich gelten heute in Deutschland die tiefenpsychologisch fundierte und die analytische Psychotherapie als zweigetrennte Verfahren. Daher empfiehlt er, die psychodynamischen Psychotherapien als ein Verfahren anzusehen. Zudem stellen eine Reihe zentraler Thesen und Grundannahmen eine gemeinsame Basis dar. Siehe Tabelle 7.1 im gedruckten Buch. Definition Unter einem strukturellen Defizit versteht man Defizite der Persönlichkeitsstruktur oder Defizite bezüglich psychischer Funktionen, die zum Beispiel für die Selbst- und Fremdwahrnehmung, für die Steuerung von Affekten, Impulsen und Beziehungen sowie für Abwehr, Kommunikation, Bindung oder Beziehungsgestaltung wichtig sind. Es wird davon ausgegangen, dass strukturelle Defizite durch unzureichende Entwicklungsbedingungen oder Beziehungserfahrungen, in denen die Bedürfnisse des Kindes nicht hinreichend befriedigt wurden, im Extremfall durch frühe Traumatisierungen, entstehen. In diesem Zusammenhang wird auch von strukturellen Störungen gesprochen. Definition Ende Unterabschnitt 7.1.1 Diagnostik Auf objektive Methoden wurde in den psychodynamischen Therapien lange verzichtet. Auch aktuell wird ein wenig strukturiertes Vorgehen weiterhin bevorzugt. Dadurch soll zum einen der Patient die Möglichkeit bekommen, den Gesprächsverlauf, die Szene, unbewusst zu gestalten. Zum anderen soll der Therapeut die Möglichkeit bekommen, die subjektive Realität des Patienten sowie seine Beziehungsgestaltung zu erfassen. Beides liefert dem behandelnden Therapeuten Informationen, die ihm bei der Diagnostik behilflich sein sollen. Auf eine Richtungsänderung deutet die 1996 erschienene Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik, OPD, hin. Sie wird zunehmend als psychodynamische Ergänzung zu den deskriptiven und phänomenologischen Diagnosemanualen ICD-10 und DSM-4 eingesetzt. Die 2006 erschienene zweite Version, OPD-2, ist kein rein diagnostisches Instrument mehr, sondern soll auch unmittelbar zur Therapieplanung, Ressourcenerfassung und Veränderungsmessung dienen. Überblick Achsen der OPD Bei der OPD handelt es sich um ein multiaxiales System, das aus folgenden fünf Achsen besteht. 1. Krankheitserleben und Behandlungsvoraussetzungen 2. Beziehung 3. Konflikt Individuation vs. Abhängigkeit Konflikt zwischen Strebungen nach Abhängigkeit, Geborgenheit einerseits und Autonomie andererseits Unterwerfung vs. Kontrolle Konflikt zwischen den Strebungen nach Herrschaft, Macht und Kontrolle einerseits und der Hingabe und Unterwerfung andererseits Autarkie vs. Versorgung Konflikt zwischen dem Bedürfnis nach Hilfe, Passivität einerseits und Selbstständigkeit, Aktivität andererseits Selbstwertkonflikt Selbstwertkonflikt Konflikt zwischen den Strebungen nach Idealisierung anderer mit korrespondierender Selbstentwertung und Gefühlen von Minderwertigkeit einerseits und kompensatorischer Selbstidealisierung und Überhöhung andererseits Schuldkonflikt Schuldkonflikt Übermäßige Schuldannahme vs. gänzliche Ablehnung bzw. Zuweisung der Schuld an andere Ödipalsexuelle Konflikte Erlangen vs. Vermeiden von Anerkennung der körperlichen Attraktivität als Mann-Frau Identitätskonflikt Ein Gefühl von Identitätsunsicherheit und Inkonstanz wird chronisch oder rezidivierend empfunden vs. überspielt, z.B. durch Identifizierung mit sozialen oder beruflichen Rollen Viertens Struktur Selbst- und Objektwahrnehmung, Steuerung von Affekten, Impulsen und Beziehungen, Kommunikation nach innen und außen, Bindung an innere und äußere Objekte Und 5. Psychische und psychosomatische Störungen gemäß ICD-10 Überblick Ende Gemeinsames therapeutisches Bestreben der verschiedenen psychodynamisch orientierten Ansätze ist es, dass Patienten einen sinnvollen Zusammenhang zwischen den vergangenen Erfahrungen, dem dort und damals, und dem gegenwärtigen Erleben, dem hier und jetzt herstellen Um dies zu erreichen, wird unter anderem darauf hingearbeitet, die Einsicht des Patienten in seine Gefühle, Erlebens- und Verhaltensmotive zu fördern Der Patient soll so ein Verständnis für seine aktuellen Schwierigkeiten entwickeln, wodurch eine anschließende Veränderung des Erlebens und Verhaltens bzw. eine größere Selbstakzeptanz sowie eine Überwindung der Probleme bewirkt werden soll Häufig steht nicht das Symptom selbst im Fokus der Behandlung, sondern das Aufdecken der unbewussten Hintergründe, die zum Entstehen des Symptoms geführt haben können, oder das Aufdecken der symbolischen Bedeutung der Symptome Die angewandte Methodik ist die sogenannte Hermeneutik, d.h. ein deutendes und interpretierendes Vorgehen Abschnitt 7.2 Psychodynamische Therapieverfahren Unterabschnitt 7.2.1 Psychoanalyse Die Psychoanalyse gehört zu den psychodynamischen Langzeittherapien und sieht sich selbst als intensivste Form psychodynamischer Psychotherapie Sie betrachtet sich als Verfahren, das auf eine Veränderung der Persönlichkeitsstruktur abzielt Basis für diese grundlegende Veränderung des Patienten, Analysanten, ist der Aufbau einer intensiven emotionalen Beziehung mit dem Analytiker Unbewusste Konflikte sowie konfliktbehaftete frühere Beziehungserfahrungen und Muster des Analysanten sollen aktiviert und in der Beziehung zum Analytiker durch Übertragung wiedererlebt und positiv gelöst werden Emotional korrigierende Erfahrung Der Fokus liegt dabei auf dem subjektiven Realitätserleben des Patienten Eine wichtige Rolle bei der Behandlung spielt der Regressionsprozess, d.h. ein zeitlich begrenzter Rückzug auf frühere psychische Entwicklungsstufen In der klassischen Psychoanalyse geht der Analysant im Laufe der Behandlung aus einer dem Analytiker gegenüber sitzenden Haltung in eine entspannte Liegeposition über, aus der er den Psychoanalytiker nicht sehen kann Dieses Vorgehen soll zum einen den Analysanten von den mimischen und gestischen Einflüssen des Analytikers abschirmen und dafür sorgen, dass der Analysant so wenig wie möglich von den Einstellungen, Bewertungen und Erwartungen des Analytikers beeinflusst wird Er soll so möglichst nah bei sich, seinen Wünschen und Fantasien bleiben Zum anderen sei in dieser Position die Selbst- und Fremdkontrolle verringert was die freie Assoziation, siehe Tabelle 7.2 im gedruckten Buch, und somit auch die Regression fördere Die Psychoanalyse ist eine nicht-direktive Form der Therapie Der offene Therapieverlauf zielt darauf ab, unbewusst problematische, mentale und affektive Prozesse bewusst zu machen Um dies zu erreichen, werden die in Tabelle 7.2 wiedergegebenen therapeutischen Techniken eingesetzt In der Psychoanalyse wird davon ausgegangen, dass das Aufdecken unbewusster Motive Abwehr erzeugt Definition Ende Durchgeführt wird die Psychoanalyse häufig mit einer Frequenz von 3-5, 45-minütigen Sitzungen pro Woche und einer Dauer von 3-5 Jahren In bestimmten Fällen kann die Behandlung länger dauern, da weder Sitzungszahl noch Therapiedauer festgesetzt oder begrenzt werden Aufgrund des hohen Aufwands, der hohen Kosten und des Mangels an Zielsetzung wird diese Form der Behandlung nicht im Rahmen des deutschen Versorgungssystems durchgeführt Unterabschnitt 7.2.2 Bei der analytischen Psychotherapie handelt es sich im Grunde um eine den Rahmenbedingungen des Versorgungssystems Rechnung tragende Form der Psychoanalyse Der Fokus der Behandlung liegt im Unterschied zur klassischen Psychoanalyse stärker auf der Bewältigung der Symptome und Störungen Der Prozess wird als weniger tiefgreifend verstanden, wobei jedoch auch hier eine strukturelle Änderung und nicht lediglich die Reduktion von Symptomen angestrebt wird Bei der Durchführung bleibt die Liegeposition eine Option Manchmal sitzen sich Patient und Therapeut jedoch gegenüber Die Behandlung ist mit einer Frequenz von 1-3 50-minütigen Sitzungen pro Woche über einen Zeitraum von 1-3 Jahren weniger intensiv als die der Psychoanalyse Die vom Versorgungssystem getragene Sitzungsanzahl liegt bei maximal 240 In Ausnahmefällen bei bis zu 300, 50-minütigen Sitzungen Im Hinblick auf die Techniken bestehen zur Psychoanalyse kaum Unterschiede Unterabschnitt 7.2.3 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie In den tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapien wird den aktuellen Lebensbelastungen sowie den aktuellen sozialen und interpersonellen Beziehungen eine wichtige Rolle zugeschrieben Wodurch aktuelle psychosoziale Konflikte neben den inneren Konflikten stärker im Fokus der Behandlung stehen Diese Form der Therapie gilt als weniger intensiv und aufwendig als die Psychoanalyse oder die analytische Psychotherapie und stellt die am häufigsten eingesetzte Form der dynamischen Psychotherapie dar Die Frequenz der Sitzungen und die Dauer der Behandlung können bei der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie stark variieren Die vom Versorgungssystem getragene Sitzungszahl liegt zwischen 25 und maximal 100 50-minütigen Sitzungen welche in der Regel ein, maximal zwei Mal pro Woche stattfinden Die Frequenz der Sitzungen wird den Bedürfnissen des Patienten stärker angepasst als in der Psychoanalyse und der analytischen Psychotherapie So kann eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie zum Beispiel über einen längeren Zeitraum mit sehr niedrig frequentierten Sitzungen stattfinden etwa wenn eine andauernde therapeutische Beziehung dem Patienten zugute kommt Niederfrequente Therapie in einer längerfristig haltgewährenden therapeutischen Beziehung Einige aus der Psychoanalyse stammenden Techniken wie zum Beispiel die Deutung oder Förderung der Regression werden hier nur eingeschränkt genutzt Die Behandlung findet im Sitzen statt Die Position des Therapeuten ist wesentlich aktiver Seine Interventionen können emotional unterstützend sein oder dazu dienen, den Problemlöseprozess zu fördern Es wird insgesamt fokussierter vorgegangen Zudem finden neben den verbalen Deutungen auch nonverbale, erlebnisaktivierende Techniken ihren Platz Unterabschnitt 7.2.4 Psychodynamische Kurzzeittherapie Bei der psychodynamischen Kurzzeittherapie Sonderformen Fokaltherapie, Kurztherapie wird ein klar umrissenes Problem in einem zu Beginn der Therapie festgelegten Zeitraum behandelt Es können, wie auch in den anderen psychodynamischen Therapien innere, unbewusste Konflikte bearbeitet werden Jedoch werden diese möglichst in der Anfangsphase der Therapie identifiziert und müssen dem spezifischen und zu behandelnden Problem zugrunde liegen Die therapeutischen Interpretationen beziehen sich vor allem auf die gegenwärtigen Lebensumstände und das Verhalten des Patienten Die Behandlung findet im Sitzen von Angesicht zu Angesicht statt Die Anzahl der Sitzungen kann individuell abgesprochen werden Die Dauer kann sich mit 8 bis 25, 50-minütigen Sitzungen über 3 bis 6 Monate erstrecken In einigen Fällen können die Sitzungen in 25-minütige Sitzungen geteilt werden um die Dauer der Behandlung zu steigern Die Position des Therapeuten ist aktiv erfolgt dem Patienten nicht in alle Erlebnisbereiche sondern ist darauf bedacht den Therapieprozess durch seine Interventionen auf die besprochenen Therapieziele gerichtet zu halten Fokussierung Abschnitt 7.3 Empirische Absicherung Lange Zeit standen die Verfechter der psychodynamischen Psychotherapie einer empirischen Untersuchung der Wirksamkeit dieses Therapieansatzes ablehnend gegenüber Sie vertraten die Meinung, dass sich die Komplexität der durch die Therapie in Gang gesetzten psychischen Vorgänge mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten nicht erfassen ließe Die überzeugenden Wirksamkeitsbelege anderer Verfahren und die diesen Belegen in der Versorgungsplanung mittlerweile zugeschriebenen Bedeutung führten jedoch dazu, dass diese Position zunehmend aufgegeben wurde und sich auch die Vertreter psychodynamischer Verfahren der empirischen Wirksamkeitsprüfung zu stellen begannen Zu diesem Zweck wurden zunehmend auch manualisierte störungsbezogene psychodynamische Therapieprogramme entwickelt Im Bereich der psychodynamischen Langzeittherapien wirkt sich die traditionell kritische Haltung gegenüber empirischer Forschung jedoch nach wie vor dahingegen aus, dass methodisch hochwertige Effektivitätsnachweise etwa in Form von randomisierten kontrollierten Studien Mangelware sind beziehungsweise wie zum Beispiel für die klassische Langzeit-Psychoanalyse gar nicht existieren In der Folge existieren im Bereich psychodynamischer Langzeittherapien weniger Studien, als dies vor dem Hintergrund der Verbreitung dieser Verfahren zu erwarten wäre In den wenigen existierenden Studien wird von bedeutsamen und stabilen Effekten berichtet, welche im Rahmen einer Meta-Analyse von Leißenring und Rabung mit Prä-Post-Effektstärken von D gleich 0,96 quantifiziert wurden Die methodische Qualität dieser Studie und die Validität der von den Autoren gezogenen Schlüsse wurde jedoch von einer Vielzahl von Autoren zum Teil heftig kritisiert In einer weiteren Meta-Analyse berichteten de Mart et alii von großen Effektstärken D gleich 0,87 für die Prä-Post-Veränderungen, die zum Follow-up-Zeitpunkt nochmals anstiegen D gleich 1,18 Dabei fanden sich stärkere Effekte für die Symptomreduktion als für die Veränderung der Persönlichkeitsstruktur Die Autoren wiesen allerdings auch auf die teilweise unbefriedigende methodische Qualität der einbezogenen Studien hin In einer Meta-Analyse der Cochrane Collaboration zur Wirksamkeit von psychodynamischen Psychotherapien bei Schizophrenie wird sich aufgrund der verfügbaren Befunde deutlich gegen die Anwendung der psychodynamischen Psychotherapien im stationären Bereich für Schizophrenie ausgesprochen Die psychodynamische Kurzzeittherapie ist die derzeit am besten empirisch untersuchte Form der psychodynamischen Therapien In einer 2009 aktualisierten Meta-Analyse der Cochrane Collaboration wurden 23 RCTs einbezogen Die Ergebnisse zeigten signifikante Verbesserungen bezüglich verschiedener Symptome und Erkrankungen Depressionen, Angststörungen, stressbedingten physischen Beschwerden, interpersonellen Beschwerden und Persönlichkeitsproblemen nach psychodynamischen Kurzzeittherapien im Vergleich zu verschiedenen Kontrollgruppen Sie blieben meist auch langfristig stabil Auch bei diesen Ergebnissen wiesen die Autoren auf die große Heterogenität der Studienqualität hin und darauf, dass unter dem Therapielabel eine Vielzahl sehr unterschiedlicher therapeutischer Vorgehensweisen subsummiert wurde In einer von Driessen et al.i. 2010 veröffentlichten Meta-Analyse zur Effektivität psychodynamischer Kurzzeittherapie zur Behandlung von Depressionen zeigten sich große Effektstärken im Prä-Post-Vergleich Die Effekte waren über ein Jahr stabil Gleichzeitig ergab sich unmittelbar nach Beenden der Therapie eine Unterlegenheit der psychodynamischen Verfahren gegenüber anderen Therapiemethoden die jedoch im 3- bzw. 12-Monats-Follow-up nicht mehr signifikant war In einer weiteren aktuelleren Überblicksarbeit analysierte Schädler 8 Meta-Analysen verschiedener Therapieformen aus den Jahren 1980 bis 2009, die insgesamt 160 Wirksamkeitsstudien enthielten Dabei fand er Hinweise auf zumeist große Prä-Post-Effekte bei den durchschnittlich weniger als ein Jahr dauernden psychodynamischen Therapien sowie Hinweise auf eine Tendenz zu ansteigenden Effektstärken mit zunehmenden Katamnese-Zeiträumen Vor diesem Hintergrund erscheint die Schlussfolgerung gerechtfertigt dass psychodynamische Kurzzeittherapien sich für verschiedene Anwendungsbereiche als effektiv erwiesen haben Allerdings gibt es bislang kaum Hinweise dafür dass diese Verfahren anderen gut untersuchten Methoden in Bezug auf Symptomreduktion und Persönlichkeitsveränderungen überlegen sind Nach wie vor besteht in diesem Bereich Bedarf an methodisch hochwertigen Therapievergleichsstudien Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 2 Therapieverfahren Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag Gelesen von Philipp Köhl Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag geschienen Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 8 Paar- und Familientherapie und systemische Ansätze Von Judith Kowalski Abschnitt 8.1 Grundlagen der systemischen Therapie Unterabschnitt 8.1.1 Beschreibung In der systemischen Therapie liegt der Fokus auf dem sozialen Kontext psychischer Störungen Zusätzlich zum Patienten, dem Symptomträger, Indexperson, werden auch andere Personen in die Therapie mit einbezogen, die in einer aktuellen relevanten Beziehung zu dem Patienten stehen. Systematische Ansätze bezeichnen also nicht den Patienten an sich als krank, sondern sehen die Interaktionen mit den Mitgliedern des Bezugssystems sowie die Beziehungsstrukturen innerhalb dieses Systems als fehlerhaft an. Zu dem Bezugssystem gehören die Familie, Freunde und Arbeitskollegen, aber auch Ärzte oder Therapeuten als professionelle Helfer des Patienten. Die Struktur und besonders die Kommunikation innerhalb des Bezugssystems sind nach dem systemischen Ansatz das, was die Symptome des Patienten verursacht. In diesem Ansatz liegt der grundlegende Unterschied zu individualpsychologischen Therapieformen. In der Therapie soll herausgearbeitet werden, wie die unterschiedlichen Personen miteinander interagieren, zum Beispiel welche Rollenverteilung herrscht oder welche Kommunikationsmuster dominant sind. Einerseits werden dabei die Auswirkungen der Interaktion innerhalb der Familie auf die Symptome des Indexpatienten betrachtet, andererseits aber auch die Bedeutung der Symptome für das familiäre System. Als Intervention soll die Kommunikation innerhalb des Systems und nach Möglichkeit dadurch die gesamte Familienstruktur, d.h. Beziehungen, Hierarchien, Interaktionsmuster, verändert werden. Dabei geht es nicht darum herauszufinden, wo in der Person die zurückliegenden Ursachen für die Symptome der Störung liegen, sondern welche Rahmenbedingungen innerhalb des Systems verändert oder neu geschaffen werden müssen, um die Entwicklung alternativer und konstruktiver Kommunikations- und Verhaltensformen zu unterstützen. Unter Abschnitt 8.1.2 Geschichtliche Wurzeln Es gibt keine einheitliche Definition der systemischen Therapie, da sich dieser Ansatz nicht, wie beispielsweise die Psychoanalyse, aus einer vergleichsweise konsistenten Theorie einer bekannten Persönlichkeit entwickelt hat. Historisch betrachtet ist die systemische Therapie eine Weiterentwicklung der frühen Familientherapie der 1950er Jahre in den USA. Damals begannen einige Psychotherapeuten, die Familien der Patienten in die Behandlung mit einzubeziehen. Heute kann Familientherapie als eine Anwendungsform systemischen Vorgehens innerhalb spezieller Rahmenbedingungen bei einer bestimmten Patientengruppe angesehen werden. Virginia Satir wird häufig als Mutter der systemischen Therapie bezeichnet. Als bekannteste Vertreterin der experimentellen bzw. erlebnisorientierten Familientherapie entwickelte sie viele Techniken für die systemische Therapie, die auch heute noch Anwendung finden, wie zum Beispiel die Familienskulptur. Hierbei bekommt ein Mitglied die Aufgabe, die eigene Familie räumlich so zu positionieren, dass sich eine subjektiv-stimmige Repräsentation der aktuellen emotionalen Beziehungen zwischen den beteiligten Personen ergibt. Für diese Abbildung der Skulptur können sowohl der Abstand der Personen im Raum als auch Körperhaltung und Gestik, Größenverhältnisse, Gesichtsausdruck oder Blickkontakt genutzt und verändert werden. Sprachliche Mittel sollten beim Bauen der Skulptur nach Möglichkeit nicht verwendet werden. Bei der Besprechung der gebauten Skulptur werden die Gefühle und Empfindungen der aufgestellten Personen erfragt. Die strukturelle Familientherapie von Salvador Menuchin und die strategische oder auch problemlösende Familientherapie von J. Haley sind weitere Entwicklungsstränge aus den USA der 1960er Jahre. In der strukturellen Familientherapie werden aus den Interaktionen der Mitglieder Informationen über die Familienstrukturen, Family Map, Beziehungslandkarte und die darin enthaltenen Probleme abgeleitet. Eine wichtige Rolle für ein gesundes Familiensystem spielen beispielsweise klare Grenzen zwischen den Familienmitgliedern, Subsystemen, siehe Tabelle 8.1 im gedruckten Buch, sowie die Bereiche Autorität, Allianzen, Koalitionen, Einfluss und hierarchische Gliederung. Während der Therapie werden die bestehenden Grenzen überprüft und gegebenenfalls verändert. In der strategischen Familientherapie verwendet der Therapeut spezielle Strategien und Taktiken, zum Beispiel paradoxe Interventionen, siehe Beispiel, um die Familie lösungsorientiert zu führen, direktiver Ansatz und um mit möglichst kurzen Interventionen handlungsorientiert und wirkungsvoll zu arbeiten. Die Paartherapie ist eine spezielle Unterform der Familientherapie, bei der die Interaktion der beiden Partner verändert werden soll. Beispiel Paradoxe Interventionen Paradoxe Interventionen sollen festgefahrene Situationen lösen und die Sicht der Beteiligten darauf verändern. Man verhält sich hierbei genau so, bzw. sagt genau das, was nicht erwartet wird. Auf diesem Weg wird gerade durch die Anwendung des problematischen Kommunikationsverhaltens dessen Funktion verdeutlicht. Nachfolgend ein anschauliches Beispiel für die Wirksamkeit einer paradoxen Intervention. Carolins Eltern sind am Verzweifeln. Jeden Tag aufs Neue herrscht in ihrer Wohnung das blanke Chaos. Die Kleider ihrer siebenjährigen Tochter säumen den Weg durch die Drei-Zimmer-Wohnung, Kuscheltiere bevölkern die Sitzgelegenheiten der Familie und der Küchentisch wird tagtäglich zum Mal- und Basteltisch der Tochter umfunktioniert. Carolins Eltern versuchten anfangs durch Schimpfen und später durch Bestrafungen wie Hausarrest oder Fernsehverbot mehr Sinn für Ordnung bei ihrer Tochter zu erreichen. Doch nichts veränderte auch nur ansatzweise Carolins Verhalten. Dann versprachen sie Carolin, dass sie für jeden Tag, an dem sie es schaffe, die Wohnung so richtig schön unordentlich zu machen, eine kleine Überraschung bekäme. Nach einer Woche gewohnter Unordnung in der Wohnung und Überraschungen für Carolin hörte diese plötzlich auf, die ganze Wohnung in ihren persönlichen Spielplatz zu verwandeln. Beispiel Ende Unter Abschnitt 8.1.3 Theoretische Grundlagen Unter dem Begriff systemische Therapie werden unterschiedliche theoretische Interventionsansätze zusammengefasst. Die zentrale Idee, die aus der Systemtheorie in die systemische Therapie übernommen wurde, ist die Fokussierung auf die Wechselbeziehungen innerhalb familiärer Systeme. Diese enthalten Subsysteme, wobei jedes Subsystem bestimmte Funktionen erfüllt. Beispielsweise gewährleistet das Elternsystem die Versorgung und Erziehung der Kinder und kann durch unterschiedliche therapeutische Maßnahmen gestützt bzw. gestärkt werden. Siehe Tabelle 8.1 im gedruckten Buch. Die einzelnen beweglichen Teile stehen in ständiger Interaktion miteinander, wodurch das ganze System im Gleichgewicht gehalten wird. Homöostase Das Verhalten eines einzelnen Mitglieds ist immer sowohl Ursache als auch Wirkung des Verhaltens der übrigen Mitglieder. Zirkularität Eine Familie gilt als gesund, wenn die Subsysteme ihre Funktionen erfüllen. Die zentralen Funktionen familiärer Systeme bestehen in Alltagsbewältigung und Aufgabenerfüllung, Intimität, das heißt Nähe und Bindung zwischen den einzelnen Mitgliedern, Entwicklung des Einzelnen bei Aufrechterhaltung des Ganzen, das heißt angemessenes Verhältnis zwischen Gemeinsamkeit, Miteinander und Individualität, Emotionalität, das heißt Umgang mit emotionalen Prozessen als wichtiger Aspekt des Erlebens und Verhaltens, Rollenverhalten, Kohäsion, das heißt Zusammenhalt und Zugehörigkeitsgefühl der Mitglieder, Kommunikation und Kontrolle, zum Beispiel durch klare Grenzen und Regeln innerhalb des Systems. Auch das Konzept der Systemumweltgrenzen kommt aus der Systemtheorie. Dabei geht es darum, welche Grenzen das System nach außen hat. Die Grenzen und ihre Angemessenheit sollen in der systemischen Therapie überprüft werden. Grenzen und weitere Kriterien zur Einschätzung von Systemen finden sich in Tabelle 8.2 im gedruckten Buch. Da die Familie oder der Partner häufig den Bezugsrahmen des Patienten darstellen, wird die systemische Therapie oft im Familienpaarsetting angewandt. Allerdings ist auch die Einbeziehung anderer Bezugssysteme denkbar, beispielsweise des beruflichen Umfelds. Es ist außerdem möglich, eine systemische Einzeltherapie durchzuführen. Das Verhalten und Denken der abwesenden Bezugspersonen wird dabei hypothetisch erfragt, zum Beispiel durch zirkuläre Fragen und so in die Therapie mit einbezogen. Abschnitt 8.2. Indikationen und Kontraindikationen Unterabschnitt 8.2.1 Indikationen Eine besondere Indikation für die systemische Therapie besteht immer dann, wenn die Problematik des Patienten hauptsächlich im interpersonellen Bereich liegt, also wenn das System, das den Indexpatienten umgibt, relevant für die Entwicklung und oder Aufrechterhaltung der psychischen Störung ist. Direkt in die Therapie sollten allerdings immer nur diejenigen Personen einbezogen werden, die eine relevante Rolle für das Problem darstellen. Voraussetzung dafür ist, dass die Systemmitglieder motiviert werden können, das Problem des Indexpatienten als ein gemeinsames anzusehen und umzuformulieren. Das Problem des Indexpatienten ist ein Problem der Familie. Unterabschnitt 8.2.2 Kontraindikationen Im Falle klar abzugrenzender intrapsychischer Konflikte des Patienten ist eine Therapie im Einzelsetting die effektivere Behandlungsmethode und somit dem systemischen Ansatz vorzuziehen. Eine weitere Kontraindikation liegt vor, wenn das den Patienten umgebende System nicht bereit ist, an der Therapie teilzunehmen. Systemische Mehrpersonensettings sind auch dann kontraindiziert, wenn dem Therapeuten die nötigen Qualifikationen fehlen oder wenn die Gefahr besteht, dass Offenheit während der Therapie später mit Gewalt, Missbrauch oder Repression beantwortet wird. In diesen Fällen wäre keine Aussicht auf fruchtbare Arbeit gegeben. Schließlich ist bei Störungen, aufgrund derer Patienten dazu neigen, Schuld tendenziell eher auf andere zu projizieren, antisozial, narzisstisch, zu bedenken, dass die systemische Sichtweise den Patienten darin zusätzlich bestärken könnte. In der systemischen Therapie gibt es keine strikte Unterscheidung zwischen einer Explorations- und einer Interventionsphase. Die Methoden, die zur Diagnostik eingesetzt werden, wie beispielsweise das zirkuläre Fragen- oder die Familienskulptur, siehe Tabelle 8.3 im gedruckten Buch, haben häufig neben dem Ziel der Informationserfassung auch bereits therapeutische Wirkung. Zur Diagnose von Familien- und Paarstrukturen werden beispielsweise folgende Fragen gestellt. Es gibt verschiedene standardisierte und psychometrisch evaluierte Verfahren zur Diagnose familiärer und partnerschaftlicher Interaktionen, zum Beispiel standardisierte Beobachtungsverfahren, zur Fragebogen-Diagnostik der Familie als Ganzes, zum Beispiel Familienidentifikationstest, und zu einzelnen Beziehungen innerhalb eines Systems. Der Einsatz symbolisch-metaphorischer Verfahren, zu denen unter anderem das Genogramm oder die Familienskulptur zählen, ist eine wichtige Besonderheit der systemischen Therapie. Siehe Tabelle 8.3. Als psychometrisch evaluiertes Familienskulpturverfahren ist beispielsweise der Familiensystemtest zu nennen. Unterabschnitt 8.3.2 Therapeutische Haltung Das Verhalten des Therapeuten gegenüber den einzelnen Systemmitgliedern wird als respektvoll definiert, gleichzeitig wird eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber pathogenen Ideen vertreten. Damit eng verknüpft ist auch der Anspruch der Allparteilichkeit, der zum Ziel hat, eine unabhängige Perspektive zu wahren und die Vorgänge und Interaktionen innerhalb des Systems nicht zu bewerten. Die systemische Therapie zeichnet sich weiterhin durch eine ausgeprägte Ressourcenorientierung aus. Dabei wird davon ausgegangen, dass alle benötigten Ressourcen, die zur Lösung eines Problems nötig sind, bereits im Patienten vorhanden sind und in der Therapie entdeckt und nutzbar gemacht werden können. Ressourcen können zum Beispiel funktionale Beziehungen oder gegenseitige Unterstützung sein, aber auch Kompromissfähigkeit, Zugehörigkeitsgefühl sowie materielle Sicherheit. Häufig werden potenzielle Ressourcen jedoch nicht wahrgenommen oder genutzt. Exemplarisch wäre ein Mann, der die Hilfe seiner Frau zwar braucht, aber nicht annehmen, einfordern kann, weil ihn dies in seiner Männlichkeit verletzen würde. Oder eine Familie, die verfügbare therapeutische Angebote nicht nutzt, weil die Familienmitglieder Angst vor Stigmatisierung haben. Unterabschnitt 8.3.3 Paartherapeutische Ansätze Systemische Ansätze, die in der Tradition empirisch-wissenschaftlicher KVT-Ansätze entwickelt wurden, fokussieren vor allem auf die Behandlung von Paarproblemen. Nicht nur in Familien, auch in Partnerschaften wird ein konstruktiver Umgang mit Konflikten oder Problemen oft durch festgefahrene Verhaltensmuster erschwert. Einige typische Charakteristika unzufriedener Paare sind erhöhte Konfliktbereitschaft, lange Konfliktdauer, schnelle Eskalation, starre Kommunikationsmuster, Vorwürfe, Kritik, Abwertung des Partners etc., geringe Selbstöffnung sowie nähe Distanzprobleme. Die systemische Sichtweise findet sich in der Annahme wieder, dass zirkuläre Prozesse die Konflikte des Paares aufrechterhalten. In verschiedenen Trainingsprogrammen und Therapiemethoden soll für beide Partner ein Rahmen geschaffen werden, in dem sie ihre Bedürfnisse und Wünsche, Ängste oder Befürchtungen ausdrücken und effektiv an der Veränderung dysfunktionaler Kommunikations- und Verhaltensmuster arbeiten können. Das EPL nach Thurmeier, Engel und Hahlweg folgt dem Grundsatz, das Geheimnis zufriedener Paare ist das Gespräch und ist durch seine präventive Ausrichtung nicht für den Einsatz bei Paaren gedacht, die bereits schwerwiegende Probleme haben. Vielmehr ist es ein Trainingsprogramm für junge Paare, die ihre Beziehung vertiefen, die Paarzufriedenheit erhöhen und Problemen vorbeugen wollen. Durch gezielte Gesprächstrainings und Gesprächsregeln, siehe Tabelle 8.4 im gedruckten Buch, sollen Paare lernen, sich so auszudrücken, dass beim Gegenüber auch das ankommt, was man sagen will, so zuzuhören, dass man den Partner versteht und Meinungsverschiedenheiten, Differenzen fair auszutragen. Zusätzlich zu diesem gezielten Kommunikationstraining werden spezielle Problemlösefähigkeiten vermittelt. In einer fünfjährigen Längsschnittstudie konnten die Autoren des EPL kurz- und längerfristig positive Effekte des EPL-Trainings gegenüber den Kontrollbedingungen ohne Interventionen bzw. mit herkömmlichen Ehevorbereitungswochenenden nachweisen, und zwar unabhängig von Alter, Geschlecht, Schulbildung oder Herkunft, Stadt versus Land der Teilnehmer. Es zeigten sich größere Lernerfolge hinsichtlich der Kommunikationsqualität, kurzfristig D gleich 0,68, nach drei Jahren D gleich 0,70, eine günstigere Entwicklung der Ehezufriedenheit, stabile Zufriedenheit über den gesamten Beobachtungszeitraum, sowie geringe Trennungs- und Scheidungsraten. EPL nach 1,5 Jahren keine, nach drei Jahren 1,6% und zur Fünfjahreserhebung 3,9% Scheidungen, gegenüber 6,9%, 16,7% und 23,8% der Kontrollpaare. Verhaltenstherapie mit Paaren Aufbauend auf einer generellen Übersicht von Hekerins zur langfristigen Effektivität verhaltenstherapeutischer Paartherapie, siehe Tabelle 8.5 im gedruckten Buch, setzte Bodenmann gezielt an den für unzufriedene paaretypischen Reaktionsmustern an. Durch festgefahrene Verhaltensweisen, zum Beispiel Provokation, Rückzug, werden konstruktive Lösungen behindert. Während des Programms üben die Partner systematisch neue Kommunikations- und Problemlösestrategien ein und lernen, diese in den Alltag zu übertragen. Das Interventionsprogramm von Bodenmann enthält unter anderem folgende Elemente. Sensibilisierung für das Problem, Wissensvermittlung zum Ablauf und zur Erfolgsaussicht durch Paartherapie, Schaffung von Motivation, Probleme sind bewältigbar, Aufbau erforderlicher Kompetenzen durch gezielte Paarübungen, Anleitung zum Training der Kompetenzen im Alltag, Transfer und Maßnahmen zur längerfristigen Aufrechterhaltung im Sinne einer Rückfallprophylaxe. Weitere Programme und Techniken Neben den vorgestellten Ansätzen gibt es eine Reihe weiterer Partnerschaftsprogramme wie zum Beispiel konstruktive Ehe und Kommunikation, vor allem für Paare mit mehrjähriger Beziehungserfahrung. Stressbewältigung für Paare oder Triple P, Positive Parenting Program, ein breit angelegtes Präventionsprogramm für Eltern, das grundlegende Erziehungsfertigkeiten vermittelt, um psychischen Störungen bei Kindern vorzubeugen. Eine Kurzübersicht wichtiger Einzeltechniken verhaltenstherapeutischer Ansätze ist in Tabelle 8.5 aufgeführt. Abschnitt 8.4 Empirische Absicherung In einer neueren Meta-Analyse wird die Wirksamkeit systemischer Therapie für verschiedene Störungen belegt. Bei Erwachsenen gilt sie für affektive Störungen, Essstörungen, psychische und soziale Faktoren bei somatischen Krankheiten, Abhängigkeit und Missbrauch, sowie bei Schizophrenie und wahnhaften Störungen als empirisch validiert. Besonders die Ressourcenorientierung als spezielle Technik der systemischen Therapie zeigt sich als hochwirksame Methode. Bei Kindern und Jugendlichen ist die Wirksamkeit der systemischen Therapie im Rahmen von affektiven Störungen und Belastungsstörungen, Essstörungen und anderen Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen, Verhaltensstörungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, Tickstörungen, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Störungen der Impulskontrolle, Störungen der Geschlechtsidentität und Sexualstörungen, Störungen des Sozialverhaltens und jugendlicher Delinquenz, Abhängigkeit und Missbrauch, sowie Schizophrenie und wahnhaften Störungen gut belegt. Vom Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie, dem Sachverständigenrat, der die wissenschaftliche Anerkennung von Psychotherapieverfahren prüfen soll, wurde 2008 die Anerkennung der systemischen Therapie in Deutschland für Erwachsene empfohlen, allerdings wird sie von den Kassen derzeit noch nicht finanziert. Hinsichtlich der Wirksamkeit verhaltenstherapeutischer Ansätze für Paare veröffentlichte Hekerens eine Übersicht, welche eine langfristige Effektivität der Interventionen bestätigt, siehe Tabelle 8.6 im gedruckten Buch. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 2 Therapieverfahren Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag Gelesen von Philipp Köhl Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 9 Kompetenztrainings Von Mareike Stumpenhorst und Matthias Berking Für die Bewältigung eines Problems ist es oft notwendig, dass Patienten Verhaltensänderungen vornehmen. Diese erfordern zum einen eine ausreichende Motivation und zum anderen die Fähigkeit, die neuen Verhaltensweisen auch auszuüben. Je nach Problem sind dafür verschiedene Fertigkeiten oder Kompetenzen erforderlich. Im Kontext der Psychotherapie haben sich soziale und emotionale Kompetenzen sowie allgemeine Problemlösekompetenzen als besonders relevant erwiesen. Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden einige Verfahren vorgestellt, mit denen diese Kompetenzen systematisch trainiert werden können. Abschnitt 9.1 Training sozialer Kompetenzen Unterabschnitt 9.1.1 Theoretischer Hintergrund Bei einer Reihe von Störungsbildern, vor allem soziale Phobie, Depression, wird angenommen, dass Defizite in der sozialen Kompetenz eine wichtige Rolle bei Entstehung und Aufrechterhaltung der Symptomatik spielen. Etwaige Defizite beziehen sich dabei auf die prinzipielle Verfügbarkeit der notwendigen Fertigkeiten, zum Beispiel, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wenn ich mit jemandem flirten will, und oder auf die Fähigkeit, diese Kompetenzen praktisch umzusetzen. Ich weiß genau, was ich sagen will, aber ich kriege kein Wort über die Lippen, wenn ich ihn, sie, sehe. Soziale Kompetenzdefizite können Patienten sowohl bei der Befriedigung wichtiger interpersonaler Bedürfnisse als auch beim Aufbau einer tragfähigen therapeutischen Beziehung behindern. Ob dies tatsächlich der Fall ist, muss im Einzelfall geprüft werden. Definition Soziale Kompetenz umfasst die Menge spezifischer Fertigkeiten, die für das effektive Erreichen persönlicher Ziele im interpersonalen Kontext notwendig ist. Dazu gehören folgende Fertigkeiten. Sympathien anderer gewinnen, zum Beispiel durch Blickkontakt aufnehmen, lächeln, etwas sagen, was den anderen interessiert, Komplimente machen, eigene Interessen durchsetzen, Nein sagen, eigene Forderungen mit fester Stimme und selbstbewusster Körperhaltung vortragen, stabile Beziehungen aufbauen, sich in andere einfühlen, eigene Bedürfnisse zurückstellen, konstruktiv mit Konflikten umgehen, konträre Sichtweisen, Wünsche klären, Kompromisse eingehen, um Hilfe bitten, Hilfe anbieten, Hilfsbedürftigkeit bei sich und anderen nicht als Schwäche sehen und Kritik konstruktiv austeilen und nutzen, Kritikpunkte konkret und verhaltensbezogen formulieren, Kritik als hilfreiches Feedback sehen. Definition Ende Unterabschnitt 9.1.2 Diagnostik Vor der Durchführung eines sozialen Kompetenztrainings ist zu klären, ob beim Patienten bedeutsame Kompetenzprobleme vorliegen, auf welche Art von Situationen sie sich beziehen und ob sie in einer relevanten Beziehung zu den Behandlungszielen stehen. Als Ergänzung einer diesbezüglichen Exploration können verschiedene standardisierte Verfahren herangezogen werden. Dazu zählen unter anderem der Interpersonal Competence Questionnaire, ICQ, der Umsicherheitsfragebogen, U-Fragebogen und das strukturierte Interview zur operationalisierten Fertigkeitsdiagnostik, OFD. Unterabschnitt 9.1.3 Konkretes Vorgehen am Beispiel des GSK Erste Ansätze, soziale Kompetenzen systematisch zu trainieren, wurden bereits Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelt. Zu den aktuell populären und wissenschaftlich gut untersuchten Trainings gehören das Assertiveness Training Program, ATP, von Ulrich und Ulrich Dimoink und das Gruppentraining zur Förderung sozialer Kompetenzen, GSK, von Hinch und Pfingsten, auf das im Folgenden näher eingegangen wird. Das GSK ist ein halbstandardisiertes Gruppenprogramm, das in sieben Sitzungen mit einer Dauer von je zweieinhalb Stunden durchgeführt werden kann. Die Gruppengröße beläuft sich auf acht bis zehn Personen, bei zwei Trainern. Beim GSK wird davon ausgegangen, dass zur Bewältigung der unterschiedlichen, voneinander abgrenzbaren Klassen von Situationen eine Vielzahl von verschiedenen Fertigkeiten nötig ist, die jeweils gezielt trainiert werden sollen. Folgende Situationstypen werden unterschieden. Typ R – Recht durchsetzen Rechtlich oder konventionell begründete Ansprüche und Forderungen durchsetzen, zum Beispiel einen beschädigten Artikel im Geschäft reklamieren. Typ B – Beziehungen Aufnahme und Aufrechterhaltung persönlicher Beziehungen zum Beispiel ein Gespräch auf einer Party initiieren. Typ S – Um-Sympathie werben Anliegen durchsetzen, auch wenn mir dies nicht per Gesetz zusteht, sondern ich dafür auf die Sympathie des Gegenübers angewiesen bin, zum Beispiel in einer Warteschlange vorgelassen werden. Im Folgenden werden wichtige Trainingselemente des GSK vorgestellt. Typ B – Erklärungsmodell sozialkompetenten Verhaltens Zu Beginn wird den Patienten ein Erklärungsmodell für eine selbstunsichere bzw. selbstsichere Verhaltenssequenz verdeutlicht. Dieses wird zunächst an einem konkreten alltäglichen Beispiel erläutert. Anschließend wird gemeinsam mit dem Patienten die Struktur des Schemas herausgearbeitet. Siehe Abbildung 9.1 im gedruckten Buch. Diskriminationsübung Das Diskriminationstraining dient der Unterscheidung zwischen selbstsicheren, unsicheren und aggressiven Verhaltensweisen. Siehe Tabelle 9.1 im gedruckten Buch. Im Training wird zunächst in Kleingruppen eine mögliche Zuordnung erarbeitet, die anschließend in der Großgruppe diskutiert wird. Diese Übung ist unter anderem deswegen von großer Bedeutung, weil selbstunsichere Personen selbstsichere Verhaltensweisen bereits als aggressiv beurteilen. Rollenspiele Mithilfe von Rollenspielen üben die Patienten soziale Zielverhaltensweisen ein. Rollenspiele dienen aber auch als Exposition mit gefürchteten Situationen. Sehe Beispiel. Als Rollenspielpartner fungieren in der Regel die Trainer. Rollenspielsituation aus dem Bereich Beziehungen. Typ B Situation. Auf einer Feier macht Ihnen ein Bekannter ein Kompliment zu Ihrem Aussehen, über das Sie sich sehr freuen. Instruktion. Drücken Sie Ihre positiven Gefühle, zum Beispiel Ihre Freude, klar und deutlich aus. Halten Sie dabei Blickkontakt. Beispiel Ende. Ein Rollenspiel besteht zumeist aus fünf Phasen. Erstens Vorbesprechung. Zweitens erstes Rollenspiel. Drittens erstes Feedback. Viertens zweites Rollenspiel, gleiche Situation. Fünftens zweites Feedback. Die Optimierung des aufzubauenden Verhaltens kann über Instruktion, Modellierung und oder Rückmeldung erfolgen. Unter Modellierung versteht man die Vermittlung des Zielverhaltens über die direkte Vorführung dieses Verhaltens. Zum Beispiel Modellrollenspiele, Zeigen von Videoaufnahmen oder Bildern. Instruktionen bezeichnen schriftliche oder mündliche Anweisungen oder die Angabe von Regeln zur Ausführung des Zielverhaltens. Zum Beispiel achten Sie darauf Blickkontakt mit Ihrem Partner zu halten und erklären Sie Ihren Standpunkt mit ruhiger, nicht zu leiser Stimme. Rückmeldungen, Feedback bzw. Verstärkungen des gewünschten Verhaltens beziehen sich darauf, was an der Performance des Patienten bereits gut war und wo noch Verbesserungen möglich sind. Entspannungsübungen, Selbstinstruktionen. Entspannungstechniken helfen Patienten im konstruktiven Umgang mit Aufregung oder Angst und stärken das Vertrauen in die eigenen Bewältigungskompetenzen. Effektive Selbstinstruktionen erleichtern die Ausführung neu erworbener Verhaltensweisen angesichts von Schwierigkeiten. Unterabschnitt 9.1.4 Wirksamkeit Die Wirksamkeit sozialer Kompetenztrainings konnte für zahlreiche Störungsbilder und Patientengruppen bestätigt werden. Überzeugende Wirksamkeitsnachweise liegen beispielsweise für Depressionen, Partnerschaftsprobleme, Schizophrenien und substanzbezogene Störungen vor. Als besondere Stärke dieser Ansätze wird gesehen, dass Patienten praktisch und verhaltensnah neue Verhaltensweisen zur besseren Bewältigung sozialer Alltagssituationen erlernen. Abschnitt 9.2. Training emotionaler Kompetenzen. TEK Unterabschnitt 9.2.1. Theoretischer Hintergrund Defizite in der Emotionsregulation gelten als bedeutender Faktor für die Entstehung und Aufrechterhaltung verschiedener psychischer Störungen. Es wird angenommen, dass nicht ausreichend regulierte Emotionen definierende Merkmale psychischer Störungen sein können. Zum Beispiel Angst bei Angststörungen und oder dysfunktionale Regulationsversuche auslösen, die als kognitive oder behaviorale Symptome psychischer Störungen gelten. Zum Beispiel Essattacken zur Reduktion von Anspannung oder Langeweile bei Essstörungen. Vor diesem Hintergrund ist die Vermittlung adaptiver Emotionsregulationsstrategien ein zentrales Ziel präventiver und psychotherapeutischer Maßnahmen. Definition Aber welche Kompetenzen gilt es dabei zu berücksichtigen? In dem in Abbildung 9.2 im gedruckten Buch dargestellten Modell adaptiver Emotionsregulation, TEK-Modell, von Berking werden potenziell relevante emotionale Kompetenzen spezifiziert. Dazu zählen die Fähigkeiten, affektive Zustände, das heißt Emotionen, Stimmungen, Stressreaktionen und motivationale Impulse, bewusst wahrzunehmen, sie korrekt zu identifizieren und zu benennen, ihre Ursachen zu verstehen, sie zu verändern bzw. sie zu akzeptieren und zu tolerieren, wenn Veränderung nicht möglich ist, sich erfahrungsoffen in Situationen zu begeben, die diese Gefühle auslösen und sich während der Konfrontation mit negativen Gefühlen innerlich liebevoll zu unterstützen, anstatt sich für die eigenen emotionalen Reaktionen zu kritisieren und abzuwerten. Eine zentrale Annahme des TEK-Modells der adaptiven Emotionsregulation besagt, dass die Veränderungs- und Akzeptanz-Toleranz-Kompetenzen letztlich für die Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit entscheidend sind. Von den anderen Kompetenzen im Modell wird angenommen, dass sie nur insofern relevant sind, als dass sie den erfolgreichen Einsatz der Modifikations- und oder der Akzeptanz-Toleranz-Kompetenzen erleichtern. Eine weitere Annahme des Modells besagt, dass den meisten Emotionsregulations-Kompetenzen ein aversives Erfahrungspotenzial zugeschrieben werden muss. In diesem Sinne ist es zum Beispiel schmerzhaft, belastende Emotionen bewusst zu spüren oder zu überlegen, warum es einem gerade schlecht geht. Außerdem werden beim Versuch, Emotionen zu verändern, oft Misserfolge erlebt, da sich Emotionen nicht willkürlich beeinflussen lassen. In denen sich dann oft notgedrungen, anschließenden Versuchen, belastende Emotionen zu akzeptieren, fühlen sich Patienten hilflos, weil sie über keine konkrete Handlungsalternativen verfügen, mit denen sich das Ziel des Akzeptierens erfolgreich anstreben ließe. In der Folge oszillieren sie zwischen nicht erfolgreichen Veränderungs- und Akzeptanzbemühungen hin und her, während die Stimmung immer schlechter wird. Mit dieser zunehmenden Stimmungsverschlechterung wächst die Gefahr, dass impulsive Verhaltensmuster ausgelöst werden, die primär dem Zweck der kurzfristigen Stimmungsverbesserung dienen, ohne Rücksicht auf mögliche negative langfristige Folgen. Bei diesen Verhaltensmustern kann es sich um konstituierende Elemente einer sich entwickelnden psychischen Störung handeln, zum Beispiel Essattacke bei Essstörungen, Vermeidungsverhalten bei Angststörungen, Drogenkonsum bei substanzbezogenen Störungen, sich Sorgen bei generalisierter Angststörung, Hilf- und Hoffnungslosigkeitsgedanken bei Überforderung. Durch die kurzfristig positiven Effekte werden diese Verhaltensmuster selektiv verstärkt und treten zukünftig häufiger auf. Auf diese Weise können dysfunktionale Versuche der Emotionsvermeidung letztlich zum Ausgangspunkt für die Entwicklung einer psychischen Störung werden. Vor diesem Hintergrund erscheint es wichtig, im Prozess der Emotionsregulation selbst die eigene Stimmung kontinuierlich zu monitorieren und bei Bedarf wieder zu reparieren. Diese Kompetenz wird im TEK-Modell als effektive Selbstunterstützung bezeichnet. Unterabschnitt 9.2.2 Diagnostik Um sich ein Bild von den emotionalen Kompetenzen eines Patienten zu machen, können ergänzend zur Exploration im Gespräch, was für ein Gefühl ist das, wie gehen Sie damit um, können Sie es akzeptieren, dass dieses Gefühl da ist, wie versuchen Sie aus diesem Gefühl herauszukommen, klappt das, etc. Standardisierte Verfahren eingesetzt werden, wie zum Beispiel der Emotion Regulation Questionnaire, ERQ, die Negative Mood Regulation Scale, NMR, der Fragebogen zur Selbsteinschätzung emotionaler Kompetenzen, SEK27, SEKES, die Difficulties with Emotion Regulation Scale, DERS, der Effective Style Questionnaire, ASQ, die Trade Metamood Scale, TMMS, der Emotionale Kompetenz-Fragebogen, EKT, oder das Interview zur operationalisierten Fertigkeitsdiagnostik, OFD. Unterabschnitt 9.2.3 Konkretes Vorgehen am Beispiel des TEK Im Prinzip lassen sich fast alle psychotherapeutischen Methoden als Mittel zur Stärkung emotionaler Kompetenzen verstehen. Das im folgenden dargestellte Training emotionaler Kompetenzen TEK nach Berking zeichnet sich dadurch aus, dass es explizit und ausschließlich auf die Förderung emotionaler Kompetenzen fokussiert und diese systematisch trainiert. Dabei werden bewährte therapeutische Methoden zu einem systematischen Training integriert. Den Kern des Trainings stellt die Vermittlung der in Abbildung 9.3 im gedruckten Buch dargestellten Kompetenzen dar. Aufbauend auf einer psychoedukativen Einleitung über Ursachen und Funktionen von Emotionen wird die Notwendigkeit jeder einzelnen TEK-Kompetenz zunächst mit Hilfe eines neuropsychotherapeutischen Modells hergeleitet. Dann wird für jede Kompetenz eine Übung vorgestellt, mit der sich diese systematisch trainieren lässt. Die Übungen dauern zunächst ca. 20 Minuten, werden aber in der Folge zunehmend verkürzt, sodass sie im späteren Verlauf in wenigen Minuten, letztlich sogar in wenigen Sekunden praktiziert werden können. Die einzelnen Kompetenzen bauen dabei so aufeinander auf, dass sie in Belastungssituationen als sogenannte TEK-Sequenz hintereinander eingesetzt werden können. Inhaltlich lassen sich die TEK-Kompetenzen drei größeren Gruppen evidenzbasierter Interventionen zuordnen. Die ersten beiden Kompetenzen dienen im Sinne einer Applied Relaxation der möglichst schnellen Reduktion überschießenden psychophysiologischen Arousals, welches bei vielen belastenden Gefühlen eine wichtige Rolle spielt. Mit Muskel- und Atementspannung wird dieses Arousal reduziert, was oft einen ersten Schritt zur Reduktion der Intensität des belastenden Gefühls darstellen kann. Zusätzlich wird mit dem Inneren zur Ruhe kommen, die Selbstregulationsfähigkeit des Organismus gestärkt und damit die Grundlage für den erfolgreichen Einsatz weiterer Emotionsregulationsstrategien geschaffen. Die Basiskompetenzen drei bis fünf basieren in Anlehnung an die Achtsamkeits- und Akzeptanzbasierten Interventionsformen und der Emotion-Focused-Therapy auf der Annahme, dass man bei einer Emotion erst einmal ankommen muss, um sie dann verändern zu können. Die damit einhergehende Fokussierung auf die Validierung negativer Gefühle verhindert, dass ein zu schneller Einsatz von veränderungsorientierten Techniken das grundlegende Vermeidungsverhalten von Patienten gegenüber negativen Emotionen – Experimental Avoidance – verstärkt. Diese Verstärkung ist problematisch, da der Kampf gegen belastende Gefühle oft ein zentraler, aufrechterhaltener Mechanismus im Störungsgeschehen ist. Siehe Exkurs. Bei der Würdigung der Meriten akzeptanzbasierter Interventionen sollte allerdings nicht vergessen werden, dass die Fertigkeit der Analyse und aktiven Veränderungen belastender Emotionen – Basiskompetenzen sechs und sieben – in einer Vielzahl tendenziell veränderungsorientierter – KVT-Interventionsprogramme mit großem Erfolg – eingesetzt werden. Exkurs. Akzeptieren. Warum das denn? Patienten haben oft Schwierigkeiten, belastende Gefühle zu akzeptieren. Stattdessen sind sie darauf fixiert, solche Gefühle möglichst schnell nicht mehr spüren zu müssen, Da sich Emotionen der direkten, willkürlichen Kontrolle entziehen und auch über bewusst eingesetzte Emotionen oder Verhaltensweisen nur in begrenztem Umfang beeinflussbar sind, ist es allerdings sehr schwierig, das Ziel der Emotionsabschwächung zu erreichen. Je regider Patienten in einer solchen Situation an dem Ziel der Emotionsreduktion festhalten, umso mehr wird das Nicht-Erreichen dieses Ziels weitere negative Emotionen auslösen. Damit entsteht ein Teufelskreis, in dem der Kampf gegen Emotionen diese nur verstärkt. Deswegen ist es wichtig, dass Patienten auch lernen, Emotionen, zumindest für die Zeit, in der sie diese nicht verändern können, zu akzeptieren und auszuhalten. Exkurs Ende. Eine weitere zentrale Annahme des Trainings besagt, dass für eine nachhaltig erfolgreiche Behandlung vieler psychischer Störungen das regelmäßige tägliche Praktizieren relevanter emotionaler Kompetenzen eine zentrale Rolle spielt. Deswegen ist es Ziel des Trainings, dass die Teilnehmer zumindest über den intensiven Trainingszeitraum von 6 Wochen die erarbeiteten Kompetenzen mindestens einmal am Tag in einer 20 bis 30 Minuten dauernden Übung und mindestens dreimal am Tag in 5 bis 10 Sekunden dauernden Übungen praktizieren. Um ein solches Training realisieren zu können, werden die Teilnehmer von den Trainern durch gezielte Motivationsarbeit und mithilfe eines mit den jeweiligen Trainingsinhalten synchronisierten SMS-Coachings unterstützt. Am Ende des Kurses wird systematisch herausgearbeitet, wie die Teilnehmer individuell relevante Elemente des TEK als Alltagsrituale langfristig in ihren Tagesablauf integrieren und selbstständig weiter praktizieren können. Unterabschnitt 9.2.4 Einsatzgebiete und Wirksamkeit Das TEK kann als flankierende Maßnahme während einer ambulanten Einzeltherapie, als Teil eines stationären Behandlungsangebotes oder zur Präventionsarbeit mit Risikogruppen eingesetzt werden. In klinischen Settings sollte das Training immer Bestandteil eines umfassenden Behandlungsplans sein, der auch die jeweils indizierten störungsspezifischen Interventionen beinhaltet. Außerdem sollten in klinischen Settings alle Trainingsteilnehmer auch in einzeltherapeutischer Behandlung sein. So können die im TEK gemachten Lernerfahrungen individuell vertieft und der Transfer in den Alltag der Patienten gezielt gefördert werden. Grundsätzlich ist das TEK als Gruppentraining konzipiert, es ist aber mit geringfügigen Modifikationen auch in der Einzeltherapie einsetzbar. Da das Training zum Teil relativ hohe Ansprüche an Aufmerksamkeit und Konzentrationsvermögen der Teilnehmer stellt, ist es wichtig, sowohl bei der Indikationsstellung als auch bei der Art der Darbietung darauf zu achten, dass die Teilnehmer sich nicht überfordert fühlen. Ergebnisse bisheriger Evaluationsstudien deuten darauf hin, dass das TEK sowohl bei Risiko als auch bei klinischen Populationen als effektives Interventionsverfahren gelten kann. Abschnitt 9.3 Problemlösetrainings Unterabschnitt 9.3.1 Theoretischer Hintergrund Viele Patienten definieren sich geradezu darüber, dass sie zumindest ein Problem nicht ohne fremde Hilfe lösen konnten. Sonst hätten sie sich nicht in Therapie begeben. Definitionen Problem Besteht aus einem Ist-Zustand, wo ich bin, einem Soll-Zustand, wo ich hin will, und einer Barriere, die verhindert, dass ich den Soll-Zustand erreiche. Problemlösen Finden eines zuvor nicht ersichtlichen Weges, mit dem die Barriere überwunden und damit die Differenz von Ist- zu Soll-Zustand überwunden werden kann. Definition Ende In Anbetracht der Vielfalt möglicher Probleme, denen die Patienten auch zukünftig noch begegnen werden, wäre es unökonomisch, den Behandlungsfokus ausschließlich auf das Erarbeiten konkreter Lösungen für spezifische Probleme zu legen. Stattdessen gilt es, Patienten am Beispiel des bearbeiteten Problems auch eine generelle Heuristik für den Umgang mit Problemen im Allgemeinen zu vermitteln. Mithilfe einer solchen Heuristik können Patienten selbstständig nach Abschluss der Therapie auch Probleme bewältigen, die in der Therapie nicht konkret thematisiert wurden. Vor diesem Hintergrund haben verschiedene Autoren ein idealtypisches Schema für den Umgang mit Problemen, das allgemeine Problemlösemodell erarbeitet. Siehe für die Praxis. Für die Praxis Allgemeines Problemlösemodell Vorgehensweise Eine konstruktive Einstellung zum Problem aktivieren Das Problem sorgfältig beschreiben, inklusive Ist- und Sollzustand und der Barriere, die verhindert, dass ich den erwünschten Zustand erreiche und analysieren Warum ist der Ist-Zustand, wie er ist? Warum ist mir der Sollzustand so wichtig? Was hält die Barriere aufrecht? Ein Ziel setzen, das bei der Lösung des Problems weiterhilft? Das Ziel muss relevant, realistisch und konkret sowie nicht identisch mit dem Sollzustand des Problems sein. Möglichst unkritisch eine Vielzahl von Ideen zusammentragen, wie das Ziel erreicht werden könnte Brainstorming Die Ideen bewerten Gegebenenfalls Vor- und Nachteile auflisten, Gewichten und dann jeweils eine gewichtete Summe bilden, welche den Nettonutzen repräsentiert Gute Ideen zu einem konkreten Plan zusammenstellen Was mache ich wann, wo und wie? Mit welchen Schwierigkeiten muss ich rechnen? Wie gehe ich mit diesen Schwierigkeiten um? Plan in die Tat umsetzen Erfolg prüfen Wenn ja, Selbstverstärkung Wenn nein, Ursachenanalyse und in Abhängigkeit von den Ergebnissen denselben Plan nochmal Neue Ideen sammeln oder Ziel überdenken Ansprüche reduzieren gegebenenfalls Akzeptanz als Ziel setzen Praxisteil Ende Unterabschnitt 9.3.2 Diagnostik und konkretes Vorgehen Um sich von den Problemlösekompetenzen des Patienten ein Bild machen zu können, können während der Exploration im Gespräch unter anderem die folgenden Fragen eingesetzt werden Wie gehen Sie mit dem Problem um? Was ist Ihr Ziel in dieser Situation? Was fehlt Ihnen, um dieses Ziel erreichen zu können? Was für Ideen haben Sie, um Ihr Ziel zu erreichen? Wie haben Sie versucht, diese Idee umzusetzen? Ergänzend können Fragebögen zum Beispiel diagnostisches Inventar zur Erfassung der Problemlösefähigkeit DIP Fragebogen zum Problemlösen PLF Testverfahren Means and Problem Solving Procedure und oder Interviews wie das OFD zum Einsatz kommen Um die Problemlösekompetenzen des Patienten zu stärken, lässt sich im Sinne der Selbstmanagement-Therapie der komplette Therapieprozess am allgemeinen Problemlösemodell ausrichten Anhand exemplarischer und in der Therapie behandelter Probleme wird der Patient dabei implizit in das allgemeine Problemlösemodell eingeführt Der Therapeut unterstützt die Vermittlung des Modells aber auch dadurch, dass er die hinter dem therapeutischen Vorgehen stehende Struktur Probleme definieren, Ziele erarbeiten etc. explizit transparent macht und den Patienten anhält, diese für den Umgang mit auftretenden Problemen selbstständig zu nutzen Problemlösetrainings werden dagegen in der Regel im Gruppensetting durchgeführt und fokussieren explizit und exklusiv auf die Förderung dieser generellen Problemlösekompetenz Problemlösetrainings beginnen in der Regel mit einer psycho-edukativen Einleitungsphase, in der die Relevanz guter Problemlösekompetenzen für die Teilnehmer begründet und das allgemeine Problemlösemodell vorgestellt wird. Anschließend werden für konkrete Probleme der Teilnehmer mit Hilfe des Therapeuten und der anderen Gruppenmitglieder Lösungen entwickelt und an deren Umsetzung gearbeitet. In der Abschlussphase liegt der Fokus auf dem zunehmend selbstständigen Einsatz der erworbenen Kompetenzen im Alltag des Patienten. Unterabschnitt 9.3.3 Wirksamkeit Problemlösetrainings werden als eigenständige Therapiemaßnahme, als Komponente von Stressbewältigungstrainings und im Rahmen komplexerer, KVT-basierter Behandlungsprogramm eingesetzt. Die Wirksamkeit des Verfahrens ist mittlerweile durch eine Vielzahl von Studien belegt. In einer Meta-Analyse über verschiedene Anwendungsbereiche hinweg berichteten Malouf, Torsteinzorn und Schutte von durchschnittlichen Effekten von D gleich 1,37 und D gleich 0,54 im Vergleich zu unbehandelten bzw. Placebokontrollgruppen. Speziell im Bereich der Behandlung depressiver Störungen berichteten Bell und Zurilla von einer Überlegenheit von Problemlösetrainings im Vergleich mit diversen aktiven und passiven Kontrollbedingungen im Rahmen einer gemittelten Effektstärke von D gleich 0,40. Problemlösetrainings erwiesen sich dabei als genauso effektiv wie andere empirisch validierte psychosoziale und pharmakologische Behandlungsansätze. Komponentenanalysen zeigten in dieser Studie, dass die Trainings effektiver waren, wenn sämtliche Schritte des Problemlöseprozesses inklusive der Aktivierung einer konstruktiven Einstellung zum Problem thematisiert wurden. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 2 Therapieverfahren herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag gelesen von Philipp Köhl Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Das Ziel von Entspannungsverfahren besteht darin, zu lernen, einen psychophysiologischen Entspannungszustand gezielt herstellen zu können. Entspannungsreaktionen dienen Regenerationszwecken und stellen ein Gegengewicht zur Stressreaktion dar, die dem Organismus eine Anpassung an Belastungssituationen ermöglicht. Entspannung beschreibt dabei einen psychophysiologischen Prozess, bei dem es zu einer Absenkung des allgemeinen Erregungsniveaus kommt. Auf der psychologischen Ebene geht dies oft mit einem verbesserten Wohlbefinden, einem Gefühl der Ausgeglichenheit und allgemeiner Zufriedenheit einher. Auf physiologischer Ebene schlägt sich Entspannung in einer Abnahme von Muskeltonus, Blutdruck und Herzfrequenz nieder, Blutgefäße und Bräunchen weiten sich. Zentralnervös kommt es zu einer Zunahme der Alpha- und Thetawellen im EEG. Definition Entspannungsverfahren sind Methoden zur Absenkung des psychophysiologischen Erregungsniveaus eines Organismus. Definition Ende Abschnitt 10.2 Darstellung einzelner Verfahren Neben bestimmten Formen der Entspannung mit einer teils sehr langen Tradition, Yoga, Tai-Chi, Herzensgebet, Meditation, imaginative Techniken, werden heute im Rahmen psychologischer Interventionen insbesondere die progressive Muskelrelaxation, PMR, achtsamkeitsbasierte Verfahren, siehe Kapitel 11, Band 2, das autogene Training, AT, hypnotherapeutische und imaginative Techniken, sowie verschiedene Formen des Biofeedbacks angewandt. Unterabschnitt 10.2.1 Progressive Muskelrelaxation Nach E. Jakobson Beschreibung Die progressive Muskelrelaxation, PMR, nach E. Jakobson, ist das im Rahmen von psychologischen und psychotherapeutischen Interventionen, zum Beispiel im Rahmen der Verhaltenstherapie, am häufigsten eingesetzte Entspannungsverfahren. Durch das Abwechseln der An- und Entspannen einzelner Muskelgruppen soll ein fortschreitender, progressiver, psychophysiologischer Entspannungszustand erreicht werden. Wesentlicher Kern ist dabei das Kontrast erleben von aktiv hergestellter muskulärer Anspannung und bewusst wahrgenommener muskulärer Entspannung. Die PMR zeichnet sich durch eine ökonomische Anwendbarkeit, günstiges Aufwand zum Nutzenverhältnis aus und lässt sich relativ schnell erlernen, da die Inhalte sehr konkret und nachvollziehbar sind. Durchführung Für die konkrete Durchführung nimmt der Patient in einer bequemen Position Platz und schließt die Augen. Der Therapeut weist ihn an, sich auf eine bestimmte Muskelgruppe, siehe Praxisteil, zu konzentrieren. Auf das Startsignal des Therapeuten hinspannt der Patient die aktuelle Muskelgruppe bewusst leicht an und hält die Anspannung für ca. 5-7 Sekunden. Anschließend wird der Patient aufgefordert, die Muskeln langsam wieder locker zu lassen und dabei ganz bewusst auf die empfundenen Unterschiede zwischen der abklingenden An- und zunehmenden Entspannung zu achten. Dieses Vorgehen wird für verschiedene Muskelgruppen wiederholt. Abweichungen bezüglich Muskelgruppenauswahl oder Reihenfolge sind prinzipiell möglich. Jakobson selbst arbeitete in der Ursprungsversion der PMR mit 30 Muskelgruppen, es existieren aber auch weniger zeitintensive Varianten, wie z.B. nach Bernstein und Brokowitsch, die mit 16 Muskelpartien beginnen, welche im weiteren Verlauf aber auf bis zu 4 reduziert werden können. Eine Weiterentwicklung der PMR stellt die angewandte Entspannung nach öst dar. Mit dieser methodischen Vorgehensweise soll das Generalisieren der Entspannungsfähigkeit gefördert werden. In diesem Fall wird zunächst ein Entspannungsverfahren vermittelt, welches dann zunehmend verkürzt wird, sodass der Patient am Ende in der Lage ist, die Entspannungsreaktion bei Bedarf relativ schnell in 5 bis 30 Sekunden zu aktivieren. Dieses Verfahren hat sich z.B. in der Therapie der generalisierten Angststörung als effektiv erwiesen, wo die Entspannungsreaktion zur systematischen Bewältigung akuter Sorgen eingesetzt wird. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass angewandte Entspannung umso effektiver wirkt, je regelmäßiger der Patient das Entspannungsverfahren auch außerhalb der Problemsituation in der Langform trainiert. Die einzelnen Therapieschritte der angewandten Entspannung zeigt Tabelle 10.1 im gedruckten Buch. Im verhaltenstherapeutischen Bereich wird die PMR häufig bei der Therapie von Angsterkrankungen mittels systematischer Desensibilisierung eingesetzt. Siehe Kapitel 3, Band 2. Durch eine stufenweise Konfrontation in Sensu mit angstauslösenden Reizen während eines durch die PMR hergestellten entspannten Zustandes soll es zu einer konditionierten Hemmung der Angstreaktion kommen, gleich reziproke Inhibition. Dies ist möglich, da Entspannung als ein Zustand definiert ist, der nicht zeitgleich mit Angst auftreten kann. Empirische Fundierung Die PMR gilt nicht nur als das am weitesten verbreitete, sondern auch als das wissenschaftlich am besten untersuchte Entspannungsverfahren. Eine Vielzahl von Studien konnte zeigen, dass die PMR vor allem als Maßnahme zur Stressbewältigung und Anspannungsreduktion bei chronischen Schmerzzuständen, z.B. Spannungskopfschmerzen, essentieller Hypertonie, Bluthochdruck, generalisierte Angststörung, Schlafstörungen sowie bei allgemeinen psychosomatischen Beschwerden mittlere bis große Effekte erzielen kann. Unterabschnitt 10.2.2 Biofeedback Beschreibung Unter dem Begriff Biofeedback fällt eine Reihe unterschiedlicher Methoden, deren gemeinsames Anliegen darin besteht, physiologische Vorgänge, die dem Bewusstsein meist schwer zugänglich sind, durch technische Hilfsmittel wahrnehmbar zu machen. Dies können optische oder akustische Signale sein, die beispielsweise physiologische Parameter wie Herzfrequenz, Muskeltonus, Atmung, Durchblutung, Hirnströme oder Hautgleitfähigkeit, Bio, systematisch rückmelden. Feedback Aufgabe des Patienten ist es dabei, diese körperlichen Vorgänge unter Zuhilfenahme der Feedbackfunktion in eine therapeutisch gewünschte Richtung zu verändern. Durch diese aktive Steuerung psychophysiologischer Prozesse lernt der Patient seine Beschwerden entweder direkt, zum Beispiel Blutdrucksenkung bei Hypertonie, oder indirekt, zum Beispiel Förderung genereller Entspannungsfähigkeit, positiv zu beeinflussen. Ein häufig eingesetztes Feedback-Signal ist die an der Oberfläche gemessene Hauttemperatur, die zu unterscheiden ist von der Körpertemperatur. Die Hauttemperatur ist unter anderem von der Sympathikusaktivität abhängig. Je niedriger diese ist, desto höher sind die Durchblutung im Hautareal und damit die Hauttemperatur. So kann beispielsweise das Ansteigen der Hauttemperatur eines Patienten, während er aufgefordert wird, sich zu entspannen, mit einer proportional immer tiefer und leiser werdenden Tonfolge hörbar gemacht werden. Bereits kleine Veränderungen werden erfasst und über den Ton verstärkt. Biofeedback kann in unterschiedlichen Formen ausgeübt werden. Tabelle 10.2 im gedruckten Buch gibt eine Übersicht. Durchführung Anwender der Biofeedback-Methode sollten neben Kenntnissen über verschiedene Entspannungstechniken auch über Grundkenntnisse der rückgemeldeten körperlichen Vorgänge sowie der Funktionalität der verwendeten Geräte verfügen. Der Patient nimmt in der Regel vor einem Computerbildschirm Platz und bekommt die Instrumente angelegt. Je nach Biofeedback-Art können dies Elektroden oder andere Messfühler sein. Anschließend folgt die Instruktion, wie mit dem technisch dargebotenen Signal verfahren werden soll. Zum Beispiel versuchen Sie, den Zeiger so weit wie möglich nach links zu bewegen, indem Sie die entsprechende Muskelpartie immer weiter entspannen. Nach einer systematischen Übungsphase hat schließlich der Transfer der erlernten Kontrollstrategien in den Alltag besondere Bedeutung für den Therapieerfolg. Der Patient sollte die Selbstregulation letztlich sowohl im Labor als auch im realen Leben beherrschen, um seine individuellen Symptome selbst aktiv und effektiv zu beeinflussen. Durch den Einsatz von Biofeedback können beim Patienten Sensitivität für körperliche Vorgänge, selbstregulatorische Fähigkeiten und Selbstwirksamkeitserwartung steigen. Siehe Fallbeispiel. Fallbeispiel Biofeedback Herr G., ein 52-jähriger Marketingdirektor, leidet seit etwa einem Jahr fast täglich unter Kopfschmerzen und Einschlafproblemen, was zu einer effektiven Schlafzeit von unter 4 Stunden täglich führt. Die Beschwerden verstärkten sich deutlich vor einem halben Jahr, als die Arbeitsbelastung aufgrund einer Firmenfusion zunahm. Um trotz Kopfschmerzen arbeiten zu können, greift Herr G. etwa dreimal wöchentlich zu Schmerzmedikamenten. Sein Arzt diagnostizierte Bluthochdruck, essentielle Hypertonie, und riet ihm, neben einer Gewichtsreduktion mehr für seine Entspannung zu tun. In der Psychotherapie wird zunächst ein Stressentspannungstest durchgeführt, bei dem Herrn G.'s Reaktion auf Stress, zum Beispiel Kopfrechnen, eine Rede halten, anhand der Hautleitfähigkeit, Schweißdrüsenaktivität und der Muskelaktivität in Stirn- und Schulternackenmuskulatur erfasst wird. Vor und nach der Stressphase wird Herr G. gebeten, sich möglichst zu entspannen, was ihm nicht gut gelingt. Es fällt auf, dass Herr G. einerseits stark mit Muskelanspannung und Schwitzen auf die Belastung reagiert, andererseits Unterschiede im Anspannungsniveau schlecht differenzieren kann. Zur Verbesserung der allgemeinen Entspannungsfähigkeit wird ein Biofeedback-Handerwärmungstraining durchgeführt. Außerdem wird dem Patienten die progressive Muskelentspannung vermittelt, die er abends vor dem Einschlafen zu Hause durchführt. Die Handtemperatur wird dem Patienten als Barometer rückgemeldet, dass er durch Handerwärmung, als physiologischer Parameter für Zunahme der Entspannung, zum Ansteigen bewegen soll. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelingt es dem Patienten innerhalb von fünf Sitzungen recht gut, mithilfe von imaginierten Ruhebildern und Atementspannung die Handtemperatur zu steigern und sich innerlich zu entspannen. Neben der verbesserten Entspannungsfähigkeit entwickelt Herr G. eine zunehmend differenziertere Wahrnehmung für Anspannungszustände im Alltag, die er durch den Einsatz der erlernten Entspannungsstrategien kurzfristig reduziert. Gleichzeitig hat ihn die verbesserte Wahrnehmung seiner häufigen Anspannung motiviert, auch an seinem Lebensstil zu arbeiten. Insgesamt hat das Entspannungstraining die Kopfschmerzhäufigkeit auf etwa einmal wöchentlich reduziert und die Schlafzeit auf durchschnittlich 6,5 Stunden erhöht. Fallbeispiel Ende Empirische Fundierung Verschiedene Meta-Analysen und Übersichtsarbeiten bestätigen die Effektivität von Biofeedback unter anderem bei Kopfschmerzen von Spannungstyp, bei Migräne, bei Gesichtsschmerz, Rückenschmerzen, Hypertonie und ADHS. Unterabschnitt 10.2.3 Imaginative Entspannungsverfahren Beschreibung Der Begriff imaginative Verfahren steht stellvertretend für alle Verfahren, bei denen Veränderungen psychologischer und physiologischer Parameter über mentale Vorstellungsprozesse erreicht werden sollen. Es handelt sich hierbei nicht um eine fest umschriebene Methode mit einer eindeutigen Zielsetzung. Vielmehr können mit imaginativen Techniken auch sehr unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Zum Beispiel kognitive Probe neu zu erlernenden Verhaltens, Konfrontation mit angstauslösenden Reizen etc. Entsprechend finden sich Elemente imaginativer Techniken innerhalb verschiedenster Verfahren wieder, zum Beispiel Meditation, Hypnose, systematische Desensibilisierung, autogenes Training. Durchführung Da imaginative Verfahren keine einheitliche Klasse darstellen, kann die konkrete Durchführung je nach Indikation oder Kombination mit anderen Methoden variieren. Wenn das Ziel des Einsatzes die Herstellung einer Entspannungsreaktion ist, folgt für die Durchführung, dass der Imaginationsinhalt für den Patienten mit Entspannung assoziiert sein sollte. Eine beispielhafte Anwendung ist die sogenannte Fantasiereise. Ein Sprecher oder Erzähler liest eine Geschichte vor, die den Zuhörer dazu anregen soll, aus der Vielfalt seiner Erfahrungen, Wünsche und Fantasien ein inneres Bild zu entwickeln. Siehe Praxisteil. Wichtig ist hierbei, dass sämtliche Sinne angesprochen werden, also dass Geräusche, Hautempfindungen, Geschmack und auch Gerüche vorkommen. Inhaltlich sind derartige Geschichten meist relativ einfach gehalten, damit sie möglichst viel Raum für individuelle Assoziationen und Interpretationen lassen. Dabei ist zu beachten, dass angenommen wird, dass ca. 10% der Patienten nicht über ein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen verfügen und der Einsatz von imaginativen Verfahren sich in diesem Fall folglich schwieriger gestalten kann. Für die Praxis Fantasiereise Insel Stell dir vor, du erwachst eines Morgens von den ersten Strahlen der Sonne auf deinen geschlossenen Augenlidern. Du riechst die morgenkühle Luft. Du hörst Möwen über dir. Als du deine Augen öffnest, siehst du, dass du auf einer Insel bist. Du liegst auf warmem, weichem Sand. Du siehst auf das offene, blaue Meer. Die Morgensonnenstrahlen spiegeln sich auf dem Wasser. Kleine Wellen rollen an den Strand und bringen ein paar Muscheln mit. Du siehst die Wellen ankommen und wieder fortgehen. Du siehst eine Weile den Wellen zu. Du atmest die klare Morgenluft ein. Sie ist frisch und salzig und schmeckt nach einem wunderschönen Tag. Du atmest tief durch und richtest dich auf. Du betrachtest die Insel, auf der du erwacht bist. Hohe Palmen breiten ihre Blätter über der Insel aus und spenden ihr Schatten. Du erhebst dich und gehst zu den Palmen. An einer Stelle stehen die Palmen besonders dicht. Dort wachsen Pflanzen mit großen Blättern. Zwischen den Pflanzen sprudelt eine kleine Quelle, an der du dich erfrischst. Du spazierst nun ein wenig über die Insel. Sie ist nicht sehr groß. Niemand stört deine Wege. Du hast die ganze Insel für dich allein. Ihre ganze Schönheit und Lieblichkeit ist nur für dich bestimmt. Du lässt die Augen schweifen über die Insel und das Meer. Du genießt die Ruhe und den Frieden. Du fühlst dich vollkommen glücklich. Du setzt dich wieder an den Strand und siehst noch eine Weile auf das Meer hinaus. Du atmest nun tief durch. Du rechst die Arme und streckst und regelst dich wie eine Katze. Du öffnest langsam die Augen. Du gewöhnst dich an das helle Licht und kehrst langsam, ganz in deinem Tempo, wieder ins Hier und Jetzt zurück. Praxisteil Ende Empirische Fundierung Zur Effektivität imaginativer Verfahren als Entspannungsverfahren gibt es aufgrund der großen Heterogenität gemäß der Richtlinien der Agency of Healthcare Research and Quality, AHRQ, keine ausreichenden empirischen Belege. Unterabschnitt 10.2.4 Hypnose Beschreibung Bei hypnotherapeutischen Methoden wird der Patient in einen bewusstseinsveränderten, schlafähnlichen Trance-Zustand versetzt. Damit wird angestrebt, eine Haltung minimalen Widerstands bzw. maximaler Akzeptanz zu erzeugen, in der eine Vielzahl therapeutischer Interventionen möglich ist. Zum Beispiel können unter Hypnose kognitive Neubewertungen durchgeführt, aber auch die Kopplung von Vorstellungen und physiologischen Reaktionsmustern verändert werden. Hypnotische Verfahren enthalten also Entspannungselemente, gehen in der eigentlichen Zielsetzung aber weit über die reine Entspannung hinaus. Die Hypnose wird zu den imaginativen Verfahren gezählt. Durchführung Der hypnotische Zustand wird mittels verschiedener Techniken der Trance-Induktion, wie zum Beispiel Augenfixationsmethoden, Pendel oder verbaler Anweisungen, Suggestionen, herbeigeführt. Durch diese speziellen Rituale engt sich die Wahrnehmung des Hypnotisierten zunehmend ein und die Kritikfähigkeit des Patienten wird sowohl gegenüber externalen Reizen, zum Beispiel Geräuschen, als auch internalen Reizen, Gedanken, Körperempfindungen, reduziert. Innerhalb dieses Zustands ist der Hypnotisierte in erhöhtem Maße beeinflussbar und für therapeutische Suggestionen empfänglich. Soll das Verfahren mit dem Ziel eingesetzt werden, Entspannung und Wohlbefinden zu fördern, kann der Therapeut den Patienten anleiten, sich Situationen vorzustellen, die für ihn mit Entspannung verbunden sind und ihm das Gefühl vermitteln, Energiereserven freizusetzen, oder Situationen, die eine positive emotionale Bedeutung für ihn haben. Allerdings unterscheiden sich Menschen besonders stark in der Fähigkeit, inwieweit sie hypnotisierbar sind oder nicht. Inzwischen geht man davon aus, dass Hypnotisierbarkeit als einigermaßen stabiles Persönlichkeitsmerkmal betrachtet werden kann. RTT rund 60. Nur 10 bis 20 Prozent aller Menschen werden demnach als gut bis sehr gut, 60 bis 70 Prozent als mittelmäßig und 10 Prozent als nicht hypnotisierbar eingeschätzt. Empirische Fundierung Hypnotherapeutischen Techniken wird, jedoch meist in Verbindung mit verhaltenstherapeutischen Kurzprogrammen, eine gute Wirksamkeit, beispielsweise bei chronischen Schmerzen bestätigt. Des Weiteren liegen positive Wirksamkeitsnachweise im Rahmen von Rauchstopp-Interventionen, bei Geburtsschmerz, Zahnbehandlungen, Warzen, Schlafstörungen und vereinzelt bei Angststörungen vor. Wenig wirksam gelten hypnotische Verfahren bei Abhängigkeitserkrankungen und Bluthochdruck. Unterabschnitt 10.2.5 Autogenes Training nach J.H. Schulz Beschreibung Das autogene Training, AT, ist ein auf der Grundlage der Hypnose entwickeltes Verfahren. Dabei leitet der Anwender, wie dem Begriff autogen bereits zu entnehmen ist, den Entspannungszustand durch konzentrative Autosuggestionen selbst ein. Intention des Begründers J.H. Schulz war es, auf diesem Weg eine größere Unabhängigkeit des Patienten vom Hypnotiseur zu erreichen. Im Vergleich zur PMR erreicht der Anwender beim AT die Entspannung vorwiegend über kognitive Aufmerksamkeitsprozesse. Durchführung Die Übungen des AT sollten idealerweise, wie die meisten gängigen Techniken, in einem ruhigen, leicht abgedunkelten Raum und in einer für den Patienten angenehmen Position, im Liegen, Sitzen oder in der sogenannten Droschkenkutscherhaltung durchgeführt werden. Zu Beginn geht es vor allem darum, einströmende Gedanken, Bilder, Vorstellungen und Assoziationsketten schrittweise abzuschalten. Hierzu kann der Therapeut ein festgelegtes Ritual vorschalten, das die Teilnehmer, beispielsweise mit der wiederholt und ruhig aufgesagten suggestiven Formel Ich bin ganz ruhig, physiologisch dahingehend deaktiviert, dass sie im weiteren Verlauf die eigentlichen Übungen des AT ausführen können. Im Folgenden geht der Therapeut die sechs Standardübungen des AT durch, welche sich direkt auf die relevanten psychophysiologischen Prozesse Atmung, Herzschlag, Durchblutung beziehen. Siehe Praxisteil. Hierbei sollen sich die Patienten etwas vorstellen, das sich im Anschluss auch tatsächlich einstellt. Durch regelmäßiges Trainieren lernt der Patient nach und nach, diese Übungen selbst durchzuführen und somit die Entspannung auch ohne Instruktion des Therapeuten einzuleiten. Für die Praxis Die sechs Standardübungen des AT 1. Schwere Übung Beide Arme sind schwer, ganz schwer 2. Wärmeübung Beide Arme sind warm, angenehm warm 3. Herzübung Das Herz schlägt ruhig und kräftig 4. Atmungsübung Die Atmung ist ruhig und gleichmäßig 5. Sonnengeflechtsübung Der Bauch ist warm, strömend warm 6. Stirnkühle Übung Die Stirn ist kühl, angenehm kühl Bei der Herzübung ist zu beachten, dass diese bei einigen Patienten, vor allem mit Beschwerden im Bereich der inneren Medizin, zu verstärktem Herzklopfen führen kann und in diesem Fall nicht ganz unproblematisch einzusetzen ist. Eine Möglichkeit wäre, das Wort Herz durch Puls zu ersetzen. Sollte auch dies nicht funktionieren, so ist auf die Herzübung zu verzichten. Bei ähnlichen Problemen innerhalb anderer Übungen kann ebenso vorgegangen werden. Praxisteil Ende Neben den dargestellten psychophysiologischen Standardübungen gibt es sogenannte Oberstufenübungen, die zum Teil psychoanalytische, imaginative oder auch meditative Techniken integrieren, und spezielle Übungen, zum Beispiel organspezifische Formeln, welche in ihrer Zielstellung jedoch über Entspannung hinausgehen und daher hier nicht weiter dargestellt werden sollen. Empirische Fundierung Und Neurodermitis Entspannungsverfahren Entspannungsverfahren lassen sich dabei zum einen in Form einer regelmäßig praktizierten Übungen zur generellen Steigerung des Entspannungsniveaus einsetzen, zum anderen können sie als Hilfestellung für die erfolgreiche Bewältigung akuter Belastungssituationen dienen, sogenannte angewandte Entspannung. Bei entsprechender Adaption ist der Einsatz von Entspannungsverfahren prinzipiell ab dem Kleinkindalter, zum Beispiel in Form von Entspannungsgeschichten, bis ins hohe Alter möglich. Bei angemessener Berücksichtigung von Kontraindikationen gilt die geringe Wahrscheinlichkeit unerwünschter Nebenwirkungen als großer Vorteil von Entspannungsverfahren. Zu den wichtigsten Kontraindikationen zählen Hypotonie, niedriger Blutdruck. Bei Patienten mit niedrigem Blutdruck sind alle Verfahren, die eine zusätzliche Weitung der Gefäße verursachen, kontraindiziert. Dies gilt ebenso für den Einsatz bei vagovosalen Synkopen, neural vermittelnde Bewusstlosigkeit, oder bei Patienten mit einer Blutspritzenphobie, deren zentrales Kennzeichen ein Abfallen des Blutdrucks ist. Im Bereich der körperlichen Erkrankungen gelten darüber hinaus Gefäßspasmen, Bradykardie, Herzschlag unter 60 Schläge pro Minute, bestimmte Atemwegserkrankungen, zum Beispiel Asthma, da hier durch die Atemverlangsamung die Ateminsuffizienz verstärkt werden kann, und akute Migräneattacken als Kontraindikationen. Akute Psychosen Entspannungsverfahren eignen sich nicht zur Bewältigung akuter psychotischer Symptomatik, werden aber erfolgreich zur Rezidivprophylaxe nach Abklingen der akuten Symptome eingesetzt. Entspannungsverfahren werden bei den meisten Störungen nicht als alleinstehende Intervention, sondern als Komponente eines umfassenden Therapieplans eingesetzt. Unterabschnitt 10.3.2 Mögliche Probleme bei der Durchführung Neben den vielfältigen Anwendungsbereichen von Entspannungsverfahren einerseits und klaren Kontraindikationen andererseits, gibt es auch Bereiche, in denen Ihr Einsatz mit spezifischen Problemen verbunden sein kann. Diese Probleme müssen nicht zwingend gegen den Einsatz dieser Verfahren sprechen, sollten aber zumindest bei der Planung der konkreten Umsetzung berücksichtigt werden. Sexuelle Missbrauchsopfer Für Patienten mit sexuellen Missbrauchserfahrungen kann bereits das Setting, zum Beispiel stiller und abgedunkelter Raum, mit geschlossenen Augen auf dem Boden liegen, traumatische Erinnerungen auslösen und sogar bis hin zu Panikattacken führen. Panikattacken Auch wenn sich Entspannungsverfahren grundsätzlich positiv auf eine Angstsymptomatik auswirken können, zum Beispiel zur Reduktion des allgemeinen Anspannungsniveaus, erscheint es problematisch, sie als ausschließliche Methode zur Angstreduktion innerhalb einer Panikattacke einzusetzen. Verschiedene Studien zeigen, dass der langfristige Erfolg in der Therapie von Panikstörungen abnimmt, wenn Patienten instruiert werden, während der Paniksituation zu entspannen, eventuell weil Entspannung als Vermeidungsverhalten eingesetzt wird. In besonderen Fällen kann es darüber hinaus auch zu einer paradoxen Reaktion kommen, sogenannte Relaxation-Induced Anxiety, RIA, also zu einem durch die Entspannung ausgelösten Angstzustand. Angst vor Kontrollverlust Auch wenn sich Entspannungsverfahren vielfältig einsetzen lassen, sollte sich die Auswahl eines geeigneten Verfahrens immer nach der empirischen Befundlage bezüglich der konkreten vorliegenden Störung sowie den individuellen Bedürfnissen und gegebenenfalls den Vorerfahrungen des Patienten richten. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 2 Therapieverfahren Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag Gelesen von Philipp Kühl Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag geschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 11 Achtsamkeitsbasierte Interventionsverfahren von Matthias Berking Abschnitt 11.1 Beschreibung Definition Achtsamkeit Englisch Mindfulness lässt sich definieren als ein selbstregulatorischer Prozess, der auf das bewusste, nicht wertende Erleben der aktuell wahrnehmbaren subjektiven Erfahrungen abzielt. Zu diesen Erfahrungen zählen Körperempfindungen und andere Sinneseindrücke, Gedanken, Erwartungen, Vorstellungen, Erinnerungen und Gefühle. Definition Ende Ein achtsamer Umgang mit diesen Erfahrungen zeichnet sich durch Offenheit, Neugier, Akzeptanz und Selbstunterstützung aus. Zuweilen wird der Begriff achtsam auch im Sinne von sorgsam, vernünftig und überlegt gebraucht. Auch wenn sich Achtsamkeit trainieren und bis zu einem gewissen Ausmaß automatisieren lässt, bedarf der Prozess in der Regel einer bewussten Initiierung und Aufrechterhaltung. Damit bildet Achtsamkeit gewissermaßen den Gegenpol zu ruminativen, negativ bewertenden, auf Vermeidung aversiver Erfahrungen ausgerichteten und oft hochautomatisierten Verarbeitungsmodi, welche als Risikofaktoren für die Entstehung psychischen Leidens gesehen werden. Zur Illustration findet sich im Folgenden eine Kurzanleitung für eine Achtsamkeitsübung, welche bei vielen Ansätzen eine zentrale Rolle spielt. Siehe Praxisteil Für die Praxis Atem-Meditation Die Mutter aller Achtsamkeitsübungen Erstens, nimm eine dir genehme Meditationshaltung ein. Wichtig, Rücken gerade, Kopf aufrecht, Augen geschlossen oder auf einen festen Punkt gerichtet. Und bleibe, soweit möglich, für einen zuvor festgelegten Zeitraum in dieser Haltung. Zweitens, richte deine Aufmerksamkeit auf den Atem. Spüre im Bauchraum, wie dieser ganz von alleine ein- und wieder ausströmt. Drittens, wenn du willst, kannst du beim Einatmen innerlich ein- und beim Ausatmen aussagen. Achte aber darauf, dass du mit mindestens 80% deiner Aufmerksamkeit bei der Empfindung des Ein- und Ausatmens im Bauchraum bleibst und lediglich mit 20% deiner Aufmerksamkeit beim Ein- und Aussagen. Viertens, nach einer Weile wirst du merken, dass du abgeschweift bist und an etwas anderes denkst. Das ist ganz normal. Mach dir an dieser Stelle eine kurze mentale Notiz, zum Beispiel abgeschweift oder Gedanken. Und komme mit der Aufmerksamkeit wieder liebevoll zurück zum Atem. Fünftens, möglicherweise wirst du auch unangenehme Körperempfindungen wahrnehmen und den Impuls, die Stellung zu wechseln. Versuche dann, so gut es geht, diese einfach nur zu beobachten und dir auch hier eine mentale Notiz, Körperempfindungen, zu machen. Und kehre dann mit der Aufmerksamkeit wieder liebevoll zurück zum Atem. Genauso kannst du mit anderen Ablenkungen verfahren, wie zum Beispiel Geräusche, Ärger, Sorgen oder Verlangen. Sechstens, wenn die vorher festgelegte Zeit abgelaufen ist, löse die Meditationshaltung vorsichtig auf und bedanke dich bei dir für deinen Einsatz. Praxisteil Ende Abschnitt 11.2 Historie Die systematische Kultivierung von Achtsamkeit als Mittel zur Reduktion menschlichen Leidens begann bereits vor ca. 2500 Jahren mit den Lehren des Siddhartha Gautama. Beim Studium der überlieferten Zitate des Buddha, Erwachter, fällt auf, dass sich viele buddhistische Konzepte, siehe Exkurs, durch eine erstaunliche Kompatibilität zu kognitiv-verhaltenstherapeutischen Erklärungs- und Veränderungstheorien auszeichnen. Exkurs Buddhistische Weisheiten Von der Art des Denkens hängt alles ab, vom Denken geht alles aus, wird alles gelenkt und geschaffen. Wer schlecht redet oder handelt, dem folgt Leid wie das Rad den Hufen des Zugtieres. Nicht außerhalb, nur in sich selbst soll man den Frieden suchen. Der Mensch leidet, weil er Dinge zu besitzen und zu behalten begehrt, die ihrer Natur nach vergänglich sind. Zugeschrieben Siddhartha Gautam Buddha, ca. 430 v. Chr. Exkurs Ende So werden beispielsweise dysfunktionale kognitive Prozesse und Verhaltensweisen im Buddhismus als zentrale Ursache menschlichen Leidens gesehen. Ganz im Sinne motivationaler Störungsmodelle werden Kognitionen und Verhaltensweisen dabei primär als Konsequenzen motivationaler Kräfte konzeptualisiert. Begehren und Nichtwollen und die Quelle des Leidens primär im Verhaften an nicht erreichbaren Zielen gesehen. Aufbauend auf der Annahme, dass alle Erfahrungen vergänglich sind, wird die Schlussfolgerung gezogen, dass eine wirkliche Befreiung vom Leid nur dann zu erzielen ist, wenn man sich von den Tendenzen Begehren bzw. Nichtwollen distanziert. In der damit einhergehenden Festlegung auf Bedürfnislosigkeit und der damit einhergehenden Auflösung des Selbst als dem ultimativ anzustrebenden Zustand unterscheidet sich der Buddhismus von den meisten westlichen Therapieschulen speziell von den tendenziell eher auf Veränderung und Zielerreichung ausgerichteten traditionellen KVT-Ansätzen. Allerdings sind sich auch klassische KVT-Ansätze der Bedeutung akzeptanzorientierter Vorgehensweisen bewusst gewesen. So wird beispielsweise in der kognitiven Therapie nach Alice explizit dazu aufgefordert, erst am Problem mit dem Problem zu arbeiten. Dazu wird im sogenannten sekundären ABC die Bewertung der emotionalen, behavioralen, physiologischen Reaktionen auf die problematische Situation und deren Folge herausgearbeitet und bei Bedarf modifiziert, um die Akzeptanz des Problems zu fördern. Siehe Kapitel 3. Nachdem achtsamkeitsbasierte Ansätze in der empirischen orientierten klinischen Psychologie in den letzten drei Jahrzehnten allenfalls als Randphänomen zur Kenntnis genommen wurde, haben sie seit einigen Jahren beachtlich an Popularität gewonnen. Vor allem im US-amerikanischen Raum vergeht zurzeit kein Monat, in dem nicht ein neues Mindfulness-Based-CBT-Treatment für eine spezifische Störung oder Problemkonstellation vorgestellt wird. Als mögliche Gründe für diese Entwicklung ist, über den generellen Innovationsdruck hinaus, zu berücksichtigen, ein allgemein vermeidungsorientierter Umgang mit aversiven Erfahrungen wird zunehmend als transdiagnostisch relevanter Faktor für Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen gesehen. Achtsamkeit liefert einen theoretischen Bezug und konkrete Handlungsempfehlungen, wie solche Vermeidungstendenzen reduziert werden können. Es wird zunehmend anerkannt, dass der Einsatz veränderungsorientierter Techniken bei Patienten Veränderungsdruck auslösen kann, der therapeutische Fortschritte erschweren kann. In diesem Sinne haben beispielsweise einige Patienten Schwierigkeiten, sich auch unter Anleitung gezielt zu entspannen, weil sie durch die Zielvorgabe wieder in ihr altes Leistungsdenken rutschen, was Entspannung verhindert. Durch die Vermittlung a. einer allgemeinen Einstellung aller Alles-Darf-Sein inklusive Anspannung, b. konkreter Techniken zur Akzeptanzförderung, einfach nur wahrnehmen und beschreiben, und c. einer Stärkung der toleranzbezogenen Selbsteffizienz, ich bin gut im Aushalten unangenehmer Gefühle, kann der Veränderungsdruck reduziert werden, was die tatsächliche Veränderung, in diesem Fall die Entspannung, erheblich erleichtern kann. Die Psychotherapieforschung belegt mittlerweile eindeutig, dass problematische Erlebens- und Verhaltensweisen auch mit modernen KVT-Methoden nicht beliebig modifizierbar sind. Deswegen muss davor gewarnt werden, bei Patienten und Therapeuten unrealistische Veränderungserwartungen zu wecken, die dann nicht erfüllt werden und die Veränderungsmotivation reduzieren und die therapeutische Beziehung belasten. In diesem Sinne muss man beispielsweise sorgfältig darauf achten, dass Patienten die Vermittlung eines kognitiven Störungsmodells nicht interpretieren als »Du musst nur anders denken und schon bist du nicht mehr depressiv« und sich dann über Selbstvorwürfe weiter belasten, weil ihnen das nicht sofort, komplett und nachhaltig gelingt. Eine frühzeitige Fokussierung auf Erfahrungsoffenheit und Akzeptanz bei nicht- oder schwer veränderbaren Problembereichen kann solchen Entwicklungen entgegenwirken. In den letzten Jahren fanden sich zunehmend Belege für die Effektivität achtsamkeitsbasierter Verfahren in der Behandlung psychischer Störungen. In der Folge nahm auch die Grundlagenforschung im Bereich Achtsamkeit deutlich zu. Mittlerweile liegen auch hier einige Studien vor, die Zusammenhänge zwischen Achtsamkeiten und Indikatoren psychischer Gesundheit belegen. Abschnitt 11.3 – Klinische Anwendung Achtsamkeit lässt sich auf verschiedene Arten fördern und kann in psychotherapeutischen Behandlungen einen gänzlich unterschiedlichen Stellenwert einnehmen. Das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten reicht von mehrwöchigen, rigorosen sogenannten Retreats, in denen von 4 Uhr morgens bis 10 Uhr abends verschiedene Arten von ein- bis zweistündigen Sitz-, Steh-, Geh-, Liege-, Ess- und Arbeitsmeditationen praktiziert werden, immer mit dem Fokus auf der kontinuierlichen Wiederausrichtung der Aufmerksamkeit auf den jeweiligen Meditationsfokus, z.B. Atem, Empfindung in den Fußsohlen beim Gehen, bis hin zu einer kleinen Variation der Instruktionen beim Durchführen der progressiven Muskelrelaxation, PMR, im Rahmen einer KVT-Behandlung. Spüren Sie genau, was Sie gerade in Ihrem Körper wahrnehmen können. Einfach nur wahrnehmen, ohne zu bewerten. Je nach Bedeutung des Konzeptes im Rahmen des therapeutischen Vorgehens wird dabei gelegentlich unterschieden zwischen eher achtsamkeitsbasierten – Achtsamkeit stellt zentrales Behandlungselement dar – und eher achtsamkeitsassoziierten – Achtsamkeit ist eine unter mehreren eingesetzten Vorgehensweisen – Verfahren. Innerhalb der großen Menge der Anwendungsmöglichkeiten haben sich die folgenden strukturierten Verfahren mittlerweile in der Versorgungslandschaft etabliert. Unterabschnitt 11.3.1 Mindfulness-Based Stress Reduction MBSR Dieses hochstrukturierte Programm zur achtsamkeitsbasierten Stressreduktion wurde von dem Molekularbiologen Jon Kabat-Zinn in den 1970er Jahren entwickelt und zählt zu den etabliertesten achtsamkeitsbasierten Ansätzen. MBSR wurde ursprünglich zur Behandlung von Schmerzpatienten entwickelt, die anderweitig austherapiert waren. Das Training besteht aus einem 8- bis 10-wöchigen Gruppenkurs, im Rahmen dessen sich die Teilnehmer einmal pro Woche für ca. 2,5 Stunden treffen, um Achtsamkeitsfertigkeiten zu trainieren und Stress- und Coping-Strategien zu diskutieren. In der 6. Woche findet zudem ein ganztägiges Intensivtraining von etwa 8 Stunden statt. Die wichtigsten Elemente der sogenannten formalen Praxis sind Body-Scan-Übung, bei der die Aufmerksamkeit sukzessive auf verschiedene Körperstellen gelenkt wird, Sitzmeditation, Hatha-Yoga-Positionen, welche mit sanften Dehnübungen die Achtsamkeit für Körperempfindungen trainieren. Als informelle Meditation wird die bewusste Aufmerksamkeitslenkung auf alltägliche Tätigkeiten wie etwa Gehen, Essen oder Abwaschen verstanden. Die Teilnehmer werden aufgefordert, auch außerhalb des angeleiteten Trainierens regelmäßig zu meditieren und zwar täglich mindestens 45 Minuten an 6 Tagen pro Woche. Von den Lehrenden wird gefordert, dass sie über ausgewiesene Meditationserfahrung verfügen. Mittlerweile ist die Effektivität von MBSR bei einer Vielzahl von Störungen, wie zum Beispiel Depressionen, Essstörungen, generalisierte Angststörungen, Krebs- oder Hautkrankheiten untersucht worden. In einer Meta-Analyse kritisierte Bär zwar die methodische Qualität vieler dieser Studien, fand aber Effektstärken im mittleren Bereich. In einer neueren Meta-Analyse zu den Effekten von MBSR und MBCT, siehe nächster Unterabschnitt, zeigten sich darüber hinaus sogar große Effekte in Bezug auf die Reduktion von Angst und affektiven Symptomen bei klinischen Stichproben. Unterabschnitt 11.3.2 Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression MBCT MBCT wurde von Seagal, Williams und Teasdale speziell zur Rückfallprävention bei Patienten mit unipolarer Depression entwickelt. In dem Verfahren werden aus MBSR entlehnte achtsamkeitsbasierte Interventionen mit den Vorgehensweisen kognitiv-verhaltenstherapeutischer Depressionsbehandlung kombiniert. Es wird angenommen, dass bei Personen, die bereits depressive Episoden erlebt haben, schon leicht dysphorische Stimmungen ausreichen, um depressogene Denkmuster auszulösen, welche dann zum Rückfall führen. Achtsamkeitsbasierte Verfahren sollen den Patienten zum einen helfen, depressogene Gedanken frühzeitig zu erkennen und antidepressives Coping einzusetzen. Im Speziellen sollen die Patienten dabei lernen, dass diese Gedanken nicht die Realität sind, sondern lediglich Gedanken, die kommen und gehen. Damit liegt der Fokus in MBCT im Gegensatz zur kognitiven Therapie nach Beck oder Ellis nicht so sehr auf der Veränderung der Denkinhalte, sondern auf einer größeren Distanz, De-Centering, bei gleichzeitiger Akzeptanz gegenüber den eigenen Gedanken. Eine Reihe von hochwertigen Studien bestätigt mittlerweile die Effektivität von MBCT bei rezidivierenden, unipolaren Depressionen. Unterabschnitt 11.3.3 Mindfulness-Based Relapse Prevention MBRP MBRP wurde von Bowen, Schorler und Marlet als achtwöchiges Gruppenprogramm zur Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen entwickelt. MBRP integriert das Rational Achtsamkeitsbasierte Vorgehensweisen und Techniken, vor allem MBSR und MBCT, und das Rational und die Vorgehensweisen des kognitiv-verhaltenstherapeutischen Rückfallpräventionsprogramms von Marlet und Gordon. Die achtsamkeitsbasierten Techniken zielen vor allem darauf ab, dass Patienten lernen, motivationale Impulse, die zum Substanzkonsum drängen, sowie diesen vorausgehenden Körperempfindungen, Emotionen, Gedanken etc. achtsam wahrzunehmen, ohne auf sie zu reagieren. Um diese Kompetenz zu üben, werden formale und informelle Achtsamkeitsübungen eingesetzt. Zur Integration von Achtsamkeit im Alltag, beziehungsweise beim Einsatz von Achtsamkeitsfertigkeiten in Hochrisikosituationen, wird das konkrete Vorgehen durch das Akronym SOBER vorgegeben. Obwohl der Einsatz von Achtsamkeitsverfahren in der Behandlung von Alkoholismus eine lange Tradition hat, sind wissenschaftlich hochwertige Studien in diesem Bereich selten. Im Bereich von MBRP belegen erste Pilotstudien, die Wirksamkeit des Verfahrens. Diese Studien deuten darauf hin, dass die Patienten die Achtsamkeitsskills auch nach Ende der Behandlung selbstständig weiterüben müssen, damit der Effekt erhalten bleibt. Inwieweit bzw. bei welchen Patienten MBRP effektiver ist, als klassische KVT-orientierte Vorgehensweisen, bleibt abzuwarten. Unterabschnitt 11.3.4 Dialectic Behavior Therapy DBT Die DBT wurde von Marsha Linehan ursprünglich zur Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung, siehe Kapitel 9, Band 1, entwickelt. Mittlerweile existieren auch modifizierte Varianten für Essstörungen, affektive Störungen, Substanzmissbrauch, PDBS, Sexualstraftäter und ADHS. Die Vermittlung von Achtsamkeitsfertigkeiten gilt in der DBT als zentrales Therapieziel. Diese werden als Core-Skills gesehen, da sie die Grundlage für den erfolgreichen Einsatz der Emotionsregulations-, interpersonellen und Distress-Toleranz-Fertigkeiten bilden. Sie werden von allen Skills als erste eingeführt, besonders intensiv in den Tagebuchkarten monitoriert und zu Beginn eines jeden anderen Fertigkeiten-Moduls wiederholt. Dabei werden die folgenden Fertigkeiten unterschieden. Siehe Tabelle 11.1 im gedruckten Buch. Neben der Vermittlung von Achtsamkeit als Kompetenz bei Patienten gilt Achtsamkeit auch auf Seiten des Therapeuten als Kompetenz, die von zentraler Bedeutung ist für den effektiven Umgang mit herausfordernden Patienten und den affektiven Reaktionen und Verhaltensimpulsen, die diese beim Therapeuten auslösen können. Während die Effektivität von DBT mittlerweile als sehr gut belegt gelten kann, gibt es bislang wenig belastbare Befunde, die klären, inwieweit die Vermittlung von Achtsamkeitsfertigkeiten für die Effektivität von DBT verantwortlich ist. Unterabschnitt 11.3.5 Acceptance and Commitment Therapy ACT Hayes, Strohzal und Wilson postulieren aufbauend auf der sogenannten Relations Frame Theory, dass die über automatisierte sprachliche Bewertungen vermittelte rigide Tendenz, aversive Erfahrungen zu vermeiden, zur Entwicklung psychischer Störungen führt. Für die Aufrechterhaltung der Störung sei dann der Versuch, die Symptome zu kontrollieren und so die damit verbundenen aversiven Erfahrungen zu vermeiden, von entscheidender Bedeutung. Control is not the solution. Control is the problem. An dieser Stelle setzt die transdiagnostisch ausgerichtete Acceptance and Commitment Therapy ACT an. Negative Emotionen sollen als notwendiger Bestandteil der menschlichen Existenz gesehen werden, welche bei Bedarf akzeptiert und ausgehalten werden können. Anxiety embraced is not a problem at all. Verhalten soll nicht dem Ziel der maximalen Schmerzreduktion dienen, sondern dem Verfolgen und Erreichen von positiven und intrinsisch motivierten Zielen. ACT ist störungsübergreifend konzipiert und beinhaltet Elemente aus Verhaltens- und Gestalttherapie sowie Achtsamkeitsübungen, die dabei helfen, die eigenen Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen zu akzeptieren. Acceptance. Für verschiedene Lebensbereiche werden außerdem persönliche Ziele gesetzt, die engagiert und selbstverantwortlich verfolgt werden sollen. Commitment. Ziel von ACT ist also nicht die Symptomreduktion bei Krankheiten oder Störungen, sondern primär die Förderung eines erfüllten Lebens. Allerdings zeigen mittlerweile die Ergebnisse eine Reihe von Studien, unter anderem bei Angststörungen, Krebserkrankungen, Depressionen, chronischen Schmerzen, Diabetes, Trichotillomanie, Epilepsie, Nikotinabhängigkeit und Schizophrenie, dass auch die psychopathologische Symptombelastung abnimmt. In einer Meta-Analyse von Powers zum Wörde-Siebe-Wörding und Emmelkamp über 18 randomisierte Studien aus diversen Anwendungsfeldern wird eine mittlere Effektstärke von D gleich 0,42 für die Effektivität von ACT berichtet. Unterabschnitt 11.3.6 Vipisana und Zen-Meditation Unter diesen Oberbegriffen lassen sich eine Reihe von Verfahren subsumieren, die sich in der konkreten Vorgehensweise und dem zugrunde liegenden Rational teilweise deutlich unterscheiden. Gemeinsames Band ist jedoch die meditative Praxis, die vor allem in der Fokussierung auf den Atem oder andere Körperempfindungen besteht. Achtsamkeit wird dabei unter anderem in mehrtägigen Kursen praktiziert, welche durch Spenden und ehrenamtliche Tätigkeiten finanziert werden. Die Teilnehmer legen für diese Zeit oft eine Art Schweigegelübde ab und folgen einem streng geregelten Tagesablauf, der zum überwiegenden Teil bzw. ausschließlich auf das Training von Achtsamkeit ausgerichtet ist. Ergänzend können, je nach Tradition, Koans bewusstseinserweiternde Kontemplationen, zum Beispiel bezogen auf die Frage, wie klingt das Klatschen einer Hand, Rezitationen, Niederwerfungen, nicht vor einem Gott wie Pisana und Zen-Schulen, sehen in der Regel die eigene Erfahrung als höchste Realität an, der Buddha wird als ein Vorbild gesehen und als ein solches verehrt, oder Visualisierungsübungen zum Einsatz kommen. In empirischen Studien zeigten sich bei erfahrenen Meditierenden unter anderem veränderte ERP-Muster, die auf eine geringere Reaktivität auf Ablenkungsreize hindeuten, erhöhtes Wohlbefinden sowie weniger Stresssymptome. Aufgrund fehlender Langzeit-RCTs ist bei vielen dieser Studien jedoch nicht ausreichend geklärt, in welchem Maße es sich dabei um Trainings- oder Selektionseffekte handelt. Nichtsdestotrotz spricht die Befundlage dafür, dass intensive Meditation erhebliche Effekte auf die für die Informationsverarbeitung relevanten Prozesse und Strukturen haben kann. Ebenfalls auf buddhistische Lehren zurückgehende Verfahren, die auf Achtsamkeit aufbauen und diese zur Bewusstwerdung des eigenen Verhaftetseins und Leidens nutzen, um dann einen Schritt weiterzugehen und Mitgefühl, Compassion mit sich selbst und in der Regel allen anderen fühlenden Wesen zu trainieren. Mitgefühl ist dabei nicht mit Selbstmitleid zu verwechseln. Vielmehr wird es definiert als ein warmes Gefühl der Anteilnahme, das verbunden ist mit dem Wunsch, mir und oder anderen zu helfen. Die Aktivierung von Mitgefühl bildet dann wiederum die Grundlage für einen bewussten und fürsorglichen Umgang mit sich selbst und anderen. Acts of loving kindness. Ansätze dieser Art wurden in den letzten Jahren unter anderem von Paul Gilbert in die westliche Therapielandschaft integriert und wissenschaftlich evaluiert. Erste empirische Befunde belegen das therapeutische Potenzial dieser Vorgehensweisen, lassen aber noch keine Aussagen darüber zu, in welchen Anwendungsfeldern diese Verfahren möglicherweise effektiver sind als klassische KVT-Ansätze. Vermutlich profitieren von Compassion and loving kindness basierten Übungen vor allem selbst kritische Patienten und Patienten mit Ärgerproblemen. Abschnitt 11.4 Potenzielle Wirkmechanismen Auch wenn die diesbezügliche Forschung noch ganz am Anfang steht, lassen sich die folgenden Prozesse als potenziell relevant für die Effekte achtsamkeitsbasierter Verfahren sehen. Exposition und Reaktionsverhinderung Sämtliche achtsamkeitsbasierte Interventionen fordern und fördern die nicht bewertende, bewusste Wahrnehmung aversiver Erfahrungen bei gleichzeitigem Fokus auf diese nicht mit automatisierten Vermeidungsreaktionen zu reagieren. In diesem Sinne zeichnen sich formale Achtsamkeitsübungen durch prolongierte, monotone Routinen aus, zum Beispiel 1 bis 50 Minuten auf den Atem oder die Fußsohlen achten. Da diese Routinen auch komplett automatisiert ausgeführt werden können, ist im Arbeitsgedächtnis viel Kapazität frei, welche, bei entsprechender Disposition, zur Arbeit an aktuell unbefriedigten Zuständen einlädt. Die kognitive Beschäftigung mit diesen Problemen wird zu aversiven Gedanken, Erinnerungen, Vorstellungen und Emotionen führen. Ein achtsamer Umgang mit diesen aversiven Erfahrungen besteht darin, sie kurz bewusst, aber neutral wahrzunehmen und dann wieder mit der Aufmerksamkeit zum Meditationsfokus zurückzukehren, ohne den in der Regel gleichzeitig ausgelösten Vermeidungsimpulsen zu folgen. Speziell bei Übungen, die in einer formalen unbeweglichen Haltung praktiziert werden, zum Beispiel Sitzmeditation, wird die Aktivierung aversiven Erlebens noch durch unangenehme Körperempfindungen, Meditators Pain, gefördert, welche mit dem unbeweglichen Verharren in dieser Position, zum Beispiel beim Knien oder Sitzen im Schneider- oder Lotussitz, einhergehen. Diese aversiven Körperempfindungen lösen den Impuls aus, die Haltung zu ändern. Die Übung besteht aber darin, die Empfindungen und die durch sie ausgelösten Vermeidungsimpulse sowie weitere körperliche und kognitive Reaktionen neutral wahrzunehmen und ihnen nicht nachzugeben, sondern weiter in der unbequemen Haltung zu verharren und die aversiven Erfahrungen möglichst akzeptierend wahrzunehmen. Bis es gar nicht mehr anders geht, man sich bei sich selbst für die geleistete Arbeit glückwünscht und eine andere Haltung einnimmt. Es wird angenommen, dass eine mit Reaktionsveränderung kombinierte Konfrontation mit aversiven Reizen dabei hilft, Reiz-Reaktionsverbindungen zu entkoppeln, bei denen auf einen aversiven Reiz, zum Beispiel dysphorische Stimmung, mit Vermeidungsverhalten, zum Beispiel Alkoholtrinken, reagiert wird. Da solche Vermeidungstendenzen als relevant für die Entstehung und Aufrechterhaltung eine Vielzahl von Störungen gesehen werden können, ist anzunehmen, dass eine solche Reduktion der affektiven Reaktivität als transdiagnostisch relevanter Wirkfaktor, achtsamkeitsbasierter Verfahren, gesehen werden kann. Der Versuch, mit der Aufmerksamkeit beim Meditationsfokus zu bleiben, führt in der Regel zu der Erfahrung, dass das Gehirn bzw. der Geist, Englisch meint, ständig Gedanken produziert und dass diese kommen und gehen. Dadurch können die eigenen Gedanken bewusster wahrgenommen, reflektiert und gegebenenfalls auch modifiziert werden. Bedeutsamer als die Änderung konkreter Gedanken sind jedoch Metagedanken, die sich auf die Einschätzung belastender Gedanken beziehen. In diesem Sinne ermöglichen achtsamkeitsbasierte Verfahren, diese als mentale Phänomene, die kommen und gehen, einzuschätzen und nicht als ein notwendigerweise valides Abbild der Realität zu sehen. Solche Metakognitionen können erheblich dazu beitragen, dass z.B. dysfunktionale Kognitionen nicht zu dysfunktionalen Reaktionen führen. Wenn ein depressiver Patient den Gedanken hat, ich bin nichts wert, sieht er diesen nach einem Achtsamkeitstraining im besten Fall eher als ein Produkt seines Geistes, welcher ständig Gedanken generiert, mit denen man achtsam umgehen sollte, nimmt in der Folge diese Gedanken dann, ohne sie weiter zu bewerten, bewusst wahr und konzentriert sich wieder auf den Atem. Dadurch werden ruminative Gedankenschleifen unterbrochen, die andernfalls zur Aufrechterhaltung der Depression geführt hätten. Stärkung von Toleranz und Akzeptanz Schafft es der Meditierende, das in Achtsamkeitsübungen zum Teil gezielt induzierte aversive Erleben, Meditators Pain, auszuhalten und wahrzunehmen, ohne den Vermeidungsimpulsen nachzugeben, beweist er sich seine eigene Belastbarkeit. Dies kann sich in Schlussfolgerungen und Annahmen im Sinne von Ich kann auch extrem aversive Erfahrungen aushalten und Ich muss aversive Erfahrungen nicht um jeden Preis vermeiden. Ich kann auch einfach erst einmal wahrnehmen, was da in mir passiert, ohne darauf zu reagieren. Niederschlagen. Schlussfolgerungen dieser Art können dann in der Folge den Vermeidungsdruck gegenüber aversivem inneren Erleben reduzieren. Dabei sinkt aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Betroffene zu dysfunktionalen Verhaltensweisen greift, um das aversive Erleben zu vermeiden. Ablenkung Die eben schon angesprochene, anhaltende, repetitive Neuausrichtung der Aufmerksamkeit auf in der Regel sensorische Inputs hilft dabei, Teufelskreise aus negativen Gefühlen und Gedanken zu durchbrechen, welche bei fast allen Störungen eine Rolle spielen und oft dafür sorgen, dass keine externen Inputs mehr verarbeitet werden. Wenn Ablenkung nicht rigide zur Vermeidung aversiven Erlebens eingesetzt wird, wozu achtsamkeitsbasierte Verfahren aufgrund ihrer Akzeptanzorientierung nicht einladen, kann sie als wichtiger Wirkfaktor gesehen werden. Selbstfürsorge und Selbstmanagement Durch die kontinuierlich angestrebte Fokussierung fällt es leichter, mögliche Antizidenzien von Störungsverhalten bewusst wahrzunehmen und ihnen mit gezieltem Coping-Verhalten zu begegnen. Ein ausgeprägtes Bewusstsein bezüglich der eigenen Unachtsamkeit und der daraus möglicherweise resultierenden Folgen, zum Beispiel Griff zur Flasche, motiviert dazu, etwas für das eigene Wohlbefinden zu tun. Außerdem ist anzunehmen, dass mit der kontinuierlichen willentlichen Ausrichtung der Aufmerksamkeit eine für exekutive Prozesse zentrale Grundkompetenz trainiert wird. Entspannung Auch wenn Entspannung im Sinne einer Down-Regulation der psychophysiologischen Erregung nicht das Ziel achtsamkeitsbasierter Ansätze ist, so hat die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf den Atem oder auf einen ähnlichen Meditationsfokus bei gleichzeitiger Einstellung oder Reduktion der körperlichen Aktivität in der Regel einen beruhigenden Effekt. Da die Gedanken aber immer wieder von diesem Fokus abschweifen und sich vor allem Patienten mit unbefriedigenden Zuständen und Problemen beschäftigen, stellt sich in der Meditation schnell ein Wechsel von relativ entspannten Passagen und Phasen des Abschweifens und der Problembetrachtung ein. Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass auch systematische Desensibilisierung, siehe Kapitel 3, zur Effektivität achtsamkeitsbasierter Verfahren beiträgt. Euthymes Erleben Von vielen Meditierenden wird darüber hinaus der ruhige Zustand, der gegebenenfalls auch mit anderen Meditierenden geteilt wird, als angenehme gemeinschaftliche Aktivität erlebt. Zuweilen stellen sich beim Meditieren auch äußerst angenehme Zustände ein, die mit Gefühlen von Euphorie einhergehen. Bei entsprechender kognitiver Verarbeitung kann dies dazu führen, dass die Meditierenden lernen, dass sie allein durch die Betrachtung des Atems einen Zustand von Zufriedenheit, Ruhe und Glück herbeiführen können. In der Folge kann sich die Erkenntnis einstellen, dass sie vielleicht nicht in dem Maße, in dem sie vorher dachten, auf das Erreichen der vielen Ziele angewiesen sind, die sie bislang als Wege zum Glück ansahen. Transzendenz Die eben angesprochenen euphorisierenden Meditationszustände umfassen zuweilen auch ein starkes Verbundenheitsgefühl mit anderen Personen und der Welt im Allgemeinen. Diese Empfindungen wurden mit Begriffen wie Transzendenz des Selbst oder ozeanische Selbstentgrenzung beschrieben. Oft beinhalten diese Zustände ein starkes Mitgefühl mit allen Lebewesen, im Sinne von Alle fühlenden Wesen teilen dasselbe Schicksal, dass sie getrieben von ihren Begierden im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach ihrem Glück suchen, oft aber nicht erkannt haben, dass dieses nicht durch die Befriedigung der Begierden erzielt werden kann. Mit einem affektiv-kognitiven Shift dieser Art geht in der Regel eine Reduktion von negativen Bewertungen des Selbst und der anderen einher. Dies reduziert auch die Ängste vor zukünftigen Selbst- und Fremdabwertungen. Alice hat in diesem Zusammenhang den Begriff der Ego-Anxiety geprägt. Sowie Ärger auf sich und auf andere, was sich wiederum positiv auf die psychische Gesundheit auswirken kann. Abschnitt 11.5 Potenzielle Risiken und Fazit Zahlreiche Belege dokumentieren das Potenzial achtsamkeitsbasierter Verfahren. Klinische Psychologen sollten sich also mit diesen Verfahren und ihren Einsatzmöglichkeiten vertraut machen. Ihr Einsatz wird allerdings durch eine Reihe von Faktoren erschwert. 1. Konstruktdefinition Unterschiedliche Auffassungen über das Konzept und seinen Stellenwert führten schon im Buddhismus zur Bildung immer neuer, verschiedener Strömungen oder Schulen, die den Begriff jeweils nach ihren eigenen Vorstellungen interpretierten. Die aktuelle westliche Psychologie bemüht sich zurzeit intensiv um eine klare Definition, aber auch hier ist unklar, wer eigentlich die Definitionshoheit besitzt. Viel spricht dafür, dass Achtsamkeit als ein multidimensionales Konstrukt gesehen werden sollte. Welche Dimensionen – bewusste Fokussierung, Aufmerksamkeitslenkung auf die Sensorik, Bewertungsfreiheit, Akzeptanz, Erfahrungsoffenheit, Selbstkontrolle, Selbstunterstützung etc. – dabei als konstituierende Elemente von Achtsamkeit gelten können, ist bislang allerdings noch ungeklärt. Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, in zukünftigen Studien die einzelnen Dimensionen des Konstruktes separat zu erfassen und jeweils einzeln mit Blick auf ihre Bedeutung für die psychische Gesundheit zu untersuchen. Hinzu kommt, dass viele Definitionen von Achtsamkeit einer logischen Konstruktprüfung nicht standhalten. So stellt sich beispielsweise bei der vielgebrauchten Definition, Achtsamkeit sei die Konzentration auf den Augenblick, die Frage, wie man sich auf einen Augenblick konzentrieren kann, beziehungsweise ob nicht ein ruminatives Sich-Beschäftigen mit einem aktuellen Problem auch eine Konzentration auf den Augenblick und als solche einen Akt der Achtsamkeit darstelle. Vor diesem Hintergrund sollte in zukünftiger Achtsamkeitsforschung rigoroser auf das Einhalten logisch-wissenschaftlicher Definitionskriterien geachtet werden. Zweitens Messprobleme. Die Erfassung von Achtsamkeit in wissenschaftlichen Studien erfolgt bislang fast ausschließlich über Fragebögen, zum Beispiel Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit, Mindfulness Attention Awareness Scale, Kentucky Inventory of Mindfulness Skills, Toronto Mindfulness Scale, Cognitive and Effective Mindfulness Scale Revised, Five Factors Mindfulness Questionnaire, Self Other Four Immeasurables. Je nach der zugrunde gelegten Achtsamkeitsdefinition erfassen diese Verfahren zum Teil deutlich unterschiedliche Bereiche. Darüber hinaus unterliegen sie den üblichen Einschränkungen von retrospektiven Selbstauskunftsverfahren. Vor diesem Hintergrund wäre die Entwicklung und der Einsatz alternativer Erfassungsmethoden äußerst wünschenswert. Ambulatorisches Assessment, Interviews, Verhaltenstests. Drittens kulturelle Aspekte und Passungsfragen. Meditieren? Wo bin ich denn hier gelandet? So oder so ähnlich reagieren Patienten zuweilen, wenn sie zur Teilnahme an achtsamkeitsbasierten Verfahren eingeladen werden. Oft sind dies dieselben Patienten, die schon der Psychotherapie gegenüber skeptisch eingestellt waren und die jetzt ihre schlimmsten Erwartungen bestätigt sehen. Ablehnende Reaktionen dieser Art sind sicherlich zum Teil auf Nichtwissen und auf die Angst vor dem Unbekannten zurückzuführen, sodass sie durch positive Erfahrungen mit den Übungen reduziert werden können. Nichtsdestotrotz gilt es gerade bei der Einführung dieser Verfahren in jedem Einzelfall zu prüfen, ob der jeweilige Patient für achtsamkeitsbasierte Verfahren motivierbar erscheint und wie sich eine solche Motivation am besten aufbauen lässt. Eine in diesem Sinne systemimmanente Motivationsförderung könnte zum Beispiel darin bestehen, dass bei einem sehr westlich-wissenschaftlich orientierten Patienten der Einsatz meditativer Verfahren mit FMRT-Studien zu den Effekten gezielter Aufmerksamkeitslenkung vorbereitet wird. Viertens, Gefahr der Überforderung. Ein zu schneller Einsatz von stark strukturierten und fordernden Achtsamkeitsübungen birgt das Risiko, dass die Patienten überfordert werden, Misserfolge erleben und unter Umständen letztlich die Therapie abbrechen. Als prominentes Beispiel lässt sich in diesem Zusammenhang Marsha Linehan zitieren, die aufgrund ihrer eigenen positiven Erfahrungen mit intensiver Zen-Meditation diese auch mit Borderline-Patienten durchführen wollte. Dabei musste sie allerdings feststellen, dass ihre Patienten die notwendige Konzentration und Impulskontrolle für längere Meditationsphasen nicht aufbringen konnten. Vor diesem Hintergrund ist zu fordern, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen gut auf die Möglichkeiten des jeweiligen Patienten abgestimmt werden. Zum Beispiel, indem zumindest am Anfang Meditationsphasen drastisch verkürzt werden oder der Schwerpunkt eher auf informelle und vergleichsweise angenehme Übungen gelegt wird. 5. Achtsamkeit allein reicht im klinischen Setting oft nicht aus. Im Sinne des Uniformitätsmythos, dass alle Störungen mit einer Theorie erklärt und mit einer Therapie behandelt werden können, muss davor gewarnt werden, der Vielzahl psychischer Probleme ausschließlich mit achtsamkeitsbasierten Verfahren entgegenzutreten. Auch wenn sich diese Verfahren durch ihren transdiagnostischen Anwendungsbereich auszeichnen, sollten Therapeuten in der Lage sein, andere Verfahren einzusetzen oder diese mit achtsamkeitsbasierten Verfahren zu kombinieren, wenn dies aufgrund von Effektivitätsstudien oder auf der Basis der individuellen Fallkonzeption indiziert sein sollte. Achtsamkeitsbasierte Interventionen zeichnen sich nachweislich durch ein bedeutsames Wirkpotenzial aus. Zudem gibt es plausible Annahmen, welche Prozesse für die gefundenen Effekte verantwortlich sein könnten. Vor diesem Hintergrund gilt es, die Vorbehalte, die sich über lange Zeit in der empirisch ausgerichteten klinischen Psychologie gehalten haben, zu überwinden und achtsamkeitsbasierte Verfahren verstärkt in den wissenschaftlichen Diskurs einzubeziehen. Mit Blick auf die evidenzbasierte Indikation dieser Verfahren sollte bedacht werden, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen ihre Effektivität zwar mittlerweile in einer Vielzahl von Studien bewiesen haben, dass es bislang aber wenige methodisch hochwertige Studien gibt, die untersuchen, inwieweit achtsamkeitsbasierte Vorgehensweisen anderen Verfahren, wie zum Beispiel KVT, überlegen sind. In den wenigen vergleichenden Therapiestudien zu diesem Thema finden sich bislang relativ wenige Hinweise auf eine generelle oder spezifische Überlegenheit achtsamkeitsbasierter Verfahren. So scheint für die therapeutische Praxis ein offener, aber auch kritisch reflektierter und auf den jeweiligen Patienten abgestimmter Umgang mit diesen Verfahren angemessen. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 2 Therapieverfahren Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag Gelesen von Philipp Köhl Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag geschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Das Internet ist zum selbstverständlichen Teil unseres Alltags geworden. Auch in der psychosozialen Versorgung mehren sich Konzepte, die versuchen, das Potenzial dieses Mediums für psychologische und psychotherapeutische Interventionen zu nutzen. Im folgenden Kapitel soll eine Einführung in Inhalte, Anwendungsbereiche sowie Chancen und Grenzen internetbasierter psychotherapeutischer Interventionen gegeben werden. Abschnitt 12.1 Formen internetbasierter Konzepte Unterabschnitt 12.1.1 Störungsbezogene Informationsangebote Störungsbezogene Psychoedukationsprogramme, in denen Patienten Wissen über Symptomatik, Ursachen sowie mögliche Behandlungsformen für ihre Probleme vermittelt wird, stellen ein zentrales Element vieler evidenzbasierter Therapieverfahren dar. Inzwischen lassen sich aber auch für fast alle psychischen Störungen Informationsangebote im Internet finden, auf denen sich Betroffene und Angehörige über Symptome, Ursachen und mögliche Behandlungsformen informieren und mit anderen Betroffenen austauschen können. Die Nutzung dieser niedrigschwelligen Angebote kann emotional entlasten und entstigmatisieren Ich bin nicht allein, sowie das Identifizieren und Wahrnehmen effektiver Behandlungsangebote für Betroffene erleichtern. Problematisch ist allerdings, dass die Qualität dieser Informationsquellen stark variiert und derlei hochwertige Angebote nur schwer von Minderwertigen unterscheiden kann. Daher sollten Psychotherapeuten sich einen Überblick über verbreitete Online-Informationsangebote verschaffen, um Patienten so bei Bedarf verlässlich beraten und gegebenenfalls diese Angebote auch selbst effektiv nutzen zu können. Zu diesem Zweck sind in Tabelle 12.1 im gedruckten Buch verschiedene Informationsangebote aufgelistet. Unterabschnitt 12.1.2 Online-basierte Interventionen Definition Online-basierte Interventionen sind therapeutische Angebote, die unter Nutzung des Mediums Internet das Ziel verfolgen, Betroffene bei der Bewältigung einer psychischen, psychosomatischen Symptomatik zu unterstützen und oder ihr präventiv entgegenzuwirken. Definition Ende Im Gegensatz zu Informationsangeboten wird in Online-basierten Interventionen nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch mithilfe von bewährten psychologischen, psychotherapeutischen Techniken versucht, aktiv beim Patienten emotionale und kognitive Lernprozesse auszulösen und zu begleiten. Bestehende Programme lassen sich unter anderem danach unterscheiden, in welchem Ausmaß sie therapeutische Unterstützung integrieren und in welcher Phase sie innerhalb der gesundheitlichen Versorgungskette eingesetzt werden. Unterabschnitt 12.1.3 Einteilung nach Ausmaß der therapeutischen Unterstützung Therapeutenkontakt in Echtzeit Online-Interventionen können die üblicherweise ausschließlich Face-to-Face stattfindende Kommunikation auf den virtuellen Raum übertragen. Patient und Therapeut kommunizieren in diesem Fall dann zum Beispiel schriftlich, asynchron, zeitversetzt, per E-Mail oder synchron, zeitgleich, per Chat, siehe Beispiel. Mit der zunehmenden technischen Entwicklung werden wahrscheinlich auch videobasierte Chats zunehmend an Relevanz gewinnen. Der Vorteil gegenüber klassischer Beratung und Therapie ist im Wesentlichen, dass die Kommunikation je nach Konzept ortsunabhängig und bei asynchron verlaufenden Konzepten auch zeitunabhängig ablaufen kann. Beispiel Virtuelle Beratungsstelle Kids-Hotline Die Kids-Hotline www.kids-hotline.de ist eine virtuelle Beratungsstelle, die vom Verein Kinderschutz e.V. getragen wird. Sie berät online junge Menschen bis 21 Jahre in kostenloser und anonymer Form zu allen Themen in deren Leben. Kinder und Jugendliche können dabei in Foren zu Themen wie Familie, Schule und Ausbildung, Liebe und Sexualität oder Wut und Gewalt sowohl untereinander als auch mit Fachleuten und ehrenamtlichen gleichaltrigen Peers diskutieren. Des Weiteren haben die User die Möglichkeit, über Chats bzw. E-Mails im Gruppen- oder Einzelsetting Beratung zu erhalten. Beispielsweise findet jeden Montag um 20 Uhr eine 90-minütige Online-Sprechstunde zu verschiedenen Themen statt. Sie besteht aus dem öffentlichen Chat, dem Wartezimmer, sowie parallelen Einzel- oder Kleingruppen-Chats mit maximal drei Usern zum selben Thema. Beispiel Ende Self-Help und Guided-Self-Help-Interventionen Andere Ansätze integrieren hingegen keinerlei therapeutische Unterstützung, Self-Help-Interventionen, sehe Beispiel, oder nur eine geringe therapeutische Begleitung, Guided-Self-Help. Wesentliches Ziel dieser Programme ist es, Betroffene bei der selbstgesteuerten Bewältigung ihrer Beschwerden mit evidenzbasierten Methoden zu unterstützen. Die Patienten arbeiten dabei mehr oder weniger selbstständig standardisierte und sich als wirksam erwiesene psychologische Interventionen durch und erhalten dabei nur so viel therapeutische Begleitung, wie es für eine erfolgreiche Bewältigung notwendig erscheint. Tabelle 12.2 im gedruckten Buch zeigt eine Auswahl verschiedener störungsspezifischer Self-Help und Guided-Self-Help-Interventionen. Der Großteil dieser Interventionen beruht dabei auf sich als wirksam erwiesenen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Techniken, was vor allem daran liegen mag, dass sich diese Programme durch ihre vergleichsweise hoch ausgeprägte Strukturiertheit, Standardisierung und Methodenfokussierung für eine Online-Nutzung besonders eignen. Bewährte Face-to-Face-Elemente, die üblicherweise auch in Online-Interventionen genutzt werden, sind zum Beispiel Psycho-Edukationsmodule, Verhaltenstraining, Entspannungstraining, Expositionsverfahren oder auch Techniken der kognitiven Umstrukturierung. Kuypers et Ali zeigten in einer Meta-Analyse, dass Ansätze, die auf empirisch fundierten Self-Help-Methoden aufbauen und minimale Anleitung, Guided-Help, integrieren, nicht unbedingt weniger wirksam sein müssen als Face-to-Face durchgeführte psychotherapeutische Interventionen. Sie werteten 21 randomisierte klinische Studien mit insgesamt 810 Teilnehmern aus, in denen Guided-Self-Help-Ansätze, Internet-, Video- oder Buchbasiert, systematisch mit traditioneller Face-to-Face-Psychotherapie für Depressionen und Angststörungen verglichen wurden. Weder für Depression noch für Angststörungen zeigte sich eine Überlegenheit der Face-to-Face durchgeführten psychotherapeutischen Interventionen gegenüber den Guided-Self-Help ansetzen. Beispiel Self-Help-Programm Fearfighter Fearfighter www.fearfighter.com ist ein internetbasiertes Self-Help-Programm zur Bewältigung von Angstsymptomen. Es kombiniert in Anlehnung an bewährte Face-to-Face-KVT-Programme, Methoden der Psycho-Edukation, Problemanalyse und Exposition mit der Vermittlung von Coping-Strategien. Um ihre Eignung für das Programm zu überprüfen, durchlaufen die Teilnehmer zunächst ein online-basiertes Screening-Verfahren. Gleichzeitig kann so auch eine Kontraindikation, zum Beispiel eine akute Suizidgefahr, ausgeschlossen werden. Im Sinne eines Psycho-Edukationsprogrammes werden dem Patienten auf Basis von Text- und Video-basierten Fallbeispielen Informationen über Symptome, Ursachen und aufrechterhaltende Faktoren von Angst vermittelt. Mithilfe von Angst-Tagebüchern und einer anschließenden Problemanalyse arbeiten die Teilnehmer individuell angstauslösende und aufrechterhaltende Bedingungen heraus. Der Patient wird dann angeleitet, sich zunächst imaginativ und später auch in vivo mit angstauslösenden Situationen zu konfrontieren. Programmbegleitend werden fortlaufend individuelle psychopathologische Symptome erfasst und Veränderungen rückgemeldet. Patienten können das Programm entweder selbstständig im Sinne eines Self-Help-Programms, als Guided Self-Help-Programm mit partieller Unterstützung durch Therapeuten, insgesamt eine Stunde über die Dauer der Behandlung, oder auch als flankierende Ergänzung zu einer Face-to-Face-Therapie durchführen. Das Programm wurde inzwischen in verschiedenen Studien evaluiert und hat sich in der Guided Self-Help-Variante als gleichwertig wirksam erwiesen wie klassische Face-to-Face-Psychotherapien. Beispiel Ende. Die meisten bisher verfügbaren internetbasierten Interventionen sind standardisiert aufgebaut. Alle Patienten durchlaufen entsprechend der Vorgehensweise einer manual basierten Psychotherapie, wie sie auch in der klassischen kognitiven Verhaltenstherapie Face-to-Face üblich ist, Schritt für Schritt die gleichen Interventionen. Inzwischen gibt es aber auch eine Reihe von Online-Therapiezentren, zum Beispiel www.minddistrict.de, in denen zahlreiche komplette Therapiemodule und einzelne Behandlungsbausteine für die am weitesten verbreiteten psychischen Störungen verfügbar sind. Therapeuten können dann daraus eine auf die individuellen Bedürfnisse ihres Klienten zugeschnittene Therapie zusammenstellen. Beispielsweise kann eine klassisch aufgebaute Online- oder Face-to-Face-basierte Therapie von unipolaren Depressionen um ein Modul Exposition bei Ängsten oder Entspannungsverfahren erweitert werden. Die Therapeuten können dabei wählen, ob die gesamte Therapie online stattfindet und sie ihrem Klienten Online-Rückmeldungen zu durchgeführten Aufgaben geben oder ob Patienten zwischen den Face-to-Face-Sitzungen einzelne Module durcharbeiten, entsprechende Aufgaben selbstständig durchführen und die Ergebnisse dann in der nächsten Face-to-Face-Sitzung besprochen werden. Teilabschnitt 12.1.3.1 Einteilung nach Anwendungsgebieten innerhalb der psychosozialen Versorgung Internet-basierte Konzepte können an unterschiedlichen Stellen innerhalb der gesundheitlichen Versorgungskette sinnvoll zum Einsatz kommen. Neben der Konzeption als Stand-alone-Intervention, alleinige Intervention, erscheinen solche Programme insbesondere als Element einer gestuften Versorgungskette, Stepped-Care, von großem Potenzial. In Stepped-Care-Konzepten wird angestrebt, das Ausmaß der therapeutischen Unterstützung in Abhängigkeit des tatsächlichen individuellen Bedarfs zu gestalten. Als Step-Up-Intervention können Self-Help oder Guided Self-Help-Ansätze den Patienten als erstes Element in der Behandlungskette angeboten werden. Sprechen Patienten nicht ausreichend auf die Interventionen an, Non-Responder, erfolgt eine Weiterleitung in Angebote mit intensiverer therapeutischer Unterstützung, zum Beispiel ambulante und anschließend stationäre Psychotherapie. Analog dazu schließen sich Step-Down-Interventionen mit niedriger Intensität an intensivere Maßnahmen an, wenn die Symptomatik abklingt bzw. eine geringere Frequenz oder Intensität in der Behandlung ausreichend ist als zuvor. Beispielsweise können internetbasierte Konzepte Patienten einer stationären Psychotherapie dabei unterstützen, die dort erzielten Behandlungserfolge langfristig zu stabilisieren. Siehe Beispiel. Beispiel Step-Down-Intervention Verena. Dem Großteil der Patienten einer stationären Psychotherapie wird empfohlen, im Anschluss an die stationäre Behandlung eine weiterführende ambulante Anschlusstherapie durchzuführen. Allerdings sind die Wartezeiten auf eine solche ambulante Psychotherapie mit durchschnittlich drei bis zwölf Monaten oft sehr lang und oder es bestehen für Patienten in ländlichen Gebieten Anfahrtswege, die aufgrund der Länge nicht regelmäßig bewältigbar sind. Folglich fehlt es vielen Patienten an der notwendigen Unterstützung, die stationär erzielten Behandlungserfolge in ihren individuellen Alltag zu integrieren und langfristig aufrecht zu erhalten. Mit internetbasierten Step-Down-Interventionen können diese Patienten zeitnah und ortsunabhängig unterstützt werden. Ebert et alii entwickelten mit VERENA, Web-basierte Rehabilitationsnachsorge, ein entsprechendes Konzept. In einem Web-Tagebuch reflektieren Patienten einmal wöchentlich die Umsetzung ihrer persönlichen Therapieziele in ihrem individuellen Alltag. Dazu erhalten sie regelmäßig Rückmeldung durch ehemalige Mitpatienten und einen Kliniktherapeuten. Zeitgleich werden psychopathologische Symptome anhand standardisierter Instrumente online erfasst, automatisch ausgewertet und dem begleitenden Therapeuten rückgemeldet. Für Krisenfälle steht den Patienten eine 24-Stunden-Telefon-Hotline zur Verfügung. Eine randomisierte klinische Studie mit 400 Patienten zeigte, dass Patienten, die an der Intervention teilnahmen, ihre Therapieerfolge signifikant besser stabilisieren konnten als Teilnehmer einer Treatment-as-usual-Gruppe, die nur Zugang zu Maßnahmen der Routineversorgung hatten. Beispiel Ende. Neben dem Einsatz vor oder nach einer Psychotherapie können internetbasierte Konzepte auch sinnvoll als therapieflankierende Maßnahme eingesetzt werden. Diese Vorgehensweise wird in der Regel als Blended Care bezeichnet. Therapeuten im Rahmen einer ambulanten oder auch stationären Psychotherapie können zum Beispiel zeitintensive Routineaspekte wie die Vermittlung von Störungswissen oder die Anleitung zur Selbstkonfrontation an internetbasierte Konzepte delegieren. Wertvolle Therapeutenzeit kann so effektiv für Aspekte genutzt werden, für die tatsächlich die psychotherapeutischen Kompetenzen eines Behandlers im persönlichen Kontakt benötigt werden. Auch in der primärärztlichen Versorgung können internetbasierte Konzepte eine sinnvolle, behandlungsunterstützende Ergänzung oder Alternative zur oft ausschließlich medikamentösen Therapie von Angststörungen oder Depression sein. Als Maßnahme im Rahmen der Prävention können internetgestützte Screening-Verfahren helfen, Gruppen zu identifizieren, die einen oder mehrere Risikofaktoren für eine psychische Erkrankung aufweisen. Diesen Risikogruppen können dann internetbasierte, störungsspezifische Self-Help-Präventionsangebote zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere für Betroffene mit bereits vorliegenden psychischen Beeinträchtigungen, die aber noch nicht die diagnostischen Kriterien einer psychischen Störung erfüllen, indizierte Prävention erscheinen internetbasierte Ansätze von hohem Nutzen. Für diese Zielgruppe existieren momentan nur eingeschränkt, adäquate und kosteneffektive Versorgungsangebote. Für Betroffene, die sonst nicht die benötigte Unterstützung erhalten, könnten evidenzbasierte Guided Self-Help-Ansätze bereitgestellt werden, sodass es gar nicht erst zum Auftreten einer voll ausgeprägten psychischen Störung kommt. Abschnitt 12.2 Empirische Absicherung Inzwischen existieren über 100 randomisierte klinische Studien zu internetbasierten Konzepten, die das große Potenzial dieser Vorgehensweise für die Prävention und Behandlung von psychischen Störungen aufzeigen. Besonders gut erforscht sind die Störungsbereiche Angst sowie leichte und mittelschwere Depression, siehe Exkurs. Bisherige Studien zeigen dabei Effektgrößen, die durchaus mit denen von Face-to-Face-Interventionen vergleichbar sind. Exkurs Meta-Analysen zur Wirksamkeit von internetbasierten Interventionen Andersen und Kulpers werteten in einer Meta-Analyse 15 Studien mit insgesamt 2446 Patienten aus, die in einem randomisierten Design die Effektivität von internet- und computerbasierten Standalone-Interventionen zur Behandlung von depressiven Störungen überprüften. Über alle Studien hinweg fanden sich signifikante positive Effekte bezüglich der Reduktion depressiver Symptome. Mittlere Effektgröße D gleich 0,41 Dabei zeigte sich, dass Interventionen, die eine therapeutische Begleitung integrierten Guided Self-Help Interventionen ohne eine solche therapeutische Begleitung Self-Help im Mittel überlegen waren Guided Self-Help D gleich 0,61 Self-Help D gleich 0,25 In einer weiteren Meta-Analyse untersuchten Kulpers et Ali 23 randomisierte Studien zur Behandlung von Angststörungen mit internetbasierten Konzepten. Zehn Studien bezogen sich auf phobische Störungen, neun Studien auf Panikstörungen mit und ohne Agoraphobie, drei Studien auf posttraumatische Belastungsstörungen und eine Studie auf Zwangsstörungen. Auch hier fanden sich in allen Studien signifikante positive Effekte. Mittlere Effektgröße D gleich 1,08 Dabei zeigten sich zwischen den verschiedenen Angststörungen keine Unterschiede hinsichtlich der Effektivität. Exkurs Ende Trotz der bisher vielversprechenden Ergebnisse befindet sich der Forschungsbereich internetbasierter Konzepte immer noch in den Anfängen. Die meisten der verfügbaren Studien beziehen sich bisher zumeist auf Stand-alone-Interventionen. Sowohl die Anwendungsbereiche der Prävention und der therapieflankierenden Interventionen als auch der Step-up- und Step-down-Interventionen sind trotz des besonderen Potenzials des Mediums gerade für diese Anwendungsgebiete vergleichsweise wenig erforscht. Ebenso ist noch wenig über spezifische Indikationen und Kontraindikationen internetbasierter Konzepte bekannt. Als notwendige Voraussetzung für eine Teilnahme werden ein Internetzugang sowie Lese- und Schreibfähigkeiten angesehen. Bisherige Studien zur differenziellen Wirksamkeit konnten darüber hinaus jedoch noch keine konsistenten Moderatoren und oder Prädiktoren identifizieren, die beispielsweise Aussagen darüber zulassen, für welche spezifischen Patientenpopulationen solche Konzepte geeignet scheinen und für welche eher weniger. Gleichzeitig ist, wie allerdings auch im Face-to-Face-Setting, wenig darüber bekannt, welche therapeutischen Wirkmechanismen, siehe Exkurs, für erzielte positive Veränderungen verantwortlich sind. Exkurs Therapeutische Beziehung online In Face-to-Face-Psychotherapien gehört die therapeutische Beziehung zu den bisher bekannten Haupt-Wirk-Faktoren. Doch welche Rolle spielt der Therapeut für den Erfolg innerhalb Internet-basierter Konzepte? Lässt sich auch über das unpersönliche Medium Internet eine therapeutische Beziehung aufbauen? Im Rahmen einer Studie zur Evaluation des internetgestützten Verfahrens InTherapy befragten Lange et al. i. die Teilnehmer unter anderem nach deren Einschätzung des therapeutischen Kontaktes. Von den Teilnehmern charakterisierten 88% den Kontakt mit ihrem Online-Therapeuten als angenehm. 80% empfanden die Tatsache, dass der therapeutische Kontakt ausschließlich über das Internet stattfand, als positiv. Im Rahmen der oben beschriebenen W-Rena-Studie zur online-basierten Transferförderung erfassten die Autoren mittels des Helping Alliance Questionnaire auch die therapeutische Beziehungsqualität. Sowohl bei der Skala Therapeutische Beziehungszufriedenheit als auch bei der Skala Erfolgszufriedenheit fanden sich ausgeprägt hohe Werte. Vergleiche mit der zuvor erfassten therapeutischen Beziehungsqualität im Rahmen des stationären Aufenthaltes zeigten, dass sich die Beziehungsqualität während der Online-Behandlung in einem ähnlich hohen Bereich bewegte wie in der stationär stattfindenden Face-to-Face-Therapie. Es scheint also grundsätzlich möglich, auch im Rahmen internetbasierter Interventionen eine funktionierende therapeutische Beziehung aufzubauen. Doch welchen Einfluss hat die therapeutische Beziehungsqualität auf den Therapieerfolg im Rahmen online durchgeführter Interventionen? Dies untersuchten Knevelsroth und Merker in einer Studie zur Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen. Auch hier fanden sich im Mittel hohe Werte für die therapeutische Beziehungsqualität, operationalisiert anhand des Working Alliance Inventory. Im Kontrast zum bekannten positiven Zusammenhang zwischen therapeutischer Beziehungsqualität und Therapieerfolg im Rahmen von Face-to-Face-Therapien fanden sich hier keine entsprechenden Zusammenhänge. Als eine potenzielle Erklärung ziehen die Autoren in Betracht, dass im Vergleich zu traditionellen Psychotherapien in internetbasierten Konzepten, die verstärkt auf angeleitete Selbsthilfe abzielen, die therapeutische Beziehung als unspezifischer Wirkfaktor eine untergeordnete Rolle spielen könnte. Exkurs Ende Für die Praxis Auf www.beacon.anu.edu.au findet sich eine regelmäßig aktualisierte Übersicht weltweit verfügbarer Online-Interventionen zur Behandlung von psychischen Störungen und eine Einschätzung ihres Evidenzlevels. Die Plattform ist ein Projekt des Centers for Mental Health Research der National University Australia, die regelmäßig weltweit verfügbare Online-Interventionen sichtet und hinsichtlich des Grades ihrer empirischen Absicherung einstuft. Praxisteil Ende Abschnitt 12.3 Chancen und Grenzen Chancen Weltweit übersteigt der Bedarf an empirisch fundierten psychologisch-psychotherapeutischen Interventionen, deren Verfügbarkeit bei weitem. Selbst in Deutschland, wo die psychotherapeutische Versorgung als verhältnismäßig gut bewertet werden kann, belaufen sich Wartezeiten für eine Psychotherapie auf 3 bis 12 Monate. Schätzungen zufolge bleibt in Deutschland etwa die Hälfte der Betroffenen mit einer psychischen Störung unbehandelt. Durch den Einsatz von internetbasierten Konzepten könnte die Reichweite von effektiven psychotherapeutischen Interventionen erhöht werden. Beispielsweise könnte durch die grundsätzliche Zeit- und Ortsunabhängigkeit dieser Konzepte der Zugang zu evidenzbasierten Interventionen für Betroffene in Gebieten mit niedriger Versorgung oder für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen erleichtert werden. Berufstätige, die zu üblichen Praxiszeiten nicht die Möglichkeit haben, Angebote der Routineversorgung in Anspruch zu nehmen, könnten so ebenfalls abends und am Wochenende selbstständig und in eigenem Tempo an diesen Interventionen teilnehmen. Die mögliche Anonymität ist ein weiterer möglicher Vorteil. Trotz zunehmender gesellschaftlicher Akzeptanz von Psychotherapie besteht bei psychischen Problemen oft ein Schamgefühl, das eine Barriere für die tatsächliche Inanspruchnahme fachlicher Hilfe darstellt. Gleichzeitig besteht oft auch Unsicherheit oder Unwissenheit darüber, inwieweit psychologische Angebote bei der Bewältigung der individuellen Problematik hilfreich sein können. Durch die Möglichkeit im Rahmen von Online-Angeboten zunächst niedrigschwellig anonym Hilfe suchen zu können, kann Betroffenen der Einstieg in weiterführende Face-to-Face-Angebote erleichtert werden. Im Rahmen eines Stepped-Care-Ansatzes könnten Internet-basierte Konzepte das erste Element in der Behandlungskette sein. Anstatt wie üblich monatelang auf die Behandlung warten zu müssen, könnten Betroffene mit einer verhältnismäßig gering ausgeprägten Symptomatik sofort Unterstützung erhalten. Die dadurch frei gewordenen therapeutischen Ressourcen könnten dann dafür eingesetzt werden, dass Patienten mit komplexer und ausgeprägter Psychopathologie dringend benötigte Unterstützung unmittelbarer erhalten. Darüber hinaus geht es auch im Rahmen traditioneller verhaltenstherapeutischer Interventionen meist darum, dass Patienten aktiv neue Verhaltensweisen erproben, in ihren individuellen Alltag integrieren und langfristig aufrechterhalten. Internet-basierte Guided-Self-Help-Konzepte betonen diese aktive Rolle des Betroffenen im Genesungsprozess von Anfang an und unterstützen so im Sinne von Empowerment, die Betroffenen dabei eigene Ressourcen zur Problemlösung einzusetzen. Grenzen Neben all den potenziellen Vorteilen von Internet-basierten Interventionen ist es, wie bei jedem anderen Verfahren, wichtig, Grenzen und Risiken der Vorgehensweise nicht außer Acht zu lassen. Wie dargelegt, fehlen zum jetzigen Zeitpunkt zuverlässige empirische Informationen zur Kontraindikation Internet-basierter Interventionen. Offensichtlich ist, dass im Rahmen solcher Konzepte die Möglichkeit, auf Notfälle, zum Beispiel Suizidalität adäquat zu reagieren, stark eingeschränkt ist. Daher gilt akute Suizidalität in der Regel als Ausschlusskriterium. Um für Betroffene in Krisenfällen zeitnahe Unterstützung zu gewährleisten, integrieren deshalb verschiedene Konzepte eine telefonische Notfall-Hotline, bei der sich die Teilnehmer 24 Stunden am Tag melden können. Des Weiteren muss die Frage gestellt werden, bis zu welchem Schweregrad einer Störung solche Konzepte hilfreich sind. Es ist beispielsweise schwer vorstellbar, dass Patienten mit einer schweren depressiven Störung ausschließlich über das Internet erfolgreich behandelt werden können. Die gleiche Frage stellt sich für die Behandlung von Patienten mit einer komplexen Psychopathologie oder Patienten mit polymorbiden Störungen. Darüber hinaus ist es, wie eingangs schon thematisiert, problematisch, dass Patienten nur unzulänglich zwischen qualitativ hochwertigen und weniger hochwertigen Angeboten differenzieren können. Hier fehlt es zum jetzigen Zeitpunkt noch an Standards und gesetzlichen Vorgaben, die dabei helfen können, die Qualität solcher Angebote sicherzustellen bzw. Patienten helfen können, die Güte der Konzepte zu bewerten. Des Weiteren ist zu beachten, dass zum jetzigen Zeitpunkt in Deutschland noch das Fernbehandlungsverbot innerhalb des Psychotherapeutengesetzes gilt. Dieses besagt, dass Interventionen, in denen der therapeutische Kontakt ausschließlich online erfolgt, momentan nur zu Forschungszwecken durchgeführt werden dürfen. In diesem Punkt sind andere Länder schon weiter. In Großbritannien beispielsweise werden Online-Interventionen, wie das oben beschriebene Programm Fearfighter vom National Institute for Health and Clinical Excellence, zur Behandlung von psychischen Störungen empfohlen. In Holland und Australien gehören internetbasierte psychotherapeutische Interventionen längst zur Routineversorgung und werden von den dort zuständigen Kostenträgern vollständig finanziert. In Holland wird erwartet, dass im Jahr 2015 ca. 10% der Angebote zur Behandlung psychischer Störungen ausschließlich online erfolgen und 50% der Behandlungen Online-Elemente in die Behandlung integrieren. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 2 Therapieverfahren Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag Gelesen von Philipp Kühl Kapitel 13 Prävention von Bernd Röhrle, Katharina Behner und Hanna Christiansen Abschnitt 13.1 Grundlagen und Ziele Psychische Störungen gehören weltweit zu den häufigsten Erkrankungen. Fast jeder zweite entwickelt im Laufe seines Lebens eine psychische Störung, wobei die Erkrankungsraten stabil bleiben oder sogar steigen. Nach einer Studie von Wittchen et Ali zum Ausmaß und zur Beeinträchtigung psychischer Störungen in Europa leiden konservativ geschätzt knapp 40% der Bevölkerung unter psychischen Störungen. Das erste Auftreten liegt dabei in der Regel in der Kindheit und Jugend und zeigt im Langzeitverlauf eine Entwicklung hin zur Multimorbidität. Die Autoren folgern, dass aufgrund dieser hohen Raten psychischer Störungen bei der europäischen Bevölkerung und gleichzeitig völlig unzureichender professioneller Versorgung der Betroffenen herkömmliche Behandlungsansätze nicht ausreichen, sondern dass die frühe Erkennung und Behandlung, insbesondere präventive Ansätze, zwingend nötig sind, zum einen zur Reduktion der enormen Kosten des medizinischen Gesundheits- und Versorgungssystems, zum anderen aufgrund der ethischen Verantwortung der Schadensvermeidung. Definition Prävention umfasst alle vorbeugenden Maßnahmen, die eine gesundheitliche Schädigung gezielt verhindern, weniger wahrscheinlich machen oder ihren Eintritt verzögern. Präventive Maßnahmen sollen die Rate des Neuauftretens von Krankheiten, Behinderungen oder eines vorzeitigen Todes senken. Auch die Vermeidung von Rückfällen bzw. neuen Krankheitsepisoden wird angestrebt. Prävention ist abzugrenzen von der Gesundheitsförderung als Stabilisierung und Besserung von Wohlbefinden, sowie von Faktoren, die uns gesund halten. Die Salutogenese geht auf Aaron Antonowski zurück. Er fragt nicht primär nach den Ursachen von Erkrankungen, sondern nach dem, was Menschen gesund erhält. Damit löst er sich vom klassischen medizinischen Verständnis, das pathogenetisch geprägt ist und nur nach der Entstehung und den Bedingungen von Krankheit fragt. Definition Ende Abschnitt 13.2 Formen Unterabschnitt 13.2.1 Unterscheidung hinsichtlich des Zeitpunktes der Intervention Auf der zeitlichen Ebene werden primäre, sekundäre und tertiäre Präventionsansätze voneinander unterschieden. Primärprävention richtet sich an gesunde Individuen ohne Anzeichen von Erkrankungen. Sie erhält die Gesundheit, indem sie dabei hilft, Risikofaktoren zu umgehen oder zu bewältigen und indem sie entsprechende Schutzfaktoren und Ressourcen zur Verfügung stellt. Beispielsweise kann im Sinne der Primärprävention soziale Kompetenz im Schulkontext durch Übungen zur emotionalen Bewältigung sozialer Formen von Belastung gefördert werden. Als Sekundärprävention werden Interventionen bezeichnet, die bei Risikopopulationen oder Personen mit subliminalen Diagnosen – das heißt, die Kriterien reichen für eine Diagnose nicht ganz aus – angewendet werden. Um Erkrankungen in diesem Stadium möglichst früh zu erkennen, finden vor allem Screening-Verfahren Anwendung. Bei auffälligen Werten erfolgen im Anschluss früh Interventionsmaßnahmen, um so die Erkrankung zu verhindern oder wenigstens schwere und Verlauf der Erkrankung günstig zu beeinflussen. Der Umgang mit Arbeitslosigkeit kann zum Beispiel durch das Training von Coping-Fertigkeiten sowie durch eine Modifikation depressionsfördernder Gedanken modifiziert werden. Ein Training zu erfolgsversprechenden Verhaltensweisen in Bewerbungssituationen soll die Vermittelbarkeit und Selbstwirksamkeit stärken helfen. Tertiäre Präventionsmaßnahmen beschäftigen sich mit der Begrenzung von Krankheitsfolgen und der Vermeidung erneuter Krankheitsepisoden – Chronifizierung. Schon erkrankte Personen werden so behandelt, dass die Rückfallgefahr sinkt und auch keine dauerhaften Behinderungen zustande kommen, schwer von Behandlung und Rehabilitation abzugrenzen. Beispiele wären die Prävention eines erneuten Rückfalls bei Kindern und Jugendlichen mit rezidivierender depressiver Symptomatik durch den Aufbau angenehmer Aktivitäten, die Verringerung irrationaler Kognitionen bei einer gleichzeitigen Vermehrung positiver Gedanken, die Stärkung sozialer Fertigkeiten sowie die Ausgestaltung von Stressbewältigungs- und Problemlösefertigkeiten. Unterabschnitt 13.2.2 – Unterscheidung hinsichtlich der Spezifität der Intervention Im Hinblick auf die Art der Präventionszielgruppe werden universelle, selektive und indizierte Programme unterschieden. Unter universeller Prävention versteht man Maßnahmen, die sich an die gesamte Bevölkerung richten. Interventionen dieser Art beziehen auch nicht- oder nur schwach belastete Personen mit ein. Ein Beispiel wäre die umfassende Verbreitung von Informationen über Drogen- und Drogenkonsum in Schulen, Familien, Netzwerken oder auf Gemeindeebene, durch die Medien, durch kulturelle Veranstaltungen oder durch Schlüsselpersonen und Organisationen. Die selektive Prävention befasst sich mit ausgesuchten, meist hochbelasteten Risikopopulationen. Zu Beginn der Intervention liegen jedoch noch keine Krankheitssymptome vor. Ein Beispiel wäre die Prävention psychischer Störungen bei Kindern psychisch kranker Eltern mithilfe von psychoedukativen Methoden, der Förderung der sozialen Ressourcen sowie des Einbezugs und der Entlastung der betroffenen Elternteile. Eine Präventionsmaßnahme wird als indiziert bezeichnet, wenn bei der Zielgruppe bereits Protromalsymptome einer zu vermeidenden Erkrankung vorliegen. Eine Intervention ist in diesen Fällen aus klinischer Sicht notwendig. Ein Beispiel wären Präventionsmaßnahmen bei jungen Mädchen mit subklinischen Essstörungen wie gestörtem Essverhalten, chronischem Diäthalten und abnormer gedanklicher Beschäftigung mit Figur und Gewicht. Solche Maßnahmen beinhalten neben einer kritischen Reflexion des Schlankheitsideals und einem Informationsteil über pubertäre Fettzunahme und Ernährungsverhalten auch die Stärkung des Selbstwertes, vor allem in Bezug auf das Figurbewusstsein. Unterabschnitt 13.2.3 Unterscheidung hinsichtlich des Ansatzpunktes der Intervention Hinsichtlich des Ansatzpunktes werden individuumszentrierte und umweltorientierte Präventionsprogramme unterschieden. Die individuumszentrierte Prävention, auch als personenorientierte Prävention oder als Verhaltensprävention bekannt, richtet sich an einzelne Personen und deren Merkmale und Verhalten. Ein Beispiel wäre die Reduktion der Folgeschäden externalisierenden Problemverhaltens von störendem Verhalten in Alltagsroutinen bis hin zu delinquentem und gewalttätigem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen durch Aufbau sozialer Kompetenzen, Konfliktmanagement, Mediation und Entspannung. Umweltorientierte Prävention setzt nicht am Individuum direkt, sondern an den äußeren Bedingungen an. Die physische, ökologische, soziale und kulturelle Umwelt der Betroffenen wird mit Ressourcen verschiedenster Art angereichert, sodass die Auftretenswahrscheinlichkeit objektiver Belastungen minimiert wird. Diese Art der Intervention wird auch als Verhältnisprävention bezeichnet. Ein Beispiel wäre die Reduktion externalisierenden Problemverhaltens durch Verbesserung der Lebenslage, Aufbau sicherer Wohngebiete und sozialer Unterstützungssysteme und durch Beschränkung der Zugangsmöglichkeiten zu Gewaltmitteln. Abschnitt 13.3 Zentrale Konzepte und Modelle Unterabschnitt 13.3.1 Risikoressourcenmodelle Den Risikoressourcenmodellen zufolge ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, an einer psychischen Störung zu erkranken, aus dem relativen Verhältnis von Schutzfaktoren, Kompetenzen, Umweltressourcen und individuellen dispositionellen Verletzlichkeiten und Risiken, siehe Tabelle 13.1 im gedruckten Buch. Je nach zugrunde liegendem Modell wird dieses Verhältnis unterschiedlich konzipiert. Gleichgewichtsmodelle gehen von der Existenz eines Schwellenwertes aus, der sich aus dem Zusammenspiel von Risiken und Ressourcen ergibt. Schutz- oder Schildmodelle weisen die Ressourcen die Funktion zu, keine Gefährdungen zuzulassen. Kompensatorische Modelle beschreiben die Fähigkeit von Ressourcen, Mängel auszugleichen. Puffermodelle gehen davon aus, dass Ressourcen die Wirkung von Stressoren mindern können. Herausforderungsmodelle nehmen an, dass Stressoren, die nicht in allzu intensiver Form auftreten, Protektoren aktivieren können. Abschnitt 13.4 Systematik und Beispiele präventiver Maßnahmen Unterabschnitt 13.4.1 Aufbau belastungsunspezifischer Fertigkeiten Präventive Maßnahmen, die belastungsunspezifische Fertigkeiten trainieren, fördern extra- und intrapersonelle Ressourcen, die der Betroffene in möglichst vielen Lebenslagen anwenden kann. Ziel der präventiven Maßnahmen ist es, für jede Lebenslage allgemein schützende, extra- und intrapersonelle Ressourcen bereitzustellen. Hierunter versteht man vor allem die Förderung folgender Fertigkeiten und Ressourcen. Entscheidungsfähigkeit, Problemlösen, kreatives Denken, kritisches Denken, effektive Kommunikation, interpersonelle Fertigkeiten, Selbstwahrnehmung, Empathie, Bewältigung von Gefühlen, Stressbewältigung, soziale Unterstützung, materielle Sicherheit, Zugang zu kulturell bedeutsamen Gütern. Unspezifisch sind auch Entwicklungsinterventionen, Early Invention, die häufig langfristig angelegt sind. Sie sollen Entwicklungsverläufe ausgehend von pränatalen Bedingungen bis ins hohe Lebensalter günstig beeinflussen. Unterabschnitt 13.4.2 Aufbau belastungsspezifischer Fertigkeiten Bei diesen Programmen stehen bedeutsame Stressoren, mit denen Kinder und Jugendliche im Laufe ihrer Entwicklung konfrontiert werden können, im Vordergrund. Präventive Maßnahmen sind zum Beispiel Scheidungsbewältigung, Ausgleich von Interessen von Eltern und Kindern durch Mediationstechniken. Umgang mit Verlust, Trauer, Psychoedukation, Umgang mit Gefühlen, Stressbewältigung. Bewältigung kritischer Lebensphasen, zum Beispiel Schulstufenübergänge, Beratung, soziale Unterstützung, Problemlösetraining. Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern Psychoedukation, Familienintervention, Emotionsregulation, Bindungsschemata. Bewältigung von Arbeitslosigkeit, sexuellem Missbrauch und Kindesmisshandlung. Präventive Hausbesuche, Eltern- und Kindertrainings, psychosoziale Dienste. Unterabschnitt 13.4.3 Störungsspezifische Interventionen Störungsspezifische Interventionen zielen darauf ab, einzelne psychische und physische Störungen zu vermeiden und dadurch Kosteneinsparungen zu erzielen. Ein Beispiel für ein Programm zur Prävention von Angststörungen und Depressionen ist das deutschsprachige Programm Freunde. Siehe Beispiel. Darüber hinaus gibt es störungsspezifische Interventionen zu den Themen Suizidalität, Essstörungen, externalisierendes Problemverhalten, Drogenmissbrauch und körperliche Erkrankungen. Beispiel Freunde, ein Programm zur Vorbeugung von Angst und Depressionen. Dieses universelle deutschsprachige Trainingsprogramm zur Prävention von Angst und Depression von Essau und Konrad ist kognitiv-verhaltenstherapeutisch angelegt und richtet sich an Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. In 10, 45- bis 60-minütigen wöchentlichen Gruppensitzungen und zwei Auffrischungssitzungen lernen die Kinder den Umgang mit angsterzeugenden Situationen und Problemlösefertigkeiten, die Wahrnehmung der eigenen Körpersignale und Entspannungstechniken. In vier zusätzlichen Elternsitzungen werden den Eltern die Programminhalte näher gebracht und eine Integration der Inhalte in das Erziehungsverhalten angestrebt. Beispiel Ende Abschnitt 13.5 Wirksamkeit Unterabschnitt 13.5.1 Effektivität Bisherige Meta-Analysen weisen eine schwache bis mittlere Effektivität für Präventionsmaßnahmen bezüglich psychischer Störungen bzw. gesundheitsrelevante präventive Interventionen auf. Störungsspezifische Interventionen erreichen nur kleine Effektstärken. Ein Grund hierfür ist das mangelhafte Wissen über Moderatoren, welche mögliche Effekte schwächen oder stärken können. Vielfach ist die Grundrate im Vorkommen psychischer Störungen zu gering, sodass der Nachweis, die Rate senken zu können, kaum möglich ist. Bei universellen Programmen stellt sich das Problem, dass sich gering ausgeprägte oder nicht vorhandene Symptombelastungen nur kaum oder nicht verändern können. Bodeneffekt Viele psychische Störungen haben eine lange Entwicklungszeit, sodass sehr langfristig angelegte Studien notwendig sind, um die Effekte von frühzeitig eingesetzten präventiven Maßnahmen nachweisen zu können. Am effektivsten erweisen sich Programme zur Vermeidung von depressiven Störungen, wobei hier insbesondere solche erfolgreich sind, die sich an Risikopersonen richten. Sekundäre oder selektive Prävention Belastungsbezogene Präventionsformen erreichen im Durchschnitt kleine bis mittlere Effektstärken, wie auch Programme zur Förderung von Kompetenzen und Ressourcen. Da die Grundraten psychischer Störungen jedoch gering und deren Entstehungszeiträume in der Regel lang sind, ist es schwierig, die Wirkung einer Intervention an der Minderung von Inzidenzraten zu messen. Unterabschnitt 13.5.2 Effizienz Die Analyse erfolgreicher Präventionsprogramme hinsichtlich inhaltlicher und struktureller Konzeption ergab eine Reihe von gemeinsamen Merkmalen, die den Erfolg der Programme begünstigen. Erfolgreiche Maßnahmen sind theoretisch gut begründet und zugleich Individuen- und Umweltzentriert. Sie betrachten sowohl Ressourcen als auch Defizite der Betroffenen und werden meist settingübergreifend eingesetzt. Erfolgreiche Programme sind kulturell angepasst, hochstrukturiert, manualisiert und variabel in der Didaktik. Die Anleiter sind ausreichend geschult und legen im Umgang viel Wert auf Beziehungspflege. Des Weiteren sind die Programme in der Regel langfristig angelegt, mindestens neun Monate, kürzere höchstens bei Risikogruppen erfolgreich, und in die Regelversorgung implementiert. Abschnitt 13.6 Schlussfolgerungen und Ausblick Die Präventionsforschung ist ein relativ junges Forschungsfeld und es ist davon auszugehen, dass zukünftig in diesem Bereich weitere Fortschritte erzielt werden. Dies zeigt sich bereits an den vielfältigen Ansätzen der entwickelten Programme, die auf die Förderung sowohl der psychischen als auch physischen Gesundheit zählen und sich in allen Bereichen der Prävention finden. Zeitlich, Zielgruppe, Ansatzpunkt. Bisher eher vernachlässigte Themen im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung stellen der Umgang mit Armut, Einsamkeit sowie somatoforme Störungen dar. Auch Belastungen durch interkulturelle und andere soziale Konflikte wurden in der bisherigen Forschung nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Da bislang auch Entwicklungs-, Geschlechts-, Kultur- und sozioökonomische Aspekte in der Präventionsforschung vernachlässigt wurden, gilt es generell, Programme auf der Grundlage möglicher differenzieller Effekte zu entwickeln. Beispielsweise könnte ein Präventionsprogramm zur Reduktion postpartaler Depression an den Möglichkeiten zur Kinderbetreuung, Verhältnisprävention, aber auch an der Unterstützung der Mutter durch die Hebamme, selektive geschlechtsspezifische, individuumszentrierte Prävention ansetzen. Die Effekte sollten dann differenziell für die unterschiedlichen Ansatzpunkte berichtet werden, da Verhältnis- und individuenorientierte Programme zunehmend kombiniert und bedarfsgerecht angeboten werden. Außer der Entwicklung präventiver Interventionen müssen auch die Implementation und Dissemination der bisherigen Erfolge mitbewertet und in die bestehende Angebotsstruktur psychosozialer Hilfen integriert werden. Bedarfs- und Kostenanalysen sind im Bereich der Prävention noch sehr selten. Zudem sollten die vorhandenen gesetzlichen Möglichkeiten, zum Beispiel im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, ausgeschöpft werden. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 2 Therapieverfahren Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag Gelesen von Philipp Kühl Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag geschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 14 Wirkfaktoren in der Psychotherapie Von Nikola Stenzel und Matthias Berking Abschnitt 14.1 Einführung in die Wirkfaktorenforschung In der Psychotherapie-Forschung existiert mittlerweile eine große Zahl an Studien, die die Wirksamkeit von Psychotherapie belegen. Das seit mehreren Jahren in den USA erscheinende Standardwerk Handbook of Psychotherapy and Behavior Change fasst in regelmäßigen Abständen die neuesten Befunde zusammen. Nach einer Meta-Analyse von Lambert und Oggels liegen die durchschnittlichen Effektstärken über verschiedene Studien hinweg bei D gleich 0,75. Somit sind für die Wirkung von Psychotherapie im Allgemeinen mittlere bis große Effekte nachgewiesen. Vergleicht man jedoch die Wirkung verschiedener, sorgfältig konzipierter und umgesetzter Therapieformen miteinander, zeigen sich in vielen Studien nur vergleichsweise moderate Unterschiede. Vor dem Hintergrund, dass die jeweiligen Interventionen auf unterschiedlichen Annahmen zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung beruhen und dass zum Teil ganz verschiedene Techniken und Vorgehensweisen zum Einsatz kommen, stellt sich die Frage, wie sich solche Befunde erklären lassen. Ein möglicher Grund könnte sein, dass die Wirkung von Psychotherapie nicht nur auf die Wirkmechanismen zurückzuführen ist, die die jeweilige Therapieform auszeichnen und die gemäß dem Störungs- und Veränderungsmodell der jeweiligen Therapieform für die belegten Erfolge verantwortlich sein sollen. Vielmehr könnten auch Faktoren bei der Veränderung eine Rolle spielen, die den therapeutischen Prozess im Allgemeinen kennzeichnen und unabhängig von den spezifischen Interventionen in den meisten Therapien realisiert werden. Sogenannte unspezifische, zentrale, allgemeine Wirkfaktoren. Nimmt man zum Beispiel an, dass die meisten Psychotherapeuten unabhängig von ihrer therapeutischen Orientierung freundlich und unterstützend mit ihren Klienten umgehen, könnte man daraus schlussfolgern, dass sich allein durch diesen positiven Kontakt gewisse allgemeingültige Effekte ergeben könnten. Die Annahme eines oder mehrerer zentraler Wirkfaktoren hat in der Psychotherapieforschung eine lange Tradition. So ging beispielsweise Carl Rogers davon aus, dass die Qualität der Beziehung zwischen Therapeut und Patient in der Therapie eine bedeutsame Rolle für die Veränderungen beim Patienten spielt. Bandura nahm hingegen an, dass die Stärkung der Selbsteffizienz des Patienten als ein zentraler Wirkfaktor gesehen werden müsse. Definitionen Spezifische Wirkfaktoren Typische, exklusive Merkmale eines therapeutischen Verfahrens, welche für den Therapieerfolg verantwortlich sind. Allgemeine Wirkfaktoren Übergreifende Merkmale verschiedener therapeutischer Verfahren, welche für den Therapieerfolg verantwortlich sind. Definitionen Ende Abschnitt 14.2 Wichtige Modelle und Vertreter der Wirkfaktorenforschung Unterabschnitt 14.2.1 Common Component Model Einer der ersten Vertreter einer systematischen Forschung im Bereich der allgemeinen Wirkfaktoren war Frank. In seinem Common Component Model postulierte er vier zentrale Wirkfaktoren, die schulenübergreifend die Wirksamkeit von Psychotherapie erklären sollten. Erstens eine intensive und vertrauensvolle Beziehung zwischen Hilfesuchendem und Hilfegebendem Zweitens die Vermittlung eines Behandlungsrationals Drittens ein mit diesem Rational konsistentes Behandlungsvorgehen Und viertens das Bestehen eines formalisierten Behandlungsangebot an sich Der Inhalt der therapeutischen Interventionen selbst wurde von Frank als weniger wichtig angesehen. Er bezeichnete sie vage als therapeutische Rituale. Für die Wirkung der Rituale sei nur wichtig, dass sie konsistent zu dem vermittelten Behandlungsrational und diesbezüglich glaubwürdig und plausibel seien. Generic Model of Psychotherapy Einen weiteren wichtigen Beitrag zur Wirkfaktorenforschung haben Orlinski und Howard geleistet. Auf der Grundlage umfassender theoretisch-konzeptioneller Analysen und meta-analytischer Untersuchungen haben sie im sogenannten Generic Model of Psychotherapy, GMP, versucht, Faktoren und Prozesse, die für den Therapieerfolg relevant sind, sowie das Zusammenspiel dieser Prozesse zu explizieren. Spezifische Interventionstechniken stellen in diesem Modell nur eine Teilmenge der Kategorien dar, die für die Beschreibung des Therapieprozesses und für die Erklärung des Therapieerfolgs als relevant angesehen werden. Zu den im GMP explizierten Variablen zählen Input-Variablen Alle Ausgangs- und Setting-Merkmale der Therapie, zum Beispiel das Versorgungssystem, der Behandlungsrahmen, sowie Charakteristika von Patient und Therapeut. Prozessvariablen Merkmale des Behandlungsprozesses an sich Diese werden von den Autoren in sechs Kategorien unterteilt, die zueinander in Wechselwirkung stehen. 1. Formale Aspekte, Therapievertrag und andere Rahmenbedingungen 2. Technische Aspekte, bezogen auf therapeutische Maßnahmen 3. Interpersonale Aspekte, therapeutische Beziehung 4. Intrapersonale Aspekte, innere Selbstbezogenheit, Selbstdisziplin und Selbstbeziehung 5. Selbstvertrauen, aber auch psychologische Offenheit etc. 5. Klinische Aspekte, unmittelbare Auswirkung einer Therapiesitzung 6. Zeitliche Aspekte, Charakteristika des Therapieablaufs, Interaktionsabfolgen etc. Outcome-Variablen 6. Kurz- und langfristige Behandlungsergebnisse 7. Vor allem Veränderungen seitens des Patienten in Bezug auf Symptomatik, Funktionsbeeinträchtigungen, Lebensqualität und Zufriedenheit Im GMP spielt, ähnlich wie im Modell von Frank, die Beziehung zwischen Patient und Therapeut eine wichtige Rolle Im Modell als interpersonale Aspekte bezeichnet Orlinski und Howard benennen vier Faktoren, die die Passung zwischen Patient und Therapeut ausmachen und für den Erfolg einer Psychotherapie entscheidend sind Das Störungsbild des Patienten Das Behandlungsmodell des Therapeuten Sowie die Personen des Patienten und Therapeuten selbst Je nachdem in welcher Kombination diese aufeinandertreffen, kann die Psychotherapie unterschiedlich gut wirken Unterabschnitt 14.2.3 Wirkfaktoren nach Grawe Im deutschsprachigen Raum wurde die Wirkfaktorenforschung maßgeblich von Klaus Grawe geprägt Aufbauend auf eine große Meta-Analyse zur Effektivität psychotherapeutischer Verfahren ging er davon aus, dass der Erfolg einer Therapie von der Realisierung der folgenden Wirkfaktoren abhängt Problemaktualisierung Der Begriff Problemaktualisierung bezeichnet die Aktivierung der intrapsychischen Repräsentation des Problems auf Seiten des Patienten auf möglichst vielen Modalitäten Sensorisch, emotional, kognitiv, imaginativ, motivational, behavioral, somatisch Es wird davon ausgegangen, dass problemrelevante Informationsverarbeitungsschemata aktiviert sein müssen, damit sie verstanden und verändert werden können Die Problemaktualisierung wird daher auch als Prinzip der realen Erfahrung bezeichnet Motivationale Klärung Der Begriff Klärung bezieht sich auf die Vermittlung eines funktionalen Verständnisses der eigenen Problematik Dabei wird dem Patienten ein Störungsmodell vermittelt, welches möglichst plausibel ist, ein bestimmtes Verhalten gegebenenfalls normalisiert und entschuldigt und Ansatzpunkte für Veränderungs- und Akzeptanzkompetenzen beinhaltet Mit der Spezifizierung Motivationale Klärung wird angedeutet, dass der Fokus während der Modellvermittlung auf der Identifikation und auf dem Sich-Bewusst-Werden der motivationalen Faktoren liegt, die für die Aufrechterhaltung von Erlebens- und Verhaltensproblemen relevant sind Bei diesen motivationalen Faktoren kann es sich um Bedürfnisse, Pläne, Ziele, Wünsche und Erwartungen handeln Gegebenenfalls auch um in diesem Sinne relevante Werte und Annahmen Die motivationale Klärung kann sich auf zwei Ebenen beziehen Zum einen darauf, dass der Therapeut für sich ein Modell bezüglich der Ziele und Werte des Patienten entwickelt, damit er diese in der Therapie systematisch berücksichtigen kann Zum anderen darauf, dass der Patient mit Hilfe von klärungsfordernden Interventionen des Therapeuten erkennt, welche Rolle seine Motive und Ziele bei der Entstehung und Aufrechterhaltung seiner Probleme einnehmen Wenn man von motivationaler Klärung als therapeutischem Wirkfaktor spricht, ist üblicherweise diese zweite Ebene gemeint Ressourcenaktivierung Ressourcenaktivierung bedeutet die explizite oder implizite Nutzung der Stärken, Fähigkeiten, Potenziale, Möglichkeiten, Ziele, positiven Stimmungen etc. zur Erreichung der Ziele des Patienten Nach Grave und Grave Gerber stellen die Ressourcen eines Patienten den Möglichkeitsraum des Patienten dar, in dem er sich gegenwärtig bewegen kann Sein positives Potenzial, das ihm zur Befriedigung seiner Grundbedürfnisse zur Verfügung steht Der Begriff der Ressourcen ist dabei nicht inhaltlich, sondern funktional definiert Alles kann als Ressource gesehen werden, solange es genutzt werden kann, um wichtige Ziele zu erreichen Die Betonung liegt dabei eher auf dem Nutzen, dem sich bewusst machen und dem Erschließen von bereits vorhandenen Ressourcen und nicht auf dem kompletten Neuaufbau neuer Ressourcen, welcher eher unter den Faktor Problembewältigung fallen würde Mehrere Befunde der Psychotherapieforschung unterstreichen die Bedeutung der Ressourcenaktivierung für die Psychotherapie Zum Beispiel zeigte sich in Nachanalysen der NIMH-Studie von Elkin et Ali, dass kognitive Therapie größere Effekte bei Patienten hatte, die die Behandlung mit geringeren kognitiven Verzerrungen begannen, wohingegen interpersonale Therapie besonders effektiv war bei Patienten, die schon zu Therapiebeginn eine bessere soziale Anpassung hatten Diese Befunde lassen sich als Belege dafür deuten, dass die Nutzung und weitere Förderung der individuellen Stärken des Patienten für den Therapieerfolg förderlich sind Therapeutische Beziehung Eine große Zahl von Studien weist darauf hin, dass die therapeutische Beziehung signifikant mit dem Therapieerfolg assoziiert ist Der Befund zeigt sich konsistent über verschiedene Störungsbilder und Therapieschulen hinweg Dieser Zusammenhang mag dadurch begründet sein, dass ein stabiler, positiver sozialer Kontakt bei einer Reihe von Patienten und Störungen schon für sich genommen eine heilende Wirkung ausübt und oder dass eine gute Beziehung wichtig ist, um Patienten zu motivieren, erwiesenermaßen effektive Verfahren auch einzusetzen Inzwischen herrscht allgemein Konsens darüber, dass therapeutische Beziehung und therapeutische Technik nicht unabhängig nebeneinander stehen Sie werden vielmehr als interagierende Faktoren betrachtet, die gemeinsam zum Therapieerfolg beitragen Norcross fasst dies folgendermaßen zusammen Effektive Therapeuten zeichnen sich dadurch aus, dass sie spezifische Methoden anwenden tragfähige Beziehungen anbieten und sowohl unterschiedliche Methoden als auch Beziehungsangebote differenziert an der individuellen Person und am jeweiligen Rahmen ausrichten Eine gute Therapiebeziehung kann also die Anwendung therapeutischer Techniken positiv beeinflussen Eine gelungene Umsetzung therapeutischer Techniken wiederum kann eine gute therapeutische Beziehung festigen Aktive Hilfe zur Problembewältigung Dieser Begriff bedeutet, dass der Therapeut den Patienten aktiv durch den Einsatz bzw. Erwerb bislang nicht nutzbarer Strategien darin unterstützt, seine Probleme besser zu bewältigen Der Fokus bewältigungsorientierter Interventionen liegt von daher auf der Vermittlung von Fertigkeiten und Kompetenzen, über die der Patient vorher nicht verfügt hat Dabei muss zwischen der prinzipiellen Verfügbarkeit einer Kompetenz und der Fähigkeit, diese Kompetenz in Belastungssituationen auch einzusetzen, unterschieden werden Bewältigungsorientierte Interventionen versuchen, diese beiden Problembereiche vor allem durch systematisches Erarbeiten und Einüben von Bewältigungskompetenzen, auch in Belastungssituationen, zu reduzieren Grave ging davon aus, dass man diese Wirkfaktoren nicht nicht realisieren kann Das heißt, dass egal wie sich der Therapeut verhält, sein Verhalten irgendeinen Einfluss auf den Realisierungsgrad der eben aufgeführten Wirkfaktoren haben wird Therapeuten bewegen sich während der Therapie quasi, ob sie wollen oder nicht, in einem fünfdimensionalen Raum, der von den Wirkfaktoren aufgespannt wird In dem Maße, in dem die postulierten Wirkfaktoren relevant sind, sollte sich der Therapeut zu jedem Moment der Therapie bewusst sein, wie stark die jeweiligen Wirkfaktoren gerade ausgeprägt sind Außerdem sollte der Therapeut darüber Bescheid wissen, wie stark er bei welchen Patienten in welchen Phasen der Therapie, in welchen konkreten Situationen, welchen Wirkfaktor aktivieren sollte Und er sollte in der Lage sein, die verschiedenen Wirkfaktoren durch den Einsatz entsprechender Interventionen systematisch zu beeinflussen Wenn diese drei Bedingungen gegeben sind, kann der Therapeut die Ausprägung der Wirkfaktoren an die aktuellen Erfordernisse in einer konkreten Situation optimal anpassen Abschnitt 14.3. Praktische Umsetzung relevanter Wirkfaktoren Unterabschnitt 14.3.1 Problemaktualisierung Für die Realisierung des Wirkfaktors Problemaktualisierung können unterschiedliche therapeutische Vorgehensweisen genutzt werden Wichtig ist dabei, dass der Patient das Problem in der Therapie in allen relevanten Modalitäten erlebt Sogenanntes Prinzip der realen Erfahrung Möglichkeiten für entsprechende Interventionen sind zum Beispiel die direkte Konfrontation eines Patienten mit der problematischen Situation und oder die systematische Förderung der Aktivierung der kognitiven Repräsentation der Situation symbolische Schemaaktivierung Zur Förderung der symbolisch-kognitiven Problemaktivierung lassen sich zum Beispiel Konkretisierung und Verbildlichung des Gesprächs im Gespräch systematisches Abfragen der einzelnen Modalitäten und oder Imaginationsübungen einsetzen Ferner ist es förderlich, die Patienten in dem Setting zu behandeln beziehungsweise das Setting herzustellen, in dem die Probleme auftreten Paarprobleme sollten unter Einbeziehung beider Partner behandelt werden Zwischenmenschliche Schwierigkeiten in einer Gruppentherapie Waschzwänge durch Übungen im häuslichen Umfeld etc. Beispiel für die Realisierung des Wirkfaktors Problemaktualisierung Ein Beispiel für die Realisierung der Problemaktualisierung ist die verhaltenstherapeutische Exposition bei einem Agoraphobie-Patienten Hier begibt sich ein Therapeut mit einem Agoraphobiker zum Beispiel in die volle und stickige Atmosphäre einer U-Bahn und lenkt die Aufmerksamkeit des Patienten gezielt auf angstauslösende Reize Damit wird das neuronale Netzwerk der Phobie möglichst komplett aktiviert Wenn in dieser Situation korrektive Lernerfahrungen gemacht werden zum Beispiel die Erfahrung, dass nichts Schlimmes passiert werden zentral nervöse Prozesse aktiviert, die die Aktivität des Angstschemas hemmen Die zeitliche Kopplung von aktiviertem Angstschema und Aktivierung der Hemmechanismen führt zu einer Kopplung sodass zukünftige Teile des Angstnetzwerkes auch die Hemmechanismen aktivieren sodass es nicht mehr zu einer Aktivierung des Angstnetzwerkes kommt In diesem Sinne gilt, keine Schemaveränderung ohne Schemaaktivierung Beispiel Ende Unterabschnitt 14.3.2 Motivationale Klärung Der Wirkfaktor motivationale Klärung kann auf verschiedene Arten gefördert werden Klärungsfördernde Techniken finden sich in den verschiedensten therapeutischen Schulen So wird beispielsweise in psychodynamischen Ansätzen die Einsicht gefördert dass das aktuelle emotionale Erleben oder Verhalten aus konflikthaften, motivationalen Impulsen resultiert welche wiederum auf prägende Erfahrungen in der frühkindlichen Lerngeschichte im Umgang mit primären Bezugspersonen zurückgeführt werden können Klärungsorientierte Techniken können beispielsweise die Frage beinhalten Wann war das erste Mal, dass Sie dieses Gefühl hatten? Oder sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Ihren Gefühlen Ihrem Vater gegenüber und den Gefühlen, die Ihr Mann bei Ihnen auslöst? In der Gesprächstherapie GT zielt Klärung vor allem auf das Schaffen von unverzerrten kognitiven Repräsentationen der Erfahrung vor allem Gefühle, Motive und Bedürfnisse ab In der klassischen GT wird diese Klärung vor allem durch die Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte, VEE Das klingt, als wären Sie sehr ärgerlich auf Ihren Mann, operationalisiert In der zielorientierten GT sind dagegen auch konkrete Fragen zulässig Wie geht es Ihnen, wenn Sie daran denken, was Ihr Mann dazu Ihnen gesagt hat? In der klassischen Verhaltenstherapie erfolgt Klärung im Rahmen der Verhaltensanalyse Dazu werden gemeinsam mit dem Patienten aktuelle problematische Situationen und Verhaltensweisen nach dem Sorg-Schema analysiert Siehe Kapitel 2, Band 1 Grave erweiterte die klassische horizontale Verhaltensanalyse um die sogenannte vertikale Verhaltensanalyse in der explizit geklärt wird, welche Ziele, Wünsche und Bedürfnisse hinter problemrelevanten Kognitionen, Emotionen und Verhaltensweisen stehen Die vertikale Verhaltensanalyse wurde später in Anlehnung an die Arbeiten von Miller, Galanter und Prebram zur Plananalyse erweitert Unter Plänen werden dabei hierarchisch aufgebaute Sollwerte verstanden, die das Verhalten des Individuums steuern und letztlich die Befriedigung von Grundbedürfnissen fördern sollen In diesem Sinne ist die Plananalyse eine systematische Art, sich zu fragen, zu welchem Zweck eine Person etwas tut, welchen Motiven konkretes Handeln dient oder umgekehrt gefragt, welche Mittel sie für wichtige Ziele einsetzt Das Resultat einer Plananalyse ist die Planstruktur, welche als Grundlage für die Fallkonzeption und Therapieplanung dienen kann, die sich aber auch zur Arbeit mit dem Patienten selbst eignet Je höher man in der Hierarchie einer solchen Planstruktur geht, desto abstrakter werden die Pläne Ganz oben stehen die Grundbedürfnisse, auf den unteren Hierarchie-Ebenen findet man diskrete, also beobachtbare Verhaltensweisen, sehe Praxisteil Emotionen entstehen, wenn aktuelle Erfahrungen als relevant für bedeutsame Pläne eingeschätzt werden Zum Beispiel, wenn das Erreichen eines Zieles bedroht ist, entsteht Angst Wenn ein wichtiges Ziel als unerreichbar eingeschätzt wird, Traurigkeit Um eine Plananalyse zu erstellen, kann zum einen im Sinne eines Bottom-up-Ansatzes von auffälligen, problematischen Verhaltensweisen des Patienten ausgegangen und gefragt werden, was der Patient mit diesem Verhalten erreichen will Wenn das hinter diesem Ziel stehende Verhalten geklärt ist Patient, weil ich meinen Job nicht verlieren will, lässt sich zum Beispiel mit der Frage, was würde der Verlust Ihres Arbeitsplatzes bedeuten oder allgemeiner, was steht in dieser Situation für Sie auf dem Spiel und warum ist Ihnen Ihr Job so wichtig Das hierarchisch übergeordnete Ziel herausarbeiten Patient, dass ich meinen Kindern nicht das bieten kann, was ich ihnen gerne bieten möchte Durch ähnliche Fragen können dann jeweils weitere hierarchische übergeordnete Ziele Patient, meine Kinder sollen es besser haben, als ich es hatte Top-down-Methode Andererseits können Zielhierarchien auch über die Top-down-Methode abgeleitet werden Dabei kann zum Beispiel von den Grundbedürfnissen ausgegangen werden, die Grave im therapeutischen Kontext für besonders relevant hielt Lustgewinn, Unlustvermeidung, Orientierung, Kontrolle, Bindung und Selbstwerterhöhung In Bezug auf diese Grundbedürfnisse oder hierarchisch hochstehende Ziele kann der Therapeut sich oder dem Patienten die Frage stellen, was der Patient tut, um beispielsweise das menschliche Grundbedürfnis nach guten zwischenmenschlichen Beziehungen zu befriedigen Die Plananalyse lässt sich dabei für das Herausarbeiten einer möglichst vollständigen Zielstruktur des Patienten nutzen Anhand dieser Zielstrukturen können dann Konflikte zwischen Zielen, Diskordanz oder Diskrepanzen zwischen Zielen und den Wahrnehmungen der Realität Inkongruenz identifiziert und Lösungen zur Reduktion solcher Probleme in Konsistenzquellen gesucht werden Da der Versuch einer möglichst vollständigen Modellierung des Zielsystems jedoch notwendigerweise zu einer erheblichen Komplexität führt, welche wiederum mehr Verwirrung stiften als Klärung bringen kann, empfiehlt sich für den klärenden Einsatz des Verfahrens in der Praxis oft die Fokussierung auf einzelne Problembereiche Zur ökonomischen Erfassung relevanter Ziele und der Zielerreichung aus Sicht des Patienten wurden in der Grave-Arbeitsgruppe der Fragebogen zur Analyse motivationaler Schemata und der Inkongruenz-Fragebogen entwickelt und validiert Praxisteil Ende Im Folgenden soll an einem kurzen Fallbeispiel veranschaulicht werden, wie eine Planstruktur aussehen kann Fallbeispiel-Planstruktur Ein junger Student sitzt in seiner ersten Therapiesitzung. Er berichtet distanziert von seinen Problemen im Studium Eigentlich überlege er, das Studium ganz abzubrechen, weil es für ihn nicht zufriedenstellend verlaufe Er habe auch gar keine Lust mehr hinzugehen, da das Fach zu eintönig für ihn sei Gegenüber der Therapeutin ist der Patient sehr verschlossen und einsilbig Zu der Therapie hätten ihn seine Eltern überredet. Er halte von diesem Psychogramm eher wenig Er gibt sich unnahbar und misstrauisch. Erst im Laufe der Therapie gelingt es der Therapeutin, Zugang zu dem Patienten zu bekommen Er öffnet sich zunehmend und fasst Vertrauen zur Therapeutin. Nach und nach wird deutlich, dass der Patient unter starken Prüfungsängsten leidet Und kurz vor der Exmatrikulation steht, was er seinen Eltern aus Angst vor deren Reaktion nicht berichtet hat Der Patient hat sich zudem aus Scham von allen Kommilitonen distanziert und versucht nun seine Prüfungsängste mit exzessivem Lernen und Beruhigungsmitteln zu kompensieren Mithilfe der Plananalyse würde die Therapeutin in unserem Beispiel nun versuchen, den motivationalen Hintergrund des Problematischen Verhaltens des Patienten zu ergründen Der Patient zeigt auf der Verhaltensebene zunächst ablehnendes Verhalten gegenüber der Therapeutin Nach der Anamnese deuten sich weitere dysfunktionale Verhaltensweisen wie exzessives Lernen, Missbrauch von Beruhigungsmitteln und sozialer Rückzug an Diesen Verhaltensweisen liegen aber durchaus vernünftige Ziele zugrunde, etwa ein hervorragender Student zu sein oder Enttäuschung zu vermeiden An oberster Stelle steht das Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz Im gedruckten Buch wird dargestellt, wie aus dem übergeordneten Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz auf der Verhaltensebene Ungünstige Verhaltensweisen wie exzessives Lernen, nächtelanges Arbeiten, Missbrauch von Beruhigungsmitteln und ablehnendes Verhalten gegenüber der Therapeutin werden Fallbeispiel Ende Unterabschnitt 14.3.3 Ressourcenaktivierung Zur therapeutischen Realisierung des Wirkfaktors Ressourcenaktivierung richtet der Therapeut sein Vorgehen darauf aus, und dass er diese möglichst intensiv erfahren und letztlich effektiv zur Lösung seiner Probleme einsetzen kann Für eine optimale Umsetzung dieses Wirkfaktors ist es von zentraler Bedeutung, dass sich der Therapeut ein umfassendes Bild von den Ressourcen des Patienten macht Bei der Ressourcenanalyse können unter anderem folgende Bereiche berücksichtigt werden Interpersonale Ressourcen Welche unterstützenden Beziehungen gibt es? Welche Aspekte sind auch in problematischen Beziehungen noch positiv? Motivationale Ressourcen Welche positiven Annäherungsziele hat der Patient noch? Wo hat er noch Zuversicht und Hoffnung? Emotionale Ressourcen Wann erlebt der Patient noch positive Emotionen? Welche? Wie macht er das? Mnestische Ressourcen Was gibt es an positiven Erinnerungen? Was für Erfolge hatte der Patient in der Vergangenheit? Kompetenzbezogene Ressourcen Gegebenenfalls aus den bisherigen Leistungen ableitbar Was für Kompetenzen stehen hinter den Erfolgen in der Vergangenheit? Lassen sich diese Kompetenzen vielleicht wieder aktivieren? Neben der systematischen Exploration möglicher Ressourcen in diesen Bereichen können Ressourcen mit dem Berner Ressourceninventar als Fremd- und Selbstbeurteilung erfasst werden Das Aktivieren von identifizierten Ressourcen kann zum einen implizit geschehen Beispielsweise dadurch, dass der Therapeut einem humorvollen Patienten einen Witz erzählt, um so dessen Stimmung zu steigern Alternativ oder ergänzend können Ressourcen explizit, thematisiert und zur Lösung von Problemen eingesetzt werden In diesem Sinne könnte der Therapeut den Patienten beispielsweise darauf aufmerksam machen Dass dieser offensichtlich über einen gesunden Humor verfüge und ihn fragen, ob sich dieser Humor nicht einsetzen ließe, um zumindest zeitweise die Stimmung zu verbessern Die explizite Zuschreibung von Ressourcen provoziert allerdings bei Patienten oft Widerstand Unter dem Einfluss von Wertlosigkeits- und Unkontrollierbarkeitsschemata sehen Patienten beispielsweise ihre eigenen Leistungen nicht als Erfolg oder fokussieren darauf, dass diese in der Vergangenheit liegen und in der Gegenwart alles schlecht läuft Um Ressourcenaktivierung systematisch fördern zu können, ist deshalb ein kunstvoller Umgang mit dieser Art von Widerstand erforderlich Dabei können die folgenden Strategien helfen Für die Praxis Strategien für die Realisierung des Wirkfaktors Ressourcenaktivierung Therapeuten sollten sich systematisch darin üben, potenzielle Ressourcen bei ihren Patienten wahrzunehmen Dies kann beispielsweise durch das Anlegen einer inneren Liste erfolgen, auf der für jeden Patienten mögliche Ressourcen notiert werden, sowie diese erkennbar sind Zum Beispiel Therapeut merkt, dass Patient immer pünktlich kommt und macht sich eine innere Notiz, dass gut organisiert sein möglicherweise zu den Ressourcen dieses Patienten zählt Für jede mögliche Ressource gilt es, sich einen Beleg zu merken, mit dem sich die Überzeugung begründen lässt, dass der Patient über diese Ressource verfügt Bei passender Gelegenheit kann die Ressource dann in Kombination mit dem Beleg dem Patienten zugeschrieben werden Zum Beispiel Kann es sein, dass Sie gut mit schwierigen Personen umgehen können? Es ist sehr konstruktiv, wie Sie mit Ihrem schwierigen Chef über Jahre zusammenarbeiten, im Gegensatz zu den vielen Kollegen, die wegen Ihres Chefs gekündigt haben Wenn Patienten dann eine alternative, problemlastigere Erklärung vorschlagen Ich bin nur zu feige zum Kündigen Sollte nicht gleich auf das neu ins Spiel gebrachte Problem, feige sein, fokussiert werden Sonst kommt es zu einem Problemhopping Stattdessen sollte der Therapeut dafür sorgen, dass die Ressource weiterhin im Fokus der Aufmerksamkeit steht Kann sein, dass das auch eine Rolle spielt Aber wenn Sie nicht kündigen wollten, müssten Sie ja mit Ihrem Chef auskommen Und dafür braucht es einiges an sozialer Kompetenz, oder? Den Richtwert dafür, ab wann etwas als eine besondere Leistung anerkannt werden kann, gilt es oft im Blick auf die in der Regel problematische Ausgangssituation nach unten zu korrigieren Wenn ein Patient zum Beispiel nur über einen Sonderschulabschluss verfügt und von daher Bildung nicht als Ressource ansieht, lässt sich oft erarbeiten, dass es eine besondere Leistung ist, in der schwierigen Situation, in der sich der Patient in seiner Kindheit befand, überhaupt einen Schulabschluss zu erzielen Wenn kein Abschluss erzielt wurde, lässt sich auch in der Anzahl der in der Schule verbliebenen Jahre eine Leistung sehen Darüber hinaus ist diszipliniertes persönliches Einbringen des Therapeuten durch Äußerungen wichtig, in denen er zum Ausdruck bringt, wie beeindruckt er von den Leistungen des Patienten ist Zum Beispiel, also Sie gehen da ja sehr kritisch mit sich um und halten das vielleicht nicht für bewundernswert, weil Sie so hohe Ansprüche an sich stellen Aber ich für meinen Teil muss sagen, dass ich beeindruckt bin, wie Sie das alles hinbekommen haben und frage mich, wie haben Sie das eigentlich geschafft? Bei anhaltendem Widerstand kann dieser direkt thematisiert werden Zum Beispiel Therapeut Moment, lassen Sie uns einmal kurz innehalten und überlegen, was hier gerade passiert Patient Ich verstehe nicht, was meinen Sie? Therapeut Ich bemühe mich, Ihnen zu erarbeiten, was Sie bereits alles geschafft haben und was für Kompetenzen sich in diesen Leistungen zeigen Ich mache das, weil ich glaube, dass wir dadurch wieder Mut fassen und einen Weg finden, um aus dieser Krise wieder herauszufinden Aber jedes Mal, wenn ich so vorgehe, stellen Sie Ihre Erfolge in Frage und lassen kein gutes Haar an sich Wenn wir das jetzt noch eine Weile so weitermachen, wohin wird uns das führen? Wollen Sie das? Was wäre besser? Praxisteil Ende Unterabschnitt 14.3.4 Therapeutische Beziehung Die Realisierung des Wirkfaktors Therapeutische Beziehung ist ein zentraler Punkt in verschiedenen therapeutischen Ansätzen Rogers definierte im Rahmen seiner Gesprächspsychotherapie Empathie, Akzeptanz und Echtheit, Konkurrenz, als die drei therapeutischen Basisvariablen, die zentral für die Gestaltung einer guten therapeutischen Beziehung sind Mit Empathie ist gemeint, dass der Therapeut sich in den Patienten hineinversetzt, um dessen Gefühle und Erlebnisinhalte einfühlsam zu erfassen Empathisches Verstehen Der empathische Therapeut sollte in der Therapie Verständnis für die Situation und Gefühle des Patienten zeigen Akzeptanz, Positive Regard, bedeutet, dass der Therapeut dem Patienten eine unbedingte positive Wertschätzung entgegenbringt Dies umfasst nach Rogers Wärme, Respekt, Sympathie oder Anerkennung Rogers geht davon aus, dass ein Patient nur aufgrund der Erfahrung bedingungsloser positiver Beachtung auch eine entsprechende bedingungslose positive Selbstbeachtung entwickeln kann Echtheit oder Konkurrenz bezeichnet die authentische Kommunikation des Therapeuten Damit ist gemeint, dass der Therapeut als Person selbst und auch in der therapeutischen Kommunikation echt und authentisch ist Also nicht fassadenhaft, verständnisvoll und einfühlsam Und dies gegenüber dem Patienten auch transparent macht Bei den therapeutischen Basisvariablen handelt es sich nach Rogers nicht um Methoden, die der Therapeut beliebig einsetzen kann sondern um therapeutische Grundhaltungen, die er verinnerlicht haben muss, um sie umzusetzen Sie sind miteinander verknüpft und bedingen sich in einem gewissen Grad untereinander Grave führte zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung das Konzept der komplementären Beziehungsgestaltung ein Damit ist gemeint, dass der Therapeut sich bemühen sollte, die therapeutische Beziehung möglichst komplementär zu den individuellen Bedürfnissen, Motiven und Zielen des Patienten zu gestalten Das heißt, der Therapeut verhält sich so, dass der Patient den Kontakt als förderlich für das Erreichen seiner Ziele erlebt Im Vordergrund stehen bei diesem Prozess vor allem die bewussten oder unbewussten interpersonalen Beziehungsziele des Patienten, die im Kontakt mit dem Therapeuten aktiviert werden Zum Beispiel beschützt zu werden, Zuwendung zu bekommen, in der eigenen Sicht des Problems bestätigt zu werden Ein solches Vorgehen wirkt sich in der Regel positiv auf die therapeutische Beziehung aus Als Beispiele für komplementäre Reaktionen auf ausgeprägte interpersonale Bedürfnisse und Ziele des Patienten wären zu nennen Bei Bedürfnis nach Autonomie, Selbstbestimmung, möglichst großen Entscheidungsfreiraum lassen Bei Bedürfnis nach Hilfe und Unterstützung, sehr sorgsam agieren für den Patienten da sein Bei Bedürfnis nach Status und Anerkennung, die Leistungen des Patienten hervorheben Bei Versagensängsten, Patienten nicht überfordern, Tempo anpassen Bei Angst, Schwäche zu zeigen und sich verletzbar zu machen, mit der Thematisierung des Problems warten Bei Angst, kritisiert zu werden, auf passende Formulierungen achten Im Sinne von Sachse lassen sich durch diese Art der Beziehungsgestaltung Punkte auf dem Beziehungskonto sammeln Endziel der Therapie ist allerdings nicht die Maximierung der Punkte auf dem Beziehungskonto, sondern die Lösung des Problems des Patienten Dazu sind in der Regel auch konfrontative Maßnahmen notwendig Diese werden von Patienten aber üblicherweise nur angenommen, wenn sich der Patient in einer stabilen Beziehung wähnt Deswegen muss der Therapeut durch komplementäres Beziehungsverhalten dafür sorgen, dass er stets genug Punkte auf dem Beziehungskonto hat Die er dann für den konstruktiven Einsatz konfrontativer Verfahren einsetzen kann, welche Punkte kosten Sodass das Beziehungskonto anschließend durch komplementäre Maßnahmen wieder aufgeladen werden muss Die therapeutische Kunst besteht oft darin, konfrontative Vorgehensweisen durch komplementäre Einbettung so an Patienten heranzutragen, dass sie sie annehmen können Um dysfunktionale Ziele und Verhaltensweisen des Patienten nicht zu verstärken, ist es oft wichtig, sich komplementär zu den hierarchisch hochstehenden Zielen und Bedürfnissen, zum Beispiel finde Anerkennung, zu verhalten Und problematische, rigide, niedrigrangige Ziele oder Verhaltensweisen, alle müssen mich immer für den Tollsten halten, siehe Beispiel, kritisch zu reflektieren Beispiel für eine Einleitung, mit der man eine kritische Rückmeldung an einen narzisstischen Patienten vorbereiten kann Therapeut, freundlich, vertrauensvoll zugewandt Also Herr X, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile, oder? Patient, ja Therapeut, ich habe den Eindruck gewonnen, dass ich Sie in der Zeit ganz gut kennengelernt habe Patient, mhm Therapeut, ich habe Sie als jemanden kennengelernt, den ich nicht schonen muss, dem ich offen gegenübertreten darf und der die Stärke hat, auch mit konfrontierenden Äußerungen umzugehen Mhm, ja, ja Deswegen würde ich mich bei Ihnen trauen, etwas anderes zu machen, als bei anderen Patienten Bei Ihnen würde ich mich trauen, Ihnen ganz offen und ungeschön zu sagen, was ich von Ihrem Verhalten halte Lege ich da richtig, dass ich das bei Ihnen machen kann? Ja, irgendwie schon Therapeut, direkter, offener Blickkontakt Wollen Sie meine offene und ungeschönte Einschätzung Ihres Verhaltens hören? Ja Offen gesagt glaube ich, dass Sie in der Situation, die Sie mir vorhin geschildert haben, weit hinter Ihren Möglichkeiten zurückgeblieben sind Aus anderen Situationen kenne ich Sie als eine Person mit einem ausgeprägten Verhandlungsgeschick Also als jemand, der in der Lage ist, einen kühlen Kopf zu bewahren und auch in Konflikten eine intelligente Lösung zu finden Aus diesem Grund glaube ich, dass Sie nicht gleich hätten zuschlagen müssen, sondern dass Sie die Situation auch anders hätten lösen können Oder liege ich da falsch? Etc Beispielende Zur Erfassung der Qualität der therapeutischen Beziehung existiert eine Vielzahl an Messinstrumenten Zu den gängigen Verfahren zählt beispielsweise der Helping Alliance Questionnaire oder der Stundenbogen für die allgemeine und differenzielle Einzelpsychotherapie Aktive Hilfe zur Problembewältigung Die Vermittlung von Fertigkeiten oder Kompetenzen hat in der Verhaltenstherapie eine lange Tradition Bereits in den 70er Jahren wurden Defizite in Bereichen wie Problemlösen, soziale Kompetenz oder Stressbewältigung mit der Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen In Zusammenhang gebracht und Interventionen entwickelt, um diesen Defiziten entgegenzuwirken Das Wirkprinzip der aktiven Hilfe zur Problembewältigung kommt in verschiedenen therapeutischen Vorgehensweisen zum Tragen Etwa im Training sozialer Kompetenz mit sozialunsicheren, impulsiven oder aggressiven Patienten Bei der Reizkonfrontation mit Agoraphobikern Beim Stressimpfungstraining nach Meichenbaum Beim Problemlösetraining nach Zorilla und Goldfried Beim Training emotionaler Kompetenzen und in vielen weiteren Verfahren Man kann dabei zwischen der Vermittlung störungsspezifischer, zum Beispiel Reizkonfrontation bei Agoraphobikern und störungsübergreifender Kompetenzen unterscheiden, die bei mehreren Erkrankungen eine Rolle spielen können Zum Beispiel soziale Kompetenz oder Emotionsregulation Eine wichtige Rolle kommt der Vermittlung von Fertigkeiten auch im Rahmen von Präventionsprogrammen gegen psychische Störungen und bei Verhinderung von Rückfällen zu So findet sich insbesondere das Training sozialer Kompetenzen sowohl bei universellen, präventiven als auch bei störungsspezifischen Maßnahmen im Rahmen der Prävention von Angst und affektiven Störungen Entscheidend bei der Umsetzung des Wirkfaktors aktive Hilfe zur Problembewältigung ist, dass der Patient sich mit seinen Problemen ernst genommen fühlt und die Erfahrung macht diese zunehmend besser und selbstständiger bewältigen zu können Letztlich soll durch die Verbesserung der individuellen Handlungskompetenz des Patienten auch seine individuelle Selbstwirksamkeitserwartung gesteigert werden da sich gezeigt hat, dass diese ein wichtiger Indikator für den Therapieerfolg ist Eine leichte Überschätzung der eigenen Handlungskompetenzen kann adaptives Verhalten begünstigen Die Betreffenden setzen sich höhere Ziele und strengen sich stärker an, diese zu erreichen Darüber hinaus zeigen Personen mit hoher Selbstwirksamkeit eine größere Ausdauer bei der Aufgabenbewältigung und eine geringere Anfälligkeit für Angststörungen und Depressionen Zudem wenden Personen mit einer hohen Selbstwirksamkeit in Risikosituationen anstatt des früheren Problemverhaltens eher effektive Bewältigungsstrategien an und werden weniger häufig rückfällig Ein zu viel an Selbstwirksamkeit und eine starke Überschätzung der eigenen Bewältigungsmöglichkeiten Inflationäre Selbstwirksamkeit, Overconfidence, kann sich hingegen negativ auf den Störungsverlauf auswirken So ist Overconfidence zum Beispiel im Suchtbereich mit einer höheren Rückfallquote assoziiert Wichtig ist daher, dass das Ausmaß der Selbstwirksamkeitserwartung einer Person zu ihren individuellen Bewältigungsmöglichkeiten passt Zusammenfassend spielt die direkte oder indirekte Förderung der Selbstwirksamkeit zwar eine sehr wichtige Rolle in der Behandlung psychischer Erkrankungen Es ist jedoch auch wichtig, das Optimale vom übertriebenen Maß der Selbstwirksamkeit zu unterscheiden und in der Intervention zu berücksichtigen, um eine angemessene Förderung zu erreichen Abschnitt 14.4 Kritische Reflexion Die Wirkfaktorenforschung hat wesentlich dazu beigetragen, dass weniger die Labels von Therapieschulen und stattdessen mehr das konkrete Verhalten der Therapeuten Gegenstand von Effektivitätsanalysen sind Problematisch ist allerdings, dass es sich bei den postulierten Wirkfaktoren um relativ abstrakte Konstrukte handelt und deswegen auch auf diese faktorenbezogene therapeutische Handlungsregeln abstrakt bleiben müssen Sollten sich beispielsweise empirische Belege dafür finden lassen, dass Therapien effektiver sind wenn sie mit einem verstärkten Fokus auf Ressourcenaktivierung beginnen und enden so ist damit noch nicht ausreichend beschrieben, was der Therapeut konkret tun soll beziehungsweise wann und wie er welche Ressourcen aktiviert Dies spricht nicht zwingend gegen therapeutische Regeln auf der Ebene von Wirkfaktoren Im Gegenteil, die Kombination aus einer relativ allgemeinen Vorgehensempfehlung und der Freiheit die konkrete Umsetzung auf die Besonderheiten des Einzelfalls abzustimmen kann in vielen Fällen als erfolgversprechendes Konzept gesehen werden Nichtsdestotrotz müssen sich Praktiker und Forscher darüber bewusst sein dass die Wirkfaktorenperspektive eher als übergeordnete Heuristik zu sehen ist die in dem Maße sinnvoll genutzt werden kann in dem klar ist, wie die einzelnen Wirkfaktoren konkret zu realisieren sind Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 2 Therapieverfahren Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag Gelesen von Philipp Köhl Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag geschienen Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 15 Psychotherapie-Forschung von Yvonne Nestoriuc, Matthias Berking und Winfried Rief Abschnitt 15.1 Ziele der Psychotherapie-Forschung Wissenschaftlich fundierte Psychotherapie setzt eine adäquate Psychotherapie-Forschung voraus in der psychotherapeutische Methoden entwickelt, evaluiert, erklärt und optimiert werden Ein zentrales Ziel dieser Forschung ist es, Psychotherapeuten einen Anhaltspunkt und Leitfaden für die Planung möglichst erfolgsversprechender Interventionen zur Verfügung zu stellen Dazu müssen auf der Grundlage relevanter empirischer Befunde mit adäquaten Methoden Gesetzmäßigkeiten identifiziert werden, die Prognosen ermöglichen, inwieweit sich mit welchen Methoden, bei welchen Patienten, unter welchen Bedingungen und welche Effekte erzielen lassen Mit Hilfe dieser allgemeinen Vorhersagen kann der Therapeut dann eine individuelle Prognose darüber erstellen, mit welchen Methoden er bei einem spezifischen Patienten am ehesten die gewünschten Erfolge erzielen kann Definitionen Psychotherapie wird verstanden als ein bewusster und geplanter interaktionaler Prozess zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen, die in einem Konsensus für behandlungsbedürftig gehalten werden mit psychologischen Mitteln in Richtung auf ein definiertes Ziel mittels lehrbarer Techniken auf der Basis einer Theorie des normalen und pathologischen Verhaltens Psychotherapie-Forschung beschäftigt sich mit der Wirksamkeit und Wirkweise psychotherapeutischer Interventionen Sie bedarf der systematischen Definition und Erfassung psychotherapeutischer Änderungsprozesse und angenommener Wirkfaktoren Ziel ist es, Effekte psychotherapeutischer Interventionen methodisch sinnvoll zu erfassen und diese in einen systematischen Zusammenhang mit möglichen Ursachen zu setzen Dabei dient die Psychotherapie-Forschung der kontinuierlichen Weiterentwicklung psychotherapeutischer Interventionen im Sinne der Evidenzbasierung und Qualitätssicherung Definition Ende Eine solche Ausrichtung an empirischen Befunden und empirisch validierten Theorien bezieht sich zum einen auf die Therapieplanung auf der sogenannten Makroebene auf der Problembereiche identifiziert und Therapieziele mit dem Patienten zusammen erarbeitet werden und dann grundlegende therapeutische Vorgehensweisen bzw. Interventionen zu einem vorläufigen Therapieplan integriert werden Zum anderen bezieht sich die empirische Fundierung idealerweise aber auch auf die Prozessebene der Therapie auf der der Therapeut in jeder Minute eine Vielzahl von Entscheidungen treffen muss welches Unterziel er in einer bestimmten Situation gerade zu erreichen versucht und mit welchem Verhalten er dieses Ziel am ehesten erreichen kann Wirksamkeitsnachweise für einzelne therapeutische Verfahren werden dabei oft in Studien gewonnen die Effekte standardisierter Vorgehensweisen in homogenen Stichproben unter streng kontrollierten Bedingungen untersuchen Da sich dadurch oft bedeutsame Abweichungen vom therapeutischen Vorgehen in der Regelversorgung ergeben ist es wichtig zu klären, inwieweit Wirksamkeitsnachweise aus Forschungseinrichtungen auch für die alltägliche therapeutische Versorgungspraxis gelten Und letztlich gilt es im Sinne einer Optimierung der Versorgung von Patienten mit psychischen Störungen auch zu klären, mit welchen Methoden sich die erwünschten Effekte am effizientesten erzielen lassen Die Identifikation möglichst ökonomischer Methoden erlaubt es, die in der Regel nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel so zu nutzen, dass möglichst viele Betroffene davon profitieren In Abhängigkeit von diesen vorrangigen Zielen der Psychotherapieforschung lassen sich verschiedene Themenbereiche identifizieren die für die Psychotherapieforschung von zentraler Bedeutung sind Grundorientierte Wirksamkeitsforschung Im Englischen als Efficacy Research bezeichnet, was im Deutschen oft mit Effektivitätsforschung übersetzt wird Sie bezieht sich auf die klinische Wirksamkeit einer standardisierten Intervention unter optimalen Bedingungen Der Fokus liegt in entsprechenden Studien auf der Maximierung der internen Validität Das heißt, zu klären, ob potenzielle Verbesserungen wirklich auf eine bestimmte psychotherapeutische Intervention oder auf andere Einflüsse wie Placeboeffekte, systematische Unterschiede in den Ausgangsbedingungen zwischen Behandlungs- und Kontrollgruppen etc. zurückzuführen sind Deshalb werden hier die Ausgangsbedingungen, zum Beispiel Hauptstörung und mögliche Störvariablen, genau kontrolliert Damit wird die Interpretation bei solchen Studien erleichtert, allerdings zum Preis einer artifiziellen Homogenisierung der Krankheitsbilder und Behandlungsbedingungen Anwendungsorientierte Wirksamkeitsforschung Im Englischen als Effectiveness Research bezeichnet, was im Deutschen oft mit Effizienzforschung übersetzt wird Sie bezieht sich auf die versorgungspraktische Wirksamkeit Der Fokus entsprechender Studien liegt auf der externen Validität Das heißt, zu klären, inwieweit therapeutische Maßnahmen unter den Bedingungen der Regelversorgung effektiv sind Dafür werden möglichst realitätsnahe Stichproben und Behandlungsbedingungen untersucht Das heißt, es werden nicht nur Personen mit reinen Depressionen oder anderen Störungsbildern aufgenommen sondern Teilnehmer können auch komorbide Erkrankungsbilder wie in der Praxis aufweisen Nachteil ist entsprechend, dass die Schlussfolgerung der Wirkung bezüglich einer bestimmten Psychotherapie-Methode bei einem bestimmten Störungsbild weniger valide ist als bei Effektivitätsstudien Effizienzorientierte Wirksamkeitsforschung Im Englischen als Cost-Effectiveness Research bezeichnet Entsprechende Studien untersuchen die klinische und versorgungspraktische Wirksamkeit einer Intervention unter besonderer Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses In diesem Sinne werden die Effekte der Intervention auf direkte oder indirekte Krankheitskosten in Bezug gesetzt zu den Kosten, die durch die Intervention selbst entstehen Prozessforschung Diese Forschung dient vor allem der Identifikation von Wirkmechanismen Mechanisms of Change die dafür verantwortlich sind, dass eine therapeutische Intervention zu bestimmten Effekten führt Mit dem Wissen um die relevanten Prozesse lässt sich der Effekt psychotherapeutischer Interventionen auf diese Prozesse und so die Effektivität der Intervention erhöhen Exkurs Unterscheidung von Psychotherapie-Forschung und Qualitätssicherung Psychotherapie-Forschung muss unterschieden werden von Qualitätssicherung auch wenn sich hier einige Überlappungsbereiche ergeben Qualitätssicherung ist das geplante und systematische Vorgehen zur Dokumentation und Erreichung definierter Qualitätsstandards in der psychotherapeutischen Versorgung wobei zwischen interner Qualitätssicherung und externer Qualitätskontrolle sowie zwischen Struktur, Ergebnis und Prozessqualität unterschieden wird Exkurs Ende Die Psychotherapie-Forschung befasst sich mit den Effekten psychotherapeutischer Interventionen Aber wie diese Effekte erfasst werden können, ist eine Wissenschaft für sich So konnten sich über viele Jahrzehnte die Vertreter verschiedener Psychotherapie-Schulen nicht einigen, wie Erfolg in der Psychotherapie-Forschung gemessen werden soll Während frühe Behavioristen zum Beispiel den Therapieerfolg in der Phobie-Behandlung dadurch erfassten, dass sie mit dem Zollstock den Abstand zwischen Patient und phobischem Objekt gemessen haben, war für manche Psychoanalytiker eine bestimmte innere Einsicht des Patienten oberstes Ziel, unabhängig davon, ob die klinische Symptomatik besser wurde oder nicht In diesem Konflikt war ein Vorschlag von Schulte hilfreich, wonach es Therapieerfolg in Psychotherapie-Studien immer auf mehreren Ebenen zu erfassen gilt Als relevante Messebenen gelten Ursache, Defekt, Prozess Je nach Theorie zum Störungsbild, Annahmen zur Störungsaufrechterhaltung und vermutetem Mechanismus der Veränderung müssen die zentralen Prozesse gemessen werden, die für die Veränderung als relevant angesehen werden Wird zum Beispiel als zentral angesehen, dass Patienten Vermeidungsverhalten reduzieren, um Angststörungen zu überwinden, so muss Vermeidungsverhalten erfasst werden Wird demgegenüber die Verbesserung von Fähigkeiten zur Emotionsregulation als zentraler Wirkmechanismus angenommen, so ist dies genau zu erfassen Die Beispiele verdeutlichen, dass auf dieser Messebene durchaus Theorie- und schulenspezifische Variablen erfasst werden können Symptomatik Bei Studien im klinischen Bereich ist die Erfassung der klinischen Symptomatik zwingend erforderlich Nicht nur der Therapieforscher, sondern auch Vertreter des Gesundheitssystems möchten wissen, ob eine Behandlung eine Besserung bei dem speziellen Krankheitsbild bringt Beispiele für Methoden zur Erfassung der Symptomatik wären der Einsatz entsprechender klinischer Skalen zur Messung von Depression, Ängsten oder allgemeiner Psychopathologie Krankheitsfolgen Selbst bei gleicher Schwere der klinischen Symptomatik können die Krankheitsfolgen höchst unterschiedlich sein Während eine Person mit einer leichten Depression sich unter Umständen nicht mehr arbeitsfähig fühlt, gehen andere Betroffene mit deutlich schwererer klinischer Symptomatik weiterhin ihrem Beruf nach Dies macht deutlich, dass Krankheitsfolgen wie Beeinträchtigungen in verschiedenen Lebensbereichen, Lebensqualität, Behandlungskosten und Ähnliches zusätzlich zu den oben genannten Variablen erfasst werden müssen Nebenwirkungen Es gehört zu den Besonderheiten der Psychotherapieforschung, dass das Thema Nebenwirkungen über Jahrzehnte ignoriert wurde Der Grund hierfür lag in der Überzeugung, dass Psychotherapie grundsätzlich nur Gutes bewirkt Dies ist jedoch nicht korrekt Empirische Untersuchungen zeigen, dass einige Patienten in psychotherapeutischer Behandlung Verschlechterungen anstatt Verbesserungen ihrer Symptome erfahren Personen mit Psychotherapieerfahrung geben zuweilen auch an, durch die Psychotherapie zusätzliche Probleme in ihrem Leben bekommen zu haben Zum Beispiel Beziehungsprobleme, Veränderungen der eigenen Persönlichkeit zum Negativen, etc. Deshalb muss in Ergänzung zu den drei von Schulte genannten und oben aufgeführten Messebenen als vierte Messebene die Erfassung von unerwünschten Nebenwirkungen berücksichtigt werden Auch effektive Therapien können sich in Bezug auf das Ausmaß dieser Nebenwirkungen unterscheiden Um eine vollständig informierte und selbstverantwortliche Behandlungsentscheidung von Patienten zu gewährleisten sollten mögliche Nachteile einer Psychotherapie vor Aufnahme der Behandlung adäquat thematisiert werden Als Ergebnis von Psychotherapiestudien wird oftmals berichtet, dass eine bestimmte Behandlung signifikant bessere Ergebnisse erbringt als zum Beispiel eine Wartegruppe Eine solche statistische Signifikanz, in der Regel p kleiner 0,05, bedeutet jedoch noch lange nicht dass diese Verbesserung auch klinisch relevant ist und subjektiv vom Patienten als bedeutsame Verbesserung wahrgenommen wird So ist beispielsweise die Reduktion der Häufigkeit eines Tötungsgedankens einer Mutter gegenüber ihrem Kind bei einer Patientin mit einer Zwangsstörung von rund 40 Mal pro Tag auf nur 5 Mal pro Tag gegebenenfalls statistisch als signifikant zu beurteilen Aus klinischer Sicht mag die Patientin diese Reduktion anders beurteilen weil bereits ein einmaliges Auftreten des Zwangsgedankens von ihr als höchst belastend und beeinträchtigend erlebt wird Bei Gruppenvergleichen ist zu beachten, dass die Signifikanz wesentlich von der Größe der Stichprobe abhängt und bei sehr großen Stichproben auch minimale Gruppenunterschiede signifikant werden Umgekehrt kann ein geringer statistischer Effekt, zum Beispiel bei einer Präventionsstudie der sich in einer kleinen und deswegen statistisch gegebenenfalls nicht signifikanten Reduktion der Inzidenzrate ausdrückt mit hohen ökonomischen Vorteilen verbunden sein, die für die Verwendung der Intervention sprechen Als eine Lösung für dieses Problem wurde unter anderem der Einsatz von kritischen Effektstärken vorgeschlagen In diesem Sinne fand sich eine Zeit lang in den Richtlinien des National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE, zur Depressionsbehandlung die Angabe, dass ein Kohens-D von mindestens 0,5 als ein klinisch bedeutsamer Effekt gesehen wird Problematisch ist dabei allerdings unter anderem, dass diese Effektstärken von der Varianz des Erfolgsmaßes in der Stichprobe und damit von der Homogenität der Stichprobe und von der Test-Retest-Reliabilität des verwandten Messinstrumentes abhängen Als Alternative wurde vorgeschlagen, für die zentralen Erfolgsmaße, mithilfe von Vergleichsstudien zwischen klinischen und nicht-klinischen Stichproben oder Expertenurteilen, Cut-off-Werte zu bestimmen, ab denen eine bestimmte Veränderung als klinisch relevant gilt zum Beispiel 3-Punkte-Reduktion auf der Hamilton-Rating-Skala für Depression beziehungsweise ab denen die absoluten Werte eines Patienten diesen als gesund und nicht mehr als krank ausweisen Unterschiede in der Effektivität verschiedener Bedingungen können dann angegeben werden als Unterschiede in den prozentualen Anteilen der Patienten, welche eine klinisch bedeutsame Symptomreduktion oder einen Übergang von einem als pathologisch definierten zu einem als gesund definierten Wert erfahren Jakobsson und Truax 1991 Aktuell gilt eine Kombination eines Tests der Unterschiede bezüglich der Symptomreduktion während der Behandlungs- beziehungsweise Kontrollphase, zum Beispiel mithilfe hierarchisch-lineare Modelle mit einem Test über die Ungleichverteilung solcher Responder beziehungsweise Patienten mit Remission über die zu vergleichenden Gruppen als wichtiges Gütekriterium für das statistisch-methodische Vorgehen in Psychotherapiestudien Exkurs Ende Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Wert psychotherapeutischer Erfolge in hohem Maße davon abhängt inwieweit diese auch zu zeitlich stabilen Effekten führen Deswegen sollten Psychotherapiestudien mithilfe sogenannter Katamnesen oder Follow-up-Untersuchungen stets auch erfassen, wie lang nach Absetzen der Intervention noch statistisch und klinisch relevante Effekte zu verzeichnen sind Bei Follow-up-Untersuchungen ist es wie bei allen Evaluationsstudien mit mehreren Messzeitpunkten allerdings kaum zu vermeiden, dass bei Studienende nicht von allen Teilnehmern zu allen Messzeitpunkten Daten vorliegen Manche Patienten brechen aus Unzufriedenheit die Behandlung ab oder haben eine verschlechternde Symptomatik sodass stationäre Einweisungen erfolgen mussten Systematischer Dropout Andere ziehen weg und können deswegen nicht länger an der Behandlung teilnehmen Unsystematischer Dropout Manche der Patienten sind noch bereit, an der Diagnostik der Studie teilzunehmen obwohl sie nicht mehr an der Intervention teilnehmen Deswegen ist es oft hilfreich, zwischen komplettem Dropout und Interventionsdropout zu unterscheiden Davon abzugrenzen sind wiederum fehlende Werte Missing Values, Missings die auch bei Patienten auftreten, die vollständig an der Intervention sowie an allen Assessments teilgenommen haben aber zum Beispiel in einigen Fragebögen eine Reihe von Fragen nicht beantworten Ohne Zweifel ist eine Studie umso aussagefähiger, je vollständiger die real erfassten Datensätze sind Wenn eine Studie eine Rücklaufrate zum Katamnese-Zeitpunkt von 80 bis 90 Prozent hat, wird man ihr mehr Glauben schenken als einer vergleichbaren Studie, die nur 50 bis 60 Prozent Rücklauf hat, da bei einem geringeren Rücklauf die Gefahr systematischer Selektionseffekte erhöht ist In diesem Sinne könnten beispielsweise vor allem die Patienten ausreichend, zur Teilnahme an der Katamnese motiviert sein Die substanziell von der Intervention profitiert haben, was zu einer Überschätzung der Effektivität der Intervention führen würde Aufgrund der großen Relevanz von Dropouts und fehlenden Werten wurden in den letzten Jahren eine Reihe von Methoden vorgeschlagen, wie man mit diesem Problem umgehen kann Wenn Teilnehmer im Laufe einer Studie ausscheiden oder die Therapie wechseln, sollten sie trotzdem in ihrer Gruppe zur Endauswertung eingeschlossen bleiben, so wie es zu Beginn der Studie intendiert war Dies soll die Gefahr minimieren, dass eine Gruppe bevorteilt wird, obwohl oder gerade weil sie mehr Therapieabbrecher hatte Wenn Teilnehmer zum Beispiel aufgrund mangelnder Motivation ausscheiden, könnte das mit der in der Studie erhaltenen Behandlung zusammenhängen Bei der sogenannten Intention-to-Treat-ITT-Analyse werden alle Teilnehmer eingeschlossen, die am Anfang die Intention geäußert haben, an der Studie teilnehmen zu wollen Unabhängig davon, ob sie es im Verlauf der Studie tatsächlich taten Das Intention-to-Treat-Prinzip stärkt die Verlässlichkeit von Studienergebnissen, da die ermittelten Effektstärken realitätsnäher sind Durch die Erhöhung der Stichprobengröße werden jedoch gegebenenfalls auch kleine Unterschiede eher signifikant Deshalb erbringt die ITT zwar die realistischeren Effektstärken, aber gegebenenfalls auch eine Überschätzung der statistischen Signifikanz Die Alternative zur ITT-Analyse ist die sogenannte Per-Protokoll-Analyse oder Completer-Analyse In dieser werden nur diejenigen Teilnehmer ausgewertet, die das Studienprotokoll wie geplant abgeschlossen haben Diese Form der Completer-Analyse geht einerseits mit einem erhöhten Risiko der Überschätzung positiver Therapieeffekte einher Liefert andererseits aber auch wichtige Informationen darüber, wie effektiv ein Verfahren sein kann, wenn es gelingt, den Patienten in der vorgesehenen Art und Weise zur Mitarbeit zu motivieren Umgang mit Missing Values Zur Schätzung der fehlenden Werte, zum Beispiel bei Therapieende oder zur Katamnese, werden die folgenden Verfahren eingesetzt Fallweise Ausschluss Patienten werden aus den Analysen ausgeschlossen, wenn auch nur ein für die Analyse relevanter Wert fehlt, kann zu einer erheblichen Reduktion der Stichprobe führen Verfügbare Daten werden bei diesem Vorgehen ungenügend genutzt Verfahren gilt von daher als unzulänglich Paarweise Ausschluss Eine Reihe von statistischen Verfahren basiert auf Korrelationsmatrizen Bei diesen Verfahren können relevante Zusammenhänge zum Teil trotz fehlender Werte über die jeweils paarweise kompletten Beziehungen zwischen Variablen geschätzt werden Bei paarweisem Ausschluss werden nur die Fälle von den Analysen ausgeschlossen, bei denen dies nicht möglich ist Ersetzung durch Lagemaße Missing Values werden mit Mittelwerten oder Medianwerten der jeweiligen Interventionsgruppe oder der Gesamtstichprobe ersetzt Führt unter anderem zu Verzerrungen, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Missings mit der Höhe der Warenwerte assoziiert ist, sowie zu einer künstlichen Reduktion der Varianz Verfahren gilt von daher als unzulänglich Last Observation Carried Forward LOCF Die fehlenden Werte werden durch den letzten, zeitlich vorausgehenden, real beobachteten Wert des Teilnehmers ersetzt Kann vor allem bei Prä-Post-Vergleichen mit nur zwei Messzeitpunkten zu einer erheblichen Unterschätzung der wahren Effekte führen Missing Values Replacement Verfahren Wenn Missing-Werte zufällig verteilt sind, sogenannte Missing at Random, können fehlende Werte mit regressionsanalytischen Verfahren aus den vorhandenen Werten derselben Variable zu anderen Messzeitpunkten oder aber aus den Werten von anderen Variablen, die mit dem Outcome assoziiert sind, vorhergesagt werden Mit den vorhergesagten Werten werden die fehlenden Werte ersetzt Durch die Berücksichtigung eines zufälligen Fehlerterms kann dabei verhindert werden, dass die Imputation zu einer Unterschätzung der Varianz der vorhergesagten Werte und damit zu einer Überschätzung des untersuchten Effektes führt Multiple Imputationsverfahren Mithilfe vorhandener Daten von fragestellungsrelevanten Variablen und mit diesen Variablen korrelierten Variablen werden über iterative Schätzungsprozeduren mehrere multiple Schätzer für jeden fehlenden Wert berechnet Indem fehlende Werte durch die Schätzer ersetzt, importiert werden, werden mehrere vollständige Datensätze erzeugt Geplante statistische Auswertungen werden dann für mehrere vollständige Datenmatrizen vorgenommen, sodass eine Verteilung relevanter Testwerte, z.B. der T's beim T-Test inklusive der jeweiligen P's, Konfidenzintervalle etc. generiert wird Aus dieser Verteilung lässt sich dann, z.B. Übermittlung, der beste Schätzer für den wahren Wert ableiten Hierarchisch-lineare Modelle, HLM In diesen Modellen wird für jeden Patienten eine positive oder negative Steigung für den Verlauf der Werte auf dem Erfolgsindikator berechnet Diese Steigungen können aggregiert und so zum Vergleich der Verläufe verschiedener Patienten bzw. Behandlungsgruppen herangezogen werden Der Vorteil bei diesem Verfahren ist, dass sie, zumindest bei mehr als zwei Messzeitpunkten, relativ unabhängig von der Anzahl der herangezogenen Messzeitpunkte sind Dieser Vorteil ist ein wichtiger Grund für die zunehmende Popularität HLM-basierter Auswertungen in der Psychotherapieforschung Exkurs Ende Unterabschnitt 15.2.2 Evaluationsstudien Ausgehend von der Messung intendierter Effekte können Effektivität und gegebenenfalls Effizienz von psychotherapeutischen Interventionen Im Rahmen sogenannter Evaluationsstudien untersucht werden In der Pharmaforschung gibt es für solche Studien einen klaren Goldstandard Die Doppelblinde, Placebo-kontrollierte, randomisierte Studie RCT Bei diesem Standard, die seien wissen weder Behandler noch Patient, welche Behandlung der Patient bekommt Deshalb Doppelblind Die Patienten werden per Zufall, randomisiert, einer von mehreren Behandlungsbedingungen zugeteilt Und den verabreichten Medikamenten ist nicht anzusehen, ob sie den Wirkstoff enthalten oder nicht Eine solche Doppelverblindung ist in der Psychotherapieforschung in der Regel nicht möglich Da der Psychotherapeut wissen muss, welche Therapie er anwendet Stattdessen kommen in der Psychotherapieforschung eine Reihe von Verfahren zum Einsatz Die in Abhängigkeit vom aktuellen Entwicklungsstand einer Intervention variieren Siehe Kapitel 1, Band 1 Die Auswahl des Studiendesigns hängt neben der klinischen Fragestellung von der Phase ab In der sich die Evaluation einer neuen Therapieform befindet Es werden folgende Phasen unterschieden Phase 1 Entwicklungsphase Einzelfallstudien zur Wirksamkeitsbeobachtung Phase 2 Erkundungsphase Drei Poststudien ohne Kontrollgruppe zur Identifikation des Haupteffekts sowie potenzieller Nebenwirkungen Phase 3 Testphase Therapiestudien mit experimentellem Design Randomisiert kontrollierte Studien, RCTs Zur Analyse der Effektivität bei maximal hoher interner Validität Siehe Kapitel 14.2.2 Und Phase 4 Praxiskontrolle Versorgungsstudien zur Evaluation im natürlichen Setting und unter Routinebedingungen bei maximal hoher externer Validität Mit Bezug auf diese vier Phasen wird beispielsweise auch von Phase 4 Forschung gesprochen, wenn sich eine Studie auf die Wirksamkeit einer Intervention im Alltag der Regelversorgung bezieht Im Rahmen eines in diesem Sinne gestuften Evaluationsprozesses kommt den RCTs besondere Bedeutung zu. Die Abkürzung steht für Randomized Controlled Trial oder auch für Randomized Clinical Trial und wird im Deutschen in der Regel mit randomisierte klinische Studie übersetzt. Ein zentrales Merkmal dieser Studien ist, dass die zu untersuchenden Probanden zufällig einer oder mehrerer Interventions- oder einer oder mehreren zeitgleich stattfindenden Kontrollgruppen zugewiesen werden. Dadurch sollen sämtliche systematische Unterschiede zwischen den Gruppen kontrolliert werden, sodass sich diese im Idealfall nur dadurch unterscheiden, ob sie die Intervention oder die in der Kontrollgruppe realisierte Maßnahme erhielten. Damit stellen RCTs einen Spezialfall des Experimentes dar, in dem der angenommene Kausalfaktor variiert und sämtliche anderen Bedingungen konstant gehalten werden. Dieser Fokus auf eine Maximierung der internen Validität hat allerdings in der Regel auch einen Preis. Die Stichproben in RCTs werden streng homogenisiert und klar definiert und die Interventionen werden nachvollziehbar realisiert. In der Folge werden oft Stichproben untersucht, die in der Versorgungspraxis selten vorkommen, zum Beispiel Patienten mit ausschließlich Panikstörung und Interventionen erfolgreich evaluiert, die in dieser Form kaum Chancen haben, in der Versorgungspraxis realisiert zu werden. Zum Beispiel ein Programm zur Behandlung von Panikstörungen, bei dem für jede von insgesamt 20 Sitzungen genau vorgeschrieben ist, was der Therapeut zu tun hat. Neben RCTs, bei denen die Zuteilung jeder Einzelperson verläuft, werden auch Gruppen- bzw. Clusterrandomisierte Studien durchgeführt, in denen beispielsweise verschiedene Kliniken als Studienzentren per Zufall auf die verschiedenen Behandlungsbedingungen zugeteilt werden. Somit wird nicht der Patient, sondern das Behandlungszentrum randomisiert zugeteilt. Da sich hierbei die Anzahl der randomisiert zugeteilten Einheiten deutlich reduziert, erhöht sich die Gefahr, dass Störvariablen die Ergebnisse systematisch verzerren. Wenn man bei der Randomisierung dafür sorgt, dass bestimmte Patienteneigenschaften in allen Gruppen in einem bestimmten Verhältnis vertreten sind, zum Beispiel weibliches Geschlecht in beiden Interventionsbedingungen zu jeweils 50%, spricht man von Stratifizierung oder von geschichteter Zufallsstichprobe. Die jeweiligen Subpopulationen, in diesem Fall Frauen bzw. Männer, werden als Strata bzw. Schichten bezeichnet. Beispiel. Stellen wir uns vor, eine Gruppe von unerfahrenen Therapieforschern möchte untersuchen, ob ein neues Therapieverfahren X effektiv ist. Dazu behandeln die Forscher eine Gruppe von Patienten mit diesem Verfahren. Es zeigt sich, dass diese Patienten nach der Intervention signifikant weniger Symptome aufweisen als vor der Intervention. Heißt das, dass die Intervention effektiv ist? Nicht unbedingt, denn aufgrund einer fehlenden Kontrollgruppe kann mit einem reinen Prä-Post-Design kein strenger Kausalschluss gezogen werden. Vielleicht remittierten die untersuchten Patienten ja spontan oder die Sommerferien lagen zwischen den Messzeitpunkten und sorgten für die Symptomverbesserung. Aus diesem Grund gelten Designs mit Kontrollgruppen im Vergleich mit reinen Prä-Post-Designs als deutlich aussagekräftiger. Stellen wir uns weiter vor, dass dieselbe Forschergruppe dann in einer Multicenter-Studie untersuchen will, ob das Verfahren X effektiver ist als ein bereits bewährtes Verfahren Y. Die unerfahrenen Forscher gehen dabei so vor, dass sie in der Psychotherapieambulanz in der Stadt A die Therapiemethode X und in der Psychotherapieambulanz der Stadt B die Therapiemethode Y einsetzen. Wenn sich dann herausstellt, dass die Patienten in der Therapiemethode Y bessere Behandlungserfolge aufweisen, ist damit belegt, dass Therapiemethode Y die bessere Behandlungsmethode ist? Nicht unbedingt, da in dieser Studie keine Randomisierung verwendet wird, liefert sie keinen adäquaten Beweis für die Überlegenheit von Y. Ohne Randomisierung kann nicht ausgeschlossen werden, dass beispielsweise Unterschiede zwischen den Stichproben der Stadt A und Stadt B für die gefundenen Ergebnisse verantwortlich sind. Vielleicht nahmen in Stadt B mehr Patienten mit höherer Bildung, geringerer Chronifizierung, besser unterstützendem sozialen Umfeld, positiveren Erwartungen an einer Psychotherapie und so weiter an der Studie teil. Zwar werden gute Psychotherapieforscher versuchen, möglichst viele solcher Variablen statistisch zu kontrollieren, eine vollständige Kontrolle möglicher Einflussbedingungen ist jedoch unmöglich, da nicht alle Einflüsse bekannt sind bzw. erhoben werden können. Deshalb werden Personen randomisiert, in der Hoffnung, dass alle relevanten beobachteten und nicht beobachteten Variablen zwischen den Behandlungsgruppen möglichst vergleichbar sind, sodass potenzielle Unterschiede ausschließlich auf die unterschiedlichen Behandlungen zurückzuführen sind. Beispielende. In Bezug auf die jeweiligen Kontrollbedingungen einer Studie lässt sich zwischen inaktiven und aktiven Kontrollgruppen unterscheiden. Zu den inaktiven Kontrollgruppen zählen unbehandelte, Wartekontrollgruppen sowie alle weiteren Behandlungsformen, die für das untersuchte Störungsbild keine erwiesene Wirksamkeit haben. Zu den aktiven Kontrollgruppen zählen psychologische Placebokontrollgruppen sowie alle weiteren Interventionen mit einer für das untersuchte Störungsbild nachgewiesenen Wirksamkeit. Die verschiedenen Kontrollgruppen dienen dabei der Kontrolle verschiedener Gefahren für die Validität der Studie. Unbehandelte Kontrollgruppen und Wartelisten dienen der Kontrolle von Effekten der Spontanremission und des naturalistischen Verlaufs des untersuchten Störungsbildes. Im Gegensatz zu unbehandelten Kontrollgruppen können mit einem Wartelisten-Design zusätzlich Erwartungseffekte im Sinne eines Placebo-Effekts untersucht werden. Psychologische Placebokontrollgruppen werden zur Kontrolle der Effekte von Erwartung und Aufmerksamkeitszuwendung verwendet. Deshalb enthalten psychologische Placebokontrollgruppen alle unspezifischen Inhalte einer Intervention, jedoch nicht die spezifischen Wirkvariablen, die angenommen werden. Spontanremission, naturalistische Symptomschwankungen sowie Verbesserungen durch Erwartung und Aufmerksamkeitszuwendung stellen Bedrohungen der internen Validität einer klinischen Studie dar. Für die Optimierung der Patientenversorgung kommt dem Vergleich mit Maßnahmen der Routineversorgung, Standard Medical Care oder Treatment-as-usual-Kontrollgruppe sowie mit dem aktuell effektivsten Verfahren, Goldstandard, eine besondere Bedeutung zu. Für die Identifikation relevanter Wirkmechanismen sind sogenannte Dismantling-Studien von besonderer Relevanz, in denen der angenommene Wirkfaktor systematisch variiert wird. So kann zum Beispiel die Bedeutung kognitiver Interventionen im Rahmen einer KVT-Behandlung durch den Vergleich dieser Behandlung mit einer VT-Bedingung bestimmt werden, die bis auf das Fehlen kognitiver Techniken komplett identisch mit der KVT-Bedingung ist. Exkurs Äquivalenzstudien Eine neu zu evaluierende psychotherapeutische Intervention kann auch in einem aktiven Vergleich gegen eine Standardbehandlung von erwiesener Wirksamkeit getestet werden. Zeigen sich in einer solchen Äquivalenzstudie keine Unterschiede zwischen den Gruppen, gilt die neue Behandlung als effektiv. Problematisch ist allerdings, dass in einer Vielzahl dieser Studien die Stichproben zu klein sind, um potenzielle Unterschiede zwischen den zwei aktiven Treatments nachzuweisen. Deshalb wird oftmals fälschlicherweise gleiche Effektivität zwischen zwei Behandlungen angenommen, obwohl dies nur auf zu kleine Stichproben zurückzuführen ist. Aus diesem Grund muss speziell bei Äquivalenzstudien durch eine a priori Teststärkenanalyse festgelegt werden, welche Stichprobengröße mindestens benötigt wird, um entweder die Überlegenheit der neuen Intervention im Vergleich zur Standardbehandlung oder deren Äquivalenz in einer klinischen Studie nachzuweisen. Je kleiner der angenommene Unterschied zwischen der neuen Behandlung und der Standardbehandlung ist, desto höher wird dabei die zu veranschlagene Fallzahl. Exkurs Ende Unterabschnitt 15.2.3 Qualitätskriterien für die Beurteilung von Psychotherapiestudien In der Psychotherapieforschung werden Qualitätskriterien an Studien angelegt, die zum Teil denen der Pharmaforschung entsprechen. In einer konzertierten Aktion wurden hierzu von einflussreichen Forschern, Methodikern und Editoren der wichtigsten klinischen Zeitschriften gemeinsame Qualitätskriterien festgehalten, die Konsortkriterien genannt werden. Diese wurden unter anderem für nicht-pharmakologische Studien adaptiert, werden stetig weiterentwickelt und gelten daher heute für viele als relevanter Qualitätsstandard. Überblick Qualitätskriterien klinischer Studien, siehe auch Konsortkriterien Kontrollgruppe Randomisierte Zuteilung und exakte Beschreibung der Randomisierungsprozedur Adäquate statistische Power Reliable und diagnostische Messinstrumente Multidimensionale und multimodale Erfolgserfassung bei Definition eines primären Outcomes Diagnostik psychischer Störungen mittels strukturiertem Interview und durch blinde Rater Durchführung der Therapie mit Treatment Manual und Überprüfung der Behandlungstreue Spezifizierung des Ausmaßes des Trainings der Therapeuten, Behandler Prospektive Studie mit adäquaten Follow-ups Angaben der Drop-Out-Raten und ihrer statistischen Handhabung, gegebenenfalls ITT Effektstärken, gegebenenfalls korrigiert entsprechend ITT-Analysen Genaue Angabe der Sponsoren Registrierung Ethikvotum Überblick Ende Gerade für den Vergleich von aktiven Behandlungen, die sich jedoch gegebenenfalls in der Wirksamkeit leicht unterscheiden, werden große Stichproben benötigt, adäquate statistische Power Ansonsten besteht die Gefahr, dass fälschlicherweise Gleichheit der Behandlungen angenommen wird, da kein signifikanter Unterschied nachzuweisen ist, obwohl Letzteres primär auf die zu kleinen Stichproben zurückzuführen ist Auch sind Studienleiter angehalten, bei Studienbeginn ein klares Zielkriterium zu definieren, an dem der Erfolg festgemacht wird Primary Outcome Man möchte verhindern, dass am Ende der Studie so lange in den Daten geforscht wird, bis man bei irgendeiner Variable signifikante Effekte findet Aus dem gleichen Grund sollen klinische Studien bereits bei Studienbeginn in öffentlichen Datenbanken registriert werden Hier legt sich der Studienleiter auf die primäre Zielvariable und die Stichprobengröße fest Dies verhindert, dass die Studie in dem Moment beendet wird, an dem sich, gegebenenfalls bedingt durch zufällige Schwankungen, signifikante Unterschiede in die gewünschte Richtung zeigen Außerdem lässt sich so später feststellen, ob bestimmte Studien begonnen, dann jedoch wegen ungünstigen Ergebnissen nicht veröffentlicht wurden Publikationsbias Zunehmend zwingend vorgeschrieben ist mittlerweile auch ein Votum der zuständigen Ethikkommission, die prüft, inwieweit die Studien im Einklang mit ethischen Richtlinien stehen Beispiel Studie Sind RCTs wirklich besser? In einer Analyse aller klinischen Therapiestudien, die in den Jahren 1990 bis 2003 in Top-Zeitschriften veröffentlicht wurden und jeweils über 1000 Mal zitiert wurden, gelangte Johannidis zu dem Ergebnis, dass RCTs verlässlichere Informationen über die Wirksamkeit untersuchter Interventionen geben als nicht-randomisierte Studien Von insgesamt 45 RCTs mussten bei 7 die Ergebnisse in Nachfolgestudien revidiert werden, während in 5 von 6 qualitativ hochwertigen nicht-randomisierten Gruppenvergleichsstudien die Ergebnisse in Nachfolgestudien revidiert werden mussten Dies bestätigt also, dass Verletzungen des Randomisierungsprinzips mit einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einhergeht, fehlerhafte Ergebnisse zu produzieren Beispielende Unterabschnitt 15.2.4 Sekundärforschung mit Meta-Analysen Die empirisch-wissenschaftliche Psychotherapie-Forschung hat sich als ein überaus produktives und fruchtbares Forschungsfeld erwiesen. Die Zahl an publizierten Evaluations-, Prozess-, Moderator- und Mediatorstudien geht mittlerweile in die Tausende und täglich kommen neue, relevante Ergebnisse hinzu. Damit wird es allerdings auch zunehmend schwerer, die vorliegenden Daten zu nutzen, um relevante Fragen zu beantworten. Dieses Problem wird dadurch noch verschärft, dass Psychotherapie-Studien, die dieselbe Fragestellung untersuchen, nicht unbedingt zu denselben Ergebnissen kommen. Eine Methode, mit der versucht wird, dieses Problem zu lösen, besteht darin, die Befunde aus Einzelstudien mithilfe von Meta-Analysen quantitativ zusammenzufassen. In der Regel werden dabei die Effekte der Originalstudien zu einem Mittelwert über alle Studien aggregiert. Dies kann im Vergleich zur Kontrollgruppe geschehen, kontrollierte Effektstärke, oder als Vergleich der Veränderung der Werte, vor und nach der Behandlung, unkontrollierte Effektstärken, Prä-Post-Effektstärken. Die Stärke von Meta-Analysen liegt darin, dass sie eine Vielzahl von Studien und damit eine große Zahl an Patienten einbeziehen und damit Schlussfolgerungen auf eine breite empirische Grundlage stellen. Außerdem erlauben sie es, die Effekte aus den Studien mit Eigenschaften der Studie, beziehungsweise mithilfe sogenannter meta-regressiver Ansätze, Effekte aus verschiedenen Studien mit Merkmalen von Patienten, Therapeuten und oder Interventionen etc. in Beziehung zu setzen. In diesem Sinne lässt sich beispielsweise meta-analytisch untersuchen, ob hochwertige Studien in geringeren Effektstärken resultieren als weniger hochwertige Studien, was zumindest im Bereich von Depressionstherapien der Fall zu sein scheint. Allerdings gibt es auch Probleme, die den Wert von Meta-Analysen deutlich einschränken können. So sind die Ergebnisse von Meta-Analysen stark durch die Auswahl der Studien determiniert. Dabei stellt sich zum Beispiel die Frage, ob nur qualitativ hochwertige Studien aufgenommen werden sollen, um die interne Validität zu stärken, dabei aber die externe Validität zu reduzieren. Oder auch Studien mit weniger rigorosen Studiendesigns, weil diese versorgungsnäher sind, andererseits aber die interne Validität gefährden. Sogenannte Garbage-in, Garbage-out-Problematik. Neben diesen grundsätzlichen Problemen müssen bei Durchführung und Interpretation von Meta-Analysen die folgenden Fehlerquellen berücksichtigt werden. Publikationsbias. Es gibt eine starke Tendenz in der Wissenschaft, nur solche Studien zu veröffentlichen, die signifikante Ergebnisse erbringen, die im Einklang mit dem stehen, was der verantwortliche Wissenschaftler zeigen wollte. In diesem Sinne liegen bei Antidepressiva beispielsweise eindeutige Hinweise vor, dass bis zu drei Viertel der Studien mit negativem Ergebnis nicht veröffentlicht werden, während Studien mit positivem Ergebnis für ein Medikament zu fast 100 Prozent in Zeitschriften publiziert werden. Ähnliche Effekte müssen auch für Psychotherapie angenommen werden, da viele Psychotherapie-Forscher stark mit einzelnen Interventionen identifiziert sind. Meta-Analysen bauen in der Regel nur auf publizierte Studien auf, sodass sie selektionsbedingt falsch positive Ergebnisse erbringen können. Selektionsbias. Die Größe eines Evaluationseffektes mag von vielen Faktoren wie Art der Stichprobe, Art des Settings etc. abhängen. Damit ist unklar, worauf sich ein gemittelter Effekt eigentlich bezieht. Um die Relevanz dieses Effektes abzuschätzen, wird die Heterogenität der Effekte der Originalstudien ermittelt. Bei bedeutsamer Relevanz kann versucht werden, Studieneigenschaften zu identifizieren, die Anteile dieser Varianz aufklären. Dieses Vorgehen ist aber problematisch, wenn insgesamt relativ wenige Originalarbeiten einbezogen werden oder wenn sich nur eine kleine Subgruppe in Bezug in einen Varianzaufklärenden Faktor von den anderen Studien unterscheidet. Letztlich kann ein Selektionsbias zu Fehleinschätzungen führen, wenn beispielsweise die Anzahl an Studien, die die Intervention in Stichproben untersucht, die generell schwerer zu behandeln sind, z.B. depressive Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, im Vergleich zu Studien überwiegt, in denen die Intervention in Stichproben evaluiert wird, die generell leichter zu behandeln sind, z.B. depressive Patienten ohne Borderline-Persönlichkeitsstörung, und wenn es nicht möglich ist, diesen Unterschied zu erfassen und ihm systematisch in der meta-analytischen Auswertung Rechnung zu tragen. Variablenvermischung Die Stärke von Meta-Analysen, Studien mit unterschiedlichen Zielvariablen zu einem Gesamteffekt zu kombinieren, ist auch gleichzeitig eine ihrer Schwächen. Unterschiedliche Messinstrumente haben unterschiedliche Änderungssensitivität, sind also unterschiedlich gut geeignet, um Effekte darzustellen. Oftmals finden sich die höchsten Effektstärken bei sehr individuell und spezifisch auf einzelne Studien zugeschnittenen Ergebnisvariablen. So werden Studienteilnehmer in den meisten Fällen Zielvariablen wie Erkenntnisse über meine Erkrankung sehr positiv bewerten, was jedoch nicht automatisch bedeutet, dass sich deshalb auch die Symptomatik verbessert hat. Unterschiedliche Dropout-Raten Viele Meta-Analysen berücksichtigen nicht, dass sich Studien sehr stark in der Akzeptanz beziehungsweise in Dropout-Raten unterscheiden können. So gibt es Beispiele, bei denen Meta-Analysen große Effektstärken für die untersuchte Intervention berichten, obwohl bei den Studien zum Teil nur 50 bis 60 Prozent der intendierten Stichprobe die Behandlung abgeschlossen haben. Um diese Probleme zu minimieren, wurden auch für Meta-Analysen Qualitätskriterien definiert und in den sogenannten Prisma-Kriterien zusammengefasst. Gemäß dieser Kriterien ist genau zu definieren, welche Patientengruppe, welche Interventionen, welche Studiendesigns und welche Ergebniskriterien analysiert werden sollen. Nur die genaue Definition der Ein- und Ausschlusskriterien von Meta-Analysen sichert eine ausreichende wissenschaftliche Qualität und schützt vor Willkür bei der Ergebnisauswahl. Damit die Literaturauswahl replizierbar ist, müssen Suchkriterien und durchsuchte Datenbanken mit dem Datum der Literatursuche angegeben werden. Anschließend wird ein Codierplan aufgestellt, der gewissermaßen das statistische Herzstück der Meta-Analysen darstellt. Die entsprechenden Effekte auf den Zielvariablen werden in eine übergeordnete Effektstärke integriert. Des Weiteren werden Analysen durchgeführt, welche Fehlerquellen die Ergebnisse der Meta-Analyse beeinflusst haben können. Siehe oben. Außerdem empfiehlt es sich beispielsweise anhand der Symmetrie der Effekteverteilung, Rückschlüsse auf einen möglichen Publikations-Bias vorzunehmen und diesen bei Bedarf mit Hilfe von statistischen Verfahren zu kontrollieren. Kritisch ist allerdings anzumerken, dass die Umsetzung dieser Kriterien oft daran scheitert, dass die notwendige Information in den Originalstudien fehlt. So ist es zum Beispiel oft schwierig zu beurteilen, ob eine Therapieform in einer Studie gut umgesetzt wurde, unter anderem, weil die Qualität des Umsetzens einer Therapie auf einer konkreten Handlungsebene schwer zu quantifizieren ist. In diesem Fall können Befunde aus vielen qualitativ schlechteren Studien dann die Befunde aus wenigen, aber qualitativ hochwertigen Studien fälschlicherweise relativieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Meta-Analysen eine Möglichkeit darstellen, eine Schätzung der Gesamteffekte einer Intervention zu erhalten, für die mehrere unterschiedliche Studienergebnisse vorliegen. Allerdings sind Meta-Analysen mit eigenen methodischen Schwächen verbunden, die ebenfalls berücksichtigt werden müssen. Unterabschnitt 15.2.5 Psychotherapeutische Prozessforschung Therapie-, Evaluationsstudien und Meta-Analysen helfen, Effektivität und Effizienz von Behandlungsprogrammen einzuschätzen. Damit ist allerdings noch nicht klar, welche Prozesse für signifikante Effekte verantwortlich sind. Um diese Frage zu klären, müssen potenziell relevante Faktoren parallel zu den Erfolgskriterien, möglichst mehrfach, erfasst werden. Dann lassen sich mit Hilfe von Mediator-Analysen, siehe Kapitel 1, Band 1, und komplexeren statistischen Verfahren für die Analyse des prospektiven Zusammenhangs mehrerer Variablen über die Zeit, zum Beispiel sogenannte Latent Change Models, Rückschlüsse über beteiligte Prozesse ziehen. In den zuvor bereits angesprochenen Dismantling-Studien können dann Therapievarianten miteinander verglichen werden, die sich idealerweise ausschließlich durch ihren Effekt auf den angenommenen Wirkfaktor unterscheiden. Signifikante Unterschiede zwischen den Varianten sprechen für die Relevanz des angenommenen Wirkfaktors. Eine weitere Einschränkung der Aussagekraft von Therapie-Evaluationsstudien ergibt sich daraus, dass diese eine Vielzahl von Interventionen integrieren und die Effektivität eines standardisierten Behandlungspakets untersuchen. In der therapeutischen Praxis lässt sich ein hochgradig standardisiertes Vorgehen jedoch oft nicht realisieren. Hier brauchen Therapeuten empirisch fundierte Heuristiken, die ihnen helfen, aus der Vielzahl der möglichen konkreten therapeutischen Handlungen diejenige auszuwählen, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zum aktuell angestrebten Ziel führt. In diesem Sinne stellen sich für Therapeuten von Minute zu Minute immer wieder neu folgende Fragen. Welches Zwischenziel wäre jetzt hilfreich? Wie führe ich den Patienten dahin? Was sage ich als nächstes? Welche Intervention könnte jetzt hilfreich sein? Wie kann ich den Patienten für diese Intervention gewinnen? Etc. Um Fragen dieser Art zu beantworten, werden in der Prozessforschung konkrete therapeutische Interventionen, vor allem mithilfe von Videos, erfasst und mit relevanten Outcomes in Bezug gesetzt. Dazu werden in der Regel möglichst reliable und valide Rating-Systeme entwickelt, mit denen für relevant gehaltenes Therapeutenverhalten und die interessierenden Effekte auf Seiten des Patienten kategorisiert werden. Auf diesem Weg lassen sich diese Faktoren in Echtzeit erfassen, ohne den therapeutischen Prozess reaktiv zu beeinflussen. Mit den so gewonnenen Daten können prospektive Zusammenhänge zwischen dem Therapeutenverhalten und anschließenden Veränderungen im Erleben und Verhalten des Patienten bestimmt werden. Falls sich solche Zusammenhänge finden lassen, wären bereits zwei Bedingungen für einen kausalen Zusammenhang erfüllt. Die angenommene Ursache, Therapeutenverhalten, korreliert mit der angenommenen Wirkung, Veränderungen beim Patienten und die vermeintliche Ursache geht der vermeintlichen Wirkung voraus. Die dritte für einen Kausalschluss notwendige Bedingungen zu realisieren, den Ausschluss bzw. die statistische Kontrolle von relevanten Drittvariablen, ist in solchen prospektiven Beobachtungsstudien allerdings schwierig, da es voraussetzt, dass diese Störvariablen bekannt sind und reliable und verliebe gemessen werden können. Dies ist jedoch kaum zu realisieren. Vor diesem Hintergrund sollte die Prozessforschung zukünftig verstärkt experimentelle Methoden nutzen und die Effekte konkreter therapeutischer Handlungen bzw. von Mini-Interventionen im Rahmen experimenteller Designs evaluieren. Abschnitt 15.3. Wann ist eine Psychotherapieform wissenschaftlich fundiert? Gerade für Leistungen, die der Solidargemeinschaft der Krankenversicherten aufgebürdet werden, gilt im Gesundheitssystem die Voraussetzung, dass diese Maßnahmen als wissenschaftlich fundiert bzw. als evidenzbasiert gelten sollten. Um die Frage zu beantworten, ab wann ein psychotherapeutisches Verfahren als wissenschaftlich fundiert gelten kann, hat die American Psychological Association, APA, unter Leitung von Diane Chamblars, eine Konsensuskonferenz einberufen, die sich auf folgende Kriterien geeignet hat. Überblick. APA-Kriterien für wissenschaftliche Fundierung von Psychotherapie. Eine Therapieform gilt als wissenschaftlich in ihrer Effektivität gesichert, wenn folgende Kriterien erfüllt sind. 1. Mindestens zwei fundierte Gruppenuntersuchungen, die von verschiedenen Forschern bzw. Forschergruppen durchgeführt wurden und die Wirksamkeit der Therapie durch mindestens einen der folgenden Nachweise belegen. a. Therapieform ist anderer Therapieform oder Placebo überlegen. b. In Studien mit adäquater statistischer Power, n größer 30 pro Gruppe, wird Vergleichbarkeit mit einer gesicherten Therapie nachgewiesen. Oder 2. Eine große Anzahl von Einzelfallstudien, welche die Wirksamkeit der Therapie belegen. Die Studien müssen a. einen experimentellen Versuchsplan haben, b. die Wirksamkeit mit einer anderen Therapieform vergleichen. Weitere Kriterien für 1. und 2. 3. Die untersuchten Therapien müssen auf Behandlungsmanualen basieren. 4. Die Charakteristika der jeweiligen Stichproben müssen klar beschrieben sein. Überblickende. Nach den APA-Kriterien gelten zwischenzeitlich zahlreiche Interventionen als wissenschaftlich fundiert, z.B. kognitive Therapie bei Depression, Expositionstherapie bei Agoraphobie oder interpersonelle Therapie bei Bulimie. Aktuell lässt sich der Großteil der wissenschaftlich fundierten Psychotherapie-Methoden den kognitivverhaltenstherapeutischen Verfahren zuordnen, jedoch erreichen auch andere Verfahren zunehmend diese Kriterien. Ein Nachteil der APA-Kriterien ist allerdings, dass sie eine dichotome Bewertung vornehmen, ob Interventionen wissenschaftlich fundiert sind. Weil damit wichtige Information verloren geht, sollte stattdessen der Grad der Evidenzbasierung angegeben werden. Zu diesem Zweck hat sich ein System bewährt, welches ursprünglich von der Agency for Healthcare Policy aus den USA vorgeschlagen wurde, mittlerweile aber auch in Deutschland eine wichtige Rolle bei der Bewertung psychotherapeutischer Verfahren spielt. Überblick. Stufen der Evidenzbasierung. 1a. Evidenz aufgrund von Meta-Analysen randomisierter Studien. 1b. Evidenz aufgrund von mindestens einer randomisierten kontrollierten Studie. 2a. Evidenz aufgrund von mindestens einer gut angelegten kontrollierten Studie ohne randomisierung. 2b. Evidenz aufgrund von mindestens einer gut angelegten quasi-experimentellen Studie. 3. Evidenz aufgrund von mindestens einer gut angelegten nicht-experimentellen deskriptiven Studie, z.B. Fallkontrollstudie. 4. Evidenz aufgrund von Berichtenmeinungen, Expertenkreisen, Konsensuskonferenzen und oder klinischen Erfahrungen anerkannte Autoritäten. Überblick Ende.